Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Risto Isomäki. Ascheregen. Aus dem Finnischen von Angela Plöger. Gesprochen von Uwe Teschner. Gesprochen von Uwe Teschner. Prolog. Glücklicher Drache. 1. März 1954. Kann es im Paradies schneien? Bei Anbruch des Tages, der die ganze Welt unwiderruflich verändern sollte, lag die Koralleninsel Rongelab still in der Dunkelheit der Nacht im Schoß des stillen Ozeans. Die sanfte, langsame Dönung des Ozeans brach sich an dem ringförmigen Riff des die inselschützenden Atolls zu Gischt. Auf den weißen Ufersand wälzte sich nur niedriger, ungefährlicher Schaum, der den feinen Korallensand leise hin und her bewegte. Die Palmen rauschten im milden Wind. Das langsame, beruhigende Tosen der Brandung drang ins Bewusstsein der Menschen, die in ihren Hütten schliefen. Bis zum Morgen war es noch eine Weile hin, und noch gab es keinen Grund zu erwachen. Wenn es auf der Erde einen Ort gab, der ans Paradies erinnerte, dann war er hier. Die feuchte Luft der dunklen Nacht war wie warme, weiche Seide. Auf dem offenen Meer, 300 Kilometer weiter westlich, schaukelte ein einsamer Fischtrawler in dem leichten Seegang. Es war Daigo Fukuryumaru, der glückliche Drache. Oder genauer, der glückliche Drache Nummer fünf, denn vier Schwesternschiffe der Daigo Fukuryu waren schon vor diesem in der Werft vom Stapel gelaufen. Der fünfte glückliche Drache war ein paar Tage zuvor mit 23 Mann Besatzung an Bord aus dem Hafen Yaizu ausgelaufen, um seinen Laderaum mit dem von den japanischen Verbrauchern so heiß begehrten, saftigen Thunfisch zu füllen. Es war sechs Uhr fünfundvierzig in der Frühe, und bald würde die Sonne aufgehen. Die Besatzung erwachte allmählich. Der glückliche Drache hatte am Abend seine Grundleine ausgelegt. Bald würde sich zeigen, was alles an den Haken hing und wie viel Glück sie diesmal gehabt hatten. Da begann der Westhimmel, sich ohne jegliche Vorwarnung zu erhellen. »Die Sonne geht auf der falschen Seite auf«, sagte einer der Fischer und hielt den Atem an. Der Horizont begann zu gleißen, und gleich darauf war es auf dem Meer fast ebenso hell wie am Tag. Die ganze Mannschaft der Daigo Fukuyo Maru versammelte sich an Deck. Stumm betrachteten sie den Westhimmel mit Gefühlen, in denen sich Angst und Verwunderung mischten. Sieben Minuten später erfüllte ein ohrenbetäubender Donner die Welt. Als wären tausend Blitze auf einmal vom Himmel niedergegangen, oder als hätte es um sie herum in allen Richtungen einen kolossalen, unsichtbaren Erdrutsch gegeben. Irgendwo sehr weit entfernt erhob sich ein glühender, orange-gelb-roter Feuerball. Sehr viel später sollten sie hören, dass er fast zehn Kilometer im Durchmesser maß. »Dort liegt das Bikini-Atoll«, sagte einer der Fischer. »Die Amerikaner haben wieder Versuche gemacht. Das ist ein Picadon«. Seine Kameraden erschraken. »Ein Picadon«. »Eine Bombe von der Art, wie sie zwei japanische Städte vernichtet und Hunderttausende von Menschen getötet hatte.« »Sie haben nichts dergleichen angekündigt«, zweifelte ein anderer Fischer. »Das tun sie nicht immer«. Hinter ihnen tauchte der Kapitän auf. Mit gerunzelter Stirn betrachtete er den in Flammen stehenden westlichen Himmel. »Kann das da gefährlich sein?«, fragte einer der Männer den Kapitän. Der schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er entschieden. »Wir sind weit entfernt von der verbotenen Zone. Mindestens dreißig, vierzig Kilometer vom äußeren Rand. Bis zum Bikini sind es zweihundert Kilometer. Wir gehen jetzt wieder an die Arbeit.« Trotz der Worte des Kapitäns wirkte der Fischer weiterhin besorgt. »Sie haben Ihre Versuche schon viele Male gemacht«, erinnerte sie der Kapitän. »Das Gefahrengebiet hat nie so weit gereicht. Nicht im Entferntesten. Wenn wir ganz nah am Bikini dran wären, müssten wir uns vielleicht Sorgen machen, aber in zweihundert Kilometer Entfernung? »Glaubt mir, wir haben kein Problem. Selbst wenn der Wind von dort hierher weht.« Der Fischer beruhigte sich etwas, denn er wusste, der Kapitän sprach die Wahrheit. »Sie haben aber heute größere Atombomben als früher«, sagte er trotzdem. »Angeblich tausendmal größere.« »Sie heißen Wasserstoffbomben. Die Bombe, die vor zwei Jahren gezündet wurde, war so eine.« »Wasserstoffbomben sind zwar größer, aber sie verursachen nicht zu einem gefährlichen radioaktiven Niederschlag«, versicherte der Kapitän. »Sie brennen irgendwie sauberer als die anderen Atombomben.« Einige Stunden später begann es, Asche vom Himmel zu regnen. Zuerst schwebten einige große graue Flocken in der Luft. Dann wurde der Ascheregen dichter, so als hätte es irgendwo in der Nähe einen gewaltigen Vulkanausbruch gegeben. Die Besatzung der Daigo Fukuryumaru fand, die federleichten Flocken wirkten wie riesengroße Schneeflocken, abgesehen davon, dass Schneeflocken meistens weiß waren. Das waren diese hier nicht. Fast drei Stunden lang regnete es Asche auf den glücklichen Drachen, so dass zuletzt das ganze Deck von einer Aschenschicht bedeckt war, und wenn die Besatzungsmitglieder darüber liefen, blieben in der Asche die Spuren ihrer Schuhsohlen zurück. Dann hörte der Ascheregen auf, bald schwebten am Himmel nur noch hier und da vereinzelte Flocken, dann auch das nicht mehr. Der Kapitän befahl seiner Mannschaft, das Deck zu fegen, aber viele Männer sammelten erst einmal große Haufen der Asche als Souvenir und Mitbringsel ein. Sie taten die Asche in große Säcke und kleine Gläser. Plötzlich bemerkte der Kapitän etwas Seltsames. »Ichiro«, sprach er einen der Männer an, »deine Haut ist ganz rot. Als wäre sie verbrannt.« Ichiro wandte sich seinem Kapitän zu, und da bemerkte dieser, dass Ichiro auch an der Wange etwas Auffälliges hatte. »Ichiro, vielleicht solltest du dich hinlegen und dich ausruhen«, sagte der Kapitän. Und in diesem Moment bemerkte der Kapitän, dass auch er selbst sich nicht recht wohlfühlte. In den Mundwinkeln fühlte er einen kleinen, scharfen Schmerz. Er war dort schon einige Zeit zu spüren gewesen, aber erst jetzt so stechend geworden, dass der Kapitän sich seiner bewusst wurde. Der Schmerz wurde immer heftiger, sodass der Kapitän zunehmend darunter litt. Außerdem wühlte tief innen in seinem Körper ein vages Gefühl von Übelkeit, wie ein großer, fester Klumpen, der immer schwerer wurde. Hatte er etwas Verdorbenes gegessen? Er hatte sonst niemals Magenprobleme. Da hörte er hinter sich ein ekelhaftes, gurgelndes Geräusch. Einer seiner Männer musste sich plötzlich übergeben. Er drehte sich um und sah, wie der Mann sich nahezu gewaltsam über die Reling ins Meer erbrach. Es dauerte nur einen Augenblick. Auch einem anderen Mann wurde übel, und dann noch einem dritten. Und auch die Übelkeit, die dem Kapitän zusetzte, ging nicht vorüber. Sie wurde immer schlimmer. Es schwindelte ihn, und seine Gelenke und Muskeln schmerzten überall gleichzeitig. Der Kapitän erkannte, dass hier etwas nicht stimmte. Er wusste nicht, was sich die Amerikaner diesmal ausgedacht hatten, aber in dem unermesslich großen Feuerball, den sie über dem Bikini-Atoll ausgelöst hatten, war offenbar wieder etwas ganz Neues gewesen. Etwas, das den Niederschlag noch hunderte von Kilometern entfernt gefährlich machte. »Wir müssen hier weg«, sagte der Kapitän zum Steuermann des glücklichen Drachen. »Wir fahren nach Hause. Sofort. Aber wir fahren. Jetzt. Das ist nicht normal.« Der Trawler drehte nach Osten ab, die Maschine arbeitete mit voller Kraft. Aber wenig später war schon die gesamte Mannschaft des glücklichen Drachen krank und litt an Übelkeit. Der Wind ließ nicht nach. Einige Stunden später erreichte der Korallenschnee auch die 100 bzw. 300 Kilometer entfernten Atolle Utirik und Rongelab. Palmenblätter und Sandstrände wurden von einem Mantel aus grauen Flocken bedeckt, und die Korallenasche fiel auch auf die Hausdächer und die Haare der Menschen. Kinder und Erwachsene fingen die vom Himmel herabschwebenden Flocken mit den Händen und betrachteten sie, entzückt lächelnd. Das war für sie etwas ganz Neues. Denn im Paradies schneit es nicht. Am nächsten Tag waren alle Bewohner von Utirik und Rongelab schwer krank. Aber es sollten fast 60 Jahre vergehen, ehe die Welt verstand, um wie vieles gefährlicher der Heimatplanet der Menschen an jenem schicksalsschweren Tag plötzlich geworden war. Plötzlich geworden war. Teil 1 Rapid L Man könnte sich vorstellen, dass Radium in den Händen von Verbrechern sehr gefährlich werden könnte. Wir können uns fragen, ob die Menschheit davon profitiert, dass sie die Geheimnisse der Natur kennenlernt. Ich gehöre zu denjenigen, die wie Nobel glauben, dass die Menschheit von den neuen Entdeckungen mehr Nutzen als Schaden haben wird. Pierre Curie, einer der beiden Entdecker des Radiums, in Stockholm bei der Zeremonie zur Verleihung des Nobelpreises. Als Hauptkommissar Kenzaburo Niori das Gebäude sah, spürte er sofort, dass hier etwas absolut nicht stimmte. »Fordere Verstärkung an«, sagte er zu Akiko Nobura. »Hier ist etwas Schlimmes passiert. Etwas sehr Schlimmes.« »Wie kannst du das wissen?«, dachte Nobura, stellte jedoch die klare Anweisung ihres Vorgesetzten nicht in Frage. Jüngere Untergebene taten so etwas nicht. Zumal, wenn es sich um eine Frau handelte, die erst vor ein paar Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen hatte. »Und ruf einen Schlosser«, fügte Niori hinzu. »Zur Sicherheit.« Hauptkommissar Niori betrachtete das vor ihm aufragende, zwanzigstöckige Bürogebäude, die Hauptverwaltung des Yoshikawa-Konzerns. Die Glaswände des Gebäudes schimmerten im Halbdunkel der Nacht matt-hellgrün. Nur in der Empfangshalle unten brannte ein gelbes Licht. Aber auch dort war niemand zu sehen, obwohl Mitsuru Kemba am Telefon gesagt hatte, dass sich im Erdgeschoss Wachleute aufhalten würden, die ihnen bestimmt entgegenkommen würden. Wieder drückte Niori die Klinke der Glastür herunter, aber die Tür öffnete sich nicht. Er drückte auch auf den Summer, zum wer weiß wievielten Mal. Die Wachleute hätten es hören müssen. Aber niemand erschien. Das ganze Gebäude war still. Wie eine versiegelte Grabkammer schoss es Hauptkommissar Niori durch den Kopf. Ihm gefiel der Gedanke nicht. Das Zentrum von Osaka leuchtete wie ein Lichtermeer hinter ihnen. Die Lichtreklamen an den Wänden der höchsten Wolkenkratzer veränderten ständig ihre Form. In ihrer Nähe befanden sich niedrigere Bürogebäude. Hier und da sah man darin hellere Vierecke, aber nur wenige Fenster waren erleuchtet. Es war kurz nach vier Uhr morgens. Akiko Nobura legte auf. Zwei weitere Streifen sind in einer halben Stunde hier. Der Schlosser müsste schon vorher da sein. Auch Kemba sollte erscheinen, knurrte Niori. Mir schwand Üblis. Was beunruhigt sie, wunderte sich Nobura. Es wirkt doch alles ganz normal. Kemba hat gesagt, in dem Gebäude seien acht Wachleute. Warum hört keiner von ihnen den Summer? Vor einer halben Stunde hatte der Geschäftsführer des Yoshikawa-Konzerns den Hauptkommissar geweckt. Auch Nioris Frau Hatsuru und ihre sechs Monate alte Tochter waren von dem Klingeln des Telefons wach geworden. Auch wenn Mitsuru Kemba ein geschätzter Bekannter der Familie war, fiel es Niori schwerer als sonst, freundlich und höflich zu sein. Aber Kemba hatte ihn geradezu angefläht, zur Hauptverwaltung des Konzerns zu kommen. Kemba war mitten in der Nacht eine kleine Sache eingefallen, die er eigentlich schon längst hätte erledigen müssen. Er war aufgestanden und hatte einen der Nachtwächter angerufen. Aber der hatte sich nicht gemeldet. Kemba hatte auch die Handynummern von zwei anderen Wachleuten gewählt, aber ohne Erfolg. Da hatte er die Polizei alarmiert, die versprochen hatte, eine Streife vorbeizuschicken. Als Kemba erneut bei der Polizei anrief, erfuhr er, dass die Streife an Ort und Stelle gewesen war und festgestellt hatte, dass alles in Ordnung war. Hauptkommissar Niori machte sich nicht gern mehrere Stunden früher auf den Weg, aber er schuldete Mitsuru Kemba einen Gefallen. Und so hatte er sich mit Kemba für eine halbe Stunde später bei der Hauptverwaltung des Yoshikawa-Konzerns verabredet. Er hatte auch die ganz in der Nähe wohnende Akiko Nobuha geweckt und sie angewiesen, ihn zu begleiten. Niori hatte angenommen, er würde sich ganz umsonst bemühen und nur aus Höflichkeit gegenüber Mitsuru Kemba gehandelt. Aber seine Meinung hatte sich geändert, als sie bei dem Gebäude angelangt waren. »Es wird ein sehr langer Tag«, dachte Niori. Kurz darauf sahen sie die Lichter eines sich nähernden Autos. Es hielt vor dem Gebäude und ihm entstieg ein etwa sechzigjähriger Mann mit grauem Haar. Niori erkannte in ihm sofort Mitsuru Kemba, einen entfernten Verwandten seiner Frau. »Danke, dass Sie so schnell kommen konnten«, keuchte Kemba und drückte mit beiden Händen Nioris Arm. Akiko Nobura begrüßte Kemba mit einer Verbeugung. »Die Nachtwächter reagieren nicht auf das Klingeln«, berichtete Niori. Kembas Miene verdüstete sich. »Ich habe doch gesagt, dass hier etwas nicht stimmt. Einen Moment, ich öffne die Tür.« Kemba zog seine Code-Karte hervor und schob sie ins Lesegerät. Der Schließmechanismus der Tür reagierte nicht. »Seltsam«, murmelte Kemba. »Ich verstehe nicht, wie das sein kann.« »Acht Wachleute sind ziemlich viele«, sagte Ken Saburo Niori laut. »Befindet sich in dem Gebäude etwas Wertvolles?« »Da drin ist der Prototyp eines sehr wertvollen Geräts«, bestätigte Kemba. »Beziehungsweise die erste funktionierende ans Stromnetz angeschlossene Einheit.« »Um was für ein Gerät handelt es sich«, erkundigte sich Niori. Kemba zögerte. »Das Projekt ist noch geheim«, sagte er ausweichend. »Für uns kann es wichtig sein, das zu wissen«, beharrte Niori, obwohl er wusste, dass er unhöflich war. »Mag sein, dass du recht hast«, räumte Kemba ein, immer noch mehr als nur ein wenig widerstrebend. »Na schön, im Kellergeschoss befindet sich ein Reaktor der Serie Rapid L.« »Ein Reaktor?«, wunderte sich Niori. »Was für ein Reaktor?« »Na, ein Kernreaktor natürlich.« »Ein Kernreaktor?«, fragte Niori verblüfft. »So nahe beim Stadtzentrum von Osaka?« Kemba legte die Stirn in ärgerliche Falten. »Ich weiß, was du denkst, an diese Reaktion bin ich gewöhnt. Die Leute haben hysterische Angst vor Kernkraft, aber eigentlich ohne jeden Grund. Welche andere Energieform hat denn bisher so wenig Menschen umgebracht wie die Kernkraft? Außerdem ist der Rapid L ein sehr besonderer Reaktor.« Im Halbdunkel erschienen die Lichter von zwei sich rasch nähernden Wagen. »Da kommt wohl der Schlosser«, kommentierte Aki Konobura. »Das kann noch keine der Streifen sein.« »Der Rapid L ist ein sehr weit entwickelter Kernreaktor völlig neuen Typs«, fuhr Kemba fort mit einer von Sorge und Unsicherheit geprägten Stimme, in der gleichwohl auch stolz lag. »Super kompakt, super sicher. Der Reaktor selbst ist nur sechs Meter hoch und zwei Meter breit. Er wiegt nur 7,6 Tonnen.« »Aha«, sagte Niori. »So, so.« Der Schlosser hielt neben den Autos von Niori und Kemba und kam die Stufen zu der Ebene des Eingangsbereiches herauf, auf der die drei standen. Er trug einen großen Werkzeugkasten. Der Schlosser mustete sie und begrüßte dann zuerst Kemba und gleich danach Niori. Dann nickte er Nobura zu. »Werde ich hier gebraucht?« »Sie sind an der richtigen Adresse«, sagte Niori. »Würden Sie diese Tür da aufbekommen?« Der Schlosser sah Niori erstaunt und gleichzeitig mehr als ein wenig besorgt an. »Und sind Sie auch wirklich dazu berechtigt?« Niori zeigte dem Schlosser seine Polizeikarte, und dieser sah gleich ein bisschen beruhigter aus. »Herr Kemba hier ist der Forschungsleiter des gesamten Yoshikawa-Konzerns«, erklärte Niori. »Dann kann ich Ihnen diese Tür wohl öffnen«, brummte der Schlosser. »Ich meine, Sie wissen ja wohl selbst, was Sie wollen.« Der Schlosser entnahm seinem Werkzeugkasten eine kleine akkubetriebene Eisensäge und drückte deren Blatt gegen den Riegel des Schlosses. Die Säge begann zu surren, erst leise und dann allmählich mit immer heftigeren und penetranteren Geräusch. »Der Rapid L produziert Strom nicht mit einer Dampf- oder einer Gasturbine, so wie die altmodischen Reaktortypen«, fuhr Kemba fort. »Er wandelt Temperaturunterschiede mit Hilfe von neuartigen thermoelektrischen Zellen direkt in Strom um.« »Das klingt fortschrittlich«, stimmte Niori zu. Niori versuchte nicht, Kembas Vortrag zu unterbrechen. Er verstand, dass Kemba wirklich besorgt war und dass er seine Besorgnis durch Reden abbaute. Indem er dozierte, versuchte Kemba, das Gesicht zu wahren, sich selbst zu beruhigen und sich zu versichern, dass alles weiterhin in Ordnung war. »Das dauert hier nur ein paar Minuten, auch wenn das Schloss aus ziemlich hartem Metall ist«, bemerkte der Schlosser. Er setzte ein neues Blatt in seine Säge ein und setzte die Arbeit fort. »Früher hat es sich nicht recht gelohnt, thermoelektrische Zellen zu verwenden, weil man damit ein Nutzverhältnis von nur einigen wenigen Prozent erzielte«, fuhr Mitsuru Kemba fort. »Unsere neuen Zellen sind um das zwei- bis dreifache effizienter. Ein Rapid L erzeugt 200 Kilowatt Elektrizität in der Sekunde. Er eignet sich hervorragend als Energiequelle für ein einzelnes Wohnhaus oder ein Bürogebäude.« Nyori sah Kemba verdutzt an. »Aber Sie sprechen jetzt von Kernreaktoren. Wollen Sie damit sagen, dass man kleine Kernreaktoren im Keller von Wohnhäusern installieren könnte?« Kemba nickte. »Ganz recht. Die Wohnungseigentümergemeinschaften würden viel Geld sparen, wenn sie ihren eigenen Strom erzeugen könnten.« »Das wär's dann«, sagte der Schlosser und öffnete die Tür einen Spalt breit. Erstaunt betrachtete er die Tür und wandte sich dann an Nyori. »Ich bin kein Fachmann in solchen Fragen, aber ich war immer der Meinung, dass Alarmanlagen spätestens jetzt angehen müssten.« »Das ist zweifellos etwas eigenartig«, dachte Nyori. »Die Rechnung können Sie an diese Adresse schicken«, sagte Akiko Nobura. Sie reichte dem Schlosser ihre Visitenkarte, dann betraten sie und Nyori die Empfangshalle des Gebäudes. »Solche Reaktoren eignen sich auch gut für Entwicklungsländer, in denen es schwierig ist, abgelegene Gegenden an das nationale Stromnetz anzuschließen«, sagte Kemba. Die Empfangshalle war hell erleuchtet. Sie war sauber, aber leer. »Glauben Sie mir, eines Tages werden wir solche Reaktoren in Serien von zehntausend Stück herstellen«, fügte er hinzu. »Sie sind so betriebssicher und ungefährlich gebaut, dass sie nicht einmal Überwachungspersonen oder sonstiges Personal brauchen.« In der Mitte der Aula befand sich die einsam und verlassen wirkende Empfangstheke. Kemba warf einen Blick dahinter. Auf einem U-förmigen Tisch standen Mikrofone, Überwachungsmonitore und ein paar Computer. Ein paar der Monitore waren an, und Nyori sah auf einem davon sich selbst aus der Vogelperspektive betrachtet. Auf einem anderen sah er, wie der Schlosser gerade mit seinem Auto zurücksetzte, um zu wenden. Doch der größte Teil der Monitore war dunkel. Sie waren abgeschaltet. War das normal? Hinter dem Tisch standen zwei Stühle mit Rollen. Nyori fühlte sich unwohl. Wo waren die Wachleute? »In der Zukunft kann eine Aufsichtsperson über das Internet aus der Ferne des Funktionieren tausender Reaktoren überwachen«, dozierte Kemba. Sie gingen weiter. Noch immer kam ihnen niemand entgegen. »Sie haben gesagt, dass sie keine Verbindung zu den Wachleuten bekommen haben«, bemerkte Akiko Nobura. »Und wenn nun mit dem Reaktor etwas passiert ist?« Mitsuru Kemba schüttelte den Kopf. »Das ist unmöglich. Der Computer des Reaktors steht ständig mit anderen Computern in Verbindung. Als ich von zu Hause wegfuhr, war alles in Ordnung. Die Temperatur war, wie sie sein sollte, bei 530 Grad. Der Reaktor speist die ganze Zeit Strom in das Netz des Gebäudes ein. Er funktioniert vollkommen normal. Außerdem hat der Reaktor für den Fall, dass etwas kaputt gehen sollte, ein quasi übereffizientes Notkühlsystem. Es ist viel wirkungsvoller, als es eigentlich nötig wäre. Deshalb ist er ja so sicher. Sobald die Temperatur 780 Grad übersteigt, schmelzen die LR-Module und …« Plötzlich erstarrte Nioris ganzer Körper. Er deutete mit der Hand nach hinten in Kambas Richtung. Der Sinn der Geste war klar, und Kemba verstummte sofort, mitten im Satz. Kemba wusste nicht, was Niori gesehen hatte, aber er sah, wie die Hand des Hauptkommissars unter dem Mantel verschwand. Als sie wieder hervorkam, war darin eine große hässliche Pistole. Niori hielt die Pistole mit beiden Händen und schlich vorwärts. Nobura zog ihre eigene Pistole hervor und folgte ihm. Kensa Buren-Yori wusste, dass alljährlich fast eine Million Menschen als Opfer von Gewalt ihr Leben verloren. Deshalb, weil ein anderer Mensch sie erschoss, mit einer Stichwaffe erstach, sie schlug, gegen den Kopf trat, wirkte oder etwas anderes tat, was sich störend auf die Organfunktionen eines Menschen auswirkte. Eine Million Menschen. Jahr für Jahr. Etwa jeder sechzigste Mensch, der in diesem Jahr starb, würde infolge von Gewalt sein Leben verlieren. Niori fand, dass das eine erschütternd große Zahl war, wenn das Problem in Japan auch viel kleiner war als in den meisten anderen Ländern der Welt. Andererseits wusste Niori, dass der Mensch von Zeit zu Zeit einfach beschloss, all die kulturellen und sozialen Normen zu vergessen, die Aggressionen und Gewalt unterdrückten und begrenzten. Und immer, wenn das passierte, wurden Menschen zur Todesursache anderer Menschen. In solchen Zeiten breiteten sich kriegerische Gedanken und Ideologien aus wie Epidemien durch Tröpfcheninfektionen, von denen eine schlimmer war als die andere. Und die meisten Menschen, die dabei ums Leben kamen, starben deshalb, weil ein Vertreter der eigenen Art etwas Schreckliches tat. Die Hälfte, zwei Drittel, manchmal noch mehr. Also nicht mehr nur einer von sechzig. Niori wusste dies alles. Und doch hatte es keine der Statistiken, die er so aufmerksam studiert hatte, vermocht, ihn auf solche Situationen vorzubereiten. Am Boden lag ein Wachmann in der Uniform des Yoshikawa-Konzerns. Unter dem Mann hatte sich eine große Lache halbgeronnenen Blutes ausgebreitet, seine Stirn wies zwei runde, rote Löcher im Abstand von nur zwei Zentimetern auf. Die Haut um die Löcher herum war aufgewölbt, so als wären es winzige Krater. »Wir werden hier wohl keinen Krankenwagen brauchen«, dachte Niori. Er hörte, wie Mitsuru Kemba tief durchatmete. Niori warnte sich an Nobura. »Wir müssen nachsehen, was da vor sich geht.« »Sollten wir nicht auf die Verstärkung warten?«, fragte Nobura. Niori schüttelte den Kopf. »Es kann sich um einen Terroranschlag handeln. Wir können es uns nicht leisten, abzuwarten.« »Der Rapid L ist absolut sicher«, protestierte Kemba. »Dem kann man nichts anhaben.« Niori hörte, dass Kambas Stimme vor Erschütterung zitterte. Es war klar, dass er nicht in den Keller gehen wollte. »Keine von Menschen geplante Anlage lässt sich so planen, dass er einem Terroranschlag standhält«, sagte Niori ruhig. »Und ein Kernreaktor bildet da keine Ausnahme.« Kemba schluckte. »Ich verstehe, was Sie meinen, aber ... wenn es da jetzt radioaktive Strahlung gibt.« Niori begann, die Stufen hinabzusteigen. Einen Augenblick lang kämpften in Kemba Pflichtgefühl und Vorsicht. Dann beschloss er Niori zu folgen. »Immerhin sind die Lichter noch nicht ausgegangen«, dachte Niori, und war ein wenig erleichtert. Am unteren Ende der Treppe, halb auf den Stufen und halb auf dem Boden, lag der zweite Wächter. Niori sah sofort, dass an der Leiche etwas seltsam war. Sie lag in einer großen Blutlache. Dahinter, etwas weiter entfernt, gab es auf dem Boden Blutspritzer in einem großen, mehrere Meter breiten Bogen. Außer den Spritzern zeichnete sich eine deutliche, viel weiter reichende Blutspur ab. Sie wirkte wie eine Art Schleifspur, so als wäre etwas über den Boden geschleift worden. Am anderen Ende der Spur war etwas. Jetzt verstand Niori, warum die Leiche vom oberen Ende der Treppe her so eigentümlich gewirkt hatte. Er sah auch, dass der tote Wächter in der Hand eine sehr effizient aussehende automatische Pistole hielt. Der Tod hatte seinen Griff um die Waffe nicht gelöst. Als er in Amerika studiert hatte, hatte Niori einmal gesehen, wie ein Luchs einen Weißwedelhirsch getötet hatte. Der Hirsch war stattlich gewesen, sein Gewicht betrug bestimmt zehnmal mehr als das des Luchses. Aber der Luchs war dem Weißwedelhirsch an die Kehle gesprungen und hatte ihm die Luftröhre durchgebissen. Der Weißwedelhirsch war ein großartiges und schönes, sanftmütiges Tier. Es war ihm offenkundig schwergefallen zu glauben, dass das, was da passierte, real war. Dass jemand so unverschämt und anmaßend sein und sich eine so weitgehende, grausame Tat vorstellen konnte. Dass also ein so viel kleineres Tier es wagen konnte, ihn anzugreifen. Eine entscheidende Sekunde lang tat der Hirsch nichts, weil er zu überrascht war, als dass er hätte handeln können. Da hatte der Luchs seine Gurgel schon festgepackt und der Hirsch wusste nicht mehr, was er tun sollte. Wegen des Schmerzes ertrug er es nicht mehr, den Luchs abzuschütteln. Oder vielleicht wagte er es nicht, weil er fürchtete, sein Hals könnte aufreißen. Und dann, noch ehe der Hirsch überhaupt entscheiden konnte, was er tun sollte, ging ihm schon die Luft aus. Die Hinterbeine knickten ein, und einen Augenblick später fiel er auf die Seite, in seinen sanften Augen einen traurigen und anklagenden Ausdruck. Der Luchs ließ die Gurgel seines Opfers nicht los, sondern hielt fest, bis der Hirsch sich nicht mehr rührte. Dann erst, viel später, gab er den Hals frei, wandte sich um und schaute Niori an. Niori würde den Blick dieses Luchses niemals vergessen. »Wie, wie kann jemand so etwas tun?«, flüsterte Kemba hinter ihm. Der Wachmann hatte eine Waffe in der Hand gehabt, aber er hatte sie nicht benutzt, als jemand kam und ihm den Kopf abschlug, wahrscheinlich mit einem Samurai-Schwert, das schärfer geschliffen war als ein Rasiermesser. »Das hier ist geradezu mittelalterlich«, dachte Niori. »Warum hatte der Wächter seine Waffe nicht benutzt?«, überlegte er. Wieder sah er vor sich, wie der Luchs den großen Weißwedelhirsch bei der Gurgel gepackt hatte. »Wir müssen weiter«, sagte Niori. Die nächste Leiche lag etwas entfernt am Ende des Ganges. Die Hand des Wachmanns, die die Pistole hielt, war abgeschlagen. Dann war das Herz des Mannes mit einem Schwert durchbohrt worden. Überall war Blut. Sehr viel Blut. »Das hier ist ein richtiger Albtraum«, dachte Niori. Er hatte Schlimmes geahnt, als sie vor dem Gebäude gestanden hatten. Aber so etwas hatte er sich nicht vorstellen können. »Wo ist der Reaktorraum?«, fragte Niori flüsternd. »Am Ende des Korridors«, antwortete Kemba matt. »Auf der rechten Seite.« Der vierte Wächter lag tot neben der Tür des Reaktorraums. Auch er war mit dem Schwert getötet worden. »So etwas kann doch gar nicht passieren«, dachte Niori. Die Tür zum Reaktorraum stand offen. Niori spähte hinein. Die Reaktorhalle war kleiner, als er erwartet hatte. Sie sah aus wie ein ganz gewöhnlicher, etwa 20 Meter breiter Kellerraum, der etwas höher war als normal. In dem Raum befand sich ein sechs bis sieben Meter hoher und etwa zwei Meter breiter Zylinder mit verschiedenen Vorsprüngen, von dem isolierte Leitungen und Röhren unterschiedlicher Dicke abgingen. Das Licht im Raum brannte weiterhin, und von dem Reaktor ging ein gleichmäßiges, fast beruhigendes Summen aus. Auf dem Betonboden lagen drei tote Wachleute, jeder in einer großen Blutlache. In dem Raum roch es verbrannt, aber im Übrigen gab es hier keine Terroristen, und Niori sah nichts, was nach einer Bombe aussah. Er ging die Treppe hinunter, weiterhin auf der Hut. Der Kernreaktor befand sich jetzt direkt vor ihm. Er war tatsächlich erstaunlich klein, nur etwas mehr als drei Mann hoch. Es war kaum zu glauben, dass er auch jetzt jede Sekunde 200 Kilowatt Strom in das interne Netz des Gebäudes einspeiste. Niori umrundete den Reaktor und suchte Hinweise auf mögliche Bomben. Aber er fand nichts dergleichen. Stattdessen bemerkte er zwei am Boden stehende, mit Rädern ausgestattete Schweißgeräte samt Flaschen und Düsen. Neben ihnen lagen am Boden auch dunkle Schutzbrillen. Die Schweißgeräte waren eindeutig erst vor kurzer Zeit benutzt worden, von ihnen ging ein Geruch nach verbranntem Metall aus. Niori fiel ein digitales Thermometer neben dem Reaktor auf. Es zeigte 528 Grad Celsius an, also fast genau den Wert, von dem Kemba gesprochen hatte. Der aktuelle Wert war noch weit entfernt von dem Bereich des Thermometers, wo die roten Gradzahlen begannen. Offenbar funktionierte der Reaktor also ganz normal, so wie es nach Kembas Worten auch zu erwarten war. Rasch untersuchte Niori die im Reaktorraum liegenden Leichen der Wachleute. Auch sie waren mit einem Samurai-Schwert oder einer anderen, mit einer ähnlich langen Klinge ausgestatteten Waffe getötet worden. Was hat das alles für einen Sinn? fragte Niori halblaut. Warum tut jemand so etwas? Hauptkommissar Niori arbeitete seit 23 Jahren bei der Polizei von Osaka, aber er erinnerte sich nicht, jemals etwas auch nur im Entferntesten Ähnliches gesehen zu haben. Dies ist Japan, nicht Amerika. Bei uns passiert so etwas nicht, meldete sich eine zweifelnde Stimme in seinem Inneren. In Japan werden pro Jahr 0,9 Verbrechen mit Todesfolge pro 100.000 Einwohner begangen. Dann fiel ihm ein, dass Kemba von acht Wächtern gesprochen hatte. Sie hatten sieben Tote gefunden. Wo war der achte? Plötzlich hatte Niori eine Idee. Das ist ein Schauspiel, dachte er. Eine Inszenierung, eine Theatervorstellung. Jemand will uns etwas sagen, und er sagt es uns in einer Weise, die wir nicht überhören können. Aber worum geht es bei all dem? Und ist dies alles inszeniert worden, damit wir etwas bemerken? Oder damit wir etwas anderes bemerken? Handelte es sich um Terrorismus? Um einen Anti-Atomschlag? Ging es darum zu sagen, seht her, wie leicht es tatsächlich gewesen wäre, diesen Reaktor in die Luft zu sprengen? Darum klar zu machen, wir hätten es tun können, wenn wir es gewollt hätten? Die LR-Module, hörte er Mitsuru Kemba hinter sich stöhnen. Niori wandte sich zu Kemba um. Er wirkte sehr blass und wies mit der Hand auf die Flanke des Reaktors. Die LR-Module, wiederholte Kemba. Sie haben die LR-Module gestohlen. Die LR-Module gestohlen. Die Nacht war für die Jahreszeit außergewöhnlich warm. Die sanfte Wärme lag noch in der Luft, obwohl es schon zwei Uhr war. Die Frau saß auf dem Betonboden ihres kleinen Balkons und trank das vierte Glas Whisky. Der Boden war hart, aber das war ihr egal. Sie hatte keine Lust, sich von drinnen Kissen als Polster zu holen. Sie sagte sich immer, dass alles noch schlimmer sein könnte. Viel schlimmer. Das war ein nützlicher Gedanke, und er tröstete sie oft. Aber dann, wenn sie wirklich schlechte Tage hatte, und davon hatte es in der letzten Zeit wieder unbestreitbar viele gegeben, konnte sie ihre Depression nicht dadurch abmildern, dass sie dachte, dass alles eigentlich noch trostloser sein könnte. Dann rollte sie sich auf ihrem Bett zusammen, schlang die Arme fest um den Körper und weinte. Nur ein kleines bisschen und meist nicht sehr lange. Immer so leise, dass die Nachbarn es nicht hörten. Manchmal verschaffte ihr das Erleichterung, manchmal nicht. Heute half auch das Weinen nicht. Sie stand auf, ging hinein und holte die Whiskyflasche. In Gedanken durchlebte sie erneut die wenigen Sekunden, in denen sich ihr ganzes Leben verändert hatte. Sie war das alles in Gedanken tausende Male durchgegangen, ohne sich von der endlosen Wiederholung derselben Gedanken und Fragen lösen zu können. Sie wusste sehr wohl, dass es nichts half, sich im Kreis zu drehen und dass sie das nur verrückt machte. Dass es sich nicht lohnte, Zeit und Kraft darauf zu verschwenden, sich wegen längst vergangener Dinge zu grämen. Was geschehen war, war geschehen, und man konnte es nicht mehr ändern. Es war sinnlos, sich selbst mit Überlegungen zu quälen, wie alles sein könnte. Schnee von gestern, verschüttete Milch, Wasser, das den Bach hinunter geflossen war, Staub im Wind. Normalerweise kontrollierte sie ihre Gedanken, sobald die Fragen wieder ihr boshaftes Haupt erhoben. Sie stürzte sich sofort auf sie und zwang sie aus ihrem Kopf zu verschwinden oder schob sie zumindest beiseite in die Randbereiche ihres Bewusstseins, irgendwo hin, wo sie sie nicht mehr stören konnten. Trotzdem wusste sie, dass sie die ganze Zeit irgendwo in den großen schwarzen Weiten, die ihr Bewusstsein umgaben, kreisten und lauerten. Manchmal aber stürmten die Fragen so überraschend und heftig auf sie ein, dass sie sie nicht rechtzeitig abwehren konnte. Wenn sonst nichts half, betrank sie sich. Sie bemühte sich, das nicht allzu oft zu tun, und bisher war ihr das sehr gut gelungen. Manchmal spürte sie die Verlockung, ihre Zuflucht bei Drogen zu suchen, die stärker waren als Alkohol, gab ihr aber nicht nach. Denn sie hatte zumindest einen Grund, warum sie leben und in guter Verfassung bleiben musste. Den Menschen, bei dem sie den Rest ihres Lebens für ihr Handeln in der Verantwortung stand und der sie vielleicht irgendwann wieder brauchen würde. In die Nachtluft schließt sich eine feuchte Kühle und der Beton fühlte sich allmählich hart an. Sie beschloss, hineinzugehen. Sie trank noch zwei Glas, damit ihre Gedanken zur Ruhe kamen, wieder verschwanden, in ihre fest verschlossenen Fächer zurückkehrten, in denen sie ab und zu doch bereit waren zu bleiben. Aber im Moment bedrückte sie noch eine andere Sache, die über das Übliche hinausging. Sie wollte nicht daran denken, sondern sie vergessen, denn sie war mit allzu unangenehmen, frischen Erinnerungen verbunden. Aber, es war ein großes Aber, wenn die Sache nun wichtig war, wenn etwas ganz Schreckliches passierte, weil sie niemandem davon erzählte. Würde sie das auch noch ertragen? Zusätzlich zu ihrem alten Ballast? Sie schlürfte Whisky und dachte über die Worte nach, die sie vor ein paar Tagen gehört hatte. Sie fand, dass sie unheimlich kalt geklungen hatten, geradezu eisig, rätselhaft und beängstigend. Sie hatten ihr sofort kalte Schauer über den Rücken gejagt. Und das, was gleich darauf passiert war? In all dem hatte etwas seltsam unheilverkündendes, Gefährliches gelegen. Wenn sie sich das alles nicht nur eingebildet hatte. Doch später, als sie Informationen darüber im Internet gesucht hatte, hatte sie sich wieder Sorgen gemacht. Große Sorgen. Sie hatte lange überlegt, ob sie ihre Befürchtungen mit Michael teilen sollte. Schließlich war sie jedoch von diesem Gedanken wieder abgekommen. Sie hätte zu viel erklären, zu viele Lügen erfinden müssen. Stattdessen hatte sie einen ihrer Kunden, der in Staatsdiensten stand, gefragt, wem sie von der Sache erzählen könnte, falls sie sich dazu durchringen würde. Sie hatte gelogen, dass es sich um einen ihrer Freunde handelte, und gesagt, sie wisse genau genommen nicht einmal, worum es ging. Der Mann hatte gezögert, schließlich aber hatte er eine Visitenkarte aus seiner Brieftasche gezogen und sie ihr gegeben. Er hatte sie angeblich vor zwei Wochen auf einer Cocktailparty des Außenministeriums bekommen. Vielleicht kann er deinem Freund helfen, hatte er gesagt. Aber erzähl niemandem, von wem du die Karte bekommen hast. Natürlich nicht, hatte sie geantwortet. Jetzt lag die Visitenkarte auf ihrem Tisch. Sie trank schluckweise ihren Whisky und spielte mit der Karte. Lauri Nurmi, las sie halblaut. Ein eigenartiger Name. Welche Sprache mochte das sein? Unter dem Namen standen auch Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Außerdem gab es da die Abkürzung NTU. N.T.U. Sie hatte keine Ahnung, was das bedeutete und hatte auch nicht danach gefragt. Sie hatte im Internet recherchiert und in den Telefonbüchern nachgesehen, aber dort hatte sich kein N.T.U. oder NTU mit der Adresse gefunden, die auf der Karte stand. Sie legte die Karte zurück auf den Tisch. Sollte sie die dort genannte Adresse aufsuchen oder anrufen oder eine E-Mail schicken? Nein, wenn sie das alles in einer E-Mail oder am Telefon erzählte, würde man sie leicht aufspüren können. Vielleicht wäre es besser, einfach hinzugehen, die Dinge auf sich zukommen zu lassen und erst dann zu entscheiden, wie viel sie erzählen sollte oder ob sie überhaupt etwas erzählen sollte. Du hast Angst, du könntest Unannehmlichkeiten bekommen, wenn du hingehst, sagte sie zu sich selbst. Es wäre viel vernünftiger, nicht hinzugehen. Aber konnte sie sich so verhalten? Wieder bedrängten die Gedanken sie mit aller Macht. Danken sie mit aller Macht. Das ist ein verdammtes Kuddelmuddel, dachte Julia Norris. Sie hätte sich gerne eine Zigarette angezündet. Ich werde das nie kapieren. Vor allem nicht, wenn ich jetzt keine Zigarette kriege, sagte sie laut. Julia schob sich die runden Brillengläser auf die Stirn und reckte die Glieder. Ihre Augen waren müde und der Kopfschmerz lauerte irgendwo in der Schläfe. Auf dem Tisch waren haufenweise Forschungsberichte über die Folgen des Kernreaktorunglücks von Tschernobyl ausgebreitet. Ein Teil war auf Englisch, ein Teil auf Deutsch abgefasst, aber die meisten waren in Russisch, Ukrainisch oder Weißrussisch verfasst und in kyrillischen Buchstaben gedruckt. Julia beherrschte diese Sprachen, aber das half ihr in diesem Fall nicht viel weiter. Abgesehen von einigen Ausnahmen fand sie in der Methodik der Untersuchungen keine größeren Fehler, wenn sie jedes Papier für sich prüfte. Aber der von diesen Untersuchungen gebildete Gesamtkomplex ergab überhaupt keinen Sinn. Julia seufzte, denn ihr ganzer Organismus schrie nach Nikotin. Die Untersuchungen zu den Auswirkungen von Tschernobyl, von denen es unzählige gab, waren von Jahr zu Jahr immer widersprüchlicher geworden. Aus dem wissenschaftlichen Puzzle-Spiel, das innerhalb eines funktionierenden theoretischen Bezugsrahmens zusammengesetzt worden war, hätte sich letztlich ein einheitliches Feld mit genau ineinander passenden Teilen ergeben müssen. Eine ebene, glatte Fläche. So eine wie bei jedem anderen zweidimensionalen Puzzle-Spiel. Es sollte kein dreidimensionales, schartiges Ungetüm sein, aus dem nach allen Richtungen scharfe Ecken und Kanten abstanden, die mit keinem anderen Teil zusammenpassten und zwischen denen breite Spalten und große Höhlen klafften. »Ich geb's auf«, dachte Julia. »Irgendjemand lügt hier. Irgendjemand muss hier lügen. Warum passen die Forschungsergebnisse nicht zusammen? Und warum kann ich an nichts anderes als an Zigaretten denken? Es kann doch nicht so schwierig sein, das Rauchen aufzugeben. Mark Twain hat das tausendmal getan.« Verzweifelt versuchte Julia, sich auf das Problem zu konzentrieren. »Ich kann hier keinerlei Muster erkennen. Das Ganze hat überhaupt keine vernünftige Form«, murmelte sie vor sich hin. »Wo ist eigentlich mein Handy?« überlegte sie plötzlich. »Ich muss es suchen.« »Okay, meine Liebe, beruhig dich«, fuhr sie fort. »Es wird sich finden, es wird sich finden. Ich muss mich jetzt einfach beruhigen und alles noch einmal durchgehen. In all dem hier gibt es sicherlich etwas, was ich einfach nicht durchschaue. »Fast immer ist in allem eine gewisse Ordnung, ein Muster, das sich unter der Oberfläche verbirgt, auch dann, wenn lange alles chaotisch wirkt.« Julia stand auf und tippte sich mit dem Finger an die Stirn. »Also, was haben wir?«, murmelte sie. »Zunächst einmal haben wir einige Dutzend Untersuchungen, laut denen die Kindersterblichkeit und die Anzahl der angeborenen Missbildungen in den drei Jahren nach Tschernobyl in England, Deutschland, der Türkei, in Indien und vielen anderen Ländern gestiegen sind. Okay, das ist eine Kategorie. Dann haben wir 700 russische, weißrussische und ukrainische Untersuchungen, die von ganz neuen Krankheiten sprechen, von gestiegener Sterblichkeit und mit Missbildungen geborenen Kindern. Das ist die zweite Kategorie.« Julia ließ sich wieder auf ihren Stuhl fallen. Außer Untersuchungen der beiden ersten Kategorien hatte sie vor sich eine bunte Sammlung von Studien, die im Westen gemacht worden waren und in denen weiterentwickelte und kompliziertere Forschungsmethoden angewendet worden waren. Darin waren die Kindersterblichkeit und die Zahl der angeborenen Missbildungen in den verschiedenen Gebieten der einzelnen Länder erfasst. Diese Statistiken hatte man dann mit der Menge an Radioaktivität verglichen, die in den einzelnen Gebieten gemessen worden war. Alle Untersuchungen, die auf diese Art und Weise erstellt worden waren, hatten Ergebnisse gebracht, die in dieselbe Richtung wiesen. Die gestiegene Kindersterblichkeit und die angeborenen Missbildungen korrelierten einfach nicht mit der Menge des radioaktiven Niederschlags in dem jeweiligen Gebiet. In vielen Fällen gab es sogar zwischen der Kontaminierung und der Kindersterblichkeit, zumindest statistisch gesehen, eine starke negative Korrelation, so überraschend und unmöglich das auch erscheinen mochte. Je mehr Becquerel in der Milch oder in den Waldpilzen eines Gebietes gemessen worden waren, desto gesünder wirkten laut Statistik die Kinder. »Wie passen diese Teilchen zusammen?« setzte Julia ihr Selbstgespräch fort. »Passen sie überhaupt?« »Vielleicht können sie gar nicht zusammenpassen. Ich muss mir wahrscheinlich allmählich eingestehen, dass man dieses Puzzle nicht zusammensetzen kann, weil sich in dem großen Haufen Teilchen aus mehreren unterschiedlichen Puzzles befinden. Aber wenn sie nicht zusammenpassen, dann muss irgendjemand lügen. Wer könnte das sein?« Im Prinzip glaubte Julia nicht an Verschwörungstheorien. Was aber könnte sonst die Widersprüche in dem Material erklären, das sie hier vor sich hatte? »Wahrscheinlich muss ich mich jetzt entscheiden, an welche Verschwörungstheorie ich glauben will«, sagte Julia wieder laut. Alternative 1. Tausende von russischen, ukrainischen und weißrussischen Wissenschaftlern und Ärzten haben sich zu einer großen Verschwörung gegen die Kernkraft zusammengeschlossen. Alternative 2. Tausende von westlichen Wissenschaftlern und Ärzten haben eine gewaltige Verschwörung zugunsten der Kernkraft angezettelt. »Na prima«, dachte Julia, »dann ist ja alles klar. Von hier an ist alles ein Kinderspiel. Das einzige Problem stellt nur der unbedeutende Umstand dar, dass beide möglichen logischen Alternativen keinen Sinn ergeben.« »Du hast also wieder angefangen, Selbstgespräche zu führen«, ertönte Lauri Nurmischs Stimme hinter ihr. Julia schreckte aus ihren Überlegungen auf. »Das kann doch nicht sein«, sagte sie zweifelnd. »Wirklich?« »Wie steht es mit dem Rauchen und dem Abgewöhnen?« »Ausgezeichnet«, sagte Julia, dankbar für die Unterbrechung. »Das ist gut so. So bleiben wir von überall herumliegender Asche verschont«, kommentierte Lauri. »Möchtest du dich vielleicht nützlich machen, anstatt da rumzustehen und mich zu kritisieren?« »Zu Diensten, Madam. Was soll ich tun?« »Bring mir den Aktenvernichter. Ich geb's auf. Ich will diese Papiere noch vormittag schreddern, damit ich es mir in einem schwachen Moment nicht anders überlege.« »So«, sagte Lauri und rieb sich die Bartstoppeln. »Das klingt vernünftig. Offenbar hast du die Nägel schon bis aufs Blut abgeknabbert. »Und wie lange rauchst du schon nicht mehr?« »Schon sehr lange«, versicherte Julia. »Wie lange?« »Na, ziemlich lange.« »Genau gesagt, seit wann?« beharrte Lauri. »Und hör auf, mir auszuweichen.« Julia sah auf die Uhr. »Na, genau gesagt, seit sechzehn Minuten und dreienzwanzig Sekunden.« »Es beeindruckt mich nicht sonderlich«, sagte Lauri, wie Julia fand, ziemlich herzlos. »Du könntest mich wirklich etwas mehr anspornen,« dachte Julia. »Gerade jetzt habe ich Unterstützung nötig. Da muss man mir nicht auch noch eins obendrauf geben.« Andererseits sagte Julia ihr Instinkt, dass Laurys Kommentar, auch wenn er leicht und scherzhaft gemeint war, doch eine Spur unnötiger Härte enthalten hatte. Hm. Lauri war also anscheinend nicht besonders gut gelaunt. Meistens hatte das immer ein und denselben Grund. »Er hat wieder gestritten«, sagte Julia. »Das war eine Feststellung, keine Frage.« »Ich verstehe nicht, warum du deine Nase in mein Dinge steckst, die dich nichts angehen.« »Ja, genau. Wer hat denn hier gerade eben an meinem Rauchen herumgenörgelt?« »Du hast uns selbst gebeten, dass wir dich anspornen,« versetzte Lauri, und seine Stimme war saurer als Essig. »Also ein Streit, der schlimmer war als sonst,« stellte Julia fest. »Hatt es denn unter diesen Umständen einen Sinn, dass ihr zusammenbleibt?« »Das ist doch wohl immer noch unsere Entscheidung.« Julia stand auf, sie ging zur Kaffeemaschine und füllte einen Becher mit schwarzem Kaffee und reichte ihn, Lauri, Normi. »Danke«, sagte er. »Wenn es bei Alice und mir den großen Knall gibt, dann werde ich wohl bald anfangen, dich zu belagern.« Julia schüttelte den Kopf. »Na prima. Das wollen wir mal sehen.« »Was soll denn das heißen? Ich bin schließlich ein viriler Mann.« Julia seufzte. »Lauri.« »Ich bin älter als du, ich hab mindestens zwanzig Kilo Übergewicht und noch nie hat jemand behauptet, ich sei besonders schön.« »Alice dagegen?« »Womit könnte ich im Vergleich zu ihr schon punkten?« »Und du fliegst immer auf Frauen wie Alice.« »So einfach ist das nicht,« protestierte Lauri. »Bei dir schon.« »Sorry.« »Du hast Köpfchen, das spielt auch eine Rolle.« Julia drehte sich um, verschränkte die Arme über der Brust und sah Lauri amüsiert an. »Schön zu hören, dass auch der Grips bei Frauen eine Rolle spielt.« Dann wurde sie ernst und fuhr fort. »Aber ich verstehe nicht, warum du nicht als Mensch über dich hinauswachsen und Alice um Verzeihung bitten kannst. Denn auch wenn sie unnötig gut aussieht, macht das doch noch keinen schlechten Menschen aus ihr.« Julia ärgerte sich, nicht, dass sie das zur Sprache gebracht hatte, denn nun musste sie weitersprechen. »Alice ist, das muss ich bedauerlicherweise zugeben, eine verdammt tolle Frau. Und du bist offen gesagt ein verdammter Idiot, wenn du sie aus reiner Blödheit vergraulst. Entschuldige, dass ich das so sage.« »Warum muss ausgerechnet ich Alice Lauri gegenüber immer in Schutz nehmen?« dachte Julia mit einer Spur Bitterkeit. »Denn auch wenn Alice immer freundlich und fair ihr gegenüber gewesen war, so, na ja, in dem unerschütterlichen und selbstverständlichen Selbstvertrauen, dass ihre Herkunft aus einer wohlhabenden Familie und ihr blendendes Aussehen mit sich brachten und dass Alice immer wie ein gut sitzendes Kleidungsstück einhüllte und sie überall hin begleitete, lag unbestreitbar auch etwas Aufreizendes. Zumindest dann, wenn man selbst nicht aus ebenso guten Verhältnissen stammte und über kein ebenso gutes Selbstbewusstsein verfügte. Wenn man selbst nicht ebenso trainiert und sportlich war wie Alice, die Ultratriathlon betrieb, wenn man Probleme mit Übergewicht hatte, wenn man nie eine Beziehung zu einem Mann hatte, die länger als einen Monat dauerte und nicht imstande war, mit dem endlosen Einrußen der eigenen Lunge Schluss zu machen. Du kannst nicht wissen, wie sie zu Hause ist, sagte Lauri und wandte sich zum Gehen um. Und schönen Dank für den Kaffee. Keine Ursache, erwiderte Julia. Aber mir scheint, ihr solltet es noch einmal versuchen, denn von außen betrachtet würde ich sagen, dass es für euch beide schwierig wird, einen anderen Partner zu finden, der so gut passt. Du hast gut reden. Stimmt, sagte Julia. Sie zog ihre Tischschublade auf, steckte die Zigaretten in die Tasche ihres Mantels, der über dem Stuhl hing, und legte den Mantel über den Arm. Wo willst du hin? rief Lauri. Auf dem Balkon? Ich bin Muslimin. Ich bete mehrmals täglich mit dem Gesicht nach Mekka, erklärte Julia belustigt. Ja, genau, sagte Lauri mit einem schiefen Grinsen. Glaubst du wirklich, irgendjemand würde das glauben? Bei dir? Na, du bist doch auch kein frommer Christ, protestierte Julia. Aber ich bin auch nicht von irgendwelchem Zeug abhängig. Lauri ging mit dem Kaffeebecher in der Hand in sein Zimmer und fing an, seine E-Mails durchzusehen. Es waren unangenehm viele. Er hatte gerade die ersten drei Nachrichten gelesen, als das Telefon klingelte. Der Anrufer war sein Chef, Oberst Kenneth Andrews. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich an deinem Schreibtisch erwischen würde, sagte Andrews und mimte den Überraschten. Was machst du denn hier? Versuch nicht komisch zu sein, Kenneth, reagierte Lauri. Es passt nicht zu deinem Stil. Du hast Besuch, sagte Andrews. Ich bin mit niemandem verabredet. Trotzdem ist hier eine Frau, die dich sprechen will. Sie wartet schon seit einer halben Stunde. Sie behauptet, es handelte sich um etwas sehr Wichtiges. Lauri sah auf die Uhr. Okay, ein paar Minuten könnte ich opfern. Man kann ja nie wissen, was für eine Frau einem über den Weg läuft. Ich bringe sie zu dir. Einen Augenblick darauf stand Andrews bei Lauri in der Tür. Er war etwas älter als Lauri, ein hochgewachsener, blonder Mann. Er hatte verblüffend blaue Augen, und Lauri hatte schon häufiger gedacht, dass man ihn in Hitler-Deutschland bestimmt zu einer Art Ehren-Aria erklärt hätte. In Andrews Gesellschaft befand sich eine Frau, die dezent, aber teuer gekleidet war, und die Andrews aufforderte einzutreten. Sie hatte dichtes, kastanienbraunes Haar, eine auffallend große Nase und eine ins Olivgrüne spielende Hautfarbe, was ihr einen hauchdunkler Exotik verlieh. Lauri fand, die Frau war auf ihre Art schön, aber in ihrem Gesichtsausdruck lagen ein harter Zug und eine Spur von Verbitterung, was Lauri nicht gefiel. Die Frau streckte die Hand aus. »Catherine Henshaw«, sagte sie. »Lauri Normi«, antwortete Lauri und deutete auf den Stuhl, der auf der anderen Seite des Schreibtischs stand. »Nehmen Sie doch Platz, bitte.« Die Frau setzte sich Lauri gegenüber. »Was kann ich für Sie tun?« erkundigte sich Lauri. Die Frau musterte Lauri. Lauri zeigte keine Eile und sagte nichts, sondern ließ die Frau in Ruhe ihre Schlüsse ziehen. Allmählich entspannte sie sich. »Na ja, gleich wird sie erzählen, weshalb sie gekommen ist«, dachte Lauri. »Was bedeutet Lithium-6?« fragte Catherine Henshaw. »The Catherine Henshaw«, Kensaburo Nyori betrachtete den verlassen wirkenden LKW, bei dem eine der vorderen Türen und beide Türen des Laderaums sperrangelweit offen standen. Neben dem LKW standen zwei Polizeiautos. »Der muss es sein«, meinte Akiko Nobura. Nyori und Nobura hielten neben den Polizeiautos und stiegen aus. Im Hafengebiet lagerten zehntausende von Transportcontainern. Ein kleiner Ozean von Stahlkästen, blaue, rote, graue, schwarze. Hier und da sah man auf Schienen laufende schwere Cargo-Tag-Kräne. Weiter entfernt standen höhere Kräne und Deckaufbauten von großen Frachtschiffen, die im Hafen von Osaka vor Anker lagen. Sie begrüßten die Vertreter der Amtsgewalt, die ihnen entgegenkamen. Mitsuru Kemba stieg aus dem Polizeiauto und folgte ihnen. Seine Schritte wirkten seltsam lustlos und müde, und sein Haar war viel grauer als vor einer Woche. Nyori fand, dass er in wenigen Tagen um zehn, fünfzehn Jahre gealtert war. In dem LKW ist also eine Leiche, stellte Nyori fest. Der ihm am nächsten stehende Polizist nickte zur Antwort. Konnten Sie den Mann schon identifizieren? Ja, es ist Herr Saburo Morita. Das haben wir uns schon gedacht, stellte Nyori fest. Saburo Morita war der verschwundene achte Wachmann aus dem Yoshikawa-Gebäude. Zumindest war er also kein Verräter, bemerkte Akiko Nobura. Ein schwacher Trost. Nyori betrachtete nachdenklich die offenstehenden hinteren Türen des LKW. Waren die Türen schon auf, als sie hierher kamen, fragte er, oder haben Sie sie geöffnet? Die Türen standen schon offen, antwortete der andere Konstabler. Wir haben nichts angefasst. In Kenzerburen-Juri stieg wieder das unangenehme Gefühl hoch, dass nicht alles so war, wie es den Anschein hatte. Jemand spielt mit uns, dachte er. Jemand spielt mit uns ein Spiel, dessen Regeln wir nicht kennen, von denen wir keine Ahnung haben. Dies ist der zweite Akt der Vorstellung, sagte er laut. Sie wollen, dass wir das sehen. Ich verstehe, was du meinst, sagte Nobura. Mir gefällt das nicht, bemerkte Nyori. Ich tappe nicht gern im Dunkeln. Kemba runzelte die Stirn. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich meine, wir wissen nicht, worum es hier eigentlich geht, versetzte Nyori. Wir verstehen natürlich, wonach es aussieht. Aber geht es darum oder um etwas ganz anderes? Das sind Inszenierungen, Szenen aus einem Schauspiel. Die mit dem Samurai-Schwert getöteten Wachleute im Keller und diese Leiche hier im LKW, die Türen weit offen. Es war Absicht, dass wir das alles so vorfinden. Aus irgendeinem Grund sollten wir wissen, dass die LR-Module über den Hafen fortgeschafft worden sind, sonst hätten sie die Leiche des Wächters auf eine andere Weise beiseite geschafft oder ihn am Tatort liegen lassen. Kemba betrachtete die Containerstapel um sie herum. Wie können wir wissen, ob die Module nicht immer noch hier sind? In einem dieser Container? fragte er. Nyori sah Kemba säuerlich an. Er hatte in den vergangenen Tagen gelernt, dass das eigentliche Kühlsystem eines Kernreaktors der Rapid-L-Serie mit flüssigem Natrium funktionierte. Wenn es da jedoch eine Störung gab und die Temperatur des Reaktors auf über 780 Grad stieg, würden die Module des Notkühlsystems schmelzen. In den Modulen befand sich ein leichteres Isotop von Lithium, dem leichtesten Metall, das bei Zimmertemperatur fest war, das Lithium-6. Das in der Natur vorkommende Lithium war eine Mischung aus Lithium-6 und Lithium-7. Der Rapid-L verwendete nahezu reines Lithium-6. Wenn das Lithium-6 zuerst schmelzen und sich dann noch mehr erwärmen würde, dann würde es sich ausdehnen und in den Reaktor eindringen. Es würde die normalerweise im Reaktor vorhandenen nicht brennbaren Gase in einem immer kleiner werdenden Raum zusammendrängen, ihren Platz einnehmen und ein Schmelzen des Reaktors verhindern. Der im Keller des Yoshikawa-Hauptgebäudes aufgestellte Rapid-L hatte abgeschaltet und vom Netz genommen werden müssen, aus dem einfachen Grund, dass die das Lithium-freisetzenden Module des Notkühlsystems losgeschweißt und fortgebracht worden waren. Eine solche Operation musste viele Männer erfordert haben, aber genaueres wussten sie nicht, denn auch die Videobänder der Überwachungskameras waren verschwunden. Nyori hatte seinen Detektiven befohlen, die Gebäude der Nachbarkarees zu durchkämmen und anhand von deren Kameraaufnahmen nach den Fahrzeugen zu suchen, die die Räuber benutzt hatten. Sehr wahrscheinlich hatten sie mit dem LKW hier eines dieser Fahrzeuge gefunden, bestimmt genau das, mit dem die Module mit dem Lithium aus der Yoshikawa-Zentrale abtransportiert worden waren. »Was meinten Sie eigentlich damit, dass Sie wüssten, wonach das aussieht?« fragte Kemba Nyori. Nyori antwortete nicht sofort. Er schaute in Richtung Meer. Die freie Wasserfläche war zwar nicht zu sehen, sie war von hohen Bürokomplexen, Kränen und Deckaufbauten verdeckt. Nyori hätte gern das offene Meer und dessen Weite vor sich gehabt. Er fühlte sich ein wenig eingeengt. »Der mittlere Bruder meiner Großmutter arbeitete in den 1950er Jahren auf dem Fischstrawler »Glücklicher Drache«, sagte er dann. Er wurde schwer krank, nachdem die Amerikaner auf dem Bikini-Atoll einen Atomversuch gemacht hatten. Der glückliche Drache war in den Fallout geraten. »Die Amerikaner haben nicht immer sehr verantwortungsbewusst gehandelt,« sagte Kemba und schüttelte den Kopf. »Wie hat Ihr Großonkel die Sache überstanden? Oder ist er gestorben?« »Er ist am Leben geblieben.« »War das Schiff aus Versehen ins Testgebiet geraten?« »Nein. Es handelte sich einfach um eine Bombe ganz neuen Typs. Deren Fallout stellte noch in sehr großer Entfernung vom Testgebiet eine tödliche Gefahr dar.« »Aha«, sagte Kemba. »Ziemlich unverantwortlich. Aber ich verstehe nicht, was das mit diesen Diebstählen zu tun hat.« »Das ist doch besser so,« dachte Nyori. Er wandte sich Akiko Nobura zu und ließ Kembas Frage unbeantwortet. Akiko Nobura sah ihn erstaunt an, denn ihr Chef verhielt sich nicht oft so schroff und ungehobelt. »Was meinst du? Gibt es irgendeine Chance, herauszubekommen, auf welches Schiff die Module verladen wurden?« fragte Nyori. Akiko Nobura zuckte die Achseln, überrascht von der unerwarteten Vertraulichkeit ihres Chefs. »Wir können es versuchen,« sagte sie. »Wir interviewen mögliche Augenzeugen und gehen die Überwachungsvideos aus dem Hafen durch. Dann schauen wir nach, ob sich etwas auf den Satellitenbildern findet. Aber ich weiß nicht, was wir darüber hinaus noch tun könnten. Die Strahlungsspuren sind verwischt worden, ziemlich effizient.« »Mag sein, dass du recht hast,« gab Nyori zu. »Nur eine Sache müssen wir noch tun, zusätzlich zu den Dingen, die du schon erwähnt hast.« »Und was wäre das?« fragte Akiko Nobura. »Wir müssen die Amerikaner informieren,« sagte Nyori. »Sagte Nyori.« Catherine Henshaw sah Lauri Normi an und wartete. Das Gewicht ihrer Frage war in der Atmosphäre des Zimmers deutlich zu spüren. »Was bedeutet Lithium-6?« »Kein typischer Gesprächsbeginn,« dachte Lauri. Lauri hatte sich immer leidenschaftlich für Geschichte interessiert, und sein ureigenstes Gebiet war die Geschichte der Kerntechnologie. Ihn hatte immer die Anekdote über den amerikanischen Kernphysiker Ted Taylor fasziniert, der sich einmal eine Zigarette mit einer Atombombe angezündet hatte. Taylor hatte einen kleinen Hohlspiegel bei sich gehabt oder, laut anderen Versionen der Geschichte, einen Reflektor in Form einer Antennenschüssel. Taylor hatte den Spiegel aufgestellt, seine Zigarette in dessen Brennpunkt gehalten und abgewartet. Als der große Feuerball der Atomexplosion 20 Kilometer hinter Taylor und seinen Kollegen aufgeflammt war, hatte der Spiegel die Strahlen auf das Ende der Zigarette konzentriert und sie hatte angefangen zu glühen. Taylor hatte einen Lungenzug getan und die Zigarette danach ausgedrückt. Er hatte sie aufbewahrt, weil es wahrscheinlich die einzige Zigarette auf der Welt war, die von einer Atombombe angezündet worden war und nicht ganz verbrannt war. Das Jahr, in dem sich die Geschichte ereignet hatte, war 1952 gewesen, der Ort, das von der Armee der Vereinigten Staaten für Atomexplosionen genutzte Testgebiet in Nevada. Lauri wusste nicht recht, ob diese Geschichte wahr war, doch viele hatten es ihm versichert. Taylor selbst hatte später erzählt, er habe die halbverbrannte Zigarette lange aufbewahrt, sie dann aber irgendwann aus Versehen aufgeraucht. Lauri sah Henshaw irritiert an und überlegte, was er ihr antworten sollte. »Lithium-6«, sagte er laut. Kenneth Andrews sah ihn verwundert an, denn Lauri klang zerstreut und abwesend. »Wie kindisch und naiv wir doch alle damals waren«, dachte Lauri, »Jung und naiv. Wir Menschen, meine ich, ganz generell.« Lauri selbst war 20 Jahre, nachdem Ted Taylor seine Zigarette an einer Atombombe angezündet hatte, geboren worden. Taylor war einer der begabtesten und einfallsreichsten Kernwaffenentwickler aller Zeiten gewesen. Fünf Jahre später leitete er schon das streng geheime Orion-Projekt der Regierung der Vereinigten Staaten und des General Atomic Konzerns. Lauri sah, dass Catherine Henshaw ungeduldig wurde. »Lithium-6 ist das zweithäufigste Isotop des Elements Lithium«, begann er. »So ist es«, dachte er. »Vermutlich ist jedem klar, dass man damals bei den Auswertungen des Orion-Projekts in gewissem Maße übertrieben hatte. Der Zeitgeist war einfach so gewesen. Die ersten Kernkraftwerke, die interkontinentalen Düsenflugzeuge, die Satelliten und Mondflüge, die U-Boote, die die tiefsten Abgründe der Ozeane erforschten. Natürlich war das alles geeignet gewesen, die Illusion von der Allmacht der vom Menschen entwickelten Technologie zu erzeugen. »Für uns ist nichts mehr unmöglich, zumindest auf lange Sicht,« hatten alle gedacht. »Warum hätte es das auch sein sollen? Wenn die Wirtschaft jährlich um vier Prozent wächst, kostet das, was jetzt hunderttausend Milliarden kostet, in einigen Jahrhunderten nur noch hundert Millionen. Bald haben wir Stützpunkte und dann Städte auf dem Mond und auf dem Mars und dann fliegen wir zu den Sternen. Strom ist morgen schon so billig, dass es sich nicht mehr lohnt, Zähler zu installieren. Bald werden auch Schiffe und Flugzeuge von Atomkraft angetrieben, vielleicht sogar Autos. Die Verwendung kleiner Atombomben macht das Ausheben von Kanälen, Baugruben und Bergwerksschächten so billig, dass bald fast alles möglich sein wird. Unterirdische Steinkohleflöze kann man mit Atombomben zu Erdgas verdampfen und mithilfe kleiner Kernexplosionen kann man auf der Erde günstig verschiedene seltene und deshalb teure Elemente herstellen. Meistens tritt Lithium in Form von Lithium-Sieben auf, fuhr Lauri fort. Der Rest ist in der Regel Lithium-Sechs. Aber gleichzeitig sah er Ted Taylor und seine Zigarette vor sich. War das extreme blauäugige Naivität? fragte sich Lauri im Stillen. Natürlich. Kindische Fantasterei? Zweifellos. Heute könnte wohl niemand mehr anderer Meinung über das Plauscher-Programm sein, das nach friedlichen Anwendungen für Atombomben suchte. Aber die große Frage lautet ja, sind wir wirklich schon aufgewacht? Oder leben wir immer noch in demselben Traum? Und was, wenn wir noch schlafen und uns nur einbilden, wir seien erwacht? Und wenn wir nun noch gar nicht erwacht sind und immer noch schlafen, wann wollen wir dann eigentlich aufwachen? Und was ist nötig, damit wir aus unserem Dornröschenschlaf erwachen? Ja? Und? fragte die Besucherin, als die Pause langsam unangenehm wurde. Wir brauchen schon Träume, aber... Catherine Henshaw hob fragend die Braun, sah dann aber, dass die Gedanken des Mannes, der ihr gegenüber saß, abgeschweift waren. Ja, sagte sie. So viel verstehe ich auch. Ja, also das Lithium. Ich habe an der Universität Physik studiert, zwei Semester, fuhr Henshaw fort. Ich weiß auch, dass in den schnellen Brütern als Kühlflüssigkeit entweder Lithium-6 oder flüssiges Natrium verwendet wird. Na, dann wissen sie ja eben so viel wie wir, warf Kenneth Andrews sanft ein. Er stand immer noch an der Tür. Catherine Henshaw schüttelte den Kopf. Sie wirkte unzufrieden. Gibt es denn nichts anderes? Unangenehmeres? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, worauf sie hinaus wollen, sagte Andrews. Was kann man sonst noch mit Lithium-6 machen? fragte Henshaw. Oder genauer, kann man damit etwas Schlimmes tun? Etwas wirklich Schlimmes? Lauri und Andrews wechselten einen raschen Blick. Was sollten sie sagen? Wer war eigentlich die Frau, die sie da verhörte? Katharine Henshaw sah Andrews an und wurde noch ungeduldiger. Es muss doch noch etwas anderes geben. Edward Teller erwiderte Lauri in Gedanken. Der ungarische Kernphysiker, der gemeinsam mit dem ukrainisch-polnischen Mathematiker Stanislaw Ulam das zentrale Prinzip der Wasserstoffbombe, einer thermonuklearen Bombe, erfunden hatte. Im Grunde war es wohl Ulam gewesen, der die zentrale und entscheidende Idee entwickelt hatte, als er über die Geheimnisse der Supernova Explosionen der Sterne nachdachte. Ulam hatte erkannt, dass man mithilfe eines kleinen, mit Fission, d.h. mit Kernspaltung funktionierenden Zünders, eine um ein vielfaches größere, auf der Fusion bzw. dem Verschmelzen von Atomen beruhende Explosion auslösen konnte. »Warum soll man eine Kuh kaufen, wo doch das Milchpulver so billig ist?« hatte Katharine Henshaw gerade gestellt hatte. Aber Laurie erzählte Henshaw nicht, was Teller dazu gesagt hatte. »Nun, auch das in Kernwaffen verwendete Tritium wird aus Lithium-6 hergestellt,« sagte er dann. »In allen Fissionsbomben, die hunderte von Kilotonnen wiegen, wird Tritium verwendet. Es wird entweder in gewöhnlichen kommerziellen Kernreaktoren oder in schnellen Brütern, die für diesen Zweck gebaut werden müssen, aus Lithium-6 hergestellt. Wir haben zurzeit keinen passenden schnellen Brüter, so dass wir diese Dienstleistung bei zivilen Kernkraftwerken kaufen. »Ist das alles?« fragte Henshaw. »Würden Sie nun vielleicht erst einmal Ihrerseits erzählen, worum es hier eigentlich geht?« fragte Lauri zurück. Catherine Henshaw zögerte. »Ich weiß, dass ich wahrscheinlich einen schweren Fehler mache, indem ich hierhergekommen bin,« sagte sie. »Aber ich glaube, es kann wichtig sein.« Dann sah sie Lauri direkt in die Augen. »Sie werden mir doch keine Schwierigkeiten machen, weil ich beschlossen habe, hierherzukommen, nicht wahr?« Lauri lachte kurz auf. »Wenn Sie nicht gerade einen Mord gestehen?« »Was ist das hier eigentlich für eine Stelle?« fragte Henshaw. »Was bedeutet NTU?« Lauri deutete mit der Hand auf Andrews. »NTU bedeutet Nuclear Terrorism Unit,« erklärte Andrews. »Es handelt sich dabei um eine spezielle Antiterroreinheit der Regierung der USA.« »So etwas habe ich mir schon gedacht,« sagte Henshaw. Sie fixierte Lauri. »Was machen Sie, wenn Sie von Verbrechen erfahren, die geringer sind als Mord? Sind die für Sie von Interesse? Müssen Sie darüber nach oben berichten?« Catherine Henshaw sprach jetzt nur zu Lauri, so als wäre Kenneth Andrews gar nicht anwesend. »Alle Verbrechen, die geringer sind als ein Mord, können wir vernachlässigen, wenn du sagen, würde unser Gespräch erleichtern, wenn wir uns duzen könnten. Wenn du etwas Wichtiges zu berichten hättest, sagte Lauri. Uns interessiert nicht, ob du eine Diebin bist oder Heroin konsumierst. Offen gestanden, wenn es um eine wirklich bedeutsame Sache geht, können wir sogar bei Mord ein Auge zudrücken. Aber erzähl das nicht den Journalisten. Das Dutzen ist mir recht. Und du wirst also nichts anderes ausplaudern als das, was hier aus eurer Sicht von Bedeutung ist? präzisierte Henshaw ihre Frage. Natürlich nicht, versicherte Lauri. Versprichst du mir das? Lauri lächelte so überzeugend, wie er nur konnte. Das verspreche ich. Ich glaube dir, sagte Henshaw, obwohl ich weiß, dass ich das vielleicht nicht sollte. Was möchtest du also erzählen? Ich war vor einigen Tagen auf einer Party, die einen Geschäftsmann namens Timothy Washburn für seine Freunde gab, begann Henshaw. Lauri sah, dass eine dunkle Wolke über das Gesicht der Frau zog, aber sie verschwand auch gleich wieder. Was verschwieg die Frau? Und würde das möglicherweise ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigen? Dort war eine Gruppe von Washburns Bekannten, fuhr Henshaw fort. Vier Männer, von denen zwei miteinander Arabisch sprachen. Sie sahen auch wie Araber aus. Die beiden anderen waren eindeutig aus Südasien. Kannst du das noch ein wenig präzisieren? Beziehungsweise kannst du sagen, aus welcher Gegend Südasiens sie stammten? Sie waren ziemlich hellhäutig und ich glaube, dass ihre Sprache Punjabi war, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich würde wetten, dass es Pakistaner nicht hell, zumindest nach meiner Erfahrung. Ja, und dann? Sie gingen in die obere Etage und ich war, nun, ich war einige Zeit ebenfalls dort oben, im Nachbarzimmer. Als ich dort für eine Weile allein war, öffnete ich das Fenster und rauchte eine Zigarette und da hörte ich, wie einer der Araber in sein Handy sprach auf Englisch. Ich hörte nur drei Sätze, aber ich Ihr habt das Lithium Sechs, mischte Kenneth Andrews sich in das Gespräch ein. Du hast ganz sicher gehört, dass er genau das gesagt hat? Absolut, versicherte Catherine Henshaw, ihr habt das Lithium Sechs. Es klang also wie eine Feststellung oder wie eine feststellende Frage, fragte Andrews nach. Eindeutig. Darauf antwortete er nur ausgezeichnet. Als nächstes fragte er noch alle sechs Tonnen? Sein Freund sagte etwas auf Arabisch, das ich nicht verstand. Vielleicht meinte er, dass es unvorsichtig sei, darüber am offenen Fenster zu sprechen, denn er schloss das Fenster und ich hörte nichts mehr. Was geschah dann? fragte Lauri. Ich bekam plötzlich Angst, denn ich ahnte Schlimmes. Ich versteckte mich deshalb im Kleiderschrank, unmittelbar bevor die Tür aufging und die Araber hereinschauten. Als sie sahen, dass das Zimmer leer war, entfernten sie sich wieder. Aber ich blieb mindestens eine halbe Stunde in dem Schrank, bevor ich mich hervorwagte und wieder ins Erdgeschoss zurückkehrte. Ich fürchtete, ich könnte bei ihrem Anblick in auffälliger Weise zusammenzucken, aber sie waren zum Glück schon gegangen. Würdest du sie wiedererkennen, wenn du Fotos von ihnen sehen würdest, fragte Andrews. Ich denke, ja, sagte Catherine Henshaw. Henshaw sah abwechselnd Lauri und Andrews an. Ihr wirkt nicht sehr überzeugt, bemerkte sie, aber ihr werdet die Sache doch trotzdem prüfen und herausfinden, worum es in dem Gespräch ging. Ehrlich gesagt, bin ich da nicht ganz sicher, sagte Lauri. Wir bekommen viele Hinweise, wir können nicht allen nachgehen. Catherine Henshaw sah Lauri ernst an. Wie auch immer, eines muss ich aber noch sagen, es waren keine angenehmen Menschen. Kenneth Andrews Miene verriet klar seine Zweifel. Catherine sah ihn ärgerlich an und wandte dann dem Blick wieder Lauri zu. Ich habe schon vieles gesehen, aber bei diesen Typen lief es mir kalt den Rücken runter. Und ihr könnt mir glauben, mich bringt »Nun, ich schlage vor, wir verbleiben so, dass wir darüber nachdenken.« Catherine Henshaw musterte Lauri aufmerksam vom Scheitel bis zur Sohle. »Dann kann ich wohl nichts mehr tun«, sagte sie, stand auf und verließ den Raum, ohne sich noch einmal umzusehen. Lauri wartete ab, bis sie außer Sicht war. Dann sah er Andrews an. »Was meinst du?« »Ich bin der Meinung, wir sollten uns nicht darum kümmern«, sagte Andrews. »Sollten wir die Sache nicht wenigstens ein bisschen unter die Lupe nehmen?« Andrews sah ihn langsam an. »Mein lieber Larry, wenn wir all dem nachgehen würden und uns immer einmischen würden, wenn irgendeine Tussi ihre Fantasie freien Lauf lässt oder jemand irgendwo auf der Welt zipsagt, dann kämen wir zu nichts anderem mehr. Wir haben doch wohl Wichtigeres zu tun. Aber diese Frau hat nun zufällig gesagt, dass die Araber von Lithium 6 gesprochen haben. »Trotzdem. Viele Menschen interessieren sich für Kernkraft oder Fusionsenergie. Viele sind sogar an Kernwaffen interessiert. Aber sie fangen trotzdem nicht an, selbst welche zu bauen. Hoffentlich hast du recht. Ich selbst würde jedenfalls allen Hinweisen nachgehen, die sich auf Lithium 6 beziehen. Das ist ein teuflisches Isotop, musst du wissen. Als ob ich das nicht wüsste. Andrews lachte laut auf. Vielleicht bin ich gerade deshalb der Chef dieses Ladens hier und nicht du. In dieser Sache braucht man Fingerspitzengefühl, die Fähigkeit, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Später sollte Lowry sich an diese Worte erinnern. Ich an diese Worte erinnern. Alice kleiner Falke Donovan hatte Ian Water an einen Baum gebunden und saß auf einem großen Felsbrocken im Schneidersitz, so wie die Verwandten ihrer Hauden Saunay Mutter zu sitzen pflegten. Alice Donovan war eine kleine Frau mit langem dichtem rabenschwarzen Haar und einem etwas eckigen knabenhaften Körper. Die Form ihres Gesichts verriet ihr indianisches Blut, dem jedoch deutlich auch andere Erbanlagen beigemischt waren, die ihre Züge weicher erscheinen ließen. Alice hatte sich schon als Teenager daran gewöhnt, dass die Männer sie schön fanden und nach ihr gierten, wie Laurie es ausdrückte. Alice trug einen verschlissenen Anorak und hellblaue Jeans mit ausgefransten Hosenbeinen, die an einem Knie durchgescheuert waren. Sie war barfuß, denn sie trug keine Schuhe, wenn es nicht sein musste. Ihre Eltern hatten ihr, als sie noch ein kleines Mädchen war, beigebracht, Schuhe und saubere Kleider zu tragen, aber sie hatte die Schuhe immer ausgezogen, sobald sie sich weit genug vom Haus in den Wald entfernt hatte. Alice genoss die imposante Landschaft, die sich vor ihr ausbreitete und ließ sich von dem sanften Wind das Gesicht streicheln und die Haare zausen. Sie hatte schon als kleines Mädchen den hohen Himmel, zwei Stunden lang ununterbrochen geritten, um genau an diese Stelle zu kommen, auf die letzte hohe Anhöhe der Bergkette hinter Sierra Vera, die schon ein wenig abseits von den anderen Hügeln aufragte, als äußerste einsame Vorhut der Berge am Rand der uferlosen Ebene. Bis zum letzten, entferntesten Blau des Horizonts waren es bestimmt 200 Kilometer. Schön, mal wieder für einige Zeit aufs Land zu kommen und durchzulüften, dachte Alice. Eigentlich war es ihr sehr recht, dass Lauri beschlossen hatte, einen Ort wie Sierra Vera zu kaufen, obwohl dieser Kauf den größten Teil seines Vermögens an den Boden New Mexikos gebunden hatte. Dasselbe war mit einem kleinen Teil von Alice eigenen Mitteln geschehen, die weit bemerkenswerter waren als Lauris irdische Güter. Alice wollte eigentlich nicht zurück aufs Land ziehen, zumindest jetzt noch nicht, vielleicht irgendwann, aber nicht jetzt. Sie hatte einen großen Teil ihrer Jugend bei ihrem texanischen Vater verbringen müssen, fern von den geliebten Wäldern ihrer Mutter, und das hatte sie immun gemacht gegen die Romantik der ländlichen Gegend. Obwohl sie den Heimatbundesstaat ihres Vaters nicht mehr wenig poetisch Tex-Arsch nannte, so wie sie es einst in der ordinären Manier ihrer rebellischen Jugendjahre getan hatte, und obwohl sie zumindest im Prinzip mit ihrem Vater einen dauerhaften Frieden geschlossen hatte, so hatte sie doch niemals ernsthaft erwogen, irgendwann auf die Farm ihres steinreichen Vaters zurückzukehren, die die Größe eines europäischen Kleinstaates hatte. Alice war ihren Eltern dankbar dafür, dass sie ihr das Studium an einer guten Universität finanziert hatten, obwohl ihre Beziehung zeitweilig stark abgekühlt und schmerzhaft gewesen war. Sie sehnte sich aufrichtig nach ihrer Mutter und war stolz darauf, dass sie zur Hälfte eine Onondaga Howden Saunay war. Alice hatte sich ganz absichtlich und bewusst in ihrem Englisch den weichen texanischen Akzent bewahrt, eine Art Ehrenbezeigung ihrem Vater gegenüber. Dennoch konnte sie sich trotz der Gesellschaft ihrer Mutter und deren Unterstützung immer noch nicht mehrere Tage lang mit ihrem erzkonservativen Vater an demselben Ort aufhalten. Und obwohl sie jetzt viel älter und erfahrener war als damals, als sie von zu Hause fortgegangen war, verstand sie immer noch nicht recht, welcher Klebstoff ihre Eltern zusammengehalten hatte und immer noch zusammenhielt. Ihr Vater war sicherlich der einzige steinreiche Texaner, der jemals offiziell eine Indianerin geheiratet hatte. Freilich hatte Charlie Donovan seinen Vater noch nicht beerbt gehabt, als er die Onondaga Aktivistin heiratete, die er in Virginia kennengelernt und in die er sich zum Erstaunen aller bis über beide Ohren verliebt hatte. Alice war relativ zufrieden mit ihrem Leben, so wie es jetzt war. Sie machte eine Arbeit, deren Bedeutung man nur schwer bagatellisieren konnte. Sie war das souveräne und respektierte Mitglied einer Eliteeinheit mit Spitzenausbildung. Die einzigen kleinen Minuspunkte waren die zeitweilige Gefährlichkeit ihrer Arbeit sowie die Tatsache, dass sie und Laurie in letzter Zeit mehr gestritten hatten als jemals zuvor. Aber vielleicht war auch das letzten Endes keine große Sache. Sie hatten doch schon alles Mögliche gemeinsam erlebt. Es fiel Alice schwer, sich vorzustellen, dass sie sich wegen einer etwas heikleren Phase trennen könnten. Früher oder später würden sie sich über die Widersprüche und unterschiedlichen Ziele und Hoffnungen, die sie jetzt entzweiten, wieder einig werden. Sie würden wieder einen beide zufriedenstellenden Kompromiss finden. Eine neue Balance. Dann würde alles wieder gut sein. Alice berührte instinktiv die schmale quer über ihre stirnverlaufende Narbe. Sie Haut war sie durch die starke Sonnenbräunung fast unsichtbar. Alice war in Vaziristan bei den Kämpfen in der Nähe des Dorfes Dandarkili verwundet worden. Der ganze Berghang vor ihnen hatte plötzlich angefangen Feuer zu speien, denn dort waren erst Hunderte, dann Tausende von Mündungsfeuern aufgeflammt. Die Kugel aus einer Kalaschnikow hatte Alice eine tiefe Furche in die Stirn gegraben, so dass ihr das Blut in die Augen geflossen war und sie gänzlich blind gemacht hatte. Sie wäre aus Dandarkili nicht lebend davongekommen, wenn Lauri sie nicht in Deckung gezogen und später auf seinen Schultern zum Hubschrauber getragen hätte. Als die Vereinigten Staaten und Großbritannien angefangen hatten, Afghanistan zu bombardieren, waren Zehntausende von hitzköpfigen pashtunischen jungen Männern über die pakistanische Grenze ihren Stammesbrüdern zur Hilfe geeilt. Die US-amerikanischen Luftstreitkräfte hatten, ohne weiter nachzudenken, einige tausend von ihnen zusammen mit afghanischen Taliban-Kämpfern niedergemacht. Die Kämpfer von Al-Qaida hatten den Ereignissen vom nahegelegenen Spinn-Gebirge aus zugesehen und sich sicherlich zufrieden die Hände gerieben. Irgendwann hatte man ausgerechnet, dass sich auf dem Gebiet des nordwestlichen Pakistans mindestens acht Millionen Sturmgewehre befanden, von deren Besitzern ein großer Teil wegen des gemeinsamen Krieges gegen die Sowjetunion zu den USA ein positives, ja herzliches Verhältnis hatten. Als aber Alice-Einheit und ein paar pakistanische Armee-Einheiten im Jahre 2002 ausgerückt waren, um nachzusehen, warum alle Häuser von Dandarkili plötzlich niedergebrannt worden waren, hatten diese acht Millionen Sturmgewehre die Seite gewechselt. Der ganze Berg spie Feuer und Blei über sie aus. Alice warf noch einen Blick auf die Landschaft, die ihr so lieb war. Dann ging sie zu Einwarta. Sie band das Pferd los und streichelte ihm das braune, samtige Rückenfell. »Es ist wohl Zeit, nach Hause zu gehen«, flüsterte sie dem Tier ins Ohr. Das Pferd wandte Alice zu Pferd unterwegs war. Sie gab ihrem Tier Wasser und Hafer und machte sich dann auf den Weg in Lauris Richtung. Lauris saß auf dem großen schwarzen Hengst Orinoco. In der Hand hielt er einen langen Bogen. Er konzentrierte sich und sprach zugleich beruhigend auf Orinoco ein. In seiner Hand, die den Bogen hielt, befanden sich sechs Pfeile mit Stahlspitzen. Etwas weiter weg standen im Abstand von zehn Metern hintereinander sechs an Pfählen befestigte Zielscheiben. Die erste Scheibe war vierzig und die letzte hundert Meter entfernt. Schwarze Bilder von Menschen auf weißem Grund in natürlicher Größe. Alice wartete darauf, dass Lauri sich in Bewegung setzte. Angespornt durch Lauris Vorbild hatte auch Alice ein paar Mal versucht, vom Rücken des galoppierenden Pferdes aus mit dem Bogen auf diese Ziele zu schießen, aber bisher hatte sie das Ziel immer um mindestens zwei Meter verfehlt. Das war ziemlich demütigend gewesen, denn Alice hatte früher Reiten als lesen gelernt. Während ihres Studiums hatte sie außerdem zweimal die Meisterschaften der US-amerikanischen Universitäten im Bogenschießen gewonnen, zusätzlich zu den Ultratriathlon Meisterschaften. Dennoch waren ihre Pfeile unkontrolliert in alle Richtungen geflogen, als sie vom galoppierenden Pferd aus abschoss. Schießen vom Pferd aus klang nicht sonderlich anspruchsvoll, aber tatsächlich war es sehr schwierig. Diese Kunst war für lange Zeit in Vergessenheit geraten, bevor Loyers Koshoi sie in Form einer Sportart wiederbelebt hatte. Lauri hatte an drei Kursen teilgenommen, die Koshoi in Ungarn veranstaltet hatte. Dazwischen hatte er in Sierra Vera fleißig geübt. Als Alice' Eltern das Landgut zum zweiten Mal besuchten, hatte Laurys Kunst, die Pfeile vom galoppierenden Pferd aus abzuschießen auf Alice' Mutter, den kleinen Baum Donovan, einen gewaltigen Eindruck gemacht. Charlie Donovan dagegen hatte nur verächtlich geschnaubt und etwas von der Überlegenheit von Maschinengewehren im Vergleich zu steinzeitlichen Spielzeugen gemurmelt. In der ganzen langen Zeit der siebeneinhalb Jahre, die Alice und Lauri zusammen waren, hatte Charlie Donovan Sierra Vera nur zweimal besucht. Beim zweiten Mal war der Grund gewesen, dass Alice entzündeter Blinddarm durchgebrochen war. Da hatte ihr Vater sie mit seiner kleinen senkrecht landenden und startenden Düsenmaschine abgeholt und ins Krankenhaus gebracht. Alice wusste, dass Lauri einen echten Hunnenbogen in der Hand hielt, den der geschickteste Handwerksmeister seines Fachs in Ungarn angefertigt hatte. Der Bogen war genau nach 1700 Jahre alten Vorbildern gebaut worden und bestand aus ähnlichen Materialien, wie die Hunnen sie seinerzeit verwendet hatten. Er sah aus wie ein ganz unauffälliger, einfacher Bogen, in Wirklichkeit aber war er ein kompliziertes und kunstvoll zusammengefügtes Instrument. Seinerzeit war dieser Bogen die tödlichste aller Kriegswaffen und stärker gewesen als je ein anderer Bogen irgendwo auf der Welt. Sie bestanden aus einem Komposit Material aus Knochen, Sehnen und Holz, das zugleich fest und elastisch war. An beiden Enden hatten sie außerdem je einen kleinen drei Zentimeter langen Vorsprung. Diese Vorsprünge waren die wichtigste Besonderheit der Hohnenbögen. Sie gaben dem Bogen noch etwas zusätzliche Länge und Kraft, ohne hielten die Bögen auch eine höhere Belastung aus. Lauri meinte, dass das Holz allein die Belastung nicht ausgehalten hätte, denn die stärksten Kräfte konzentrierten sich genau auf die beiden Enden des Bogens. Lauri betonte zwar immer, dass die Hohnen niemals etwas wirklich Nützliches zustande gebracht hatten, dennoch empfand er offenbar eine Art Bewunderung wider Willen für die alten Hohnen, Denn er sammelte in seinem Geschirrschrank echte Hohnenschmuckstücke und Anhänger, die aus alten Gräbern zutage gefördert worden waren. Lauri hatte Alice darauf hingewiesen, dass die ungarische Pusta und deren in Rumänien gelegene Teile im fünften Jahrhundert keine große Schar von Nomaden ernährt haben konnte. Dennoch hatten die Hohnen, die sich in jenen Gegenden angesiedelt hatten, einige germanische und iranische Völker von den Eurasischen Steppen vertrieben und zugleich einen Prozess in Gang gesetzt, der zum Zerfall des ganzen mächtigen römischen Imperiums geführt hatte, das noch kurz zuvor in niederschmetternder Weise unverwundbar gewirkt hatte. Alice sah, wie die gewaltigen Muskeln des großen Hengstes sich unter dem schwarzen Fell spannten. Lauri und Orinoco sturben davon. Alice beobachtete es entzückt, denn obwohl sie dieses Schauspiel schon mehrmals beobachtet hatte, war es für sie immer gleich beeindruckend. Lauri hatte gesagt, dass das A und O dabei sei, dass man seinen Kopf lehrte. Man musste einfach das bewusste Denken abschalten können. Wenn der Bogenschütze in der Kampfbahn auf die Scheibe zielte, konnte er bewusst handeln, da gab es Zeit, den Pfeil zu nehmen und zu zielen, den richtigen Moment abzuwarten und dann zu schießen. Wenn man aber dasselbe auf dem Rücken eines galoppierenden Pferdes tun musste, funktionierte das nicht, denn das Pferd schwankte ständig. Man musste den Pfeil genau im richtigen Augenblick freigeben, nämlich dann, wenn alle Hufe sich gleichzeitig in der Luft befanden und die Bewegung des Pferdes beherrschbar war. Wenn man versuchte zu zielen, schoss man immer vorbei. Pferd und Mensch mussten zu ein und dem selben Wesen verschmelzen. Sie mussten sozusagen zu einem Zentaurin werden, was die Nomaden in der Mongolei immer noch anstrebten, indem sie ihre dreijährigen Kinder auf dem Pferderücken festbanden. Dort musste das Kind bleiben, bis es gelernt hatte, sich den Bewegungen des Pferdes anzupassen. Alles, was mit Reiten, Zielen und dem Abschießen des Bogens zu tun hatte, musste völlig automatisiert und reflexartig werden, ebenso wie das Fahrradfahren, die normalen Bewegungen beim Gehen und das Bewahren des Gleichgewichts beim Stehen oder Sitzen. Alice nahm ihre Stoppuhr zur Hand. Orinoco galoppierte auf die erste Zielscheibe zu und Lauri schoss seinen ersten Pfeil ab. Der schwarze Leib des Pferdes nahm ihr für einen Moment die Sicht und Alice wusste nicht, ob Lauri getroffen hatte, aber auf der Sehne seines Bogens lag schon der nächste Pfeil und dann war auch der in der Luft und Lauri legte den dritten Pfeil mit einer so schnellen und geschmeidigen Bewegung an, dass Alice noch immer nicht begriff, wie das möglich war. Und dann war der dritte Pfeil in der Luft und Alice sah, dass der erste zwischen neun und zehn getroffen hatte, ganz in der Mitte der Scheibe und dann schoss Lauri schon den fünften, den sechsten Pfeil ab. Orinoco wandte sich um und kam zurück. Alice sah, dass alle sechs Pfeile genau ihr Ziel getroffen hatten, in sechs verschiedenen Scheiben. Alle Pfeile steckten irgendwo zwischen acht und der vollen zehn. Ich verstehe nicht, wie er das macht, dachte Alice ärgerlich. Das heißt, irgendwie verstehe ich es schon, aber trotzdem kann ich es nicht nachmachen, was er mir vormacht und schon gar nicht so, dass es so verdammt leicht aussieht. Alice sah auf die Uhr. Orinoco hatte die hundert Meter Bahn in vierzehn Sekunden zurückgelegt und Lauri hatte sechs Sekunden gewartet, ehe er den ersten Pfeil abgeschossen hatte. Sechs Pfeile in acht Sekunden, alle mitten ins Ziel. Eine erstaunliche Leistung. Und Lauri trainierte erst seit fünf oder sechs Jahren. Und die hunnischen Krieger, die diese Fertigkeit von klein auf erlernt hatten. Im Kampf auf offenem Feld hätten die Hunnen sich einen Moment später zurückgewandt und wieder sechs Pfeile abgeschossen und dann wieder sechs. Lauri erklärte gern, dass keine andere Herrscher der Welt eine solche Feuergeschwindigkeit erreicht hatte, bevor Anfang des fast anderthalb Jahrtausende später. Selbst die mit den brandneuen Limetfort Gewehren ausgerüsteten Elite-Truppen der Briten hatten noch im Jahr 1898 in der Schlacht von Omdurman nur zwölf Schuss in der Minute abgegeben. Die englischen Langbogenschützen im hundertjährigen Krieg hatten alle fünf bis sechs Sekunden einen Pfeil abgeschossen. Sie hatten kein Bogenbündel in der Hand gehalten, sondern die Pfeile einzeln aus dem Köcher genommen und einen Moment inne gehalten, um zu zielen. Eigentlich ist es ziemlich erschreckend, wie schnell und leicht die unbesiegbar wirkenden Weltmächte letztlich zusammenbrechen, hatte Lauri zu Alice gesagt. Oft genügt eine einzige strategische oder technologische Erkenntnis. Und was für ein Chaos und Leid der Zusammenbruch eines großen Imperiums doch vollem Galopp auf die Zielscheiben zu. Alice sah, dass auf der Sehne wieder ein Pfeil aus dem Köcher lag und Lauri in der Hand fünf weitere bereithielt. Kurz darauf steckten in den sechs Zielscheiben jeweils in der Mitte sechs neue Pfeile. Lauri wandte sich zurück und brachte Orinoco neben Alice zum Stehen. Hey, kleine Rothart, sagte Lauri und lächelte Alice zu. Alice stellte fest, dass zur sie auf dem Land waren. In Sierra Verda waren sie beide meist geradezu unverschämt glücklich. In der Stadt war das schwieriger, die anderen Leute rissen sie auseinander, sodass alles sichtbar wurde. Alice streckte ihre Hand so langsam nach der Flanke des großen Pferdes aus, dass sie mitbekam, was sie machte. Sie wollte keinen Tritt gegen die Brust riskieren. Alice streichelte das weiche, schwarze Fell des Tieres. Das ist doch prima gelaufen, sagte sie schlicht. Danke. Du bist schon ganz geschickt. Du könntest auch bei der Weltmeisterschaft gut abschneiden. Koscheu ist unschlagbar, wehrte Lowry ab. Er war in Bezug auf sportliche Leistung nicht so ehrgeizig wie Alice. Koscheu ist bald ein alter Mann, sagte Alice. Trotzdem. Du könntest um das WM Silber Das wird wohl Petra Engeländer gewinnen. Alice schüttelte den Kopf. Du bist besser als Engeländer, sagte sie ruhig und sicher, ohne an ihren Worten zu zweifeln. Du bist deutlich besser als irgendjemand sonst, außer vielleicht Koscheu. Du würdest sogar ihn besiegen, wenn du mehr trainieren würdest. Du übertreibst. Alice sah Lowry nachdenklich an. Du bist fast genauso gut wie Koscheu. die er darauf aufwendet. Wie machst du das? Ich habe als kleiner Junge ganz ähnlich trainiert, sagte Lowry rätselhaft. Seine Stimme war plötzlich seltsam hart. Alice wartete, dass Lowry noch etwas sagen würde, aber er blieb stumm und Alice belies es dabei. Während sie Orinoco zum Stall führten, sah sie, dass Lowry immer noch geistesabwesend war. Wo bist du, Freund, dachte ich möchte wissen, was du denkst, gerade jetzt. Sie waren schon siebeneinhalb Jahre zusammen, aber immer wieder fand Alice es erschreckend, wie wenig sie doch voneinander wussten. War das ein schlechtes Zeichen? Bedeutete es, dass sie sich letztlich nicht genug füreinander interessierten? Oder war es so, dass die Menschen generell voneinander sogar vom eigenen Ehepartner viel weniger wussten, als sie glaubten? Vielleicht konnte niemals jemand einen anderen Menschen, der ja die Summe seiner persönlichen Geschichte und Erfahrungen war, bis ins Letzte verstehen. Wir werden niemals mehr als einen kleinen Teil voneinander verstehen, überlegte Alice. Auch die gemeinsamen Erfahrungen sind niemals identisch, weil jeder die Welt aus seiner eigenen Perspektive betrachtet. Wir sollten vermutlich gar nicht erst mehr erhoffen und zumindest nicht mehr erwarten, weil mehr vielleicht war es große Weisheit, sich mit dem zu begnügen, was sein konnte, und es nicht wegzuwerfen für eine ewig unerreichbare und unmögliche Illusion oder Fata Morgana. Dennoch die Sache ärgerte sie ein bisschen. Warum hatte Lauri ihr so wenig von seiner Kindheit und Jugend erzählt? Immer wenn sie etwas gefragt hatte, hatte er vollkommen dicht gemacht und war zu einem Betonbunker geworden. Plötzlich war Alice gute Laune dahin und sie dachte, dass sie, wenn es mit ihnen nicht gut gehen sollte, ihre Wahl in Zukunft sorgfältiger treffen würde. Sie hatte genug von der Rolle der Hellseherin und Gedankenleserin. Als Lauri Orinoco in den Stall führte, tauchten in seiner Erinnerung wieder Von den frühen Morgen, als er in den Uferwald eilte, während die Mutter noch schlief und auch die Jungen aus der Nachbarschaft noch nicht erwacht waren. Er erinnerte sich, wie er Stunde um Stunde bis zum Abend mit faustgroßen Steinen nach aufgestellten Holzscheiten geworfen hatte, wieder und wieder Hunderte und Aberhunderte von Malen, bis Später hatte er auch mit der linken Hand trainiert. Und dann, als er dreizehn war, wieder sah er das Gesicht des ältesten und größten Jungen und die zertrümmerte Nase vor sich, aus der in breitem Strom das Blut floss. Er sah, wie der Gesichtsausdruck seines Peinigers leer wurde und sein Mund kraftlos aufklappte, wie der Quellgeist sich langsam nach vorn neigte, auf die Knie fiel und zu Boden sackte. Lauri sattelte Orinoco ab. Er streichelte dem Tier den Hals. Das Pferd leckte Lauri mit seiner großen Zunge das Gesicht. »Mhm, Knabenliebe«, sagte Alice und lächelte ein wenig. »Kein Wunder, dass ich so eifersüchtig bin.« »Sehr witzig.« Sie entließen Orinoco auf die Weide und in die Gesellschaft von Ayanuata. Als sie vom Stall zum Hauptgebäude von Sierra Vera hinübergingen, trocknete sich Lauri mit einem Handtuch den Schweiß vom Gesicht. Alice schwarzes Tesla Roadster Elektroauto war am Rand des Hofs geparkt. Auf dem Dach des Hauptgebäudes befand sich etwas, das aussah wie eine gut zehn Meter breite, weiß gestrichene Antennenschlüssel. Es war jedoch direkt auf die Sonne gerichtet, und wenn jemand von oben die können, dass es eine helle, das Sonnenlicht stark reflektierende Oberfläche hatte. Über der Antennenschüssel, etwas unterhalb ihres Brennpunkts, hätte ein neugieriger Beobachter auch einen meterlangen Zylinder mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern sehen können, von dessen oberem Ende zwei schwarze Kunststoffrohre abgingen. Es handelte sich um ein 30.000 Dollar teures konvergierendes Solarstromsystem, das Alice in Indien bestellt hatte. Es produzierte 45 Kilowatt Strom und 90 Kilowatt Wärme. In der kalten Jahreszeit nutzten sie die Wärme für die Beheizung der Gebäude von Sierra Vera und für die Warmwasserbereitung. Im Sommer leiteten sie die Wärme über Kunststoffrohre in die Erde und speicherten sie dort tief im Felsen für den Winter. Soll ich uns ein Bier holen? fragte Alice. Warum nicht? antwortete Laury und griff sich eine wissenschaftliche Zeitschrift, die auf dem Küchentisch lag. Die Fusionsenergie kommt, verkündete die Schlagzeile auf dem Deckblatt. Alice sah, dass sich auf Laurys Gesicht ein gelangweilter Ausdruck breitmachte. Fusionskraftwerke sind ein Glaubensprojekt, zischte Laury. Es sind Kirchen, Gebetsräume. Sie haben nichts mit irgendeiner praktischen Sache wie Energieproduktion zu tun. Aber dies sind doch reine Testkraftwerke, spottete Alice. Man weiß noch nicht, wohin das auf lange Sicht alles führt. So ist es, sagte Laury. Das Ganze ist wieder eine Variante der alten verrückten Operation Atome für den Frieden, deren Spuren wir immer noch beseitigen. Nur sind diese Atome noch gefährlicher als die früheren. Alice fand es Laury ungewöhnlich verbittert klang. Ist dies jetzt wieder einer deiner diese Dummköpfe gehen mir auf den Geist Ausbrüche oder ärgert dich noch etwas anderes? fragte Alice verwundert. Was habe ich denn jetzt wieder getan beziehungsweise vergessen? Hör auf! Mich ärgert nichts Bestimmtes, abgesehen davon, dass... Alice ging zum Kühlschrank und nahm zwei Flaschen Bier heraus. Laury überlegte, dass es vielleicht am besten wäre, wenn er Alice den Grund für seine Verärgerung verriet. Im Büro hat uns letzte Woche eine Frau besucht, begann er. Alice wartete, dass Laury fortfuhr. Sie sagte, sie habe gehört, wie einige Männer, die wie Pakistaner oder Araber wirkten, von Lithium-6 sprachen, davon, dass irgendwo Lithium-6 ankommen werde. Alice hob leicht die braun. Andrews hat uns verboten, in der Sache zu ermitteln, ergänzte Laury. So etwas hat nicht unbedingt etwas zu bedeuten, sagte Alice. Nein, nicht unbedingt. Aber ich verstehe trotzdem, warum dich das Thema Fusionsenergie heute so besonders ärgert, ich meine, noch mehr als sonst. Alice öffnete beide Flaschen, die eine reichte sie Laury, aus der anderen trank sie selbst einen großen Schluck. Morgen ist sagte Alice. Wie blöd, dass wir schon wieder zurückfahren müssen, murmelte Laury. So ein langes Wochenende ist gar kein richtiger Urlaub. Wann waren wir zuletzt längere Zeit hier zusammen? Beklag dich nicht, raunste Alice. Man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Man kann nicht alles haben. Man muss wissen, was man will, und danach seine Entscheidungen treffen. Egozentrisches Denken, zufälligerweise ist unsere Arbeit wichtig. Das hast du doch auch immer so gesehen, zumindest früher. Workaholic, Junkie, das Leben geht an uns vorbei, während wir uns in unseren vier Wänden in einem geschlossenen Karton mit unwesentlichen Dingen beschäftigen, mitten in der größten Beton- und Asphaltwüste der Welt. Du bist außerdem eine halbe Hauden Saunay, noch dazu eine Onondaga. Solltest du dich nicht auch im Busch wohler fühlen als in New York? Ich fühle mich allmählich betrogen, weißt du? Ich hätte wohl das Kleingedruckte in der Produktbeschreibung etwas genauer lesen sollen, bevor ich mich auf die Beziehung zu dir ein ließ. Ich fühle mich ja wohl hier. Aber auch New York hat seine guten Seiten. Zum Beispiel der Puls schlag, der Rhythmus der Großstadt, der warme Asphalt. Außerdem ist das kulturelle Angebot dort reichhaltiger und Geräusch hatte Alice schon viele Male gehört. Wann waren wir eigentlich das letzte Mal zusammen im Theater oder tanzen? fragte Alice. Oder wenigstens im Kino? Du würdest am liebsten in einer zehn Quadratmeter Hütte mit gestampftem Lehmboden wohnen, auf einem Holzklotz sitzen und in einer Hängematte schlafen. Stimmt, sagte Laurie. Ich finde das ja auch ganz nett, so ab und zu zeitweilig. Aber ich genieße nun auch mal den Asphalt unter den Füßen und ein bisschen Abgas gestand. Wozu sind Frauen eigentlich erfunden worden? dachte Laurie säuerlich. Vielleicht sollte ich einfach wieder zum freien Single Dasein zurückkehren. Andererseits erschien ihm das nun auch nicht sonderlich verlockend. Okay, 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 sagte Laurie. Du hast gewonnen. Lass uns ins Kino oder ins Theater gehen, wenn wir wieder in der Stadt sind. Was möchtest du sehen? Das weiß ich noch nicht. Aber wir werden bestimmt etwas Schönes finden. Wie wär's mit Terminator 6? Alice zog sich aus und ging unter die Dusche. Laurie sah ihr zu und dachte, dass ihre Bewegungen wie immer rasch und von systematischer Effizienz waren. Alice behielt nur das kleine silberne Kreuz um den Hals. Laurie war und Alice christliche Ansichten ärgerten ihn, aber er hatte beschlossen, sich nicht darum zu kümmern. Alice konnte man zum Glück nicht als fanatisch religiös bezeichnen, sie war eher eine Scheinkristin. Vielleicht sollten wir etwas essen, dachte Laurie. Er füllte einen Topf zur Hälfte mit Wasser und schaltete die Induktionsplatte ein. Dann nahm er aus dem Küchenschrank eine Packung Spaghetti. Konserven und Lebensmittelpackungen standen ordentlich aufgereiht darin, Alice hatte es gern, wenn Ordnung herrschte. Laurie fand, dass sie in einigen Dingen manchmal etwas zu pedantisch war. Er griff zur Fernbedienung und schaltete den Nachrichtensender ein. Auf dem Bildschirm erschienen große, flache Eisberge. Die Kamera befand sich ganz offenkundig in einem Hubschrauber oder einem Flugzeug. Es war schwierig, den Bildmaßstab zu schätzen, denn man sah nur unterschiedlich große, dahindümpelnde Eisstücke und nichts, was ihrer Größe eine Relation verliehen hätte. Die Stimme des Moderators erklärte, dass jetzt auch der letzte Streifen des Larsen C-Selves in Stücke zerfallen und in Hunderten von einzelnen Eisbergen davongetrieben sei. Nach Ansicht der Wissenschaftler zeigte auch das unermesslich riesige Ronne-Schelf-Eis Anzeichen von gebildet, die mit Süßwasser gefüllt sind, erklärte der Moderator. Diese Wasserbecken können wie die Keile wirken, mit denen schon die alten Ägypter große Steinplatten vom Felsen abgespalten haben. Das Ronne-Schelf-Eis hat eine größere Ausdehnung als Spanien. Alice kam, in ein lakengroßes weißes Handtuch gewickelt aus dem Bad. Sie rieb sich die Haare mit einem kleineren Handtuch trocken. Du duschst doch auch noch, fragte Alice mit unschuldiger Miene. Bei der Gelegenheit könntest du dir auch die Zehennägel schneiden, sonst wird aus dir demnächst ein richtiger Velociraptor. Außerdem kriegen die Strümpfe dann Löcher. Okay, okay, stimmte Lauri ihr zu und zeigte auf den Fernseher. Ziemlich üble Sache, oder? Kann sein, bestätigte Alice. Wenn das Ronne-Schelf-Eis in Stücke zerbricht, dann zerfällt auch das ganze Festland-Eis der westlichen Antarktis, wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit. Es schmilzt schon jetzt auf der Seite der Pine Island Bucht, und wenn es auch von der anderen Seite her zu schmelzen beginnt. Alice machte sich nicht die Mühe, den Satz zu Ende zu bringen. Das würde den Meeresspiegel um sechs Meter steigen lassen, nicht ausreicht. Im eigentlichen Festland-Eis gibt es davon ungefähr zehnmal mehr davon. Und auf der Ostseite dann noch mal. Wie schnell kann das gehen? Wenn man das wüsste. Möchtest du noch ein Bier? Möchtest du noch ein Bier? Im Nachhinein, als sie versuchten, sich zu erinnern, wann und wie eigentlich alles angefangen hatte, fiel es ihnen schwer, den Anfang der Kette von Ereignissen zu rekapitulieren. in kleinen und langsamen Schritten von statten gegangen. Laurie hätte den Anfang vielleicht in Katharine Henshaws Besuch gesehen. Aber tatsächlich hatte er sich erst eine Woche später wirklich Sorgen gemacht, als Kenneth Andrews ohne anzuklopfen in sein Arbeitszimmer trat. Weißt du, was ein Rapid L ist? fragte Andrews. Ja, antwortete Laurie und schrieb weiter. Die Polizei von Osaka hat uns gerade mitgeteilt, dass jemand die Module des Notkühlsystems eines Rapid L Prototyps gestohlen hat. Entschuldige, was hast du gesagt? fragte Laurie und sah Andrews überrascht an. Er traute seinen Ohren nicht. Du hast ganz richtig gehört, sagte Andrews. Verwendet der Rapid L als Kühlmittel nicht? Ja, antwortete Andrews. In diesem Moment erinnerte Laurie sich plötzlich an den Besuch der Frau. Und wie viel Lithium-6 war in dem Reaktor? Sechs Tonnen, versetzte Andrews. Wie viel haben die Diebe mitgenommen? Alles. Jetzt ist es also wahr, dachte Laurie. Jetzt ist es zum ersten Mal wirklich wahr. Das, was wir alle tausendmal im Kino und in Fernsehserien gesehen und hundertmal in Krimis gelesen haben. Jetzt geschieht es wirklich. Ist alles in Ordnung mit dir? fragte Andrews. Du siehst etwas blass aus. Ich bin okay, versicherte Laurie. Und die Japaner haben genau von dieser Menge gesprochen? Von sechs Tonnen? Ja. Von genau sechs Tonnen? Ja. Auch Henshaw hat von sechs Tonnen gesprochen. Henshaw? Katharine Henshaw, die Frau, die uns hier besucht hat. Sie erzählte, dass sie bei einem Geschäftsmann namens Washburn war und dort hörte Shit. Das hat sie erzählt, sagte Andrews und wirkte plötzlich verlegen. Er überlegte einen Moment. Ich muss zugeben, dass das eine teuflische Koinzidenz ist. Oh Mist, du hattest wohl doch recht, wir hätten der Sache nachgehen sollen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Soll ich Henshaw aufsuchen? Obwohl ich nicht weiß, ob sie noch viel Neues zu erzählen hat. Trotzdem ist es sinnvoll, das zu überprüfen, vielleicht kannst du auch herausfinden, was sie für einen Hintergrund hat. So machen wir es. Aber das ist jetzt nicht das drängendste. Zuerst beschaffen wir uns Informationen zu diesem Washburn und seinen Unternehmen und zu all den Telefonaten, die er während der letzten Monate geführt hat. Wir sehen nach, ob es bei ihm in der Nähe Überwachungskameras gibt, die seine Besucher registriert haben. Und wir besorgen uns auch Informationen über die Telefongespräche seiner Besucher, die wir identifizieren können. Das ist ein ziemlicher Aufwand, bemerkte Lauri. Da hilft kein Heulen und kein Zähneklappern. Haben die Japaner gesagt, wann der Diebstahl stattgefunden hat? fragte Lauri. Am Samstag letzter Woche, in den frühen Morgenstunden zwischen zwei und vier. Sie haben versprochen, uns noch heute das gesamte Material zukommen zu lassen. Gut, haben sie Spuren von Strahlung gefunden. Andrews schüttelte den Kopf. Die sind verwischt worden. Lauri sah Andrews verwundert an. Was heißt verwischt? Offenbar haben die Diebe etwas Lithium in Benzin zerkleinert und in einer stillgelegten Fabrik in einem hohen Schornstein verbrannt. Laurys Hirn lief ein paar Runden im Leerlauf, ehe er begriff, was Andrews gesagt hatte. Im wortwörtlichen Sinn gibt es jetzt überall mikroskopisch kleine Mengen von Lithium 6, erklärte Andrews verärgert. Überall in Süd- und Mitteljapan. So viel also zu den Strahlenspuren. Andrews wirkte reumütig. Lauri erriet, dass er noch etwas anderes auf dem Herzen hatte. Die Japaner haben berichtet, dass der Raub mit außergewöhnlicher Brutalität durchgeführt worden ist, sagte Andrews. An Ort und Stelle waren acht Wachleute eingesetzt. Alle wurden getötet. Ich weiß nicht, ob in Japan jemals zuvor etwas Ähnliches passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Andrews schwieg, als erwartete er, dass Lauri etwas sagte. Na los, lass hören, sag es, schrie Andrews Miene. Aber Lauri blieb stumm, und Andrews verließ das Zimmer. So viel zu deinem Fingerspitzengefühl, dachte Lauri. Hül, dachte Lauri. Kann man denn diesen ICBOW-Papieren Glauben schenken? fragte sich Julia Norris säuerlich. Die International Coalition to ban Uranium Weapons war immerhin eine politische Lobby, eine Bewegung für eine einzige Sache, die für ein Verbot von Kernwaffen eintrat. Es war kein Forschungsinstitut von hohem wissenschaftlichen Niveau. Dennoch wirkte zumindest ein Teil der von der Organisation veröffentlichten Forschungsberichte zuverlässig. Was soll ich nun zum Beispiel hiervon halten? seufzte Julia im Stillen. Sie rauchte die zehnte Zigarette des Tages, leere Kaffeetasse. Sie las einen Artikel von Dr. Jabad Al-Ali, dem leitenden Oberarzt des irakischen Lehrkrankenhauses Sadr. Darin ging es um die Krebssterblichkeit im südirakischen Basra. Das Krankenhaus hatte im Jahr 1990 488 Krebspatienten registriert. Im Jahr 2005 waren es schon 1375. Julia hatte zunächst angenommen, dass es sich um eine reine Illusion um eine Halluzination handelte, die vom Bevölkerungswachstum und von der Alterung der Bevölkerung herrührte. Als sie aber die wichtigsten Statistiken zum Thema geprüft hatte, war sie sich nicht mehr so sicher. Laut Jabad Al-Ali hatten die Fälle von Brustkrebs stark zugenommen, ebenso die Geschwülste des lymphatischen Gewebes sowie Lungen, Darm, Nieren und Eierstockkrebs. Die Anzahl der Fälle von Magen, Haut und Gebärmutterhalskrebs war dagegen praktisch überhaupt nicht gestiegen. Wieder ein Forschungsergebnis, das keinen Sinn ergab. Außerdem gab es zwischen den einzelnen Stadtteilen statistisch signifikante Unterschiede, die sich nicht mit der Bevölkerungsstruktur erklären ließen. Wie war das möglich? Die ICBUW behauptete, die Ursache sei der von Millionen von Uran geschossen erzeugte Staub. Aber das konnte natürlich nicht stimmen. Das war reine Propaganda, die nur bei solchen Leuten ankamen, die von Naturwissenschaften keine Ahnung hatten. Abgereichertes Uran, wie es in den Geschossen verwendet wurde, war weniger radioaktiv als natürliches Uran. Ein soeben aus dem Reaktor entfernter Kernbrennstab war mindestens zwei Milliarden Mal radioaktiver. Die Urangeschosse konnten also mit der erhöhten Krebsrate in Basra nichts zu tun haben. Aber woher rührten dann die Probleme in der Region? Die Alterung der Bevölkerung und das Bevölkerungswachstum hätten die Menge sämtlicher Krebserkrankungen erhöhen müssen, nicht nur die Erkrankung bestimmter innerer Organe. Ich verstehe das nicht, dachte Julia. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hier ist irgendein Muster, etwas, das mich direkt anstarrt und lacht, mich verhöhnt und verspottet. Ich kriege es nur nicht zu fassen. Genauso wie bei Tschernobyl. Habe ich einen frühen Alzheimer gekriegt oder war ich schon immer so blöd? Julia sah auf die Uhr. Oh, dachte sie, ich muss los. Aber wo ist meine Brille und die Schlüssel und mein Handy? Julia klopfte schnell ihre Taschen ab, aber die Schlüssel waren nicht darin. Sie drückte ihre Zigarette aus und hob die Papierstapel an. Auch darunter fand sie nicht, was sie suchte. Sie war gerade dazu übergegangen, die Schubfächer ihres Schreibtisches zu durchsuchen, als sie Lauri Nurmi mit langen Schritten vorbeigehen sah. Warte mal, warte mal, rief sie ihm zu. Lauri blieb stehen und kam dann zu Julias Tür. Vielleicht solltest du die hier sehen, sagte sie und schob Lauri ein Bündel Papiere zu. Ich habe auf deine Bitte hin Informationen über Catherine Hanshaw eingeholt. Sie ist Prostituierte, eine Professionelle. Lauris Gesichtsausdruck veränderte sich. Julia fiel es schwer, Lauris Regung zu deuten. Sein Gesichtsausdruck war härter und kälter als noch vor einem Augenblick. Aber es lag noch etwas anderes darin, gleichsam eine Andeutung von Traurigkeit und vielleicht sogar Schmerz. Julia konnte sich nicht vorstellen, wodurch Lauris Reaktion ausgelöst worden war. Lauri sah die Papiere durch, die Julia ihm gegeben hatte. Sieh mal an, sagte er ruhig. Sie umsonst besorgt, ob uns auch die kleineren Vergehen interessieren würden. Mindert das jetzt nicht ein wenig ihre Glaubwürdigkeit als Zeugin? Nicht unbedingt, sagte Lauri streng. Julia sah Lauri überrascht an. Woher eine solche Intensität? Naja, vielleicht geht mich das ja gar nichts an, dachte Julia und blätterte wieder in den Stapeln von Forschungsberichten. Suchst du was? fragte Lauri hilfsbereit. Ich kann meine Brille nicht finden. Du hast sie auf. Du hast sie nur auf die Stirn geschoben. Julia fasste sich an den Kopf und stellte fest, dass Lauri recht hatte. Sieh an, jetzt brauche ich nur noch Autoschlüssel und Handy. Die sind in deiner Manteltasche, schmunzelte Lauri. Er deutete auf Julias leuchtend roten langen Mantel, der an der Garderobe hing, nur ein paar Meter entfernt. Da sind sie nicht, ich hab schon nachgesehen. Du hast nicht richtig nachgesehen. Lauri nahm den Mantel und prüfte dessen Gewicht. Dann nahm er aus der einen Tasche das Handy und warf es Julia zu. Sie fing es auf. In der anderen fand er den Schlüsselbund und warf auch ihnen Julia zu. Na, so ein Zufall, wunderte sich Julia, während sie den Schlüsselbund im Flug und dein Handy ungefähr vierzehn Mal am Tag. Na, so oft nun auch wieder nicht. Sie finden sich immer in deiner Manteltasche. Immer in deiner Manteltasche. Lauri Nurmi stieg in dem mehrstöckigen Gebäude in Brooklyn die Treppe in den fünften Stock hinauf, wo Catherine Hanshaw wohnte. Die Wände waren voller Graffiti, die mit Farben aufgesprüht oder mit Filzstift gezeichnet waren und stellenweise bröckelte der Putz. Viele Türen waren offensichtlich mit Fußtritten traktiert worden und an den Schlössern gab es hier und da deutliche Einbruchspuren. Der Aufzug funktionierte nicht und alles deutete darauf hin, dass es schon eine Weile her war, dass er benutzt worden war. Lauri klingelte an der Tür von Catherine Hanshaw. Hoffentlich ist sie zu Hause. Ich habe ja keinen Termin mit ihr vereinbart, dachte Lauri. Die Tür öffnete sich. Lauri stellte fest, dass er unwillkürlich die Luft anhielt, denn es war unmöglich, die vor ihm stehende Frau als dieselbe zu erkennen, die bei ihm im Büro gewesen war. Hanshaw trug einen schwarzen, eng anliegenden Trikotanzug, der die Schultern freiließ. Ihr Gesicht war mit frappierend starken Farben geschminkt, der schwarze Kajal und die Wimperntusche ließen die Augen wie gemalt erscheinen. Lauri registrierte am Hals der Frau eine mehrere Zentimeter lange kaum erkennbare Narbe, neben der Stelle, wo man den Puls der Halsschlagader durch die Haut hindurch erkennen konnte. Hanshaw bemerkte Laurys Reaktion und ihre Miene wurde leicht amüsiert. »She is pure as New York snow«, dachte Lauri, sie ist so rein wie der Schnee von New York. Er wusste nicht, warum ihm die Worte dieses Liedes jetzt einfielen. »Ich hab mir schon gedacht, dass du hier auftauchen würdest«, sagte Catherine Henshaw. »Komm ich ungelegen?« »Ich habe eine bis anderthalb Stunden Zeit. Dann muss ich weg. Aber komm doch rein und setz dich.« Lauri dankte und trat ein. Henshaw schloss hinter ihm »Ach, zum Beispiel was für einem Job ich nachgehe?« »Zum Beispiel genau das.« Henshaw zuckte die Achseln. »Hättest du das erzählt?« »Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht.« »Ich wusste, wenn ihr der Sache auf den Grund gehen wolltet, würdet ihr in einer Nanosekunde herausfinden, woher meine Einkünfte stammen. Wenn ihr dagegen der Sache nicht auf den Grund gegangen wird, tja, dann hätte ich schuldigerweise auf mich gelenkt und mir Unannehmlichkeiten eingehandelt, ohne dass irgendjemand einen Nutzen davon gehabt hätte.« Lauri musste sich eingestehen, dass Henshaws Worte eine gewisse Logik besaßen. Er sah sich um. Die Wohnung war klein, aber gemütlich, abgesehen davon, dass im Vorraum ein hoher Stapel alter Zeitungen lag, die Henshaw noch nicht hatte wegwerfen können oder wollen. Auf dem Fußboden lagen dicke Langflorteppiche, blaue und grüne und rote, an den Wänden waren Rias sowie indische und afrikanische Batikstoffe drapiert. Über einer kleinen Kommode hingen auch Fotos, die offenbar Menschen darstellten, die Catherine Henshaw wichtig waren. »Wenn es dir unangenehm ist, die Höhle des Lasters zu betreten, dann sei unbesorgt. Ich arbeite nicht zu Hause«, bemerkte Henshaw sarkastisch. Lowry ließ den Blick über das große Bücherregal schweifen. Er bemerkte einige relativ neue Unterhaltungsromane und eine Menge alter romantischer Klassiker. Das war nichts Ungewöhnliches, aber auf einigen Borden standen ausschließlich Bücher über Armenien, die Ukraine, den Völkermord an den Armeniern sowie über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Steckte dahinter irgendetwas? Neben den Unterhaltungsromanen standen hier und da auch populärwissenschaftliche Werke und Lehrbücher der Physik und Chemie. Offenbar hatte Henshaw die Wahrheit gesagt, als sie behauptete, sie habe an der Universität Physik studiert. Lowry löste seinen Blick vom Bücherregal und wandte sich um. Darf ich dich etwas fragen? Wie könnte ich dich daran hindern? versetzte Henshaw. Warum bist du... Henshaw seufzte. Immer wollen alle wissen, warum. Aber daran ist nichts Interessantes. Lowry wartete. Du hast die Geschichte schon eine Milliarde Mal gehört, sagte Henshaw. Mag sein. Es geschah... Ich brauchte einfach plötzlich viermal so viel Geld wie vorher. Man bot mir weder den Job eines Spitzenmodels noch den eines Unternehmenschefs an. Und Politikerin, Senatorin oder Abgeordnete konnte ich nicht werden, weil mir das erforderliche Startkapital fehlte. Ich war auch nicht so schön und fügsam, dass die jungen ledigen Milliardäre an meiner Tür Schlange gestanden hätten. Was sollte ich also tun? Henshaw sah Lauri an und lächelte selbst ironisch. Andererseits muss ein Politiker heute wohl bereit sein, was auch immer mit wem auch immer zu tun. Ich brauche das nicht. Ich kann meine Kunden sogar auswählen und selbst entscheiden, an welchen Perversionen ich mich beteilige und an welchen nicht. Die Politiker können sich einen so weitgehenden Luxus nicht leisten. Lauri trat zu Henshaws Fotosammlung. Er bemerkte, dass auf der Kommode ein Stapel vervielfältigter Briefe von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen lag, und ihm fiel eine mit Stacheldraht umwickelte Kerze von Amnesty International ebenso auf wie das Logo des Sierra Clubs. Unter den Briefen lagen Zeitschriften. Lauri betrachtete die Fotos an der Wand. Auf einem war eine sehr alte weißhaarige Frau in einem schön bestickten Gewand zu sehen. Lauri wusste nicht, welcher Kultur das Gewand zuzuordnen war. Das Foto daneben zeigte ein Paar von etwa 50 Jahren. Als junger Mensch musste der Mann gut ausgesehen haben, aber auf dem Bild hatte sein Gesicht einen kummervollen Ausdruck. Sein Blick wirkte verängstigt. Die Frau neben ihm war dunkel und auffallend schön. Meine Mutter stammt aus der Ukraine, falls sich das interessiert, sagte Henshaw. Aber meine Großmutter war Armenierin. Aha, dachte Lauri. Daher also die Bücher über Armenien und die Ukraine. An der Wand hing auch die Kopie eines alten Gemäldes. Es zeigte eine schwarzhaarige Frau in einem weißen Kleid mit hohem Kragen. Nach dem Kleid zu urteilen war das Gemälde im 18. Jahrhundert entstanden, vielleicht auch zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Henshaw folgte Lauries Blick. Emma Hamilton, sagte sie. Lauri wusste nicht, wer Emma Hamilton war, aber er fragte Henshaw nicht danach. Möchtest du vielleicht etwas essen? fragte Henshaw. Ich könnte selbst auch etwas vertragen. Nein, danke, wehrte Lauri ab. Henshaw ging zum Kühlschrank und schob dessen Inhalt unzufrieden hin und her. Dann drehte sie sich zu Lauri um und reichte ihm eine halb verzehrte Portion Fastfood, die offenbar aus einem chinesischen Restaurant stammte. Die Essensreste waren mit dichtem flaumigem Schimmelpilz bewachsen. Henshaw hatte in die Packung auch zwei lederne mumifizierte Äpfel gestopft. Die könntest du eigentlich mit runternehmen, wenn du gehst, sagte sie. Ihr Blick fiel auf eine Vase, in der ein Strauß verwirkter Blumen stand. Noch ehe Lauri etwas sagen konnte, hatte sie ihm auch den vertrockneten Strauß in die Hand gedrückt. Du könntest auch den hier mit nehmen. In Ordnung mach ich, ergab sich Lauri, aber erst später. Er legte Blumen, Äpfel und Fastfood auf den Tisch. Weswegen bist du eigentlich gekommen? fragte Henshaw. Wir nehmen deinen Hinweis ziemlich ernst und gehen der Sache nach. Henshaw nickte. Gut, das freut mich. Ehrlich gesagt hatte ich gedacht, dass ihr die Sache auf sich beruhen lassen würdet. Ich habe gedacht, dass du vielleicht alles, was du weißt, noch einmal mit mir durchgehen könntest, alles, was du gesehen und gehört hast, was da für Leute waren, alles halt. Na gut, aber ich bin nicht sicher, ob ich dir noch etwas Neues oder gar Dramatisches erzählen kann. Das kann man nie wissen. Auch scheinbar unbedeutende Einzelheiten können manchmal wichtig sein. Aus seiner Manteltasche nahm Lauri einen Notizblock und einen Stift. Ist das nicht eine etwas veraltete Technik? wunderte sich Henshaw. Ich dachte, es würde dir lieber sein, wenn ich nichts aufnehme. Ein kleines Lächeln erhellte Henshaws Gesicht. Tatsächlich ist es genau so. Das war sehr rücksichtsvoll von dir. Danke. Aber nun erzähl doch mal, was du bei diesem Washburn gemacht hast. Warst du im Dienst oder privat da? Ich bekam vor einer Woche ein Angebot von einem von Washburns Mitarbeitern, erklärte Henshaw. Ich habe seinen Namen und seine Kontaktdaten, falls du daran interessiert bist. Mr. Washburn organisierte eine große Party und wollte zur Unterhaltung seiner Gäste käufliche Damen dabei haben. Und du bist hingegangen? Ich bin hingegangen, obwohl ich heute wünschte, ich hätte es nicht ist, sagte Henshaw und klang dabei merklich unterkühlt. Dann lassen wir das, sagte Lauri. Aber wann ist das alles eigentlich passiert? Am Samstag letzter Woche, antwortete Henshaw ohne Zögern. Die Lithiumdiebstähle in Osaka hatten sich am selben Tag ereignet, dachte Lauri. Weißt du noch, wie spät es da war? Nicht ganz genau, sagte Henshaw, aber ich würde schätzen, dass es so zwischen elf und zwölf Uhr nachts war. Das Lithium war in Osaka zwischen zwei und vier Uhr nachts gestohlen worden, und Henshaw hatte zwischen elf und zwölf Uhr desselben Tages davon gehört. Wie groß war der Zeit Unterschied zwischen Osaka und New York? 14 Stunden oder 16? Etwas in dem Dreh. Jedenfalls hatte das Gespräch, das Henshaw in New York versehentlich mit angehört hatte, wenige Stunden nach dem Diebstahl stattgefunden. Das konnte kein Zufall sein. Der Zeitpunkt hat offenbar irgendeine Bedeutung, konstatierte Henshaw. Leider kann ich das nicht kommentieren, sagte Lauri. Henshaw nickte. Okay, aber ich hätte eine Bitte. Ich habe euch erzählt, was ich weiß. Es wäre nun fair, wenn du mir deinerseits sagen würdest, warum du so besorgt bist, wegen der Möglichkeit, dass ein großer Posten Lithium-6 in falsche Hände geraten sein könnte. Das haben wir dir doch schon erklärt, versuchte es Lauri. Henshaw schüttelte den Kopf. Hör auf, ich will keine militärischen Geheimnisse hören, aber es wäre nett, wenn du mir das sagen würdest, was du erzählen darfst. Lauri zögerte. Natürlich war die Sache schon seit Jahrzehnten kein wirkliches Geheimnis mehr. Sie hatte aufgehört, ein Geheimnis zu sein, als Josef Rothblatt im Jahr 1954 geschlussfolgert hatte, was passiert war und der Welt enthüllt hatte, dass die US-Regierung gelogen hatte. Es war jetzt fast 60 Jahre her, dass er den Artikel für The Bulletin of American Atomic Scientists geschrieben hatte, und heute waren für jeden Interessierten die alten Artikel des AES Bullitins im Internet frei zugänglich. Dennoch hatte man die Agenten des NTU nicht unbedingt aufgefordert, Informationen über die Sache zu verbreiten. Henshaw sah ihn herausfordernd an. Vielleicht wäre es fair, dachte Lauri. Er schrieb etwas auf ein Blatt seines Notizbuchs, riss es heraus und reichte es Henshaw. Auf dem Zettel standen vier Worte in zwei Zeilen. Castle Bravo, glücklicher Drache. Gib diese Worte bei Google oder in eine andere Suchmaschine ein, dann findest du vielleicht das, was du suchst, sagte Lauri. Aber erzähl niemandem, dass du diesen Hinweis von mir hast. Lauri stand auf, um zu gehen. Er nahm die verwelkten Blumen, die verdorbenen Äpfel und die Packung mit dem verschimmelten Fastfood vom Tisch. Henshaw begleitete ihn in den Vorraum. Lauri sagte er, ich bin ein Bundesagent und kein Müllkutscher. Außerdem sind es ziemlich viele Zeitungen. Och, nimm doch wenigstens einen Teil mit. So viel, wie du zu fassen bekommst, schlug Henshaw vor. Den Rest kannst du beim nächsten Mal mitnehmen. Den Rest kannst du beim nächsten Mal mitnehmen. Ein hochgewachsener, dunkelhaariger Mann lehnte am Geländer seines Balkons und horchte auf die nächtlichen Geräusche der Stadt ringsum. Eine Stadt, die niemals schläft, dachte er. In allen Richtungen brauste der Verkehr wie eine ferne Stromschnelle, ab und zu war das Dröhnen eines Hubschraubers oder das entfernte Brummen eines hochfliegenden Flugzeugs zu hören. Irgendwo erklang leise Musik. Der Himmel schimmerte wegen des dämmerigen Dunstes in einem matten Licht. Keine Sterne, kein Mond, kein schwarzes All. Die Schattenseiten der Großstadt, dachte der Mann. Die Nacht war feuchtwarm und der Mann zog sich das Hemd aus. Er ließ seinen Blick über die das Haus umgebende weiße Mauer, die im Hof gepflanzten Bäume, den gepflegten Rasen, das Schwimmbecken und die Skulpturen des Gartenhäuschens daneben schweifen. Er sah die beiden Wachleute am Tor und registrierte befriedigt, dass keiner von ihnen auch nur für einen Augenblick in seiner Wachsamkeit nachließ. Das Haus sich der Gesamtwert von Haus und Grundstück auf mindestens 40 Millionen Dollar belief. Er selbst hatte das übertrieben gefunden, aber vielleicht irrte er sich. Und eigentlich interessierte es ihn auch nicht. Früher hätte ihn so etwas wie der finanzielle Wert des Hauses vielleicht beschäftigen können, aber gegenwärtig galt seine Aufmerksamkeit anderen Dingen. Er hatte beschlossen, sein Leben zu beenden, und in so einer Situation hatte Eigentum keine Bedeutung. Wichtig war allein dessen Wert als Mittel zum Zweck in Hinblick auf die Dinge, die ihm immer noch etwas bedeuteten. Denn da war noch etwas, was er tun wollte, ehe er die Augen zum letzten Mal schloss. Das Gesicht des Mannes war von klassischer Schönheit, aber ein wesentlicher Teil seines Oberkörpers war voller großer weißer Brandnarben. Auf den Narben wuchs kein einziges Härchen, es gab darauf kein einziges Muttermal. Die Haut wirkte unnatürlich glatt und eben. Der Mann wollte sich nicht mehr im Spiegel sehen. Er hasste sein Aussehen. Vor allem hasste er die Stimmen, die er hörte, sobald er sich an das Ereignis erinnerte, bei dem er sich die Verbrennungen zugezogen hatte. Er würde die Rufe, die schrillen Schreie in seinem Haus, in seinem alten Zuhause, nie vergessen. Damals, als er innerhalb einer einzigen grauenhaften Stunde alles verloren hatte, was er in seinem Leben geliebt hatte. Der Mann nahm einen Schluck Whisky aus seinem Glas, denn obwohl seine Mutter Muslimin gewesen war und auch er selbst später zu diesem Glauben konvertiert war, weil es seinen Zwecken dienlich war, hatten die heiligen Lehren des Islams ihm in Wirklichkeit niemals etwas bedeutet. Wieder überlegte der Mann, ob das, was er vorhatte, trotz allem, wirklich das Richtige war. Hatte er sich von seiner Verbitterung und seiner Rachsucht in die Irre führen lassen? Welches Recht hatte er letztlich, das Schicksal so vieler Menschen in die eigenen Hände zu nehmen, in die müden Hände eines einzelnen, seines Lebens überdrüssigen Menschen? Vielleicht sollte er sich aus dem Projekt zurückziehen, solange er es noch konnte. Vielleicht sollte er sich damit begnügen, sein eigenes Leben zu beenden und alles andere sein zu lassen. Vielleicht sollte er alles andere sich im Nichts, im sandigen Strom der Zeit auflösen lassen. Wäre das nicht doch die bessere Lösung? Seine Qual würde enden, aber niemand sonst müsste leiden. Er selbst hatte nichts mehr zu verlieren, aber wenn er jetzt weitermachte, würden viele gute Menschen Höllenqualen erleiden, bis alles vorbei war. Sie würden das Leiden für eine gute Sache auf sich nehmen, vielleicht für die beste Sache, die es auf der Welt gab, aber war es deshalb richtig, sie darum zu bitten. Obwohl er nur allzu gut wusste, dass sie bereit waren, all das zu tun. Dass sie bereit waren, alles zu verlieren, was sie hatten, oder was sie irgendwann haben konnten, dass sie bereit waren, alles zu opfern. Vielleicht sollte er sie gerade deshalb, weil sie bereit waren, alles zu geben, nicht darum bitten. Es waren gute Menschen, die besten Männer, und wenn er fortfahren würde, seine Pläne zu verwirklichen, würden viele von ihnen sterben. Diejenigen unter ihnen, die überlebten, würden nie wieder sein wie zuvor. Das, was sie erleben würden, würde sie in vielerlei Hinsicht zerstören. Kein Mensch würde sich davon jemals wirklich erholen. Sie würden für den Rest ihres Lebens nachts von ihren eigenen Schreien erwachen. Sie würden nie mehr frei sein von Angst und Beklemmung, selbst wenn die Wunden an ihrem Körper heilen würden. Andererseits würden sie es schaffen, dem Feind einen Schlag von mörderischer Intensität zu versetzen, ihn schwer, vielleicht sogar tödlich zu verletzen, ihn aus unerwarteter Richtung in einer Weise angreifen, die der Feind bei seinen Berechnungen außer Acht gelassen hatte. Dem Feind würde es nahezu unmöglich sein, sich gegen den Angriff zu verteidigen. Handelte er also falsch? Oder handelte er richtig? Er nippte an seinem Glas und spürte dem heißen Brennen des Alkohols auf Lippen und Zungenspitze nach. Vielleicht ist es jetzt schon zu spät, ein Rückzieher zu machen, dachte er. Vielleicht sind die Beschlüsse schon gefasst. Richtig oder falsch, es würde ihn nicht mehr lange beschäftigen. Er würde sich zu seinen Lieben gesellen, wenn es einen Ort gab, wo die Toten sich wieder begegneten. Tatsächlich glaubte er nicht an so etwas. Es war viel wahrscheinlicher, dass alles einfach zu Ende ging. Auch das war für ihn eine akzeptable Alternative. Mehr konnte er sich nicht wünschen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, dachte er. Brandopfer um Brandopfer, Asche für uns, Asche für euch. Dann sind wir alle gleichermaßen zufrieden. Vielleicht nicht zufrieden im eigentlichen aber doch gleichermaßen zufrieden. Ebenso glücklich, dachte er. Quitt. Quitt. Teil 2 Uran 237 Ich fürchte, wir haben vor vierzig Jahren die Fähigkeit der Machthaber überschätzt, zu verstehen, was das, was wir geschaffen hatten, wirklich bedeutete. Rudolf Peierls, ein deutscher Physiker, der entscheidend die Entstehung des englischen Atomwaffenprogramms und infolgedessen auch die Entstehung der entsprechenden Programme der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion beeinflusst hat, im Jahr 1986. Lauri Nurmi, Alice Donovan und Kenneth Andrews gingen gemeinsam das Material über Timothy Washburn durch. Anwesend waren noch zwei weitere Agenten des NTU, George Robertson und David Farley. Farley war jung, nur wenig über zwanzig, und ein hochtalentierter Aufsteiger, der bereits an vielen Stellen aufgefallen war und in den man große Erwartungen setzte. Er war adrett und sorgfältig gekleidet, hatte blonde Locken und, wie viele Frauen fanden, schöne Augen mit langen Wimpern. Robertson war ein Beamter mit Bierbauch, der auf die Sechzig zuging und von seiner gegenwärtigen Position wahrscheinlich nicht mehr weiter aufsteigen würde. Dennoch wußte Lauri, dass George in seiner Arbeit eine enorme Kompetenz besaß, trotz des fragwürdigen Niveaus der Witze, die er allzu oft riß. Alle Anwesenden hatten schon einen großen Stapel Berichte über Washburn und seine Unternehmen und Geschäftspartner gelesen. Jetzt tauschten sie ausgewählte Informationen und Zusammenfassungen der Informationen aus, die sie gesammelt hatten. Es war ihnen auch gelungen, mithilfe der Überwachungskameras in der Nachbarschaft und der Teledaten einen bedeutenden Teil von Washburns Partygästen zu identifizieren. »Washburn hat einen interessanten Hintergrund«, sagte Andrews. »Seine Mutter war Irakerin aus der Oberschicht. Sein Vater stammte von hier, ich meine aus New York. Er war ein sehr bedeutender Geschäftsmann, der auch im Irak viel Geld investiert hatte.« »Das bedeutet ja nun noch nichts«, protestierte Alice. »Nach dem Tod des Vaters übernahm Washburn die Geschäfte«, fuhr Andrews fort. »Er wohnte in Bagdad. Er hatte, so wie sein Vater, eine irakische Frau aus der Oberschicht und mit ihr zwei Kinder. Er sprach viel von einem Brückenbau zwischen den arabischen Ländern und dem Westen und konvertierte zum Islam, wahrscheinlich eher, um den friedlichen Dialog zwischen den Kulturen zu fördern, als deshalb, weil er die Lehren des Propheten verinnerlicht hatte. Dann traf eine unserer Bomben während des Zweiten Irakkrieges sein Haus. Aus Versehen. »Washburn erlitt schwere Verbrennungen. Hier heißt es, im Gesicht habe er keine Narben, aber ein großer Teil der Haut an seinem Körper sei verbrannt. Und weiter heißt es, seine Frau, seine Kinder und seine Mutter seien beim Brand des Hauses ums Leben gekommen. In den letzten Jahren war es sehr still um ihn. Er lebte sehr zurückgezogen von der Öffentlichkeit.« »Er hätte also ein Motiv«, konstatierte George. »Wenn wir jetzt alle Menschen automatisch zu Terroristen abstempeln, deren Verwandte oder Freunde wir zufällig getötet haben, müssen wir bald einen großen Teil der Erdbewohner als feindliche Kämpfer klassifizieren«, sagte Alice. »Heute tobt die Globalisierung, und auch anständige Menschen können enge Freunde in einem Entwicklungsland der D-Klasse haben. Dies war ein sogenannter ironischer Kommentar, falls das jemand nicht kapiert haben sollte.« »Du meinst also, dass wir deine Aussage nicht wörtlich nehmen sollten«, wunderte sich George Robertson. »Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe.« »Halt den Mund, George«, sagte Alice freundlich. »Ich meine, wir wissen nicht, wem Washburn die Schuld an dem Vorgefallenen gibt. Ob er Saddam, uns oder überhaupt jemanden dafür verantwortlich macht.« »Ich mache niemanden verantwortlich, bringe aber alle um«, kommentierte George. »George, wäre es dir möglich, bei der Sache zu bleiben?« George ließ sich durch Alice' Kritik nicht aus der Ruhe bringen. »Allerdings sind sehr viele seiner Bekannten recht zweifelhafte Typen, besonders dieser Hassan Yusuf«, sagte George. »Er könnte durchaus der Mann sein, den Henshaw über das Lithium-6-Satz sprechen hören. Yusuf wird verdächtigt, Kontakte zu mindestens drei islamischen Wohlfahrtsverbänden zu haben, die Terroristen nahestehen.« »Auch das ist noch keine eindeutige direkte Verbindung«, sagte Alice. »Falls Washburn hier involviert ist, könnte die Lage außergewöhnlich kompliziert sein«, bemerkte Andrews. »Die Fortune schätzt den Wert seines Vermögens auf mindestens zwei Milliarden Dollar.« Laurie ließ einen Pfiff hören. »So viel?« »Plus das, was in verschiedenen undurchsichtigen Offshore-Connections steckt«, fuhr Andrews fort. »Die Schaffung solcher Connections ist heute die zentrale Geschäftstätigkeit von KPMG und anderen großen Buchprüfungsgesellschaften, sodass fast alle, die viel überschüssiges Geld besitzen, beteiligt sind. Multinationale Unternehmen, reiche Bürger, organisierte Kriminalität. Aber Washburn hat auf jeden Fall bedeutende Teilhaberschaften und Vorstandssitze auch in vielen großen und ganz legalen Unternehmen. Wir können ihn nicht so ohne weiteres zum Verhör bestellen. »Börsenkurse sinken oft schon aufgrund bloßer Gerüchte. Wir würden es mit Millionen von wütenden Investoren zu tun bekommen.« »Aber Hassan Yusuf ist doch wohl erlaubtes Wild«, sagte Laurie. »Wenn er von dem Lithium gesprochen hat, haben wir mehr als ausreichend die Gründe, ihn unter spezielle Beobachtung zu nehmen oder bei ihm eine Haussuchung zu machen. »Haben wir ein Foto von ihm?« Laurie blätterte in seinen Papieren. »Irgendeins haben wir«, sagte Alice, »aber kein sehr gutes. Es ist aus den Aufnahmen von Sicherheitskameras zusammengesetzt worden.« »Ich könnte Henshaw fragen, ob sie ihn erkennt«, schlug Laurie vor. Andrews nickte. »Gute Idee. Ich könnte mitgehen.« Laurie sah ihn erstaunt an. »Ich kann auch allein. Ich will ihr eine Zusammenarbeit vorschlagen.« »Sie könnte doch noch einmal zu Washburn gehen.« Alice räusperte sich. »Laurie hat gesagt, sie würde sich weigern«, merkte Alice an, und ihre Stimme war offen kalt und missbilligend. »Noch dazu ziemlich eindeutig.« »Es kann nicht schaden, wenn ich noch einmal nachfrage«, bemerkte Kenneth Andrews gelassen. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einwilligt«, zweifelte Alice. »Und wenn ich Sie nun schön bitte?« George Robertson kratzte sich die Bartstoppeln. »Aber mal ganz allgemein, wie besorgt müssen wir eurer Ansicht nach eigentlich sein?«, fragte er. Niemand erwiderte etwas. George seufzte und fuchtelte mehr als nur ein bisschen theatralisch mit den Händen in der Luft herum. »Na dann nicht. Aber ich bekomme allmählich Hunger. Sollen wir uns Hamburger bestellen oder ein paar Pizzas? Hat sonst noch jemand Interesse?« David Farley sah ihn an, aufrichtig entsetzt von dem Gedanken. »Nun sei doch nicht wieder sein verdammter Snob«, kommentierte George locker. »Für dich können wir zum Beispiel auch in Rotweinflambertes Chateau Briand à la Enchantée de Castillo bestellen.« »Das gibt es gar nicht«, warf Farley ein. »Wie kannst du das so genau wissen?«, schmunzelte George gutmütig. »Essen war eines seiner Lieblingsthemen.« »Eines seiner Lieblingsthemen.« Patricia Devereaux-Morgane musterte skeptisch den vor ihr stehenden, heftig schwitzenden Mann. Sie war die Vizedirektorin des französischen Argeva-Konzerns, der Atomstrom produzierte. Sie leitete die Abteilung des Konsortiums, die für das Recycling der verbrauchten Brennstoffe zuständig war. Devereaux-Morgane galt bei Argeva als taffe, anspruchsvolle Chefin. Sie war es gewöhnt, auf ihre Untergebenen eine gewisse Wirkung zu haben, aber noch nie hatte sie Marcel Auvergen so nervös erlebt. »Sie sind sich da ganz sicher?«, fragte sie noch einmal. Auvergen schluckte hörbar. »Ich habe die Rechnung ein Dutzend Mal geprüft. Auch Pierre ist sie durchgegangen.« »Ich kann nicht glauben, dass das tatsächlich passiert ist,« dachte Devereaux-Morgane. »Unsere Sicherheitsmaßnahmen sollten lückenlos sein. An jedem Ausgang gibt es Strahlungsmelder.« »Die Rechnungen sind nicht fehlerhaft,« sagte Auvergen. »Uns fehlen 180 Gramm Plutonium. Das ist ein Faktum.« »Wie ist es möglich, dass das bisher niemand bemerkt hat?«, fragte Devereaux-Morgane streng. »Alles ist sehr geschickt und umsichtig gemacht worden,« erklärte Auvergen. »Offenbar sind nur wenige Milligramm Plutonium auf einmal entwendet worden. Das Problem wurde erst offenkundig, als die kumulative Menge des fehlenden Plutoniums groß genug war.« »Trotzdem,« tadelte Devereaux-Morgane, »hundertachtzig Gramm sind ziemlich viel.« Auvergen wischte sich die Stirn mit einem Taschentuch von der Größe eines kleinen Handtuchs. »Nachdem ich das Problem bemerkt hatte, untersuchte ich zunächst den Zeitraum eines Jahres.« »Verteidigte er sich. Daraus ergab sich eine gewisse weitere Verzögerung. Aber ich bitte Sie, die unbestreitbare Tatsache zu berücksichtigen, dass ich derjenige bin, der als erster darüber berichtet hat. Ohne mich würde immer noch niemand davon wissen. Töten Sie nicht den Boten, wie man zu sagen pflegt.« »Ich werde das berücksichtigen,« sagte Devereaux-Morgan trocken. »Ich war lange im Ungewissen, ob es sich um ein wirkliches Defizit oder um einen durch Dezimalrundung bedingten kumulierten und nur scheinbaren Rechenfehler handelt. Als ich aber die Kontrolle auf zehn Jahre ausweitete... »Nein, wir sprechen jetzt von einem realen Vorfall.« Devereaux-Morgan erhob sich von ihrem Stuhl. Sie trat ans Fenster, vertiefte sich in die Aussicht auf Paris und spielte mit dem imposanten Silberschmuck, den sie um den Hals trug. Devereaux-Morgan war alles andere als zufrieden. Im schlimmsten Fall konnte das Problem ihrer Karriere bei Argeva gefährden. Bisher war sie kometenhaft zu immer größeren Aufgaben aufgestiegen, hatte die immer höher liegende Messlatte stets aufs Neue übersprungen. Sie hatte all die unsichtbaren gläsernen Decken durchstoßen, unter denen im Geschäftsleben der Aufstieg weiblicher Manager typischerweise endete. Aber jetzt... Es waren genau solche kleinen Wühlarbeiten, die manchmal alles zerstören konnten. Ihre bösartigen Konkurrenten und deren Verbündete würden das schamlos gegen sie verwenden. Im Geschäftsleben kannte man die Regeln des Fairplay nicht. Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Sache der Sicherheitspolizei zu melden, sagte Devereaux-Morgan. Andererseits wusste sie, dass Diebstähle und Schmuggel von radioaktivem Material viel häufiger vorkamen, als allgemein angenommen wurde, und dass sie niemals zu wirklich gefährlichen Konflikten führten. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hatte zwar allein zwischen 1993 und 2017 376 Fälle von Diebstahl und Schmuggel von radioaktivem Material statistisch erfasst, und auf den Listen der Organisation endeten natürlich nur die aufgedeckten Fälle. Von den von der IAEA erfassten Fällen betrafen jedoch nur 18 den Schmuggel mit hoch angereichertem Uran-235 oder Plutonium. Außerdem waren die Mengen immer so gering gewesen, dass sie nicht einmal für die Herstellung einer Bombe der Hiroshima-Kategorie gereicht hätten. Darüber hinaus hatte man bei den aufgeflogenen Fällen die gefährlichen Stoffe immer aufspüren und in zuverlässige Hände zurückführen können. Devereaux-Morgan kehrte an ihren Schreibtisch zurück. Sie nahm einen Stift in die Hand und drehte ihn zwischen den Fingern. »Braucht man für den Bau einer Bombe nicht mehr als zehn Kilo Plutonium?« fragte sie sicherheitshalber. »Na ja, gewissermaßen«, antwortete Auverjean ausweichend. Devereaux-Morgan sah, dass Auverjean sich allmählich beruhigte. Er hatte bemerkt, dass ihr gezügelter Zorn nachgelassen und sich zu einer schicksalsergebenen Irritation abgeschwächt hatte. »Was meinen Sie?«, fragte sie fordernd und gereizt. Es ärgerte sie, wenn jemand um den heißen Brei herumredete. »Das hängt auch ein wenig vom Reinheitsgrad des Stoffes ab und davon, um was für eine Bombe es geht«, erklärte Auverjean. Devereaux-Morgan runzelte unzufrieden die Stirn. »Erklären Sie mir das bitte genauer.« »Sagen wir mal, man braucht für die Herstellung einer Rohatombombe vom Typ der Hiroshima-Bombe etwa 20 Kilogramm Nuklearwaffenuran, das heißt 93-prozentiges angereichertes Uran-235, begann Auverjean. Man kann sie aber auch aus weniger angereichertem Uran bauen. Dann wird die Bombe halt etwas größer. Bei 20-prozentigem Uran-235 würde man für die Herstellung einer ähnlichen 15 Kilotonnen-Bombe circa 400 Kilogramm brauchen. Das heißt, die Bombe wäre ziemlich schwer handhabbar. Devereaux-Morgan sah Auverjean überrascht an. Sie war sich natürlich im Klaren darüber, dass Natur-Uran aus zwei verschiedenen Isotopen bestand, aus dem sehr häufigen Uran-238 und dem viel selteneren Uran-235, das in der Natur 140 Mal seltener vorkam als Uran-238. Sie wusste auch, dass man im Uran-Brennstoff eines gewöhnlichen Kernkraftwerkes den Anteil des Isotops 235 auf 2, 3 oder 4 Prozent, in schnellen Brütern auf 15 oder 30, in manchen Fällen sogar auf 60 Prozent steigern musste. Aber sie hatte nicht gewusst, dass man schon aus 20-prozentigem Uran eine funktionierende Nuklearwaffe bauen konnte. Sie hatte immer geglaubt, dass man für Atombomben Kernwaffenuran brauchte. »Wenn der Stoff höher angereichert ist als Nuklearwaffenuran, braucht man davon entsprechend weniger«, fuhr Auverjean fort. »Aus fast hundertprozentigem Uran-235 kann man eine Atombombe herstellen, wenn man 270 Gramm davon hat. Von hoch angereichertem Plutonium-239 braucht man noch weniger.« »Sie machen Witze«, sagte der Varum-Morgan. »Eigentlich nicht«, antwortete Auverjean. »Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, eine wie kleine Atombombe man aus sehr hoch angereichertem Plutonium-239 theoretisch bauen könnte, denn das ist weiterhin geheim. Aber ich wette, dass es dabei um höchstens einige Dutzend Gramm geht. Plutonium-239 ist doppelt so leicht spaltbar wie Uran-235.« Der Varum-Morgan sah Auverjean ungläubig an. »Und das soll ich wirklich glauben«, lafte sie. »Warum hätte der US-Senat so heftig darüber streiten sollen, ob die USA Atomwaffen bauen sollten, die tausendmal kleiner sind als die Hiroshima-Bombe, wenn deren Bau nicht möglich wäre?«, verteidigte sich Auverjean. »Ja, das hatte zweifellos eine gewisse Logik«, dachte der Varum-Morgan. Auverjean bemerkte, dass der Stift, mit dem seine Chefin spielte, zu knacken begann, als ihr Griff fester wurde. »Wollen Sie damit sagen, dass uns jemand Plutonium in einer Menge gestohlen hat, die für den Bau einer Nuklearwaffe genügen würde?«, fragte der Varum-Morgan mit trügerisch sanfter Stimme. »Ja, gewissermaßen«, bestätigte Auverjean und schluckte hörbar. Der Varum-Morgan sah, dass der Mann wieder anfing zu schwitzen. »Das kann nicht wahr sein«, fauchte sie und drückte den Stift in ihrer Hand so heftig, dass er plötzlich zerbrach. Die beiden Hälften fielen klirrend zu Boden. Auverjean sah seine Chefin melancholisch an. »Ich glaube nicht, dass wir uns allzu viele Sorgen machen müssen«, versicherte er dennoch. »Hundertachtzig Gramm, neunundneunzig-prozentiges Plutonium-239 erzeugen noch keine sehr starke Explosion. Freilich kann man auch eine solche Menge zum Explodieren bringen, aber sehr kleine Atombomben explodieren stets schwächer als große Nuklearwaffen. Sie bleiben unvermeidbar zur Hälfte Rohkreppiere. Das wäre dann eine Explosion, die hundert Kilogramm TNT entspricht. Höchstens.« »Also nicht einmal tausend Tonnen? Ganz zu schweigen von Megatonnen?« Auverjean schüttelte den Kopf. »Nein, nein, nein, nein«, sagte er, »wirklich nicht. Wenn die Terroristen irgendwo eine große Bombe zünden wollen, können sie mit einigen Tonnen Ammoniumnitrat einen sehr viel größeren Schaden anrichten, also mit einer ganz gewöhnlichen, aus Salpeter fabrizierten Kunstdüngerbombe.« »Gott sei Dank«, dachte Deveron Morgan, »ich war einen Augenblick lang schon ein wenig besorgt.« »Der Vorfall ist natürlich bedauerlich, aber in keiner Weise sonderlich besorgniserregend«, bestätigte Auverjean. »Und könnten Sie das Plutonium zur Herstellung einer Wasserstoffbombe verwenden? Als Zünder für einen Thermonuklearsprengkörper?« Auverjean schüttelte energisch den Kopf. »Unmöglich! Eine Wasserstoffbombe zu bauen ist sehr schwierig, entschieden komplizierter als der Bau eines einfachen Nuklearsprengkörpers vom Typ der Hiroshima-Bombe.« »Das heißt, wir können das Ganze bestimmt vergessen«, folgerte Deveron Morgan. Sie spürte, wie ihre gute Laune zurückkehrte. »Vielleicht ist die Sache doch nicht so ernst«, dachte sie, und wurde allmählich immer zufriedener. »Ich werde das überleben. Meine Karriere ist nicht am Ende. Eines Tages werde ich die Generaldirektorin dieser Firma sein.« »Wartet ab« und zittert. »Und zittert.« Das Ekelon-System hatte nach langem Suchen in den unermesslichen Tiefen seines elektronischen Archivs das Gespräch gefunden, das bei Hassan Yusuf eingegangen war und das Catherine Henshaw versehentlich zum Teil mit angehört hatte. Alice Donovan war die Repliken des kurzen Gespräches unzählige Male durchgegangen. Sie kehrte wieder zum Ausgangspunkt des Gesprächs zurück. »Mister Yusuf?« Die Stimme gehörte einem Mann, der Englisch mit starkem Akzent sprach. Der Mann konnte durchaus ein Japaner sein. »Ja«, sagte Yusuf auf dem Band. »Sie haben das Lithium-6?« »Ja.« »Ausgezeichnet. Alle sechs Tonnen?« »Der ganze Posten ist in unserer Hand.« Das war alles. Das Gespräch war kurz, es fielen darin insgesamt nur 18 Wörter. »Ich muss das Band genauer analysieren lassen«, dachte Alice. »Vielleicht findet jemand noch etwas Neues, etwas, woran wir Freude haben werden.« In Wirklichkeit glaubte sie nicht, dass ich noch etwas Wesentliches finden würde. Das Gespräch war von einem kurz vorher gekauften Mobiltelefonanschluss geführt worden, dessen Besitzer sich nicht aufspüren ließ. Es war über einen Operator in Osaka, nach New York vermittelt worden. Weiter reichten auch die Fähigkeiten des mächtigen Ekelons nicht. »Die Mobilfunktechnologie hat den Kriminellen das Leben sehr leicht gemacht«, dachte Alice. Gleichzeitig hörte sie, wie die Tür ihres Zimmers sich öffnete. Sie drehte sich um. »Das hier möchtest du eigentlich gar nicht hören«, sagte Julia Norris. »Schlechte Nachrichten, oder?« »Gelinde gesagt, ja«, bestätigte Julia. »Diese Nachricht ist gerade vom französischen Sicherheitsdienst gekommen.« Julia reichte Alice den Ausdruck, den sie in der Hand hielt. »180 Gramm?«, wunderte sich Alice. »So viel?« Bei allen bisher aufgeflogenen Diebstählen von hoch angereichertem, spaltbarem Plutonium hatte es sich um deutlich geringere Mengen gehandelt. Meistens waren es nur ein paar Gramm gewesen. Ihre Hauptsorge war immer das hoch angereicherte Uran in den Reaktoren der zivilen Forschung gewesen. »Das könnte eine üble Geschichte werden«, sagte Alice und richtete den Blick wieder auf Julia. »Anscheinend hast du noch etwas auf dem Herzen.« »Sieh dir das hier mal an«, sagte Julia. »Gleich nachdem die Nachricht vom französischen Sicherheitsdienst kam, habe ich alle Telefonnummern des Arjava-Konzerns auf unseren Rechner geladen, sowohl die von den Handys als auch die Festnetznummern und sie mit Yusufs und Washburns Teledaten verglichen.« Julia reichte Alice einen weiteren Ausdruck. »Die Plutoniumdiebstähle bei Arjava sind offenbar ganz allmählich im Verlauf von acht oder neun Jahren erfolgt. Vor etwa acht Jahren und vier Monaten wurde Yusuf zweimal und Washburn einmal von Arjava aus angerufen. Danach hat Yusuf zwei Anrufe von Arjava bekommen, er selbst hat während der vergangenen acht Jahre dreimal dort angerufen. Alice sah sich das Papier an, das Julia ihr gegeben hatte. Ihr Gesicht zeigte keinerlei Regung, aber Julia kannte ihre Kollegin gut genug, um zu spüren, dass die Nachricht bei ihr wie eine Bombe eingeschlagen war. »Dies ändert eine Menge«, sagte Alice unverschnörkelt. »So könnte man das sicherlich sagen.« Die Daten, die Julia geliefert hatte, bildeten eine Verbindung, zumindest eine mögliche Verbindung, zwischen den Lithiumdiebstählen von Osaka, dem bei Arjava verschwundenen Plutonium, Hassan Yusuf und Timothy Washburn. Die Vorfälle in Osaka und bei Arjava waren beide schon an sich unerquicklich und besorgniserregend genug. Wenn man sie jedoch summierte, wurde das Ganze noch weitaus bedrohlicher. »Tausendmal schlimmer«, oder richtiger »millionenmal schlimmer«, dachte Julia. »Buchstäblich.« »Dir ist ja wohl klar, was es bedeutet, wenn diese Fälle zusammenhängen«, fragte Julia. Alice sah Julia finster an. Das war jetzt ein ziemlich überflüssiger Kommentar. »Gut, gut, ich gebe es zu«, wiegelte Julia sofort ab. »Tut mir leid, ich wollte nicht. Haben sich die Telefonate in den Archiven von Ekelon gefunden?« Julia schüttelte den Kopf. »Leider nicht. Das System hat damals noch nicht besonders gut funktioniert.« »Aber wären solche direkten Verbindungen nicht auch damals schon zu unvorsichtig gewesen?«, überlegte Alice laut. »Ist es glaubhaft, dass Washburn und Yusuf selbst mit Arjava Kontakt aufgenommen haben sollten? Ich meine, wenn sie etwas mit den Plutoniumdiebstählen zu tun hatten.« Julia dachte über Alice Worte nach. »Nicht unbedingt. Vielleicht dachten sie, die Diebstähle würden erst nach Jahren herauskommen, wenn überhaupt, und dass die Telefondaten nicht lange gespeichert werden würden. Damals wussten nur wenige von der Existenz des Ekelon-Systems. Oder vielleicht dachten sie, dass sie sonst nichts mit der Sache in Verbindung bringen würde. Außerdem kann es manchmal Situationen geben, in denen man gezwungen ist, ein kleines Risiko einzugehen, um ein Größeres zu vermeiden.« »Du kannst recht haben«, räumte Alice ein. »Wenn es Dutzende von Anrufen gäbe, wäre das Glaubwürdigkeitsproblem größer. Aber einige wenige? Ich weiß nicht. Andererseits haben normalerweise ziemlich wenige Menschen eine direkte Verbindung zu einem Konzern wie Arjava. Der stellt doch nur Kernkraftwerke und den Brennstoff dafür her. Das heißt, wenn Washburn und Yusuf für ihre Anrufe keine vernünftige Erklärung liefern können, haben sie wohl keine weiße Weste. Im Übrigen finde ich, dass an dem Ganzen etwas Undurchsichtiges ist.« »Was meinst du?« wunderte sich Alice. Julia schwieg einen Moment und überlegte, wie sie die Sache am besten erklären sollte. »Meiner Ansicht nach ist das Muster, das sich aus allen Einzelheiten ergibt, allzu klar«, sagte sie dann. »Wie bitte?« fragte Alice verwundert. »Wenn eine wissenschaftliche Theorie gut funktioniert, erzeugt sie genau solche Muster. Alles fügt sich lückenlos zusammen. Wenn man aber Terroristen sucht, ist meistens alles viel komplizierter und unklarer. Alles ist ein irres Durcheinander und ein Chaos. Ein bisschen wie in den Untersuchungen zu den gesundheitlichen Folgen des Unglücks von Tschernobyl. Überall gibt es mögliche Hinweise und jede Menge völlig falsche Spuren und meist dauert es lange, bevor sich die Dinge klären. Aber in diesem Fall? Wir stoßen sofort auf klare, durchsichtige Hinweise, die uns direkt zum Ziel zu führen scheinen. Das ist nicht normal.« »Du solltest einfach zufrieden sein, dass es endlich einmal so läuft«, sagte Alice. »Wir müssen doch auch einmal Glück haben. Und nicht alle Terroristengruppen handeln so chaotisch.« Aber Julia wirkte nicht überzeugt. »Ich bin es gewohnt, meiner Intuition zu vertrauen«, sagte sie, »und dem Muster, das eine Sache aufweist. Glaub mir, hier ist irgendetwas faul. Ich weiß nur noch nicht was.« Ich weiß nur noch nicht was. Alice, Laurie und George warteten in einem kleinen Café darauf, dass David Farley ihnen melden würde, dass Hassan Yusuf das Haus verlassen habe. Dem Observierungsbericht zufolge war Yusuf sehr pünktlich und genau in Bezug auf seine täglichen Gewohnheiten, sodass sie damit rechneten, dass er spätestens in einer halben Stunde losgehen würde. »Ich könnte noch was essen«, sagte George. »Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.« Alice schüttelte den Kopf, aber George kümmerte sich nicht darum, sondern ging zur Theke. Der ungefähr zwanzig Jahre alte Mann an der Kasse erinnerte George an einen anderen, den er mal kennengelernt hatte. George kam zunächst nicht darauf, an wen der junge Mann ihn erinnerte. Aber dann fiel ihm wieder der schmächtige und zerstreute Physikstudent ein, der für die Bewachung des Forschungsreaktors einer amerikanischen Universität verantwortlich gewesen war, als George der Universität einen Besuch abgestattet hatte, um sich die Lage des Reaktors anzusehen. Der Reaktor hatte hunderte Kilo zwanzigprozentiges angereichertes Uran-235 enthalten, aber der für die Bewachung zuständige Student hatte George nicht einmal bemerkt, als dieser durch die offene Tür hereingekommen und hinter ihn getreten war. Der junge Mann hatte sich allzu sehr auf ein Computerspiel vom Typ, das große Org-Schlachten konzentriert, als dass er bemerkt hätte, was hinter ihm vor sich ging. George wusste, dass diese Konstellation noch vor kurzem die Regel gewesen war. Viele Universitäten hatten Programme zur Entwicklung neuer Reaktortypen, und sie benutzten Trigas oder andere Forschungsreaktoren, die vergleichsweise hoch angereichertes Uran enthielten. Die nächtliche Bewachung der Reaktoren war fast immer Aufgabe einzelner Hausmeister. Dieselben Personen waren typischerweise auch für eine große Zahl anderer Gebäude verantwortlich. »Ich hätte gern noch einen Hamburger«, bat George. »Ein Augenblick«, sagte der junge Mann, »ich bring ihn Ihnen an den Tisch.« George nickte ein Dankeschön. Er erinnerte sich lebhaft daran, wie der Student, der den Reaktor bewacht hatte, zusammengezuckt war, als George ihm plötzlich die Hand auf die Schulter gelegt hatte. George hatte damals gedacht, dass der junge Mann wahrhaftig ein fleischgewordenes wandelndes Klischee war. Runde Brillen, Gläserpickel auf der Stirn und ein USB-Stick, der ihm an einer Schnur um den Hals hing. »Zu deinem Glück bin ich kein Al-Qaida-Terrorist«, hatte George gesagt. »Du solltest etwas aufmerksamer sein, wenn du Wachdienst hast.« Aber George hatte das nur pro forma kommentiert. In Wirklichkeit glaubte er nicht daran, dass das Tun und Lassen dieses Burschen im Ernstfall irgendeine Bedeutung haben würde. Das Dümmste war jedoch, fand George, dass die Vereinigten Staaten selbst seinerzeit genau solche Forschungsreaktoren als Teil des Programms Atome für den Frieden an 39 Länder geliefert hatten. Ziel des Programms war es gewesen, die friedliche Nutzung der Kernenergie zu fördern. Nach den Terroranschlägen in New York und Washington waren die Sicherheitsbeamten der Regierung plötzlich erwacht und hatten erkannt, dass in all den über die ganze Welt verstreuten Reaktoren Plutonium und angereichertes Uran in einer Gesamtmenge vorhanden war, die für den Bau von mehreren hundert Atombomben ausreichte. Nun gab es einen Wettlauf zwischen den Terroristen und den Regierungen um die Beseitigung des friedlichen Nuklearwaffen-Urans, das in den Forschungsreaktoren vorhanden war. George hatte selbst an Operationen teilgenommen, bei denen in Rumänien 15 Kilo und in Bulgarien 17 Kilo hoch angereichertes Nuklearwaffen-Uran von sehr guter Qualität eingesammelt worden waren. Es schauderte George immer noch, wenn er daran dachte, wie das rumänische Lager ausgesehen hatte. Jeder Mann hätte dort hineingehen und das Uran auf die Ladefläche seines Kombis verfrachten können. Vor der Tür des Lagers hatte nur ein kaputtes, offenes Vorhängeschloss gehangen. Ein paar Mal hatte alles auf Messers Schneide gestanden, und zwar ziemlich. Zum Beispiel damals, als die USA angefangen hatten, Serbien zu bombardieren, und ihnen erst danach eingefallen war, dass die Serben im Forschungsreaktor Winka eine für den Bau von mindestens drei Atombomben ausreichende Menge angereichertes Uran besaßen. Oder damals, als sie mit Hilfe der italienischen Polizei das 20-prozentige Uran zurückbekamen, das sich in dem Triga-2-Forschungsreaktor befand, den sie seinerzeit Mobutu Sese Seko geschenkt hatten. Die Zaire hatten versucht, einen Posten Uran durch Vermittlung der italienischen Mafia zu verkaufen, aber ein Stoßtrupp der italienischen Polizei hatte das Material in seine Gewalt bekommen, indem die Männer sich als ägyptische Geschäftsleute ausgaben, die an dem Uran interessiert waren. Wir sind schnell gewesen, dachte George, und haben einen großen Teil des Materials sicherstellen können, bevor irgendjemand von Al-Qaida auch nur an die Möglichkeiten dachte, die in den Forschungsreaktoren steckten. Später hatte sich der Wettbewerb jedoch verschärft, als die Bush-Administration plötzlich starke Kürzungen im Budget vorgenommen und verlangt hatte, dass auch die Länder Osteuropas und der Dritten Welt den USA 5000 Dollar für jedes retournierte Kilo Uran oder Plutonium zahlen sollten. Vielleicht war das nicht der sinnvollste Bereich gewesen, um den Rotstift anzusetzen, sinnierte George. Er würde nie vergessen, wie wütend Kenneth Andrews geworden war, als er von der Sache erfahren hatte. Zur selben Zeit beobachtete David Farley von der anderen Straßenseite aus, wie Hassan Yusuf aus dem Haus trat und sich nach einem Taxi umsah. Ihr Taxi, das sie hinter einer Ecke postiert hatten und dessen Fahrer in Wirklichkeit ein Mitarbeiter ihres Teams war, setzte sich in Bewegung und hielt neben Yusuf. Der öffnete die Tür und stieg ein. Das Taxi verschwand um die Ecke. »Ausgezeichnet«, dachte David Farley. »Besser hätte es nicht laufen können. Jetzt würden Sie genau erfahren, wie weit Yusuf fuhr und wann er frühestens zurück sein würde.« Farley rief Alice an. »Ihr könnt reingehen.« »Okay«, sagte Alice. Alice klappte ihr Handy zusammen und nickte Laurie und George zu, die ihr gegenüber am Tisch saßen. »Gehen wir«, sagte Alice. »Aber ich bin ja noch nicht fertig«, jammerte George. »Du kannst dein Hamburger mitnehmen und im Gehen essen«, schlug Alice vor. Etwas später durchsuchten Alice, Laurie und George schon Hassan Yusufs Wohnung in der Hoffnung, etwas Wichtiges zu finden. Etwas, das ihnen Wesentliches verraten würde. Alice klopfte die Wände ab auf der Suche nach einem hohlen Klang, der auf ein verborgenes Gelass oder Geheimfach hindeutete. Das Linoleum des Fußbodens wirkte heil und schien auch in den Ecken solide befestigt zu sein. Hinter den Wohnzimmerschränken und dem Bücherregal war nichts, und auch in den Schreibtischschubladen fanden sich keine Geheimfächer. Sie durchsuchten außerdem die Schubfächer und Schränke in der Küche, die Kleiderschränke im Vorraum und die wenigen an den Wänden hängenden Bilder. George entfernte das Gitter des Lüftungsschachts mit einem Schraubenzieher und prüfte, ob sich im Schacht etwas finden würde. Er fand nur Staub, aber davon immerhin gab es viel, einen dicken, grauen Teppich. Auch der Lüftungsschacht im Badezimmer war leer. »Hier ist nichts«, seufte George. »Gehen wir.« »Wart noch einen Moment«, sagte Alice, die noch dabei war, die Wände abzuklopfen. »In einer so kleinen Wohnung gibt es nur sehr begrenzte Möglichkeiten, etwas zu verstecken.« »Genau«, stimmte Alice zu. George sah auf die Uhr. »Wir sind schon etwas zu lange hier«, sagte er. »Wer heizt jetzt hier die Spannung an«, widersetzte sich Alice. »Wirklich«, sagte George und zeigte Alice seine Uhr. »Vielleicht hast du recht«, sagte Alice wieder strebend. »Und dann verursachte ihr Klopfen einen hohlen, dumpfen Hall. Sofort waren alle Blicke auf sie gerichtet. Der gelangweilte Ausdruck auf Georges Gesicht war verschwunden. Wieder klopfte Alice gegen die Wand. Wieder der hohle Hall wie von stark vermodertem Holz. »An dieser Stelle ist etwas«, sagte sie, »vermutlich ein Geheimfach.« »Dann wäre das aber an einer Stelle, an der es leicht zu finden ist«, sagte Lauri. »Wie George gesagt hat, in einer kleinen Wohnung gibt es nur wenige Möglichkeiten«, bemerkte Alice. »Vielleicht haben sie nicht mit einer Haussuchung gerechnet.« »Kriegst du das auf?« Alice suchte nach einem Mechanismus, der das Geheimfach öffnen würde. Ihre Finger tasteten die Wand ab, aber sie hatte keine Idee, wie das Fach zu öffnen war. »Vielleicht ist die Wand einfach so hohl, weil sie vermodert ist«, dachte Alice. »Vielleicht gibt es hier aber auch Termiten oder Pochkäfer.« »Sollen wir die Wand einschlagen, wenn wir das nicht aufkriegen?« überlegte Lauri laut. George schüttelte den Kopf. »Ich würde lieber abwarten. Wenn Yusuf wirklich ein Terrorist ist, was wir noch nicht wissen, kann er uns auf andere Weise auf die Spur der Terroristen führen, wenn wir ihn beschatten. Wenn wir dagegen die Wand kaputt machen, weiß er, dass er beobachtet wird und hilft uns garantiert nicht weiter.« Einen Augenblick später fand Alice den Riegel des Geheimfachs auf der anderen Seite der Wand und drehte die Tür des Fachs auf. Darin befand sich ein dickes Bündel Papiere und Fotos. Zum Teil handelte es sich um Texte, zum Teil um irgendwelche Zeichnungen. Auf einigen Zeichnungen war eine hohl wirkende runde Röhre bzw. ein Zylinder abgebildet, auf anderen eine Kugel, die aus zahlreichen Vielecken bestand. »Die scheinen mir sehr interessant«, sagte George. »Da haben wir wohl etwas Wichtiges gefunden.« »Nehmen wir das Material mit?« fragte Alice. »Nein. Wir fotografieren es und legen es zurück«, sagte Lauri. »Da haben wir aber eine Menge zu tun, es sind hunderte von Seiten.« »Wir haben drei Kameras, also teilen wir den Stapel in drei Teile. Das schaffen wir, von Farley ist noch keine Warnung gekommen.« Alice gab einen Teil der Papiere und Fotos George, einen anderen Lauri. Sie machten sich an die Arbeit und fotografierten sorgfältig jede Seite und jedes Foto. Darüber verging eine gute halbe Stunde. Dann schob Alice das Bündel Papiere zurück in das Fach und drückte die Tür wieder zu. Sie vergewisserten sich, dass niemand im Hausflur war, und entfernten sich ruhig und ohne unnötige Eile aus der Wohnung. George, Alice und Lauri sahen sich die Papiere, die sie in Hassan Yusufs Wohnung abfotografiert hatten, auf dem Computerbildschirm an. Auf vielen Bildern waren einfache, aber alles andere als unschuldige Konstruktionszeichnungen und schematische Darstellungen zu sehen. »Das da ist natürlich die Bombe von Nagasaki«, sagte George. »The Fat Man. Dies ist einer der ursprünglichen Konstruktionspläne von Fat Man.« Auf der Zeichnung war eine runde Metallkugel zu sehen, deren Außenfläche aus vieleckigen Sprengstoffplatten bestand. Sie stellte eindeutig eine auf Implosion beruhende Atombombe dar. Sie alle wussten, dass eine Bombe dieses Typs erstmals in Nagasaki verwendet worden war. »Woher haben Sie die?« »Diese Papiere sind schon lange nicht mehr geheim«, brummte George. »Wie kann man sich aus dem Internet herunterladen, wenn man weiß, wo man suchen muss?« George drückte wieder die Enter-Taste und auf dem Bildschirm erschien ein Bauschema der Hiroshima-Bombe, der einfachsten, jemals gebauten Nuklearwaffe. Die Bombe, die Hiroshima vernichtet hatte, trug den Namen »Little Boy« und war nur ein in den Stahlmantel einer gewöhnlichen Bombe montiertes gerades Metallrohr, an dessen einem Ende sich ein etwas über zehn Kilo schwerer Klumpen von 93-prozentigem Nuklearwaffenuran befand. Am anderen Ende waren eine kleinere Urankugel und etwas herkömmlicher Sprengstoff angebracht. Beim Zünden des Sprengsatzes wurde die Urankugel auf den größeren Uranklumpen geschossen. Der Zusammenprall der zwei unterkritischen Uranmassen erzeugte eine Kernexplosion von etwas über zehn Kilotonnen TNT-Äquivalent und legte die Stadt Hiroshima in Schutt und Asche. »Dies ist für uns zweifellos ein Anlass, Mr. Yusuf gegenüber skeptisch zu sein. Obwohl man dasselbe Material heute in jedem Fachbuch findet, gab Lauri zu. Aber immerhin beschäftigt sich der Mann offensichtlich mit dem Thema.« Die nächste Zeichnung entlockte Lauri ein lautes Fluchen. »Verdammter Mist!« »Der Kerl scheint sich tatsächlich mit dem Thema zu befassen.« Die Darstellung zeigte eine viel kompliziertere, dreiphasige Nuklearwaffe. An den Rändern der Zeichnung stand ein Text in kyrillischen Buchstaben. »Ist es das, für was ich es halte?« fragte Alice. »Ja, die Zarbombe.« »Oh, verdammte, elende Scheiße!« »Wie sind Sie bloß da rangekommen?« »Material dieser Art zu beschaffen, ist schon etwas schwieriger.« »Oh je, das wird allmählich zum Albtraum,« dachte Alice. »Wie weit mögen Sie schon sein?« Die Frage brannte ihr auf der Seele. Die Zarbombe war die größte jemals gebaute Atombombe. Die Sowjetunion hatte sie 1962 über Novaya Semlya gezündet. Ihre Sprengkraft hätte mehr als hundert Megatonnen betragen, aber die Russen hatten sie nur mit einer deutlich kleineren Kraft von sechzig Megatonnen gezündet. Dann erschien auf dem Monitor des Computers etwas noch Schrecklicheres. Eine Zeichnung mit einem Text, ebenfalls in kyrillischen Buchstaben. »Was ist das?« fragte George erschrocken. »Das ist doch wohl nicht...« Seine Stimme klang merkwürdig belegt. »Das dürfte der Plutoniumzünder einer Zarbombe sein,« sagte Lauri. »Erdes, du kannst russisch. Steht da etwas über die Menge des benötigten Plutoniums?« »Zwanzig Gramm«, sagte Alice. »Nur?« »Wenn wirklich Yusufs Leute, die hundertachtzig Gramm Plutonium bei Arjava gestohlen haben, könnten sie neun solcher Zünder herstellen.« Wieder drückte George auf die Enter-Taste und es erschien ein neues Bild. Erstaunt betrachtete Lauri den länglichen, durch feine gestrichelte Linien in viele schmale Scheiben geteilten Zylinder. Jede Scheibe war einzelnummeriert. »Gab es auf irgendeinem Papier eine Erklärung dafür, was all diese Zahlen bedeuten?« fragte Lauri. »Wenn ich mich recht erinnere, stand etwas auf der Rückseite dieses Bogens. Es sollte also auf der nächsten Aufnahme zu sehen sein,« sagte George. George drückte erneut auf die Enter-Taste und es erschien ein neues Bild. Er hatte sich nicht geirrt. Auf dem Monitor waren die Erklärungen der Zahlen zu sehen. Die dünnen Scheiben waren alle mit dem Code U oder mit dem Code C-Graf markiert. »Wisst ihr, was das sein soll?« fragte George. »Ich glaube, das ist der Chicago-Pile,« sagte Lauri. »Nun hör aber auf,« protestierte George, »das kann doch nicht sein!« »Chicago-Pile, der erste funktionierende Kernreaktor,« dachte Lauri. »Das Lieblingsprojekt von Enrico Fermi.« »Ich gebe euch eine Zukunft,« halte es Lauri durch den Kopf.« Der Chicago-Pile war ausschließlich aus unangereichertem Natururan und Graphitkohle gefertigt. Von beidem hatte es 57 dünne Schichten gegeben, abwechselnd Graphit und Uran. Der Graphit hatte die Neutronen so weit abgebremst, dass sie weitere Atomkerne spalten konnten. Ein Versuch hatte gezeigt, dass auch das gewöhnliche Natururan die kritische Masse erreichte, wenn nur genug davon vorhanden war. Als ausreichende Menge hatten sich 52 Tonnen erwiesen. Der Versuch hatte aber auch gezeigt, dass man den Chicago-Pile jeweils nur eine gute halbe Stunde lang arbeiten lassen konnte, weil er schnell zu heiß wurde, denn man war nicht darauf gekommen, ihn mit einem Kühlsystem auszustatten. »Ich gebe euch eine Zukunft,« hatte Enrico Fermi gesagt, nachdem die cadmiumbeschichteten Kontrollstäbe herausgezogen worden waren und der Reaktor angelaufen war. Laura Fermi hatte später festgestellt, dass der Chicago-Pile eigentlich der Beginn des Atomzeitalters war. Von da an war alles nur fleißige Ingenieursarbeit gewesen. Aber war im Nachhinein betrachtet die Errichtung des ersten Kernreaktors der Welt mitten in einer Großstadt, unter freiem Himmel im alten Fußballstadion von Chicago, nun besonders klug gewesen, sinnierte Lauri. Was, wenn man die Kontrollstäbe nicht mehr in den Stapel zurückbekommen und der Uranhaufen sich immer weiter erhitzt hätte? Oder wenn das Uran im Reaktor angefangen hätte zu brennen und die Umgebung radioaktiv verunreinigt hätte? Eine übertriebene Vermeidung von Risiken hat noch nie zu den besten Traditionen der Branche gehört, dachte Lauri. Wer die tiefsten Geheimnisse des Weltalls entschleiern und sie für den Dienst am Menschen nutzbar machen wollte, musste sich von Zeit zu Zeit auch auf ein Warbon-Spiel einlassen. Mit hohem Einsatz. Warum sollten sie am Chicago-Peil interessiert sein, wunderte sich George. Warum sollten sie es nicht sein, hielt Alice dagegen. Das ist der denkbar einfachste Kernreaktor. Moment mal, könnte man damit Plutonium herstellen? Natürlich, sagte Alice. Man kann mit allen Kernreaktoren Plutonium herstellen. Ach so, knurrte George. Na dann verstehe ich. Das tatsächliche Ausmaß des Albtraums wurde ihnen erst mit der nächsten Zeichnung klar. Die Zeichnung war dieselbe, die ihnen schon in Yusufs Wohnung aufgefallen war, denn sie hatte zuoberst auf dem Aktenstapel gelegen. Darauf war ein längliches Rechteck zu sehen, vom Format her entsprach es einem Buchrücken. Von beiden Enden des Rechtecks war mit einer senkrechten Trennlinie ein schmaler Streifen abgetrennt. In beiden Giebelenten befand sich ein Kreis oder eher eine Kugel, weil um beide Kringel eine dicke Hülle gezeichnet war. In beiden Kugeln gab es einen weiteren, deutlich kleineren Kreis. Die schmalen Endabschnitte des Rechtecks waren mit den Ziffern 1 und 2 versehen, der große Mittelabschnitt trug die Nummer 3. Auch die Kugelhüllen und die in ihrer Mitte befindlichen kleinen Kreise hatten eigene Nummern, 4 und 5 sowie 6 und 7. Die leeren Räume zwischen der Hülle und den kleinen Kringeln waren mit 8 und 9 gekennzeichnet. »Gibt es dort Angaben zum Maßstab?« fragte George verwundert. »Sollen die einen halben Meter oder drei Meter lang sein?« »Das Ganze wirkt wie eine Variante der Hiroshima-Bombe, abgesehen davon, dass die Konstruktion viel komplizierter ist.« Lauri schüttelte den Kopf. »Nein, das ist etwas anderes«, erklärte er. »Diese Kugeln sehen aus wie Implusionsbomben.« »Es ist eine ziemlich merkwürdige Zeichnung. Es sieht aus wie eine Kreuzung von Fat Man und Little Boy.« George vergrößerte das Bild und ging die Darstellung dann Punkt für Punkt durch. »Bingo. Da sind ja die Längenangaben. L ist sicherlich die Länge und D wahrscheinlich der Durchmesser. Sechzig M und vier M? Sechzig Meter und vier Meter, das wär ja riesig.« »So groß kann sie nicht sein«, sagte Lauri. »Das muss Zentimeter bedeuten.« »Dann ist es keine Atombombe«, warf Alice ein. »Wenn das Material nicht wirklich hoch angereichert ist.« »Und Dezimeter?« »Vielleicht«, sagte Alice nachdenklich. »Gibt es Erklärungen für die Ziffern?«, fragte sie George. »Schauen wir mal nach.« George drückte auf Enter und die gewünschten Erklärungen erschienen auf dem Bildschirm. Die Nummer drei, die den großen Mittelteil des Rechtecks bezeichnete, war mit dem Code U238 beschrieben. Die Nummern vier und fünf der Kugeln entsprachen dem Code TNT und die inneren Kringel dem schaurig einfachen, nur aus zwei Buchstaben bestehenden Code PU. Die Ziffern eins und zwei waren mit der kurzen, nur aus zwei Buchstaben bestehenden Erklärung LI versehen. »Kapiert ihr, was das sein soll, verdammt?«, fragte George. »War dieser Darstellung nicht auch ein Foto beigefügt?«, fragte Lauri. »Zeig uns das auch noch.« George fand Lauris Stimme seltsam heiser, aber er tat, was Lauri gesagt hatte. Es erschien ein Foto, das offensichtlich im Frachtraum eines großen Schiffs aufgenommen worden war. In der Mitte des Fotos sah man ein gewaltiges Metallrohr, das einen großen Teil des Laderaums ausfüllte. Bei dem Rohr standen Männer mit Schutzhelmen und Schweißbrennern. Aus den Schweißbrennern stoben dichte, helle Funkenkaskaden hervor. An den Wänden des Laderaums zeichneten sich scharf begrenzte Schatten ab. Das Rohr war mehr als doppelt so breit und hoch, wie die Männer groß waren, und sehr lang. Es war etliche Meter lang. Es war etliche Meter lang. Kenneth Andrews betrachtete die Ausdrucke misstrauisch. Obwohl die Klimaanlage auf vollen Touren lief, war es in Andrews Arbeitszimmer unerträglich heiß, und Robertson wischte sich immer wieder den Schweiß von der Stirn. »Das ist eine Art Hybrid«, fasste Lauri zusammen. Gewissermaßen eine Variante von Castle Bravo. Aber noch einfacher und natürlich viel größer. »Könnte sie funktionieren?«, fragte Andrews. Lauri antwortete nicht, und auch Alice blieb stumm. Andrews richtete den Blick auf George. Der zuckte die Achseln. »Ich will es mal so sagen. Sie kann jedenfalls nicht sehr sauber brennen«, sagte George. »Hier ist sozusagen Qualität durch Quantität ersetzt. Es ist keine Kofferbombe, so viel kann ich sagen.« »Aha.« Knurrte Andrews. »Hat jemand einen Vorschlag?« Lauri schüttelte den Kopf, und auch Alice hatte keine Idee. Andrews sah wieder George an, aber der starrte vor sich hin und sagte ebenfalls nichts. Andrews trommelte mit den Fingern auf den Tisch und dachte nach. »Hat die Überwachung von Yusuf irgendwelche Ergebnisse gebracht?«, fragte er. »Nein, gar keine«, klagte Alice. »Anscheinend trifft er niemanden und ruft auch niemanden an. Wir beschatten ihn seit fast drei Wochen, und die Ergebnisse sind bisher gleich null, abgesehen davon, dass er in einem kleinen Kebablokal arbeitet, in der Nussschale. Wie lange können wir es uns noch leisten, abzuwarten?« Andrews fasste einen Entschluss. »Na gut. Wir laden ihn vor und sehen mal, was er weiß.« Lauri nickte. »Das war auch Zeit. Sollen Alice und ich ihn holen?« Andrews schüttelte den Kopf. »Nein, damit wollte ich die Spezialeinheiten beauftragen.« Lauri runzelte die Stirn. »Sind wir keine Spezialeinheit?« »Ich meine eine etwas andere Spezialeinheit. Du könntest für diese Sache zu weich sein.« »Entschuldigung, aber was für eine Spezialeinheit meinst du?« fragte Lauri misstrauisch. »Glaub mir, das willst du nicht wissen,« sagte Andrews. »Übrigens müsste auch jemand nach Japan fliegen und die Kollegen dort treffen. Freiwillige?« »Ich habe eigentlich keine Zeit,« sagte Lauri. »Ich kann fahren,« sagte Alice rasch. »Gut, besorg dir so schnell wie möglich ein Ticket,« kommandierte Andrews. »Ich teile den Japanern mit, dass du kommst.« »Und sei nicht so vergnügt, das ist keine Urlaubsreise.« »Ich werde versuchen, mir das zu merken,« grinste Alice. »Aber mir gefällt die Aussicht, nach Japan zu fliegen.« Sie ahnte nicht, was sie dort erwartete. Nicht, was sie dort erwartete. Lauri Normi und Alice Donovan standen auf dem Dach eines sechzehnstöckigen Hauses im östlichen Winkel von Staten Island und blickten durch Ferngläser über die schmale Meerenge in Richtung New Jersey. Im Südwesten zeichneten sich in der Ferne die Wolkenkratzer von Manhattan ab. Der Tag war schön, das Blau des Himmels strahlend hell. Über den Himmel krochen nur einige bauschige Kumuluswolken. Es war ungewöhnlich still und warm. Die Meeresoberfläche war glatt wie ein Spiegel. Zwei große Frachtschiffe dampften in Richtung der zwischen Staten Island und New Jersey gelegenen Meerenge davon. Alice wandte sich genau in dem Moment Lauri zu, um ihm etwas zu sagen, als hinter ihr, irgendwo zwischen New York und New Jersey, ein grelles Licht aufflammte. Einen Augenblick lang badete die ganze Welt in weißem Licht. Die Glut war so hell, dass sie in den Augen brannte und alles andere überdeckte. Eine Sekunde lang sah Lauri nichts anderes als weißes Licht und die schwarze, vor Glut flatternde Silhouette von Alice Donovan. Dann verschwand das Licht ebenso plötzlich, wie es gekommen war. Die Landschaft wurde wieder sichtbar. An der Stelle des weißen Lichts befand sich jetzt ein großer, an den Rändern unregelmäßiger roter Feuerball. In seinem Zentrum gab es einen kleinen, nur punktgroßen und unerträglich hell strahlenden Kern. Der Feuerball wuchs langsam und war bald schon größer als die Sonne. Er stieg in die Höhe, aber zugleich verband ihn ein grauer Streifen mit der Erde. Der helle Kern schwächte sich ab und erlosch, die Ränder des Feuerballs wurden immer undeutlicher, eine Zeitlang sah er aus wie eine riesige Himbeere, die zum Himmel aufsteigt. Dieser lodernde, kugelförmige Klumpen befand sich jetzt schon in einer Höhe von etwa zwanzig Kilometern. Der dünne Streifen, der ihn mit der Erde verband, war zu einer dicken, schwarzen Spur angeschwollen. Der Feuerball erlosch und übrig blieb nur eine, immer höher hinaufsteigende und schnell größer werdende schwarze Wolke mit dünnem Stiel und breitem Oberteil. In der schwarzen Wolke schimmerten noch einen Augenblick lang Pupurtöne, dann vergingen auch die und es blieb nur noch reines Schwarz übrig. Lauri hatte noch nie eine solche Explosionssäule mit eigenen Augen gesehen, aber er erkannte sie sofort, so wie jeder andere sie auch erkannt hätte. Denn die von einer Kernexplosion erzeugte Pilzwolke war das zentrale Symbol des zwanzigsten Jahrhunderts, die bedeutendste und zugleich schrecklichste Ikone einer ganzen Ära. Als Lauri sich umdrehte und Richtung Manhattan schaute, bemerkte er, dass ein Teil der Wolkenkratzer dort verschwunden war. Ihre Silhouetten zeichneten sich nicht mehr gegen den Himmel ab. Die Umrisse vieler anderer Gebäude waren gleichsam schartiger geworden. »Oh, Scheiße«, sagte Lauri laut. »Das war's dann. Wo ist sie deiner Meinung nach explodiert?« »In dem Frachtschiff zwischen New Jersey und New York«, schlug Alice vor. Lauri sah auf die Uhr. »Die Druckwelle«, rief er. Sie eilten in den Schutz der Dachbrüstung und kauerten sich dahinter zusammen. In dem Moment poltete hinter ihnen die Dachluke und Kenneth Andrews schaute heraus. Er kletterte aufs Dach und steuerte auf sie zu. Lauri machte den Mund auf, um Andrews zu warnen, aber da sauste die Druckwelle schon über sie hinweg. Es ertönte ein Klirren, als sämtliche Fenster des Hauses zu einem Regen von Milliarden in der Luft funkelnder Glassplitter zerbarsten, aber Lauri wusste, dass die Entfernung groß genug war und die Sicherheit bot, dass die Druckwelle die Wände des Gebäudes nicht mehr eindrücken konnte, selbst wenn es sich um eine sehr große Atombombe gehandelt haben sollte. Die Druckwelle der Explosion schwächte sich mit zunehmendem Abstand schnell ab. Als sie über ihre Köpfe hinwegfegte, konnte sie nicht mehr stärker sein als ein von einem Hurricane erzeugter Windstoß. Ihre Geschwindigkeit betrug höchstens 150 bis 200 Kilometer in der Stunde. Das war nicht viel. Aber Kenneth Andrews hatte sich nicht auf die Druckwelle einstellen können. Sein Anorak stand offen. Bei dem Windstoß blähte er sich zu einem kugelförmigen Spinnacker, und in demselben Augenblick hatte der Wind ihn mit sich fortgerissen. Zwei Sekunden, und Andrews war hinter dem Rand des Dachs verschwunden. Sie konnten nichts mehr für ihn tun. Der Windstoß legte sich ebenso schnell, wie er gekommen war. Sie liefen auf die andere Seite des Dachs und erwarteten den Rückwind, wiederum im Schutz der Brüstung. Er kam und war schon erheblich schwächer. Lauri stand auf. Er nahm sein Fernglas und sah nach Manhattan hinüber. An der Stelle, wo die Wolkenkratzer aus der Skyline der Stadt verschwunden waren, stiegen Dutzende von dünnen, schwarzen Rauchsäulen auf. Auch viele der stehen gebliebenen Wolkenkratzer kwanten schon. »Wie groß war sie?« fragte Alice hektisch. »Wie weit reichen die Brände?« Lauri suchte mit dem Fernglas systematisch New Jersey ab. Auch dort stiegen Dutzende von Rauchsäulen auf. Es kam Lauri so vor, als nehme ihre Zahl ständig zu. Der erste kleine Windhauch war schon in der Luft zu spüren, er wehte jetzt zur Stadt, zum Nullpunkt der Explosion hin. Als Lauri aber seitwärts schaute, sah er keinen Rauch. Es hatte den Anschein, als habe die Strahlung hier keine Brände mehr entfachen können. »Sind wir innerhalb des Kreises oder außerhalb?« fragte Alice. »Wir sind außerhalb,« sagte Lauri. »Aber New York und New Jersey liegen anscheinend innerhalb des Feuerkreises, und zwar komplett.« Alice starrte Lauri ungläubig an. »Das kann nicht wahr sein.« »Seh doch selbst, wenn du's nicht glaubst.« »Ich bin nicht sicher, ob ich das will.« Der Wind nahm zu. Er blies immer stärker in Richtung der Brände, die in New Jersey und New York loderten. Zwanzig Meter pro Sekunde mindestens, dachte Lauri. Schon jetzt. »Der Wind nimmt ziemlich schnell zu,« stellte Alice fest. Wieder blickte Lauri mit dem Fernglas nach New York hinüber. Er sah nun viel mehr Rauchsäulen, als vorhin, nicht mehr nur Hunderte, sondern mindestens einige Tausend. Während er sie beobachtete, verschmolzen sie schnell miteinander. Noch einen Moment, und das ganze Panorama würde hinter einer zusammenhängenden Rauchmauer verschwinden. Er sah, wie die Flammen schon aus den leeren Fensterhöhlen den halblose hängenden Fensterrahmen der stehengebliebenen Wolkenkratzer schlugen. »Dieser Rauch ist bestimmt stark radioaktiv,« bemerkte Lauri. Er war sich unangenehm bewusst, dass sie keinerlei Schutzausrüstung bei sich hatten. »Der Wind bläst in Richtung Brand,« beruhigte ihn Alice. »Das, was mit dem Brand in die Luft aufsteigt, kommt erst irgendwo viel weiter weg wieder herunter.« Die Windgeschwindigkeit nahm noch weiter zu, und es fiel ihnen immer schwerer, sich aufrechtzuerhalten. Der mit Sturmgeschwindigkeit vorwärts drängende Luftstrom heulte in der Schlucht zwischen den Gebäuden wie ein Chor wahnsinniger Teufel. »Wie viel Druck mag dieses Gebäude aushalten?«, fragte sich Alice. »Sind wir hier in Sicherheit?« »Ich meine, der Druck des Windes kann enorm zunehmen, und zwar ziemlich bald. Dieses Haus kann«, Lauri sah Alice bedrückt an. »Ja. Aber wohin sollen wir gehen?« »Wo wären wir denn in Sicherheit?« Alice wusste keine Antwort. Plötzlich spürte Lauri, wie jemand ihn an der Schulter packte und schüttelte. Die Umrisse der Landschaft wurden unklar und verschwommen. Und dann war er plötzlich wach. Er befand sich in seinem eigenen Schlafzimmer, und Alice sah ihm besorgt in die Augen. »Wo bist du gewesen?«, fragte Alice. Ihre Stimme klang zärtlich und beruhigend. Für einen Augenblick legte Lauri das Gesicht in die Hände. Dann ging er ins Badezimmer, wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser und sah auf die Uhr. Es war halb drei in der Nacht. Das Brausen der fernen Verkehrsströme in der Stadt drang durch das offene Fenster herein. »Ich hab wieder geträumt.« Alice sagte nichts. Sie wartete darauf, dass Lauri weitersprechen würde. »Wir waren auf Staten Island, als zwischen New Jersey und Manhattan eine große Atombombe explodierte. Wir waren außerhalb des Brandbereichs, und die reine Strahlungswärme genügte nicht, um die Gebäude auf Staten Island über dem Meerenge hinweg in Brand zu setzen. Aber der Wind wurde stärker, und wir überlegten, wie lange es noch dauern würde, bevor...« »Dann hast du mich geweckt.« »Das hast du nun schon so oft geträumt.« »Zum Glück gibt es unterschiedliche Fassungen davon. Der Traum ist niemals ganz gleich. Sonst hätte ich diese ständigen Neuaufgüsse schon reichlich satt.« »Zum Glück war es nur ein Traum,« sagte Alice. »Aber wie lange bleibt er das noch? Wann wird daraus ein Albtraum, aus dem wir nicht mehr erwachen. Nie mehr!« »Wollen wir noch schlafen, oder soll ich einen Kaffee kochen?« fragte Alice. »Ich kann nicht mehr schlafen.« »Ich könnte vielleicht noch schlafen.« »Na, dann schlaf doch.« Alice seufzte. »Daraus wird wohl nichts, wenn du durchs Haus tigerst. Das gehört zu den Problemen einer Paarbeziehung.« »Ich würde in diesem Fall allerdings schon von Paarbeziehungsperversion sprechen,« klagte Lowry. »Warum kannst du nicht schlafen, wenn ich wach bin?« »Vielleicht ist das ein Problem des indianischen Bluts. Ich erschrecke zu leicht, wenn sich in der Nähe jemand bewegt.« Alice ließ den Kaffee durchlaufen. Lowry ging auf den Balkon und stützte sich mit beiden Händen auf das Geländer. Vor ihm glühte die Stadt mit ihren Millionen von Lichtern wie eine Galaxis. Autoschlangen glitten als ununterbrochener Strom über die fernen Brücken und Straßen, obwohl es die ruhigste Zeit des Tages war. Lowry atmete tief durch und versuchte, sich zu entspannen. Das gelang ihm nur schlecht. Wieder einmal sah er das Bild von Ted Taylors Lächeln vor sich, als seine Zigarette zu qualmen begann. Er sah, wie Taylor die Zigarette zu den Lippen führte und nikotinhaltigen Rauch inhalierte. Atomic High. »Ich gebe euch eine Zukunft.« Lowry hatte mit eigenen Augen Prototypen von Kernreaktoren gesehen, die für Flugzeuge entwickelt worden waren. Einige davon waren immer noch als geheim eingestuft. Auf die Entwicklung von atomgetriebenen Flugzeugen hatte man erst verzichtet, nachdem der weltberühmte Physiker Robert W. Boussard im Jahr 1973 errechnet hatte, dass der Kernreaktor eines Flugzeugs innerhalb von 30 Sekunden schmelzen würde, wenn sein Kühlsystem ausfiele. Viele wussten, dass ein Kernreaktor, in dem das Kühlwasser auch als neutronenbremsender Stoff fungiert, automatisch erlischt, wenn das Kühlsystem defekt wird. Diese Tatsache hätte jedoch im Falle eines Unglücks keine große Bedeutung, denn der Nuklearbrennstoff wird beim Betrieb des Reaktors fast eine Milliarde Mal radioaktiver, als er es im ursprünglichen Zustand bei der Montage ist. Der Zerfall der radioaktiven Verunreinigungen, die sich im Brennstoff ansammeln, produziert sehr viel Wärme. Auch ein in einem Flugzeug montierter Kernreaktor würde natürlich sofort abschalten, wenn er sein Kühlwasser verliere, und trotzdem innerhalb von 30 Sekunden schmelzen. Auch das Kiwi-Projekt, in dessen Rahmen zur selben Zeit der offene Kernreaktor der Luftstreitkräfte der USA entwickelt und das nach einem flugunfähigen neuseeländischen Vogel benannt worden war, hatte seinem Namen alle Ehre gemacht. Die Luftstreitkräfte der USA hatten nämlich beschlossen, Kiwi nicht in der Praxis einzusetzen, obwohl man den Reaktor während des Fluges mit weiterem Brennstoff hätte füttern können, ähnlich wie früher die Kessel der alten Kohle beheizten Dampfschiffe. Kiwi hatte sich letzten Endes in amerikanischen Militärkreisen als genauso beliebt erwiesen, wie die Bazooka, die für die Nahkampfsituationen entwickelt worden war, und kleine Atombomben ein paar hundert Meter weit schoss, die Atomic Bazooka. Ich gebe euch eine Zukunft, dachte Lauri. Enrico Fermi hatte sowohl den ersten Kernreaktor der Welt entwickelt, als auch als erster die Implusionsdetonation als Weg zur Wasserstoffbombe ins Gespräch gebracht. Aber als er sagte, er gebe uns eine Zukunft, was hat er da eigentlich gemeint? Die Wasserstoffbombe oder den Kernreaktor? Oder beide gleichzeitig? fragte sich Lauri. Er ging wieder hinein. Als wir die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki abwarfen, behaupteten wir, sie würden den Krieg verkürzen und Hunderttausenden von Menschen das Leben retten, sagte er zu Alice. Aber dieser Krieg gegen den Terrorismus. Es ist doch längst allen klar, dass wir den verloren haben. Zumindest im Irak und in Afghanistan. Wie würde es uns denn gefallen, wenn jemand in New York eine Atombombe zünden würde, um Millionen unschuldiger Muslime das Leben zu retten und den Krieg zu verkürzen? Oder wenn sie vier Tage später auf genau dieselbe Weise auch Los Angeles vernichten würden? Lauris Stimme war laut, er klang aufgebracht. Schrei nicht so. Außerdem hinkt dieser Vergleich auch ein wenig, protestierte Alice. Tut er das? Warum eigentlich? Wir haben niemals zugegeben, dass es falsch war, Millionen von Zivilisten mit Atombomben und gewöhnlichen Brandbomben bei lebendigem Leib zu verbrennen. Die Deutschen haben sich entschuldigt, noch dazu unzählige Male. Auch viele andere haben um Verzeihung gebeten. Und wir konzentrieren uns darauf zu erklären, warum das, was wir getan haben, in jeder Hinsicht vollkommen richtig und angemessen war. Paul Tibbetts hatte die Maschine, die die Hiroshima-Bombe befördert hatte, Enola Gay getauft, nach dem Vornamen seiner Mutter. Wie kann jemand ein Bombenflugzeug nach seiner Mutter nennen und dann 140.000 Zivilisten töten? fragte sich Lauri. Noch viele Kilometer von der Explosion entfernt hatte die Strahlung die Kleider der Menschen in Flammen aufgehen lassen. Was sagt der Name, den Tibbetts seiner Maschine gab, über uns aus? Über uns Menschen, nicht nur über uns Amerikaner. Denn in dieser Beziehung unterscheiden wir uns ja wohl überhaupt nicht von den anderen und sind nicht besser und nicht schlechter als sie, dachte Lauri. Weißt du, was mir am meisten Angst macht? fragte er Alice. Was? Als diese verdammten Idioten mit den Düsenflugzeugen in die Zwillingstürme von New York flogen und 3000 Menschen umkamen, da sind wir völlig durchgedreht. Was haben wir gemacht? Wir haben 100.000 unschuldige Menschen in Afghanistan und eine Million unschuldige Menschen im Irak getötet. Mehr als 300 Zivilisten auf jeden unserer Toten. Wenn wir in Afghanistan nicht so ungeheures Glück gehabt hätten, wären die Folgen noch schlimmer. Wir wussten doch, dass acht Millionen Menschen von einer Hungersnot bedroht waren und wir wussten auch, dass unsere Bombardierungen die Lebensmitteltransporte in den Bergen unterbrachen. Aber das war uns egal. Wir waren zu wütend, als dass es uns interessiert hätte. Wenn nicht der Winter mit Verspätung begonnen hätte, dann wären Millionen Menschen verhungert. Du weißt, dass ich derselben Meinung bin wie du, entgegnete Alice ruhig. Was willst du also eigentlich sagen? Ich will sagen, dass ich mich frage, was wir wohl tun werden, wenn jemand irgendwann mit einer Atombombe 20 Millionen von uns auslöscht, wenn wir uns schon dann wie Berserker gebärden und bereit sind, Millionen unschuldiger Menschen zu töten, wenn von uns 3000 sterben. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, was wir dann alles tun könnten. Weißt du, es macht mir noch viel mehr Angst als die Zerstörung von New York oder dass ich dabei auch selbst ums Leben käme. Abgesehen davon, dass ich es furchtbar fände, wenn du sterben müsstest. Alice nickte matt. Ich verstehe, was du meinst. Stell dir mal vor, wir würden so eine Art Super-Nazis werden, predigte Lauri. Nazis, die immer noch über fast 10.000 Nuklearwaffen verfügen. Und was, wenn ein amerikanischer Hitler an die Macht kommt und wir unter seiner Führung eine Art Endlösung für die Muslime beschließen, überall auf der Welt. Stell dir das nur mal vor. Vor Hittner hatte Deutschland in der Welt eine ganz ähnliche Position wie die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht wahr? Deutschland war im Bereich Wissenschaft und Kultur ganz klar das führende Land. Dorthin ging mehr als ein Drittel aller Wissenschafts-Nobelpreise. Aber die klare Führungsposition im Bereich Kultur hat Deutschland nicht vor dem sich langsam in die Köpfe einschleichenden kollektiven Wahnsinn bewahrt. Vielleicht hat es die Sache sogar noch verschlimmert, bemerkte Alice. Wenn wir über solche Dinge nicht rechtzeitig nachdenken und uns nicht überlegen, was wir tun müssen, wenn irgendwann so etwas zu geschehen droht, dann kommt es spätestens dann so, wenn Manhattan brennt, brach es aus Lauri heraus. Also, wenn es irgendwann so weit kommt, wenn wir geistig nicht auf so etwas vorbereitet sind, dann ... Dann wird aus uns wohl unausweichtig das nächste Dritte Reich, nicht wahr? Und wie viele Muslime bringen wir dann um? Hundert Millionen? Eine Milliarde? Anderthalb Milliarden? Wir haben auf jeden Fall die nötigen Mittel, um alle umzubringen, sollten wir das beschließen. Im Grunde hoffe ich ein bisschen, dass der Iran dann schon seine eigene Atombombe hat und dass die Saudis weitere Bomben von Pakistan gekauft haben. Und dass all die Staaten in Nordafrika und im Nahen Osten, die kurz nach Beginn des letzten Irakkrieges plötzlich beschlossen haben, für die Meerwasserentsalzung schnell eigene Kernkraftwerke zu bauen, die dann schon gebaut und sich ihr Plutonium beschafft haben. Lauri beendete seinen düsteren Vortrag. Er lehnte sich gegen den Rahmen der Balkontür und atmete schwer. »Übertreibst du mich doch ein bisschen?« fragte Alice vorsichtig. »An welcher Stelle?« »Ich glaube nicht, dass wir heute die Ressourcen haben, um so viele Menschen anders als mit Hilfe von Atombomben zu töten, egal was die Terroristen tun. Und eigentlich können wir mit Atombomben niemanden töten, ohne dass der Fallout wie ein Bumerang hierher zurückkehrt und auch uns umbringt. Die Atmosphäre hat die Tendenz, die radioaktiven Niederschläge gerade in den breiten Graden zu konzentrieren, in denen die Vereinigten Staaten und Europa liegen.« »Ich hoffe, du hast recht.« Alice sah aus dem Fenster, hinüber zu dem schmalen Streifen Meer, der zwischen den hohen Gebäuden hervorschimmerte. Sie wirkte bedrückt und traurig. »Wie sind wir nur in diese Lage gekommen?« fragte sie. »Wir hatten doch so gute Startbedingungen. Bessere als irgendjemand sonst.« Laury sah, dass in Alice Augenwinkel und auf ihrer Wange Tränen blitzten. Er vermutete, dass Alice an den Hauden-Saunay-Bund und an die Herkunft ihrer Mutter dachte, die zum Volk der Ornandaga gehört hatte. Alice war ausgesprochen stolz darauf, dass sie zur Hälfte eine Hauden-Saunay war, nach Laudis Ansicht manchmal sogar in einem irritierenden Maße, obwohl sich die Hauden-Saunay schon vor fast tausend Jahren eines der ersten Grundgesetze der Welt gegeben hatten, das die Macht von Staat und Herrscher auf vielerlei verschiedene Weise regelte und begrenzte. Außerdem hatten die Hauden-Saunay die zweitälteste, immer noch existierende, auf repräsentativer Demokratie basierende Volksvertretung gegründet, nur etwas über hundert Jahre nach dem isländischen Althingit. Und sicherlich hatte kein anderer den Historikern bekannter Staat die Macht zwischen Männern und Frauen ebenso gleichberechtigt aufgeteilt wie der Hauden-Saunay-Bund. Gemessen an den Errungenschaften des Bundes der Hauden-Saunay war das viel später verfasste Grundgesetz der Vereinigten Staaten in vielfacher Weise altmodisch, rassistisch, chauvinistisch und reaktionär. Dennoch stellte es einen Schritt vorwärts dar, verglichen mit der Art, wie damals noch fast alle europäischen Staaten regiert wurden. Lauri wusste, dass Alice zutiefst davon überzeugt war, dass die strahlendsten und schönsten Punkte des Grundgesetzes der Vereinigten Staaten zumindest indirekt von Geist und Paragrafen des Grundgesetzes der Hauden-Saunay inspiriert waren. Er selbst vermutete, dass Alice damit zumindest teilweise recht hatte. Die Hauden-Saunay hatten die Verfasser des Grundgesetzes der Vereinigten Staaten nicht direkt beeinflusst, aber deren Vorfahren hatten ihre Gedanken unbestreitbar zum großen Teil gerade von den Hauden-Saunay und anderen nordamerikanischen Urvölkern übernommen. Die Ahnen der Verwandten von Alice' Mutter hatten ihre unauslöschlichen Spuren in all dem hinterlassen, was in den Vereinigten Staaten immer gut und wertvoll gewesen war. Zu welchem Zeitpunkt hat dieses Land all jene guten und schönen Ideen verloren, überlegte Lauri. Wann haben wir uns von der Fackel der Freiheit und von einer Inspirationsquelle für unterdrückte Menschen zu einer Militärmacht entwickelt, die von den meisten Menschen der Welt als ihr Unterdrücker angesehen wird? Wann haben die Rollen gewechselt? Warum haben sie gewechselt? Lauri wandte sich wieder Alice zu. Du willst also heute los? Alice nickte. Sie sah auf die Uhr. Mein Flug geht in fünf Stunden. Wie kommst du nach Osaka? Auf dem Flughafen von Tokio muss ich ein paar Stunden warten, aber für mich ist das keine besonders lange Zeit. Du denkst doch daran, dass Andrews dir befohlen hat, die Sache nicht so hoch zu hängen, erinnerte Lauri sie. Alice lächelte müde. Ich hänge die Dinge nie zu hoch. Außerdem gibt es unter diesen Umständen eigentlich auch gar kein zu hoch. Auch gar kein zu hoch. Am nächsten Tag fuhren Kenneth Andrews und Lauri Normi im Taxi nach Brooklyn. Sie wollten Catherine Henshaw treffen. Andrews ließ die Schlösser seines Aktenkoffers aufschnappen und reichte Lauri einen Bericht, der einige Seiten umfasste. Das solltest du dir vielleicht ansehen, sagte er. Ich habe ein psychologisches Profil von Henshaw erstellen lassen. Lauri nahm den Bericht und überflog ihn. Henshaw ging nach Berkeley, um Naturwissenschaften zu studieren. Ihr älterer Bruder Michael Henshaw war damals Assistenzprofessor für Astrophysik an derselben Universität. Sie hat also die Wahrheit gesagt über ihr Universitätsstudium, dachte Lauri. Henshaw musste ihr Studium abbrechen, nachdem sie einen Unfall verursacht hatte, in dessen Folge ihr Bruder Michael Henshaw vom Hals an abwärts gelähmt war. Henshaw war zum Zeitpunkt des Unglücks stark alkoholisiert. Der Prozess dauerte insgesamt. Lauri las Lauri vor. Während sie im Gefängnis war, verlor Henshaw das Sorgerecht für ihre Tochter Rhea Bergman an ihren früheren Ehemann Richie Bergman, der mit einer anderen Frau zusammenzog. Rhea Bergman hatte sich geweigert, ihre Mutter zu treffen, offenbar wegen deren Gewerbe. So ist das also, dachte Lauri mitfühlend. Oh je. Henshaw ist von ihrem Temperament her ungeduldig, reagiert schnell und stark, aber sie ist offenkundig hochintelligent und beherrscht mehrere Fremdsprachen. IEQ entspricht mindestens dem Durchschnitt von Hochschulstudenten, wahrscheinlich liegt er etwas darüber. Persönlichkeit angeschlagen. Leidet an starken Schuldgefühlen wegen des Schicksals ihres Bruders und ihrer Tochter. Leicht aufbrausend wegen ihrer Schuldgefühle. Die meisten Wutausbrüche wahrscheinlich reine Projektionen. Kehrseite der Medaille starkes, sogar übertriebenes Pflichtgefühl. Trotz des übertriebenen Pflichtgefühls wird Henshaws Brauchbarkeit dadurch gemindert, dass sie eine misstrauische, feindselige und auch etwas verbitterte Einstellung gegenüber Behörden und anderen Vertretern der Administration hat. Wahrscheinlich deshalb, weil sie vom Staat keine nennenswerte finanzielle Unterstützung bekamen, als sie diese für die Krankenhausbehandlung ihres Bruders und ihre Eltern gebraucht hätte. Eine Drogenabhängigkeit ist bei Henshaw, abgesehen von einem leichten, beginnenden Alkoholismus, nicht dokumentiert. Lowry gefiel das Wort Brauchbarkeit nicht. Er überlegte, warum Andrews eine so gründliche Evaluation von Henshaws charakterlichen Merkmalen und der Struktur ihrer Persönlichkeit hatte vornehmen lassen. Henshaws Einstellung zu ihrer gegenwärtigen Tätigkeit wirkt widersprüchlich. Einerseits hasst sie das, was sie tut und zeitweilig dürfte es in ihr tiefe Gefühle von Selbsthass erzeugen. Anscheinend verteidigt sie sich gegen diese Selbstverachtung vor allem damit, dass sie ihre Prostitution zu einem unvermeidlichen Übel rationalisiert. Es kann jedoch sein, dass sie den Verkauf sexueller Dienstleistungen auch als Selbstbestrafung betreibt und der andererseits dadurch auch zur Linderung ihrer stets gegenwärtigen Schuldgefühle beiträgt. Dies dürfte teils bewusst, teils unbewusst so sein. »Wo zum Teufel hast du das her?«, wunderte sich Lauri. »Ich habe einem unserer Mitarbeiter befohlen, sich Henshaw zu nähern.« »Zu nähern? Wie denn?« »Als Kunde natürlich.« »Mach keinen Quatsch. Bezahlen wir jetzt schon unsere Mitarbeiter dafür, dass sie Huren besuchen?« »Nur manchmal. Dann, wenn es sich lohnt. In diesem Fall war es die einzige Möglichkeit. Henshaw lässt andere Menschen nicht an sich heran.« Eine Viertelstunde später klingelten sie an Catherine Henshaws Tür. Von drinnen hörten sie Schritte und gleich darauf öffnete Henshaw die Tür. »Na hallo«, sagte sie mit einem besonderen Ton in der Stimme. »Ich habe mir schon gedacht, dass ihr meine neuen Stammkunden werdet.« Henshaw entfernte die Sicherheitskette und ließ sie ein. »Du verdienst bestimmt ganz gut«, bemerkte Andrews. »Das war übrigens als Höflichkeit gemeint.« »So könnte man sagen«, antwortete Henshaw. »Wie viel pro Mal? Ungefähr?«, fragte Andrews. Lauri sah Andrews überrascht an, denn seine Frage hatte unfreundlich, ja geradezu barsch geklungen. Warum verhielt Andrews sich so unhöflich und aggressiv? Lauri sah, dass der Ausdruck seiner eisblauen Augen kälter war als gewöhnlich. Ihm schwarnte nichts Gutes. Andrews hatte etwas vor, was er ihm nicht mitgeteilt hatte. Henshaw ließ sich durch Andrews Frage nicht aus der Fassung bringen, sie sah Andrews lange und abschätzend an. »Das muss euch doch nicht interessieren, oder?« sagte sie kühl. »Und ich bin jetzt nicht auf der Arbeit, falls du das meinst. Ruf mich morgen an, abends, wenn du wirklich interessiert bist.« Andrews wurde feuerrot und sagte eine Weile nichts mehr. Henshaw sah Lauri an. »Du hast doch nicht vor, dein Versprechen zu brechen und mich beim Finanzamt anzuschwärzen.« »Nein«, versicherte Lauri. »Gut.« Henshaw maß die Männer mit Blicken. Lauri sah, dass sie Andrews nicht mochte. Sie ahnte Schlimmes, und es verdross Lauri, dass auch er nicht wusste, was Andrews im Schilde führte. »Übrigens habe ich gestern eine putzige Geschichte gehört, die euch auch amüsieren könnte,« sagte Henshaw plötzlich. »Wisst ihr, warum die Vereinigten Staaten drei Präsidenten haben?« »Wie bitte?« fragte Andrews verwundert. »Na, der eine kann lesen, der andere kann schreiben, und der dritte bewacht die beiden verdammten französischen Intellektuellen.« »Meines Wissens haben die Vereinigten Staaten auch weiterhin nur einen Präsidenten,« bemerkte Andrews, wie Lauri fand, unnötig humorlos. »Oho«, stutzte Henshaw. »Ist das so? Na, das würde zweifellos so einiges erklären. Wisst ihr zufällig, wer von den dreien zurzeit?« »Sehr komisch«, unterbrach Andrews sie mit sauer töpfischer Miene, aber Lauri konnte ein leises Lachen nicht unterdrücken. Er stellte fest, dass er Henshaws hinterhältigen Humor mochte. Henshaw wurde ernst. »Aber was wollt ihr denn diesmal?« »Hat der Mitarbeiter von Washburn nochmal Kontakt mit ihr aufgenommen?« »Ja«, sagte Henshaw kurz und presste den Mund zu einem festen Strich zusammen. »Was hast du geantwortet?« erkundigte sich Lauri. »Ich habe Nein gesagt, und dass es sinnlos sei, nochmals anzurufen.« »Warum?« fragte Andrews nachdrücklich. »Du hast gesagt, dass sie gut bezahlt haben.« »Das geht dich eigentlich gar nichts an.« »Es gibt etwas Neues,« sagte Andrews, »etwas ziemlich Ernstes.« »Was ist es denn?« »Das können wir dir nicht erzählen,« sagte Andrews, »aber es kann mit dem zu tun haben, was du von Washburns Gästen erzählt hast.« »Aha.« »Ist das ja der Araber, den du auf Washburns Party gesehen hast?«, fragte Lauri und zeigte Henshaw ein Foto von Hassan Yusuf. »Der, von dem du annimmst, dass er vom Lithium-6 gesprochen hat.« Henshaw zögerte keinen Augenblick. »Ja, das ist er.« »Bist du sicher?«, hakte Lauri nach. »Vollkommen sicher, kein Zweifel.« »Tja, wir hätten gern, dass du noch einmal zu Washburn gehst, also auf eine Party, wenn sich die Gelegenheit bietet,« sagte Kenneth Andrews. »Wenn du die Ohren offen hältst, könntest du durchaus etwas Wichtiges erfahren. Du könntest vielleicht auch ein paar Wanzen dort anbringen.« »Also, das ist doch nun etwas zu viel verlangt,« wehrte Henshaw ab. »Möchtest du dir es nicht wenigstens überlegen?«, fragte Lauri. »Wir können dich gut bezahlen, zusätzlich zu dem, was du von Washburn bekommst.« Henshaw verzog das Gesicht. »Ihr müsstet mir ziemlich viel bezahlen, damit ich mir das auch nur überlege.« »Wie viel? Über den Daumen gepeilt?«, fragte Andrews. »Würden Zehntausend genügen?« Henshaw schüttelte den Kopf. »Ich würde sagen, über den Daumen gepeilt? Drei Millionen Dollar.« »Oha, Mädchen!«, lafte Andrews. »Das ist viel Geld.« »Ich wollte damit sagen, dass ich nicht dorthin gehe,« erläuterte Henshaw. »Mein Job ist sowieso nicht besonders toll, aber das, was Washburn und einige seiner Kumpels wollen. Naja, davon will ich nicht reden. Aber ich gehe auf keinen Fall noch einmal dahin. Zehntausend ist zwar auch viel Geld, aber in diesem Fall hat das keine Bedeutung. Das könnt ihr mir glauben. Alles hat seine Grenzen.« Andrews sah Henshaw an und seine Mine wurde härter. Drohend. »Wir hätten das auch auf angenehme Weise regeln können. Aber wenn du das nicht willst, machen wir es so, wie du es willst,« sagte Andrews. »Auch Henshaws Mine wurde kalt.« »Entweder du gehst verdammt noch mal dahin und kriegst von uns die Zehntausend, oder du gehst woanders hin,« schnauzte Andrews. »Wie du vielleicht weißt, ist das, was du tust in diesem Bundesstaat, nicht legal.« Henshaw sagte nichts, aber sie sah Lauri vorwurfsvoll an. Lauri wäre am liebsten im Erdboden versunken. »Kenneth, hör auf!« »Misch du dich hier nicht ein!« »Kenneth, das ist ein Versehen!« »Wer von uns hat hier das Sagen?« Kenneth Andrews öffnete seinen Aktenkoffer und legte einen dicken braunen Umschlag vor Henshaw auf den Tisch. In dem Umschlag waren Fotos. Schon die ersten Aufnahmen machten klar, was Andrews vorhatte. »Was zum Teufel ist dir eingefallen?« fuhr Lauri Andrews an. »Aha, ihr spielt hier das Spiel mit dem guten Polizisten und dem bösen Polizisten,« sagte Henshaw eisig. »Nun hört aber mal auf mit dem Blödsinn, meine Kleinen, als ob ich nicht durchschauen würde, was ihr vorhabt.« »Ich habe hier so viele Beweise, dass wir dich für lange Zeit in den Knast bringen können,« erklärte Andrews. »Ich würde diese Fotos schon als harte Pornografie bezeichnen. Dem Staatsanwalt wird es damit überhaupt nicht schwerfallen, dich unter anderem wegen Prostitution und Steuerhinterziehung hinter Gitter zu bringen, unter anderem...« »Hör auf, Kenneth«, versuchte es Lauri. »Nur zu?« sagte Henshaw ausdruckslos. »Wenn du nichts Besseres zu bieten hast, dann leg los. Gib die Bilder, wem du willst. Aber ob es legal ist, solche Fotos zu machen? Ist das nicht Hausfriedensbruch und Voyeurismus?« »Im Namen der nationalen Sicherheit kann man heute vielerlei Dinge tun, die noch vor kurzem strikt verboten waren,« erklärte Andrews. »Außerdem weiß ich, dass du Heroin nimmst und es auch an deine Kunden verkaufst, neben deiner sonstigen Geschäftstätigkeit. Wir haben dazu einige Zeugenaussagen.« Henshaw riss verwundert die Augen auf. »Das ist eine Lüge! Ich habe in meinem ganzen Leben nichts konsumiert, außer Alkohol und Tabak, ganz zu schweigen davon, dass ich gedealt hätte.« »Wir haben andere Informationen. Ich glaube, wenn wir die Polizei deine Wohnung mit Drogenhunden durchsuchen ließen, würden sie etwas finden. Vielleicht sogar eine ganz ordentliche Menge. Egal, wie gut es versteckt ist.« Henshaw warf Andrews einen schneidenden Blick zu. »Du verdammtes Stück Dreck,« sagte sie. »Nicht mal ich hätte mir vorstellen können, dass es auf der Welt so erbärmliche Kreaturen wie dich gibt.« »Danke. Aus deinem Mund nehme ich das als Kompliment. Aber wie ist es? Willst du, dass deine Mutter, dein Bruder und deine Tochter erfahren, in welchem Gewerbe du tätig bist? Wir können ihnen gerne Kopien von diesen Fotos zukommen lassen. Sie werden sich bestimmt freuen, wenn sie erfahren, dass du eine Nutte und Drogendealerin bist. Es gibt vermutlich nur wenige Dinge, die das Herz deiner Mutter und deines bewegungsunfähigen Bruders ebenso erwärmen würden. Oder das deiner Tochter. Abgesehen davon, dass sie es wohl schon weiß. Nicht wahr?« »Ken, tu das nicht,« bat Laury. »Wie kannst du mit dir selbst leben,« wollte Henshaw von Andrews wissen. »Ich bin in meiner Gutmütigkeit zu euch gekommen, um euch von Washburn zu erzählen. Es hat mich niemand dazu gezwungen. Ohne mich hättet ihr nie etwas erfahren.« »Zugegeben, wir schulden dir Dank,« gab Andrews zu. »Ich räume diese Schuld ein, und wir können dir einen Gegendienst erweisen, wenn du uns sagst, was du möchtest. Aber das ist jetzt noch nicht aktuell. Im Moment steht so viel auf dem Spiel, dass ich keine andere Wahl habe, als zu verlangen, dass du auf eine dieser Partys gehst und dich von Washburn und seinen Kumpanen vögeln lässt. Du verdienst deinen Lebensunterhalt sowieso in der Waage rechten. Kommt es dann auch so sehr darauf an, wer dich fickt?« Der Blick, den Henshaw Andrews zuschleuderte, hätte Stahl schneiden können. Dann wandte sie sich an Laury. Der hatte sich noch nie zuvor so gemein gefühlt. »Und du? Von dir hätte ich nie geglaubt, dass du verraten würdest, womit man mich erpressen kann. Glaub mir bitte, dass ich nicht. Leck mich doch!« »Hey, du hast mir doch gar nichts erzählt,« verteidigte sich Laury. »Ich weiß tatsächlich nicht mal, wovon Kenneth spricht. Und auch mir gefällt dies hier überhaupt nicht.« Laury wandte sich an Andrews. »Könnten wir verdammt nochmal nicht etwas anderes versuchen?« Andrews sah Laury ausdruckslos an. »Es tut mir leid, aber wir brauchen mehr Informationen über Washburn,« sagte er. Andrews sah Henshaw drohend an. »Also, wie ist es? Willst du deine Mutter und deinen Bruder erfreuen, indem du die bekannteste öffentliche Hure dieses Landes wirst? Oder tust du uns lieber einen kleinen Gefallen? Du kriegst 10.000 plus das, was Washburn dir zahlt. Wie sieht's aus?« »Als könnte ich Nein sagen,« knurrte Henshaw. Sie lächelte nicht. Sie lächelte nicht. Am Flughafen von Osaka ging es noch hektischer zu, als Alice Donovan befürchtet hatte. Schwarzhaarige Japaner hetzten in Scharen zielstrebig in alle Richtungen. Hier und dort huschte auch ein europäisch oder nordamerikanisch wirkender Tourist oder Geschäftsmann vorüber. Die Nummern der Flüge und die Flugpläne auf den großen Anzeigetafeln wechselten schnell und Ansagen auf Japanisch schallten durch die Hallen und Gänge. Alice fragte sich, wie sie in diesem Gedränge jemanden finden sollte. Dann aber kam eine junge Frau in einem hellblauen Jeansanzug und Turnschuhen auf sie zu und verbeugte sich. Sie sah Alice fragend an. »Verseihung, sind Sie Alice Donovan?« »Ja,« antwortete Alice, »dann musst du Aki Konobura sein.« Alice fühlte sich in ihrem offiziell wirkenden dunklen Jackenkleid unpassend gekleidet. Sie hatte gedacht, dass die Japaner sehr formell seien, zumindest dann, wenn es um internationale Zusammenarbeit ging. Aki Konobura bemerkte ihre Verlegenheit. Sie lächelte, verbeugte sich wieder leicht und berührte den Ärmel ihrer Jacke. »Hoffentlich kränkt sie meine Kleidung nicht,« sagte Aki Konobura. »Ich komme direkt vom Einsatz. Mein Chef, Hauptkommissar Nyori, würde böse werden, wenn er mich so sähe, aber ich fühle mich, ehrlich gesagt, am Wohlstand in solche Kleidung.« »Das geht mir genauso,« sagte Alice rasch. »Das heißt, ich meine, ich würde mich auch wohler fühlen, wenn ich so angezogen wäre wie du. Der Mensch, den du jetzt siehst, ist nicht mein wirkliches Ich.« Aki Konobura grinste fröhlich, verbeugte sich wieder, und Alice spürte sofort, dass sie ihre lebhafte japanische Kollegin mochte. »Das kann noch eine ganz nette kleine Reise werden,« dachte sie. »Was möchten Sie als erstes sehen?« fragte Aki Konobura. »Könntest du mich duzen?« schlug Alice vor. »Sonst bekomme ich das Gefühl, wirklich alt zu sein.« Aki Konobura lachte. »Na gut, Alice-san, aber du musst trotzdem auf meine Frage antworten.« »Was würdest du selbst vorschlagen?« »Den Tatort?« »Das Hauptgebäude des Yoshikawa-Konzerns.« »Das klingt gut,« sagte Alice. Sie fuhren mit dem Lift ins Parkhaus und gingen zu Akikos Auto. Es war ein roter Mitsubishi, der seine besten Tage schon lange hinter sich hatte. »Ist das dein eigener Wagen?« fragte Alice. »Ja, genau. Ich bekomme etwas Kilometergeld zusätzlich zum Gehalt, wenn ich mein Auto benutze und nicht einen Dienstwagen. Osaka ist ziemlich teuer. Die Tilgung des Wohnungskredits bringen mich um.« »Das ist in New York genauso. Man sollte wohl aufs Land ziehen.« »Ja,« stimmte Akiko zu. »Aber wie lange würde man es dort aushalten?« Akiko verstaute Alice Gepäck im Kofferraum und stieg dann auf der Fahrerseite ein. Alice setzte sich neben sie. Akiko gab Alice eine Pistolentasche mit einer Dienstwaffe der japanischen Polizei. »Mir wurde befohlen, dir dies hier zu geben,« sagte sie. »Das ist ziemlich ungewöhnlich, aber ich gehorche und tue, was man mir befiehlt.« »Danke,« sagte Alice und befestigte die Pistolentasche an ihrem Gürtel unter dem Mantel. Akiko startete den Wagen. »Mein Mann hat ein kleines Landgut in New Mexico,« sagte Alice, während Akiko zurücksetzte. »Wir haben auch Pferde. Und Gästezimmer. Komm uns mal besuchen, wenn es dich interessiert.« Alice sagte nichts von dem wesentlich größeren Viehhaltungsbetrieb ihres Vaters. »Sei nicht so unvorsichtig, etwas zu sagen, wenn du es nicht wirklich meinst,« warnte Akiko lächelnd. »Es kann nämlich passieren, dass ich wirklich komme. Eines Tages.« »Wenn du nur kämst,« dachte Alice. »Laurie lädt nämlich ständig Gäste nach Sierra Vera ein. Seit dem letzten Mal sind leider nur mehr als zweieinhalb Jahre vergangen.« Alice ärgerte sich, sobald sie daran dachte. Das Leben mit einem überschäumend sozialen Mann wie Laurie hatte unleugbar auch seine Nachteile. Das Hauptgebäude des Yoshikawa-Konzerns lag ungefähr auf halbem Wege zwischen Flughafen und dem Zentrum von Osaka. Eine Stunde später befanden sie sich im Kellergeschoss des Gebäudes bei dem abgeschalteten Rapid-L-Reaktor. Alice betrachtete nachdenklich die modernen thermoelektrischen Elemente des Reaktors. Sie hatte in ihrem Dossier gelesen, dass der erste Thomas Johann Seebeck schon 1823 das Prinzip der thermoelektrischen Zellen erfunden hatte. Wenn zwei verschiedene Halbleiter zu einer u-förmigen Gesamtheit verbunden werden, entsteht eine Thermostromzelle, die Wärmeunterschiede direkt in elektrischen Strom umwandeln kann. »Hast du gesagt, dass ein solcher Reaktor normalerweise nur eine Wärme von 530 Grad produziert?« fragte Alice. »So hat man es mir berichtet«, antwortete Akiko. »Und der produziert tatsächlich Strom allein mit Thermostromzellen und nicht mit Dampfturbinen?« »Ja?« »Darf ich eine dumme Frage stellen.« »Lass hören«, forderte Akiko sie auf. »Die Entwicklung von effizienteren Wärmestromzellen ist wirklich eine tolle Sache«, begann sie. »Ganz wichtig für die Entwicklung der Menschheit. Aber Lithium-6 gehört zu den allergefährlichsten Isotopen, die es gibt. Also warum wollen die Ingenieure von Yoshikawa die notwendige Wärme gerade mit einem kleinen Atomreaktor produzieren, der noch dazu als Kühlmittel ausgerechnet Lithium-6 verwendet? 530 Grad sind keine besonders hohe Temperatur, die kann man doch leicht mit irgendeiner anderen Methode erzeugen, zum Beispiel mit Sonnenlicht.« »Ich weiß nicht, ob das eine dumme Frage ist«, sagte Akiko. »Aber sie zu beantworten, kann sein, dass sie einfach dasselbe getan haben wie immer, das, woran sie gewöhnt sind.« »So wird es wohl sein. Aber ist das nicht ein etwas deprimierender Gedanke?« »Deprimierend sind auch viele andere Dinge«, sagte Akiko. Sagte Akiko. Lowry klopfte zum achten Mal an Catherine Henshaws Tür. »Nun mach doch auf, ich weiß, dass du da bist. Ich hab deine Schritte gehört.« Weiter oben knallte eine Tür zu und Lowry hörte Geräusche. Jemand kam die Treppe herunter. Er drehte sich um und erblickte zwei junge Latinos, die ihn misstrauisch ansahen. Die Männer trugen rote Tücher und Metallketten um die Handgelenke. »Willst du, dass ich die Tür ausheble?«, fragte Lowry, als die Männer gegangen waren. Henshaw gab auf. Lowry hörte, wie sie die Sicherheitskette löste und das Sicherheitsschloss öffnete. Dann ging die Tür auf. »Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen?«, sprach es aus Henshaw heraus. »Ich habe nichts mehr zu erzählen. Jetzt kommst du schon zum dritten Mal hierher. Ich habe schon versprochen, für euch durch die Hölle zu gehen. Genügt das nicht?« »Entschuldige«, sagte Lowry. »Es tut mir sehr leid.« Henshaw sah ihn kalt an. »Entschuldigungen nützen hier nicht viel. Oder zumindest habe ich nichts davon.« »Du hast recht«, sagte Lowry. »Du kannst mir eine runterhauen, wenn dir das hilft.« Henshaw sah ihn hochmütig an. »Und wenn ich dir nun keine runterhaue, sondern dir in die Eier trete?« Lowry sah, dass Henshaw immer noch zornig war, und er musste sich eingestehen, dass sie triftige Gründe dafür hatte. Ihm fiel kein Satz ein, der jetzt geholfen hätte. »Vielleicht gibt es für diese Situation keine einfache Lösung«, dachte er trübsinnig. Aber dann sei er Henshaws Miene. Catherine Henshaw sah ihn nachdenklich und mit gerunzelter Stirn an. »Anscheinend haben wir so einiges gemeinsam«, sagte sie. »Ich meine, hinsichtlich der Arbeit. Wir beide tanzen quasi beruflich mit dem Tod. Ich liebe Eugle mit Aids und Hepatitis und allen möglichen Krebsviren, und du spielst anscheinend mit pyromanen Halsabschneidern, Selbstmordbombern und so weiter.« Lowry sah Henshaw verdutzt an. »Nur, ich töte für Geld, und du liebst sozusagen für Geld«, bemerkte er. »Ich würde allerdings statt lieben ein anderes Wort verwenden«, zischte Henshaw. Sie zögerte und schien zu überlegen, was sie tun sollte. »Du möchtest sicherlich hereinkommen«, sagte sie dann. »Wenn du nicht in Eile bist«, Henshaw nickte. »Dann komm«. Lowry trat ein, stand einen Augenblick an der Tür zum Wohnzimmer und setzte sich dann aufs Sofa. Catherine Henshaw zündete sich eine Zigarette an. Als Lowry ihr nur zusah und nichts sagte, fragte sie, »Ich habe einen Fehler gemacht, nicht wahr?« »Wie man es nimmt. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde es nicht so ausdrücken, aber irgendwie vielleicht eben doch. Ich hätte nie geglaubt, dass Kenneth sich so gemein verhalten würde. Ich habe ihn gefragt, womit er dich erpresst hat, aber im Grunde stand es schon in einem Bericht, den er hat über dich anfertigen lassen.« »In einem Bericht?« Henshaw nahm den Aschenbecher vom Tisch und drückte ihre Zigarette darin aus. »So, so. Eure Methoden sind ja wirklich angenehm.« »Es tut mir leid.« »Du weißt also Bescheid?« »Ja,« bestätigte Lowry. »Und vorher hast du es nicht gewusst?« Lowry schüttelte den Kopf. »Dein Chef hat mir keine Wahl gelassen,« sagte Henshaw. »Michael würde endgültig zerbrechen, wenn er wüsste, woher mein Geld stammt.« Lowry fühlte sich unwohl. Er ließ seinen Blick durch die Wohnung schweifen. Auf dem Schreibtisch lagen zwei Stapel Bücher, die neu aussahen. Anscheinend hatten sie alle mit demselben Thema zu tun. Er stand auf, ging zum Tisch und ergriff den obersten Band. Lynn Edens glänzendes, aber bestürzendes Buch »Whole World and Fire«. Er kannte es nur allzu gut. Lowry hob die anderen Bücher hoch, um nachzuschauen, was sich noch in dem Stapel befand. Populärwissenschaftliche Werke über Atomterrorismus wie »Weapons of Mass Destruction« und »Nuclear Terrorism«. Auf dem Deckel des untersten Bandes war ein Bild, das der Ästhetik nach aus den 50er Jahren stammte und eine Rakete zeigte, die sich dem Mond näherte. »Project Orion – The Atomic Spaceship 1957 bis 65«, las Lowry vor. Er kannte das Buch nicht, aber es schien interessant. In dem anderen Stapel gab es mehrere Memoiren von Forschern, die den Nobelpreis erhalten hatten oder aus anderen Gründen bekannt waren. »Racing for the Bomb«, »Disturbing the Universe«, »Atoms in the Family«, »Edward Tellers Memoirs«, »Adventures of a Mathematician« und so weiter. Auch Linus Paulings »General Chemistry« war darunter. Lowry blätterte in den Büchern und vermutete, dass Hans Shaw sie bei Amazon oder in einer gut sortierten New Yorker Buchhandlung oder in einem Antiquariat erstanden hatte. Auf dem Tisch lagen auch einige aus der Bibliothek entliehene Bände, von McGraw-Hills klassischer Encyclopedia of Science and Technology. Obenauf lag Band 10, Lab bis Mess. Man brauchte kein Genie zu sein, um zu verstehen, dass dieser Band unter anderem einen Eintrag zum Stichwort Lithium enthielt. Auf McGraw-Hill lag die Fotokopie eines Artikels von Alexander Glaser und Frank N. von Hippel über angereichertes Uran, der in der Zeitschrift »Scientific American« erschienen war. »Thwarting Nuclear Terrorism«, lautete die Überschrift. Lowry kannte den Inhalt des Artikels. »Du hast dich wohl ein wenig schlau gemacht«, konstatierte Lowry, als er bemerkte, dass sie ihn beobachtete. »Du hast eine phänomenale Beobachtungsgabe«, versetzte Hans Shaw trocken. »Du kannst mir glauben, dass mich diese Lithium-Geschichte schon ein wenig beschäftigt. Jetzt erschreckt es mich geradezu, in was ich da hineingeschlittert bin.« Henscher nahm sich eine neue Zigarette, zündete sie an und blies den Rauch in Lowrys Richtung. »Du hast mir letzten Endes fast nichts erzählt«, sagte sie vorwurfsvoll. »Und im Internet findet sich kein interessantes Material, wenn man nicht schon von vornherein ziemlich viel weiß. Man muss es verstehen, mit Termini zu suchen, die präzise genug sind.« »Du hast also die zentralen Begriffe und die richtigen Stichwörter in den Büchern gesucht, um im Internet nach Informationen zu suchen?«, fragte Lowry ungläubig. »Bingo, genauso«, sagte Hans Shaw. »Ich hatte schon ein paar Bücher zum Thema und Michael hatte noch mehr. Zusätzlich habe ich mir ein paar besonders interessant wirkende Titel bei Amazon bestellt.« Lowrys Miene drückte weiterhin Zweifel aus. »Muss ich denn eine Analphabetin oder hirnlose Idiotin sein, nur weil ich eine Frau bin?«, fragte Hans Shaw heftig. »Oder weil ich in diese Situation geraten bin?« »Das habe ich nicht gemeint«, verteidigte sich Lowry. »Doch, das hast du gemeint«, beschuldigte ihn Hans Shaw. »Und das ist wirklich kränkend. Zumal ich an der Universität Physik studiert habe, bevor ich...« »Verzeihung«, sagte Lowry.« Hans Shaw sah ihn finster an. »Hat Lithium-6 außer mit schnellen Brüdern und Fusionsenergie auch noch mit etwas anderem zu tun?«, fragte sie plötzlich. »Mit der Produktion von Tritium für Atombomben?« Lowry antwortete nicht gleich, sondern überlegte, was er sagen sollte. Hans Shaw ahnte, welche Bahnen seine Gedanken eingeschlagen hatten. »Also weißt du«, sagte sie, »ich habe meinen Kopf auf den Hackblock gelegt, nur um euch zu helfen. Und zum Dank dafür habt ihr mich gleich bis zum Hals in Scheiße versenkt. Es wäre fair, wenn ich wenigstens ungefähr erfahren dürfte, warum ich das gemacht habe.« »Und ich wiederum glaube, dass du es nicht wissen willst.« »Hör auf, so zu reden. Ich mag solche Sätze nicht«, schnauzte Hans Shaw Lowry wütend an. »Bitte sei so gut und behandle mich nicht herablassend. Dagegen bin ich allergisch.« »Du willst es nicht wissen«, ist der Lieblingssatz der Kernphysiker, dachte Lowry. Wie oft traf er eigentlich wirklich zu? Lowry dachte an Edward Teller, der zusammen mit Stanislaw Ulam das zentrale Prinzip der Wasserstoffbombe ersonnen hatte. Dank Tellers und Ulams Erfindung hatte die Armee der Vereinigten Staaten plötzlich Kernwaffen bauen können, die tausendmal stärker waren als die Hiroshima-Bombe. »Uns schränkten die bekannten Bedingungen der existierenden Sterne nicht mehr ein«, hatte Teller auf dem Höhepunkt seiner Hybris verkündet. »Wir können jetzt selbst entscheiden, welche Bedingungen wir auf unserem Stern schaffen wollen. Wir sind astrophysikalische Ingenieure, Erbauer künstlicher Sterne geworden.« Die erste Wasserstoffbombe, die den witzigen Namen Ivy Mike, Efeu Mike, bekam, war noch plump und von ihrer Wirkung her relativ schwach, ein Kühlschrank von 82 Tonnen. Um eine ausreichende, genügende Dichte zu erreichen, war als zweite Phase der Bombe ein Gemisch von flüssigem Deuterium und flüssigem Tritium verwendet worden. Damit das Gemisch nicht schmolz, musste man es sehr kalt halten, nur wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt. Feilig hatte schon Mike das gesamte Elugelab-Atoll in pulverisierter Form in die Luft fliegen lassen. Aber der Schlüssel zu effizienteren Wasserstoffbomben war Lithium-Deuterit, eine Mischung aus Lithium-6 und Deuterium. Lithium-Deuterit war bei Zimmertemperatur ein fester Stoff, sodass eine Kühlung nicht erforderlich war. »Warum eine Kuh kaufen, wenn Milchpulver doch so billig ist?« hatte Edward Teller getrellert. Anfang der 1950er Jahre hatte es nur 60 Cent gekostet, durch den Zusatz von Deuterium und Lithium-6 die Intensität einer Nuklearwaffe um eine Kilotonne zu steigern. 0,6 Dollar. Sieben Dollar pro Hiroshima. Und am 28. Februar 1954 war Castle Bravo gefolgt. »Vielleicht sollte Henscher erfahren, worum es bei all dem hier geht«, dachte Lauri. »Vielleicht wäre das in diesem Fall nur recht und billig.« »Also gut, wie du willst«, sagte er schließlich. »Erzähl aber zuerst einmal, was du selbst schon herausgefunden hast. Ich muss ja nicht das wiederholen, was du schon weißt.« »Das klingt fair«, Henscher überlegte einen Augenblick, womit sie beginnen sollte. »Laut diesen Büchern besteht die zweite Phase von Wasserstoffbomben immer aus schweren Wasserstoffisotopen«, sagte sie dann. »In der Praxis also entweder aus Deuterium und Lithium-6 oder aus Deuterium und Tritium. Die Beschaffung des Deuteriums dürfte dabei wohl das leichteste sein.« Lauri nickte. »Stimmt«, sagte er kurz. »Im Meerwasser kommt ein Deuterium-Atom auf 6000 gewöhnliche Wasserstoffatome. Weil schweres Wasser mehr wiegt als gewöhnliches Wasser, verdampft es als letztes. Wenn also jemand 6000 Liter Meerwasser nimmt und davon 5999 Liter verdampfen lässt, ist der letzte übrig gebliebene Liter schweres Wasser. Wenn man das mit Hilfe von elektrischem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt, besteht der Wasserstoff aus nahezu reinem Deuterium. Tritium dagegen muss man aus Lithium-6 herstellen.« »Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man Lithium-6 oder Tritium und Deuterium als Verstärker auch in gewöhnlichen einphasigen Fissionsbomben einsetzen«, fuhr Henshaw fort. »Wenn man also zum Beispiel einer gewöhnlichen Plutonium-Bombe eine kleine Menge Lithium-6 und Deuterium oder Tritium und Deuterium zusetzt, hat das eine spektakuläre Steigerung der Explosionskraft zur Folge. Die Stärke steigt dann von ein paar Dutzend auf Hunderte von Kilotonnen an.« Lauri nickte bestätigend. »Ich bin beeindruckt.« »Aber ist es wirklich wahr, dass nur wenige Gramm genügen?«, fragte Henshaw. »Leider ja.« »Ich glaube, ich brauche einen Schnaps«, sagte Henshaw und ging in die Küche. »Willst du auch einen?« »Ich bin zwar im Dienst, aber ausnahmsweise nehme ich vielleicht doch einen.« Henshaw kam mit einer silberfarbenen Schachtel zurück und entnahm ihr eine Flasche Whisky. Sie füllte zwei Gläser mit dem Whisky, der eine schöne Farbe hatte. »Eis?« »Nein, danke.« Henshaw reichte Lauri ein Glas und nahm aus ihrem eigenen einen ordentlichen Schluck. »Ich dachte zuerst, ihr befürchtet nur, dass jemand das Lithium zur Verstärkung der Intensität einer gewöhnlichen Bombe verwenden will,« fuhr Henshaw fort. »Aber dann fand ich das nicht überzeugend. Denn für den Bau einer gewöhnlichen Atombombe braucht man mindestens zehn Kilo Nuklearwaffenuran oder Plutonium. Und das wird sicherlich sehr sorgfältig bewacht.« Lauri dachte daran, was in Andrews Bericht über Henshaws Intelligenzquotienten gestanden hatte. »Dann dachte ich, dass jemand eine Wasserstoffbombe bauen will und dafür Lithium-6 braucht,« fuhr Henshaw fort. »Um eine solche Bombe zu zünden, würde man aber nur eine ganz kleine Menge Plutonium benötigen.« Lauri kostete den Whisky. »Nicht übel. Der Nachgeschmack ist rauchig,« konstatierte er bei sich. Er nahm die Verpackung, um zu sehen, welche Marke es war. »Glengoyne, Single Malt, schottischer Malzwisky.« »Die muss ich mir merken,« dachte er. »Also überlegte ich, wofür jemand wohl sechs Tonnen Lithium braucht,« fuhr Henshaw eifrig in ihrem Bericht fort. »Laut Linus Pauling werden für eine Wasserstoffbombe, die fast 2000 Mal stärker ist als die Hiroshima-Bombe, nur 90 Kilo Deuterium und 135 Kilo Lithium-6 benötigt. Warum also sollte jemand sechs Tonnen von diesem Stoff stehlen?« Als ich noch weiter nachforschte, kamen mir aber auch sonst Zweifel an der Theorie von der Wasserstoffbombe. So ein Ding zu bauen, ist doch wohl nicht ganz einfach. All diese Berylliumreflektoren und so weiter, das ist doch ziemlich kompliziert. Ehrlich gesagt, kann ich nicht recht glauben, dass es um eine gewöhnliche Wasserstoffbombe geht.« »Oh, verdammt!« dachte Lauri. »So dass ich das wissen möchte, was du mir noch nicht erzählt hast,« schloss Henshaw. Sie stellte ihr Glas auf den Tisch und griff wieder nach der Zigarettenschachtel. Jetzt bot sie auch Lauri eine Zigarette an, aber der schüttelte den Kopf. »Du hast recht,« bestätigte Lauri. »Die größte Gefahr stellen nicht die gewöhnlichen Wasserstoffbomben dar.« »Was dann?« »Wenn du einige Gramm Plutonium hast.« »Einen großen Haufen Lithium-6 und sehr viel, ganz gewöhnliches, unangereichertes Natururan, dann kannst du eine so große Atombombe bauen, wie du nur willst. Ganz ohne Berylliumreflektoren.« Ohne Berylliumreflektoren. Kenneth Andrews wandte sich Julia Norris zu und sah sie unsicher an. Sie befanden sich in einem langen unterirdischen Gang in einem weit außerhalb der Stadt gelegenen großen Gebäude, von dessen Existenz Julia bislang nichts gewusst hatte. Es war von einem Elektrozaun umgeben, der von einer Stacheldrahtrolle gekrönt war. Am Eingang hatten vier Soldaten mit Sturmgewehr gestanden. »Julia, ich bin immer noch der Meinung, dass du nicht mitkommen solltest,« sagte Andrews. »Wenn Yusuf angefangen hat zu reden, will ich mit eigenen Ohren hören, was er sagt,« widersprach Julia. »Außerdem weißt du, dass ich Arabisch kann.« Andrews wirkte nicht überzeugt. »Du kannst kein Arabisch,« fügte Julia hinzu. Andrews sah Julia mürrisch an. »Außerdem bin ich Muslimin,« fuhr Julia fort. »Was du nicht bist. Auch das kann vielleicht nützlich sein.« »Also gut,« gab Andrews nach. »Aber du wirst vielleicht noch bereuen, dass du mitgekommen bist. Denk an meine Worte.« Andrews Worte klangen für Julia unheilverkündend. »Was meinte er nur?« Das verstand Julia, als sie Hassan Yusuf im Verhörzimmer sah, durch ein Fenster, das nur von dieser Seite aus durchsichtig war. Zugleich begriff sie, dass Kenneth Andrews recht gehabt hatte. Sie hätte nicht hierher kommen sollen. Sie würde bis ans Ende ihres Lebens Albträume haben. Hassan Yusufs Gesicht. War dieses entstellte, wie ein Skelett grinsende Gesicht das eines Menschen? Eines lebendigen Menschen? Sein Mund? Wo waren seine Zähne? Und als Julia den Blick abwärts wandern ließ, auf Yusufs Hände und seinen nackten Körper, Julia wandte sich um und erbrach sich heftig. Kenneth Andrews und die drei anderen Männer im Zimmer sahen sie ausdruckslos an. »Ich hab's dir doch gesagt,« bemerkte Andrews. Einer der Männer brachte Julia Papierhandtücher. Julia wischte sich die Mundwinkel ab und wandte sich vorwurfsvoll an Andrews. »Ken, das ist nicht in Ordnung.« »Du weißt selbst, wie viel auf dem Spiel steht.« »Das da ist immer falsch. Das da kann niemals richtig sein. Wenn wir das einmal tun, wo machen wir dann Halt? Wenn wir die Büchse der Pandora öffnen, dann öffnen wir etwas, das eigentlich nicht geöffnet werden darf und das dann nur sehr schwer wieder zu schließen ist.« »Wäre es besser, Millionen sterben zu lassen, ohne etwas zu tun?« »Vielleicht wäre das wirklich besser,« sagte Julia zornig. »Besser als das hier.« »Das kann nicht dein Ernst sein.« Julia warf die stinkenden Tücher in den Papierkorb. »Kenneth, hast du jemals daran gedacht, dass niemand mehr nachts ruhig schlafen kann, wenn das hier bekannt wird? Jeder einzelne Bürger der Vereinigten Staaten muss dann befürchten, dass er verhaftet wird, dass er gefoltert wird, in jedem Augenblick, sein ganzes Leben lang.« »Du übertreibst. Du brauchst dich nur von den Terrororganisationen fernzuhalten, und schon bist du in Sicherheit.« »Und wenn die Regierung beschließt, den Terrorismus anders zu definieren?«, warf Julia hin. »Warum sollten wir das tun?« »Und wenn sich die offizielle Definition irgendwann, jede Woche ändert, oder jeden Tag, und niemand mehr mit Sicherheit wissen kann, was vielleicht alles wann zum Terrorismus und zu seiner Unterstützung gehören wird?« »Du hast wohl zu viel Orbe gelesen,« seufzte Andrews. »Und wenn wir in der Zukunft immer aufpassen müssen, dass wir uns nicht des Terrorismus verdächtig machen, und immer versuchen müssen zu erraten, was gerade richtig ist oder falsch, so wie in der Sowjetunion unter Stalin.« »Du kannst jederzeit zurück in den Iran gehen, wenn du willst,« bemerkte Andrews. »Die Mullahs werden dich sicherlich herzlich empfangen.« »Sehr witzig, Kenneth.« »Okay.« »Es war geschmacklos.« »Und wenn jemand mit Absicht einen Verdacht auf mich lenkt und gefährliche Dokumente in meinen Aktenkoffer lanciert?« »Sie in meiner Wohnung deponiert, wenn ich nicht da bin,« fuhr Julia fort. »Beste Julia,« sagte Kenneth Andrews eisig, »nun werd mal nicht hysterisch.« »Und wenn man nun einem meiner Bekannten ein Verbrechen unterschiebt und er in den Verhören zusammenbricht, weil er gefoltert wird und meinen Namen nennt, weil ihm niemand anderes einfällt, den er denunzieren könnte?« »Dein Erbrochenes stinkt ziemlich übel,« stellte Kenneth Andrews fest. »Könntest du irgendwo eine Putzfrau auftreiben, die ein bisschen sauber macht?« »Wir haben die ein bisschen sauber macht.« Akiko Nobura und Alice Donovan saßen auf großen Polstern an einem niedrigen Tisch in einem der hinteren Winkel des Restaurants. Das Lokal war mithilfe leichter, ohne Kraftaufwand, an ihren Platz gleitender Papierwände in Nischen unterteilt. Auf den Fensterbrettern standen kunstvoll gezüchtete Bonsais und Wände und Decken waren mit feinen, Bambuswälder darstellenden Gemälden verziert. Sie schufen im Restaurant die reizvolle Illusion, dass man tatsächlich im Schatten eines aus dem Märchen in die Wirklichkeit versetzten, verzauberten Bambuswaldes saß. »Kein Wunder, dass dies Akikos Lieblingsrestaurant ist,« dachte Alice. Aus dem Fenster blickte man auf die Straße, wo lebhafter Verkehr herrschte. Auf dem Bürgersteig bewegten sich die Menschen wie ein ununterbrochener Strom in beide Richtungen. Auf der anderen Straßenseite gab es eine Lichtreklame, die eine ganze Wand bedeckte und wie ein Kaleidoskop ständig ihre Form und Farbe änderte. Sie strahlte in dem dämmerigen Abend, in allen Farben des Regenbogens, bald in japanischen Schriftzeichen, bald in beweglichen Bildern. Sie hatten gerade ihr Abendessen beendet, das aus einer Brühe im Donabetopf sowie aus Garnelen, Muscheln und Pilzen bestand, die man mit Stäbchen in die Brühe eintunkte, und tranken nun zum Dessert grünen Tee aus zierlichen, schön gemusterten Porzellantässchen. »Du hast gesagt, die Module seien offenbar mit einem relativ kleinen Motorboot fortgebracht worden,« nahm Alice die Unterhaltung wieder auf. »Das ist am wahrscheinlichsten. Für ein Motorboot war es allerdings gar nicht so klein, aber ich würde damit keinen Ozean überqueren.« »Es ist also offenkundig, dass sie die Module zu einem größeren Schiff gebracht haben.« »Das nehme ich an.« »Gibt es Hoffnung, dass man die Spur verfolgen kann?« »Im Prinzip sollte es sehr gut möglich sein, Satellitenfotos von der Begegnung der Schiffe zu bekommen,« versicherte Akiko. »Wir haben die Bilder unserer eigenen Satelliten schon durchgesehen. Darauf ist nichts zu finden. Das ist zweifellos etwas seltsam. Wir sichten und analysieren zurzeit eure Bilder, ebenso einige weitere, die uns von anderer Seite zur Verfügung gestellt wurden. Wir haben jetzt so viele verschiedene Satellitenbilder, dass das Zusammentreffen der Schiffe auf einigen davon zu sehen sein muss.« »Was ist mit dem Motorboot passiert?« »Das ist nach Hokkaido weitergefahren und hat in einem kleinen Hafen angelegt.« »Ihr habt es also gefunden?« »Wir haben ein Boot gefunden, das leicht radioaktiv war, aber nicht so stark, dass es unter diesen Umständen etwas beweisen würde. Das Boot war verlassen und kein einziger der lokalen Fischer kannte es oder wusste etwas darüber. Die LR-Module waren nicht in dem Boot. »Es könnte also das richtige Schiff sein.« »Es gibt noch andere Möglichkeiten,« sagte Akiko. »Aber ich glaube, es ist das Richtige. Wenn es das ist, werden wir auf irgendeinem Satellitenfoto das Schiff finden, auf das die Module verladen worden sind, falls es sich um ein Überwasserfahrzeug handelte.« »Und wenn es ein U-Boot war?« »In diesem Fall könnten die Module sonst wo sein, und wir werden sie vermutlich niemals finden.« »Dann wollen wir uns nicht auf diese Möglichkeit konzentrieren. Und das Hauptgebäude des Yoshikawa-Konzerns gibt es dort Hinweise.« Akiko nickte. »Sogar viele.« »Die Aufnahmen der Sicherheitskameras sind vernichtet worden und im Reaktorraum haben sich keine Fingerabdrücke gefunden. Das Auto im Hafen war gestohlen, sodass es dort eine Menge Fingerabdrücke gab. Die meisten gehörten natürlich den rechtmäßigen Besitzern, aber einige waren wirklich interessant. Sie stammen nämlich von einem gewissen Mitglied der Yakuza, Roter Drache, das wir schon mehrmals festgenommen haben, weil es unter dem Verdacht stand, verschiedene Gewaltverbrechen begangen zu haben. »Der Rote Drache«, seufzte Alice. »Das klingt nach einem fürchterlichen Klischee.« »Ganz meine Meinung«, bekannte Akiko. »Das könntest du übrigens dem Bossen der Yakuza's mal klar machen. Vielleicht hören sie auf dich.« Einen Augenblick schwieg Akiko. »Wahrscheinlich würden sie nicht auf dich hören«, korrigierte sie sich dann. »Dann ist es wohl kaum der Mühe wert.« »Der Rote Drache ist eine halb selbstständige Verbrecherbande«, erläuterte Akiko. »Nach unserer Auffassung ist sie lose mit dem Yamaguchi-Gumi verbunden, der größten kriminellen Organisation Japans. Oder sagen wir, es ist ein Zusammenschluss von kriminellen Organisationen. Sie hat ihre Finger unter anderem in tausenden von legalen Geschäftsunternehmen.« »Wir haben in den USA ganz ähnliche Probleme«, merkte Alice an. »Das ist uns bekannt«, sagte Akiko kurz. »Verzeihung.« »Na, jedenfalls fanden wir die Fingerabdrücke eben dieser Person namens Eiji Nishishawa auch auf einer der zerstörten Kameras des Yoshikawa-Konzerns.« »Was deutlich darauf hinweist, dass der Rote Drache hinter dem Raub steckt«, sagte Alice eifrig. Akiko schien zu zweifeln. »Ich glaube, das wäre zu viel gesagt. Ich würde eher annehmen, dass Sie die Module im Auftrag von jemand anderem geraubt haben. Sie selbst würden damit nichts anfangen können. Dies ist immerhin Japan. Es handelt sich um eine Auftragsarbeit. Sie haben für Geld einen Auftrag ausgeführt. Wir müssen jetzt nur noch herausfinden, für wen Sie gearbeitet haben.« »Sollte man Sie das nicht selbst fragen?«, schlug Alice vor. »Ja, das haben wir auch vor«, versicherte Akiko. »Ich glaube nur nicht, dass uns das irgendetwas nützt. Es ist sehr schwierig, Mitglieder der Yakuzas zum Reden zu bringen, und außerdem glaube ich nicht, dass Sie überhaupt wissen, wer den Auftrag erteilt hat. Glaub mir, Sie haben Ihre eigenen Methoden, solche Sachen so zu erledigen, dass sich die Spuren verlieren. Aber mit Evas Glück werden wir herausfinden, wo die Module hingebracht worden sind, vorausgesetzt, dieses Motorboot hat den Yakuzas gehört. Wenn am Steuer ganz andere Typen gestanden haben, werden wir wohl nicht sehr weit kommen.« Akiko wirkt in dieser Hinsicht nicht sonderlich hoffnungsvoll. »Was denkst du selbst?«, fragte Alice unumwunden. »Sie gehen immer auf eine bestimmte Art und Weise vor«, antwortete Akiko, »sehr berechnend und überlegt. Ich glaube, dass die Yakuzas, die das Lithium gestohlen haben, nicht wissen, wer in dem Motorboot war.« »Die Satellitenbilder sind also unsere einzige Hoffnung«, sagte Alice. Alice bemerkte, dass sie inständig hoffte, dass die Module mit einem gewöhnlichen Schiff und nicht mit einem U-Boot fortgebracht worden waren. Früher konnten sich nur Staaten U-Boote leisten. Heute konnte sich jedermann ein kleines U-Boot zu Erholungszwecken kaufen. Jedermann, der ein paar Millionen Dollar erübrigen konnte. »Aber möchtest du hören, was ich wirklich denke?«, fragte Akiko plötzlich. Alice sah sie verdutzt an. »Bitte«, forderte sie Akiko auf. »Nach meinem Eindruck ist etwas an der Sache durch und durch faul«, sagte Akiko. »Was meinst du damit?« Mein Chef, Hauptkommissar Niore, war von Anfang an der Meinung, dass alles sei viel zu sauber. Er denkt in Mustern, und ihm gefällt das Mustern nicht, das sich aus all dem ergibt. Er findet, dass alles zu klar und zu simpel ist. Er sagt, es handele sich um eine Inszenierung, um ein Theaterstück. Jemand hinterlässt für uns Spuren, die wir finden sollen. Warum zum Beispiel haben sie die achte Leiche in den Hafen gebracht? »Ohne sie hätten wir es viel schwerer gehabt, dem Motorboot auf die Spur zu kommen.« Alice sah Akiko an und rieb sich mit der linken Hand die Wange. »Was glaubst du selbst?«, fragte sie. »Ich glaube, dass Hauptkommissar Niore recht hat.« »Interessant«, bemerkte Alice. »Eine meiner Kolleginnen, Julia Norris, hat die ganze Zeit dasselbe gesagt. Auch sie denkt intuitiv und sucht nach überzeugenden Mustern, etwa so, wie dein Chef es auch tut. Auch Julia hat viele Male behauptet, dass etwas an diesem Fall schlicht falsch erscheint. »Wenn sowohl mein Chef als auch deine Kollegen diese Auffassung sind, sollten wir sie dann nicht ernst nehmen?«, fragte Akiko. »Aber wenn sie recht haben, worum handelt es sich dann bei all dem?« Akiko breitete die Hände aus zum Zeichen ihrer Unwissenheit. »Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht kommt die Antwort uns von selbst entgegen, wenn wir anfangen, aus einer anderen Perspektive herauszusuchen.« Der Kellner brachte die Rechnung. Sie zahlten, verbeugten sich, verließen das Restaurant und machten sich auf den Weg zu der kleinen Seitenstraße zwei Carrees weiter, wo Akiko ihren kleinen Mitsubishi geparkt hatte. An der Straßenecke standen zwei Männer und rauchten. Sie hatten etwas an sich, das in Alice' Kopf kleine Alarmglocken zum Schrillen brachte. Die Männer sahen sie an, als sie aus dem Restaurant herauskamen, wandten sich dann aber ab und setzten ihre Unterhaltung fort. Plötzlich war Alice sich sicher, dass die Männer Waffen trugen. Sie wirkten irgendwie gefährlich und gewaltbereit. »Na und?« dachte Alice. »In Osaka gab es viele Gangster. In Japan standen mindestens 150.000 Personen im direkten Dienst der Yakuzas. Die meisten davon Angehörige der Burakumin, eine Art kastenloser japanischer Unterschicht. Hartgesottene Burschen, die zu den Yakuzas gehörten, musste es also auch in dem Viertel geben, in dem das Restaurant lag. Aber Alice und Akiko hatten nichts mit ihnen zu tun, und außerdem besaßen die Yakuzas ihre eigenen, klar geregelten, auf präzisen Verträgen basierenden Handlungsweisen, wie Akiko mehrmals betont hatte. »Ich leide ja schon an Verfolgungswahn,« dachte Alice. »Ich werde panisch, sobald ich einen bewaffneten Kriminellen sehe. »Ich sollte in Rente gehen. Nach diesem Einsatz.« Mit diesen Gedanken beruhigte sie sich ein wenig. Aber Alice konnte nichts dagegen tun, dass all ihre Instinkte schrien und ihr Befahlen, die Flucht zu ergreifen. Akiko entriegelte klackend die Türen ihres Autos. »Möchtest du zur Abwechslung mal fahren?«, fragte sie aus einer momentanen Eingebung heraus. »Warum nicht?«, erwiderte Alice. »Es könnte ganz nützlich sein, dass Fahren bei Linksverkehr und unter japanischen Bedingungen zu üben.« Akiko warf ihr die Schlüssel zu. »Solange du mir keine Beule in meine geliebte Schrottkar fährst,« lachte sie. »Ich verspreche dir, brav zu sein,« versicherte Alice und fing die Schlüssel in der Luft auf. »Ich fahre immer sehr vorsichtig.« Alice befestigte den Sicherheitsgurt und wartete, dass Akiko dasselbe tat. Dann ließ sie den Motor an und fuhr bis zur Straßenecke. Links sah sie einen schwarzen Toyota, in dem zwei Gestalten saßen, aber er parkte anscheinend noch am Straßenrand. Andere Autos kamen nicht, sodass Alice nach rechts abbog und sich hinter einem großen Geländewagen einreite, der vor einer Ampel hielt. Im Rückspiegel sah sie, dass der Toyota sich in demselben Moment in Bewegung setzte. Gleichzeitig gingen die hinteren Türen des Geländewagens auf und zwei Männer sprangen auf die Straße. »Oh nein!«, schrie Akiko. Die Männer hielten Maschinenpistolen in der Hand und kamen genau auf sie zu. Alice spürte, wie sich eiskalte Angst in ihr breitmachte. »Ich hätte meinem Instinkt trauen sollen,« dachte sie. »Wenn sie jetzt schießen, ist dies das Ende. Da können wir nichts machen.« Im Rückspiegel sah sie, wie der am Straßenrand geparkte Toyota heranglitt und Stoßstange an Stoßstange hinter ihnen hielt. »Weißt du, was das bedeutet?«, fragte sie Akiko. Die war ganz blass geworden. »Ich verstehe das nicht,« stieß sie hervor. »Das bedeutet nichts Gutes. So etwas tun sie niemals, nicht mit Polizisten, nie. Das kann böse enden.« »Glaubst du, dass sie uns eliminieren wollen?« »Ich weiß es nicht,« flüsterte Akiko. »Aber es ist möglich. So etwas ist höchst ungewöhnlich.« Alice sah, dass die Männer, die vorhin in der Seitenstraße gestanden hatten, aus dem Toyota stiegen und ebenfalls rasch auf sie zukamen. Beide hatten eine Pistole in der Hand. »Soll ich versuchen, meine Waffe zu ziehen?«, überlegte sie. »Vielleicht habe ich später keine Gelegenheit mehr dazu.« Sie beschloss, es sein zu lassen. Eine kleine drohende Bewegung und Kugeln aus zwei Maschinenpistolen würden sie durchsieben. »Wir sind direkt in die Falle getappt,« sagte sie zu Akiko, als die Männer aus dem Toyota auch schon die Vordertüren des Mitsubishis aufrissen. »An eurer Stelle will ich nichts tun,« sagte einer der Männer in einem stark dialektal gefärbten Englisch und deutete mit dem Kopf zu den MP-Männern herüber. Die Männer nahmen ihnen als erstes gekonnt und routiniert ihre Pistolen ab. Alice fand die Art und Weise widerwärtig, wie der Mann ihr dabei zu nahe kam und sie anfasste wie ein Besitzer. Sie sah, dass der Mann eine große rötliche Tätowierung hatte, die eine Art Drachen darstellte. Sie schaute aus dem Hemdkragen hervor. »Wie dumm, wegen eines blöden Klischees zu sterben,« schoss es Alice durch den Kopf. Zugleich bemerkte sie, dass dem anderen Mann das erste Glied des kleinen Fingers fehlte. »Jubizume«, dachte sie, ein traditionelles Ritual, bei dem ein bei seiner Aufgabe gescheiterter Yakuza um Verzeihung bat, indem er sich ein Fingerglied abschnitt und es seinem Oyabun überreichte. Die Yakuza drängten sich hinter sie auf den Rücksitz. Alice sah, dass der eine von ihnen die Pistolen, die sie ihnen weggenommen hatten, auf den Boden des Wagens legte. Die MP-Männer zogen sich in den Geländewagen zurück, aber die Yakuza's auf der Rückbank hielten ihre Waffen direkt auf Alice und Akikos Nacken gerichtet. Die Aufmerksamkeit der Männer ließ keinen Augenblick nach, sie riskierten es nicht einmal, ihre Sicherheitskurte anzulegen. »Diese Kerle sind Profis,« dachte Alice und fühlte tiefe Verzweiflung. »Es tut mir so leid, Lauri. Aber es kann sein, dass ich dich nie mehr wiedersehe. Es tut mir leid, dass ich solchen Mist gebaut habe.« »Folgen Sie diesem Geländewagen,« sagte der eine Mann lakonisch zu Alice. LAKONISCH ZU ALICE Katharine Henshaw sah Lauri Nurmi ungläubig an. Ihre Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Mit ihrem schwarzbraunen Haar und der dunklen Haut wirkte sie in Laurys Augen plötzlich sehr südasiatisch. »Jetzt kann ich dir nicht mehr folgen,« klagte sie und drückte ihre Zigarette in dem Kristallascher aus. »Hast du nach dem Begriff glücklicher Drache gesucht?«, fragte Lauri. Henshaw nickte. »Das hab ich.« »Was hast du alles gefunden?«, fragte Lauri aufrichtig daran interessiert, wie viel Henshaw herausbekommen hatte. »Offenbar hat unsere Regierung am 1. März 1954 auf dem Bikini-Atoll der Marshallinseln einen Atomtest gemacht,« begann Henshaw. »Castle Bravo«, sagte Lauri. »Castle war der Name der Testserie, Bravo der Code dieser einzelnen Explosionen.« »Komische Namen«, konstantierte Henshaw, »für Atombomben.« »Viele hatten ganz witzige Namen«, bestätigte Lauri. »Sicherlich heiterere, als sie es verdient hätten.« Lauri wusste, dass Castle Bravo eine 12-Megatonnen-Bombe gewesen war. Der Wind hatte von Bikini in die Richtung von zwei anderen Atollen der Marshallinseln geweht, Brongalab und Uterik. Sie lagen knapp 300 bzw. etwa 500 Kilometer entfernt. Der japanische Fischkutter Daigo Fukuyomaru, der glückliche Drache, hatte sich etwa 200 Kilometer entfernt unter dem Wind befunden. Radioaktive Asche war in großen Flocken auf das Schiff herabgefallen, sodass das ganze Deck damit bedeckt war. Die ganze Mannschaft war schwer erkrankt. Brandwunden, Erbrechen, schwindelstarke Schmerzen. Alles Symptome der Strahlenkrankheit. Auch die Bewohner von Rongalab und Uterik waren krank geworden. 850 andere japanische Fischkutter hatten einen kleineren Teil des Fallouts abbekommen und ihren Fang ins Meer werfen müssen. Der Vorfall wurde zur Inspirationsquelle für eine lange Serie von Gojira- oder Godzilla-Monsterfilmen. Der Funker des glücklichen Drachen starb. Die anderen Mitglieder der Besatzung genasen. Als die japanische Regierung protestierte, teilte ihr die Energiebehörde der USA mit, ihre Befürchtungen seien unbegründet. Laut Stellungnahme der Behörde hatte sich der Fallout schon in wenigen Kilometern Entfernung so weit abgeschwächt, dass er ungefährlich war. Die Behörde sagte, man könne den Fallout in größerer Entfernung als 800 Kilometer nicht einmal mehr wahrnehmen, mit keinerlei Messgeräten. Die Japaner sammelten in einem Jahr 30 Millionen Unterschriften für einen Appell gegen die Atomversuche. Der glückliche Drache wurde für kurze Zeit aus dem Verkehr gezogen und unter dem Namen Schwarzer Falke als Schulschiff genutzt. Später wurde daraus die Attraktion eines beliebten Museums. Wieder nippte Lauri an seinem Glas. Nicht übel, das musste er zugeben. Henshaw schenkte sich nach, hob die Flasche und sah Lauri fragend an, aber der machte mit der Hand eine abwehrende Geste. Eine angenehme Bekanntschaft, aber das genügt, vielen Dank, sagte er. Henshaw verschloss die Flasche wieder. Aber gern doch. Eines aber habe ich noch nicht herausbekommen, fuhr Henshaw fort. Warum war der Fallout von Castle Bravo so gefährlich? Die anderen Atomversuche hatten eindeutig keine solchen Folgen. Was machte Castle Bravo zu so einem besonderen Fall? Genau das ist es ja, dachte Lauri. Die Tausend-Dollar-Frage. Vielleicht waren Tausend-Dollar in diesem Zusammenhang aber auch nicht die richtige Größenordnung. Welche wäre es dann? Sollte man besser zum Beispiel von der Trillionen-Dollar-Frage sprechen? Welchen Wert hatte heute das auf dem nordamerikanischen Kontinent befindliche Vermögen? Auf welchen Betrag belief sich die Summe? Castle Bravo war so geplant, dass das Ergebnis extrem unangenehm sein würde, sagte Lauri. Seinerzeit hatte die Regierung der USA alles getan, um die Sache geheim zu halten. Der berühmte Physiker Joseph Rothblatt hatte jedoch aus dem Fallout von Castle Bravo schließen können, um welche Art von Bombe es sich vermutlich gehandelt hatte. »Weißt du, was eine Kobaltbombe ist?«, fragte Lauri. Ich kann nicht sagen, dass ich es wüsste. Ich habe den Begriff mal gehört, aber ich weiß nicht mehr, was er bedeutet. Leo Szilard hat einmal berechnet, dass man, wenn man eine Kernwaffe für das jüngste Gericht bauen wollte, also eine Bombe, die alle Menschen auf der ganzen Welt tötet, dafür das radioaktive Kobalt-60-Isotop verwenden könnte. Das würde einige Jahre lang hochradioaktiv sein. Es würde sich vor seinem Zerfall über den ganzen Erdball verbreiten und in die Lungen aller Menschen gelangen. Hanshaws Augen weiteten sich vor Staunen und unterdrückter Wut. »Cassel Bravo wird doch wohl nicht«, »Nein, nicht ganz.« Aber nach Ansicht von Joseph Rothblatt war diese Bombe in gewissem Sinne noch schlimmer als eine Kobaltbombe. In ihrem Fallout war nämlich unter anderem viel Uran-237 enthalten. »Ich kenne nur Uran-238 und Uran-235.« »Uran-237 kommt in der Natur nicht vor«, sagte Lauri. »Es ist etwa 200 Milliarden mal radioaktiver als Uran-238, sodass es schnell verschwindet.« »Zwei-hundert-Milliarden?«, wiederholte Henshaw. »Würde nicht auch etwas weniger genügen? Eine schöne Welt habt ihr uns gebaut. Zum Glück bin ich nicht Physikerin geworden«, lachte sie sarkastisch. Henshaw sah Lauris Miene und schwieg. »Es gibt also noch etwas anderes«, stellte sie fest. »Zusätzlich zum Uran-237.« Henshaw öffnete die Whiskyflasche und schenkte Lauri nach, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. »Weißt du, was ITER ist?«, fragte Lauri. »Nein.« »Das ist die Abkürzung für International Experimental Thermonuclear Reactor und bezeichnet einen in der Testphase befindlichen Fusionsreaktor, der den Vereinigten Staaten der Europäischen Union und Japan gemeinsam gehört. Viele erhoffen sich davon die Lösung für die Energieprobleme der Welt.« »Ich sehe dir an, dass du nicht an diese Lösung glaubst«, sagte Henshaw. »Messerscharf beobachtet«, antwortete Lauri. »ITER wäre ein Deuterium-Tritium-Reactor, also eine kontrolliert brennende Wasserstoffbombe. In der Öffentlichkeit heißt es oft, er verwende als Brennstoff nichts als Meerwasser. Das stimmt aber nur zum Teil. Richtig ist, dass für ihn Deuterium und Lithium-6 als Brennstoff produziert werden müssen.« Lauri nahm einen langen Schluck aus seinem Glas und ließ den vollmundigen Malzwisky an Lippen und Gaumen brennen. »Das Wesentliche ist, dass es mit Hilfe von Lithium-6 gleichsam möglich ist, sehr nasses Holz zu verbrennen,« sagte er, »quietschnasses Brennholz, das jahrelang im Graben gelegen hat und durch das Wasser verdorben ist.« Auch wenn das Vermodern dieses Brennholzes einige Milliarden Jahre gedauert hat. Alice und Akiko waren gezwungenermaßen hinter dem Geländewagen hergefahren und nun schon weit aus Osaka heraus. Das gigantische Lichtermeer der Stadt war hinter ihnen zurückgeblieben, und Alice hatte keine Ahnung, wo sie sich befanden. Sie hatte nur die Befehle der Yakuzas von der Rückbank befolgt und war auf immer neue Straßen abgebogen, wenn man es ihr befohlen hatte. Vermutlich waren sie jedoch nicht nach Norden, auf der Straße nach Kyoto unterwegs, sondern fuhren eher Richtung Kobe und Hiroshima. So viel hatte sie am Anfang aus der Beschilderung geschlossen. Dann hatten sie bei einer großen Kreuzung, von der auf mehreren Ebenen nach allen Richtungen Landstraßen abzweigten, die Hauptstraße verlassen. Alice hatte den Eindruck, dass sie allmählich immer höher hinauffuhren, denn es ging nun schon viel länger bergauf als bergab. Rechts von ihnen lagen hohe Hügel, an deren Abhängen Alice in der Dunkelheit anhand von Lichtergruppen ganze Dörfer ausmachen konnte. Sie sah aber auch die anheimelnden Lichter in den Fenstern und Höfen einzeln stehender Häuser. Links gab es zunächst nichts als schwarze Dunkelheit, und dann einen breiten, an den Rändern schartigen Streifen eines schütteren Lichtermeers. Dahinter waren nur einige einzelne matte Lichter zu sehen, wahrscheinlich Schiffe oder beleuchtete Bojen. Hinter dem Horizont leuchtete es von Ferne, so als wäre der Sonnenuntergang stecken geblieben. Bestimmt Shikoku, dachte Alice. Wir nähern uns Hiroshima. Was liegt in all dem doch für eine schreckliche Ironie, dass ich ausgerechnet hier mein Ende finde. Andererseits wusste sie natürlich nicht, ob Kyoto besser gewesen wäre. Es schauderte Alice jedes Mal, wenn sie daran dachte, wie spät Kyoto von der Liste mit den ersten Zielen von Atombombenschlägen gestrichen worden war. Die ganze Welt würde die Vereinigten Staaten heute hassen, wenn sie seinerzeit Kyoto in Schutt und Asche gelegt hätten, so wie die militärische Führung des Manhattan-Projekts es vorgehabt hatte. Im Auto war es still, und der Verkehr war fast zum Erliegen gekommen. Es war bestimmt zehn Minuten her, seit ihnen das letzte Auto entgegengekommen war, und auch im Rückspiegel sah Alice, abgesehen von dem Wagen der Yakuza, die Scheinwerfer keines einzigen Autos. Sie bewegten sich also auf einer sehr abgelegenen Landstraße. Der Fahrer des schwarzen Toyota war offenbar sehr routiniert, denn er hatte es kein einziges Mal zugelassen, dass sich ein anderer Wagen zwischen sie drängte. »Worum geht es hier?«, hatte Alice die Männer auf dem Rücksitz gefragt, zehn Minuten nachdem sie losgefahren waren. Die Männer hatten nicht geantwortet, sondern mit versteinertem Miene weiter geradeaus gestarrt. »Sie wollen uns doch wohl nicht umbringen?«, hatte Alice gefragt. Der hinter ihr sitzende Yakuza hatte kurz gelacht. »Aber nein! Jemand möchte sie nur etwas fragen!«, hatte er gesagt, aber seine Augen hatten etwas anderes gesagt. »Seien Sie unbesorgt! Wir bringen Sie ihr Heil zurück ins Zentrum!«, hatte der Mann noch hinzugefügt. »Es dauert nicht lange!« Alice glaubte ihm kein Wort, denn sie sah, dass die Männer ihrem Blick im Rückspiegel auswichen. »Sie wollen uns nicht ansehen.« »Das ist ein schlechtes Zeichen,« dachte sie. »Yakuzas sind hartgesottene Burschen, Killer, zumindest einige von ihnen, vielleicht jeder einzelne.« »Aber sie möchten keine jungen Frauen umbringen.« »Dabei würden sie sich nicht wohlfühlen.« »Deshalb können sie uns auch nicht ansehen.« »Sie wollen uns nicht als Menschen sehen, bevor sie tun, was man ihnen befohlen hat.« »Vielleicht übertreibe ich ja auch,« nahm Alice sich zurück. »Vielleicht wollen sie uns wirklich nur etwas fragen. Vielleicht arbeitet mein Selbsterhaltungstrieb allzu heftig. Vielleicht sind wir gar nicht in unmittelbarer Lebensgefahr.« Aber als sie verstohlen einen Blick auf Akiko warf, erkannte sie, dass auch sie starr war vor Angst. Ab und zu gähnte sie, so wie viele Menschen es tun, wenn sie wirklich entsetzt sind und ihre Angst verstecken wollen. »Ich bilde mir das nicht ein.« »Sie wollen uns wirklich einen Kopf kürzer machen,« dachte Alice verzweifelt. »Denn wenn Akiko dasselbe witterte wie sie, musste es so sein.« Akiko kannte ja auch all die kulturellen Codes und Botschaften, die Alice nicht sehen oder deuten konnte. Während Alice sich von der Realität der Gefahr überzeugte, bewegte sie immer stärker die Frage, warum? Und warum gerade jetzt? Aber darüber würde sie später noch nachdenken können, vorausgesetzt ihr fiele ein Trick ein, wie sie ihre restliche Lebenszeit über die ihr voraussichtlich noch bleibende gute halbe Stunde hinaus verlängern konnte. Alice beschloss, die Fragen, die ihr auf der Seele brannten, zu vergessen und sich auf das vorrangige Problem zu konzentrieren. Hinter ihr saßen zwei Yakuzas, ihre Waffen waren gezückt und entsichert. Die Waffe des einen Mannes war auf ihren Nacken gerichtet, die des anderen auf Akikos. Keine von ihnen beiden konnte etwas tun, ohne dass die Yakuzas ihnen in die Halswirbelsäule schießen würden. Alice war sich sicher, dass die Yakuzas keinen Augenblick zögern würden, sie mussten sich also etwas anderes einfallen lassen. Alice schätzte, dass in dem Auto vor ihnen vier oder fünf Yakuzas und in dem Toyota hinter ihnen zwei saßen. Insgesamt also acht Gangster, möglicherweise neun. Das war zu viel. Zumal die Yakuzas ihnen die Waffen abgenommen hatten. Diesmal könnte es mir wirklich übel ergehen, dachte Alice. Die Landstraße stieg wieder an, es ging in steilen Kurven einen Berghang hinauf. Plötzlich erschien auf der dunklen Straße vor ihnen die Lichter eines entgegenkommenden Autos. Sie wuchsen an zu grell blendendem Licht, dann war das Auto an ihnen vorbeigerauscht und seine Rücklichter waren im Spiegel als kleine, rote, schnell erlöschende Feuerfliegen zu sehen. Dann waren auch sie fort, und Alice fühlte sich sehr einsam. Noch einsamer als einen Augenblick zuvor. Wenn sie etwas tun wollte, musste sie es bald tun, bevor sie anhielten. Alice richtete sich ein wenig auf, um die Männer im Fond im Rückspiegel besser sehen zu können. Im Nu drückte der hinter ihr sitzende Yakuzas ihr den kühlen, metallenen Lauf seiner Pistole in den Nacken. »Keine Bewegung«, sagte der Mann kalt, »bleib an deinem Platz.« »Ich hab einen Wadenkrampf«, klagte Alice. »Sollen wir einen Faderwechsel machen?« »Nein, er lässt schon nach«, versicherte Alice. Sie war zufrieden mit dem, was sie gesehen hatte. So zufrieden, wie sie es unter diesen Umständen nur sein konnte. Verstohlen sah sie nach Akiko und stellte fest, dass auch ein anderer wichtiger Faktor weiterhin in Ordnung war. Dann gab es da freilich noch einen Umstand, der ein gewisses Problem darstellen konnte. Alice sah auf die Lichter, Knöpfe und Texte des Armaturenbretts. Ein Teil davon entsprach den Armaturen in ihrem eigenen Wagen, ein anderer war schwerer zu identifizieren. Die Texte waren auf Japanisch, und sie konnte kein Japanisch. »Warum habe ich statt Chinesisch nicht Japanisch gelernt?«, bedauerte sie. »Das Überleben kann manchmal von so erstaunlichen Details abhängen.« Vor ihnen erschienen wieder die Lichter eines entgegenkommenden Fahrzeuges. »Könnten wir ihnen irgendwie ein Zeichen geben?«, überlegte Alice fieberhaft. »Nein, das war nicht möglich.« Die Lichter eines Lieferwagens tauchten die Straße für einige Sekunden in grelles, weißes Licht, dann sauste der Wagen an ihnen vorbei und seine Lichter verschwanden hinter einer Kurve. Alice registrierte, dass die umliegenden Berghänge hier spärlicher besiedelt waren. Sie hatten das letzte Dorf schon lange hinter sich gelassen, und einzelne Häuser gab es nur noch im Abstand von mehreren Kilometern. Alice konnte die Texte auf dem Armaturenbrett nicht lesen, und sie konnte Akiko nicht fragen, ohne das Misstrauen der Yakuzas zu wecken. Sie konnte also nicht wissen, ob ihr Plan überhaupt eine Chance hatte. Andererseits hatte sie aber auch keinen besseren Plan. Außerdem war Akikos Auto ziemlich alt, und vielleicht war das System, das das ganze potenzielle Problem darstellte, noch gar nicht erfunden, als Akikos Mitsubishi vom Produktionsband der Fabrik gerollt war. Zur Abwechslung führte die Straße nun abwärts, und das Lichtermeer der Küste verschwand aus der Sicht. Links von ihnen herrschte jetzt tiefe Dunkelheit. Sie befanden sich vermutlich in einem von Hügeln umgebenen tiefen Tal. Soweit sie es im Licht der Scheinwerfer des etwa hundert Meter vor ihnen fahrenden Geländewagens erkennen konnte, verlief die Straße vor ihnen fast schnurstracks geradeaus, und es gab keine Steigung. Weiter entfernt im Dunkeln blinkte ein kleines rotes Warnsignal. Als sie sich ihm näherten, sah Alice, dass es sich um eine Baustelle handelte. Im Licht des Geländewagens tauchte eine Reihe schwerer Betonklötzer auf, die sich bis auf die Fahrbahnmitte vorschob. Der zur Verfügung stehende Fahrstreifen war sehr schmal. Alice fasste einen Entschluss und bremste scharf. Der Mitsubishi hielt wie vor einer Wand. Die Lichter des hinter ihnen fahrenden Toyotas wurden blendend hell. Der Fahrer bremste zu spät, und der Toyota wurde herumgeschleutert und kam quer zur Straße zum Stehen. Der Geländewagen bemerkte nicht, dass sie gehalten hatten, sondern fuhr weiter. Seine im Dunkeln leuchtenden Rücklichter wurden schnell kleiner. »Was jetzt?« schrie der hinter Alice sitzende Gangster. »Eine Baustelle!« sagte Alice und bemühte sich, unsicher zu klingen. »Das macht nichts! Fahr weiter!« Alice sah zu, wie sich die Rücklichter des Geländewagens weiter entfernten. »Fahr zu!« kommandierte der Yakuza hinter ihr jetzt deutlich schroffer. Die Insassen in dem Geländewagen würden gleich bemerken, dass etwas nicht stimmte, sodass Alice Gas gab, aber nur wenig. Der Mitsubishi rollte vorwärts, das aber langsam. »Könnest du etwas schneller fahren?« sagte der Yakuza und stieß mit der Waffe gegen Alice Ohrläppchen. Alice holte tief Luft und wirkte erschrocken. Das war leicht, denn ihr Herz schlug immer schneller. »Hier, ja, gut!« stotterte sie und trat das Gaspedal durch. »Pass auf deinen Nacken auf!« flüsterte sie gleichzeitig Akiko zu, so leise sie nur konnte. Es schien Alice, als wäre Akiko noch blasser geworden, aber das konnte Einbildung sein. Im Dunkeln war es schwer einzuschätzen. »Was hast du gesagt?« fragte der Gangster streng. »Ich habe einen Wadenkrampf!« sagte Alice und spielte die Leidende. Der erste Betonblock war nur noch zweihundert Meter entfernt. Die Tachonadel zeigte neunzig Kilometer pro Stunde an, dann hundert. Auch der Toyota gab Gas und holte sie ein. »Jetzt fährst du zu schnell!« sagte der Yakuza hinter Alice. »Fahr langsamer!« Alice wandte den Kopf halb nach hinten dem Mann zu. »Könnten wir einen Fahrerwechsel vornehmen?« fragte sie gequält. »Ich habe jetzt wirklich einen schlimmen Wadenkrampf!« Der Mann sah sie unsicher an. Alice sah, dass seine Waffe nicht mehr direkt auf ihren Nacken gerichtet war, sondern ein wenig zur Seite zeigte. Gut so. Während sie gesprochen hatte, hatte Alice den Fuß ein wenig vom Gas genommen, sodass die Geschwindigkeit erst auf 80, dann auf 70 sank. Der erste Betonblock wurde größer. Der Toyota holte die ganze Zeit auf. »Hoffentlich kommt er schnell genug«, dachte Alice, »sonst klappt es nicht.« »Und hoffentlich hat diese Karre keinen Airbag.« »Ich halte jetzt an«, jammerte Alice, und als sie auf der Höhe des Betonblocks waren, riss sie kaltblütig das Lenkrad nach rechts und knallte gegen den Klotz. Mit 67 Stundenkilometern. Die Stundenkilometern Lauri war ins Büro des NTU zurückgekehrt, und er hatte sich kaum hingesetzt, als Julia Norris hereingestürmt kam. Lauri bemerkte sofort, dass sie in Sorge war. In ihren Händen hielt sie zwei Bogen Papier. »Lauri, irgendwas läuft hier total schief!« »Ich könnte eine ganze Reihe von Dingen nennen, die total schieflaufen. Was hast du heute zum Gegenstand unserer besonderen Aufmerksamkeit auserkoren?« Julia schüttelte den Kopf. »Spotte nicht! Etwas hier läuft völlig schief. Die Teilchen passen nicht zusammen, nicht so, wie wir sie zusammenfügen wollen. Mich irritiert, dass es uns egal ist, dass die Teilchen nicht zusammenpassen, und dass wir sie mit Gewalt ineinander drücken wollen.« »Hör auf und predige nicht ständig dasselbe. So haben wir es doch immer gemacht,« sagte Lauri. »Diesmal kann es aber besonders gefährlich werden,« stieß Julia hervor. »Okay, okay. Du hast offenbar einen neuen Aspekt in petto.« »Mich beunruhigen besonders zwei Dinge. Erstens weiß ich nicht, ob du es schon gehört hast, aber Andrews und seine Bosse haben Yusuf foltern lassen. Auf sehr grausame Art und Weise.« Lauri fuhr auf seinem Stuhl herum. »Oh, Scheiße. Das habe ich befürchtet. Unsere Methoden werden langsam immer mittelalterlicher.« »Sie haben gesagt, es sei eine Ausnahme. Bei dem, was Sie tun, kriege ich das kalte Grausen, vor allem bei dem Gedanken, wohin solche Methoden langfristig führen. Aber es gibt noch etwas.« »Nämlich was?« »Yusuf ist angeblich zusammengebrochen, nachdem man ihn anderthalb Wochen gefoltert hat. Danach hat er gestanden, einer Gruppe anzugehören, die Kernwaffenschläge gegen die USA plant.« »So ein Geständnis ist natürlich nicht unbedingt etwas wert,« sagte Lauri. Julia nickte. »Wenn ein Mensch gefoltert wird, erzählt er oft genau das, was die Folterknechte hören wollen. Das, was die Folterknechte seiner Einschätzung nach hören wollen. Egal was. Nur damit die Qual endet.« »Yusuf weiß viele Einzelheiten, sodass er natürlich auch nicht ganz unschuldig ist,« sagte Julia. »Angeblich hat er gesagt, dass seine Freunde eine große Atombombe gebaut haben, die unter anderem viele Tonnen Lithium-6 enthält. Er hat auch gesagt, dass es ihnen gelungen sei, von Arjewag kleine Mengen Plutonium zu beschaffen, anscheinend kennt er aber nicht den richtigen Namen der dortigen Kontaktperson und weiß keine Einzelheiten darüber, wie das Plutonium abtransportiert wurde.« Lauri stieß einen lauten Pfiff aus. »Also sind das Plutonium von Arjewag und das Lithium-6 beide bei Ihnen?« »Bisher stimmt alles noch irgendwie,« räumte Julia ein. »Aber Yusuf hat auch eine Liste von Leuten geliefert, von denen er weiß, dass sie auf die eine oder andere Art zur Organisation gehören. Er nannte einige Beteiligte und mehrere Geldbeschaffer.« »Super. Das kann uns auf die richtige Spur führen, bevor es zu spät ist.« Julia wirkte nicht so zufrieden wie Lauri. »Dich plagt tatsächlich etwas?«, fragte Lauri. »Schlimm?« Julia reichte Lauri die Papiere, die sie in der Hand hielt. »Hier. Sieh dir mal die Liste von Yusuf an. Die meisten Namen sind dir bestimmt auch bekannt. Irgendetwas ist hier faul.« Lauri sah die Papiere durch, die Julia ihm gegeben hatte. Darauf standen insgesamt etwa vierzig Namen. Lauri las die Namen und seufzte erstaunt auf. »Das ist doch echtes Dynamit. Die schlimmste Geiselnahme seit langem.« »Ja, vielleicht«, sagte Julia. »Aber nur vielleicht. Mir fällt es nämlich schwer zu glauben, dass die Liste echt ist.« »Wieso?«, wunderte sich Lauri. »Viele der Männer, von denen Yusuf behauptet, sie seien Geldbeschaffer der Organisation, sind bedeutende amerikanische Moslemführer und höchst einflussreich. Vor allem aber handelt es sich ausschließlich um gemäßigte Moslemführer. Millionen amerikanischer Muslime hören auf sie. Buchstäblich Millionen. Ich übertreibe da nicht. Ich kann nicht glauben, dass sie in so etwas verstrickt sein sollen. Ich kann es einfach nicht. Sie standen die ganze Zeit auf unserer Seite, haben uns in allem unterstützt und sich bemüht, die Lage zu beruhigen. Das ist ihnen auch gelungen, und zwar sehr gut. Ohne ihre Unterstützung säßen wir ganz schön in der Patsche.« »Aber wäre so etwas nicht eine perfekte Tarnung, wenn man Geld für Al-Qaida beschaffen will?« Julia zögerte. »Sie müssten imstande sein, Milliarden einzutreiben. Zig Milliarden, um ihre Konten auszugleichen,« erklärte sie. »Damit sie den Terroristen mehr Nutzen als Schaden bringen. Sie haben Al-Qaida wirklich viel Schaden zugefügt.« »Und wenn wir nun nur geglaubt haben, dass sie uns unterstützen?« »Wie können wir wissen, was in den Moscheen und Koranschulen tatsächlich geschieht?« »Auch du weißt es nicht, weil du nie in eine Moschee gehst.« Julia schob sich die Brille auf die Stirn und strich sich durchs Haar. »Lauri, glaub mir. Diese Sache ist nicht astrein,« sagte sie. »Was vermutest du? Absichtliche Desinformation?« »Ja.« »Aber George hat doch gesagt, dass Yusuf erst nach anderthalb Wochen Folter zusammengebrochen ist.« »Angeblich hat er zuerst nichts gesagt oder nur Unsinn von sich gegeben. Aber dann, als sie ihn schließlich gebrochen hatten, hat er all die in der Liste aufgeführten Namen genannt.« »Das ist schon irgendwie glaubhaft, aber ich weiß nicht.« Lauri sah sich die Liste noch einmal an. »Ein Teil der Typen, die Yusuf genannt hat, haben auch nach unseren eigenen Erkenntnissen mit Al-Qaida zu tun,« kommentierte Lauri. »Einige davon haben wir schon gefasst, andere stehen auf unserer Liste der gesuchten Terroristen.« »Erhöht das nicht die Glaubhaftigkeit von Yusufs Aussage?« Julia schüttelte den Kopf. »Nicht unbedingt. Wenn Sie nun wissen, durch irgendjemanden, wer schon auf unseren Listen steht, dann wird es nicht schaden, dieselben Namen preiszugeben.« »Sie können keinen Zugang zu unseren Dateien haben,« protestierte Lauri. »Immerhin wissen Sie, wen wir schon gefasst haben.« »Ich finde, du leidest ein bisschen unter Verfolgungswahn.« »Das tun wir alle. So schlimm, dass uns das noch zum Verhängnis wird. Denk an meine Worte. Ich weiß nur nicht, wer von uns beiden derzeit mehr unter Verfolgungswahn leidet. In Zeiten wie diesen verwischen sich die Grenzen zwischen Paranoia und klarem Verstand sehr leicht.« »Julia, die Zeichnungen sind real. Wir haben sie bei Yusuf gefunden, ebenso das Foto. Sie existieren. Wir haben sie uns nicht nur eingebildet, man kann sie sogar anfassen.« Julias Miene war schwer zu deuten. »Abgesehen davon, dass dies die zweite Sache war, über die ich mit dir sprechen wollte. Erstens, warum hatte Yusuf die Zeichnungen und das Foto in seinem Schrank? Warum Beweisstücke zu Hause aufbewahren, wo doch das Internet schon erfunden ist? Das ist doch dumm!« »Hat jemand Yusuf danach gefragt?« »Ja. Er hat behauptet, er brauche das Foto und die Zeichnungen, um seine muslimischen Brüder davon zu überzeugen, dass sie es ernst meinen.« »Ist das nicht eine ganz gute Erklärung?«, fragte Lauri. Julia bat Lauri einen Moment zu warten und kam gleich darauf mit ihrem Aktenkoffer zurück. Sie öffnete ihn und suchte das Foto, das die große Metallröhre zeigte und das sie schon viele Male analysiert hatten. Sie tippte mit dem Finger auf die Bildmitte. »Sieh dir mal diese Schatten an«, sagte Julia. »Hier. Und hier. Achte mal auf die Richtung der Schatten.« Lauri betrachtete die Stellen, auf die Julia gezeigt hatte, und verstand, worauf sie hinaus wollte. Die Schatten fielen in verschiedene Richtungen. »Du hast recht«, sagte Lauri. »Ein interessantes Detail. Aber wir wissen nicht, wie die Beleuchtung im Frachtraum aussieht. Wenn es dort viele verschiedene Lichtquellen gibt, von denen nur ein Teil auf dem Bild zu sehen ist, können einen die Richtungen der Schatten irritieren.« »Aber sieh dir auch die Farbtöne an«, beharrte Julia. »Sieh mal, wie sie an dieser Stelle dunkler werden, von hell zu grau und schließlich zu ganz schwarz. Und siehst du, wie es sich mit der Palette der Farbtöne hier verhält, auf der anderen Seite der Röhre?« Lauri musste zugeben, dass Julia recht haben konnte. Das Dunkler bzw. Hellerwerden an manchen Stellen des Fotos war seltsam unsystematisch und unvorhersehbar. »Die Erklärung kann dieselbe sein«, beharrte Lauri. »Nein, das kann sie nicht. Schau mal, hier werden die Farbtöne zur Lichtquelle hin immer dunkler. Das kann nicht sein, denn in der Nähe des Lichts kann es nicht dunkler werden als weit entfernt vom Licht.« »Willst du behaupten, das Foto sei gefälscht?« »Noch behaupte ich nichts«, sagte Julia. »Aber meines Erachtens sollten wir auch diese Möglichkeit in Betracht ziehen.« »Diese Möglichkeit in Betracht ziehen.« Sie wusste nicht, dass ihre Aorta platzte. Deshalb hatte sie die Geschwindigkeit des Mitsubishis unmittelbar vor dem Aufprall verlangsamt. Bei einer wesentlich höheren Geschwindigkeit wäre der Mitsubishi auch in hohem Bogen über den Betonklotz geschleudert worden. Auch das hatte Alice nicht gewollt, denn die Folgen eines Flugs durch die Luft wären unvorhersehbar gewesen. Und sie wusste auch nicht, wie viel die Schnauze des Wagens aushalten würde, bevor sie so weit nach innen gedrückt wurde, dass ihre Beine zu einer blutigen Masse zerquetscht würden. Außerdem brauchte Alice Donovan keine sehr hohe Geschwindigkeit, denn wenn ein Auto gegen ein unbewegliches Hindernis prallt, kann selbst ein Mensch, der sich mit beiden Händen an seinem Sitz festkrallt, während des Zusammenstoßes nur dann an seinem Platz bleiben, wenn die Geschwindigkeit des Autos im Moment des Zusammenpralls 30 Stundenkilometer nicht übersteigt. Keiner der beiden Gangster auf dem Rücksitz hielt sich am Sitz fest, vielmehr saßen sie weit nach vorn gebeugt da. Und keiner der beiden Yakuzas hatte sich angeschnallt. Anders als Alice und Akiko. 67 Kilometer pro Stunde klingt nicht nach einer hohen Geschwindigkeit, aber tatsächlich war es mehr als genug. Als Alice Donovan Akiko Noburas Mitsubishi stoppte, indem sie gegen den Betonklotz fuhr, flog das Auto nicht über das Hindernis und überschlug sich auch nicht. Es blieb stehen wie vor einer Wand, aber das Heck des Wagens hob sich von der Kraft des Aufpralls gut einen Meter hoch in die Luft. Der durch den Aufprall erzeugte Lärm und das darauf folgende krachen sich zusammenschiebenden Blechs dröhnten in Alice Ohren, während sie zugleich heftig in den Sicherheitsgurt geschleudert wurde. Der Gurt schnitt ihr schmerzhaft in Bauch, Brüste und Hals. Gleichzeitig aber bewahrte er sie davor, gegen die Windschutzscheibe zu prallen. Die Yakuzas auf der Rückbank dagegen waren den von Galilei und Newton definierten Gesetzen der Bewegung auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Der eine flog zwischen den Sitzen hindurch nach vorn, der andere segelte über den Kopf der wie ein Taschenmesser zusammengeklappten Akiko hinweg. Die Männer schlugen mit großer Wucht direkt gegen die Windschutzscheibe. Alice meinte, ein scheußliches Knirschen zu hören, das jedoch in dem Lärm unterging. »Hoffentlich wird das Auto nicht so stark zusammengedrückt, dass ich unter dem Armaturenbrett eingeklemmt werde«, dachte Alice noch. Sie sah, dass die Windschutzscheibe barst und darin im Nu zwei große spinnennetzartige Muster entstanden. Das Glas zersplitterte jedoch nicht. Alice begriff erst jetzt, dass sie einen Augenblick zuvor auch das Zischen einer mit Schalldämpfer versehenen Waffe gehört hatte, und sie spürte einen leichten Schmerz auf der Haut, dort, wo das Mündungsfeuer ihr die Stirn und das Haar versenkt hatte. Im Seitenfenster war ein kleines, rundes Loch, aber Alice hatte das Gefühl, dass sie selbst nicht getroffen worden war, und ihre Haare hatten kein Feuer gefangen. »Das Auto wird nicht zusammengepresst, meine Beine bleiben verschont«, ging es Alice blitzartig durch den Sinn, und sie verspürte eine große Erleichterung. Es kam ihr vor, als geschehe alles unnatürlich langsam, wie im Traum. Wo war der Toyota, der hinter ihnen hergefahren war? Hatte er es geschafft zu bremsen? Wenn er rechtzeitig gebremst hätte, sodass er angehalten hätte, bevor er … Das Heck des Mitsubishis stieg und stieg, und das Auto wurde jetzt von der Wucht des Zusammenpralls auch zur Seite gerissen. Es stellte sich auf der Fahrbahn fast quer. Dann fühlte Alice, wie die Bewegung stoppte, und das Auto für eine knappe Sekunde auf der Stelle verharrte. Dann kam das Heck wieder herunter. Alice schaffte es noch, beide Hände zum Schutz ihres Nackens hochzureißen und den Kopf nach vorn zu beugen, kurz bevor der hinter ihnen fahrende schwarze Toyota mit voller Wucht gegen die linke hintere Ecke des Mitsubishis krachte. Auf Bitten von Kenneth Andrews kam Catherine Henshaw zwei Tage nach Timothy Washburns letzter Party ins Büro der NTU. Andrews hatte auch Laurie, Julia und George Robertson hinzugebeten. Sie unterhielten sich gerade über andere Dinge, als Henshaw eintrat. Laurie war leicht besorgt, weil er den ganzen Tag nichts von Alice gehört hatte. Sie hatte auch nicht auf seine Anrufe reagiert. Henshaw sah die im Zimmer Anwesenden verächtlich an und war nicht bereit, jemandem die Hand zu geben. »Da bin ich«, stieß sie hervor. »Was wollt ihr wissen?« »Hast du etwas Interessantes gehört?« fragte Andrews. »Nein«, sagte Henshaw. »Nichts.« »Nichts.« »Nichts, was mit Lithium zu tun hätte. Und auch sonst nichts, wovon ich mir vorstellen könnte, dass es euch interessiert.« »Wenn du uns einfach erzählen würdest, was sie getan und gesagt haben. Einfach alles. Wort für Wort.« »Das kann doch nicht dein Ernst sein«, sagte Henshaw ungläubig. »Man kann nie wissen, was wichtig ist«, knurrte Andrews. »Fang einfach an zu erzählen.« Eine Stunde später hatte Henshaw alles erzählt, woran sie sich erinnerte. »Ist das alles?« klagte Andrews. »Ich weiß nicht, ob da irgendetwas Nützliches dabei war.« »Das habe ich doch gesagt«, bemerkte Henshaw. Ihr Gesicht war rot vor Demütigung und verhaltener Wut. Es sah so aus, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen. »Das ist nun wirklich nicht einer unserer besten Momente«, dachte Lauri. Auch Julia und George wirkten verlegen. »Ist sonst noch was, oder kann ich gehen?« fragte Henshaw. »Von mir aus kannst du gehen«, sagte Andrews. Henshaw stand auf. »Wenigstens hast du doch wohl gut verdient«, fragte Andrews. Henshaw drehte sich zu Andrews um und sah ihn voller Abscheu an. Sie hob einen Arm hoch und zog den Ärmel ihrer Bluse zurück. Um das Handgelenk zog sich eine schlimme Wunde. Die Haut war stellenweise geplatzt, wund und voller Schorf, teils war sie nur böse gerötet. Lauri schloss die Augen. »Um Himmels Willen«, dachte er. Henshaw sagte nichts, sie sah Andrews nur direkt in die Augen, bis dieser es nicht mehr aushielt und den Blick senkte. Henshaw zog den Ärmel herunter und bedeckte damit den Schorf. Wortlos kehrte sie ihnen den Rücken zu und ging hinaus. Auch Kenneth Andrews erhob sich. »Sag uns Bescheid, wenn sie dich wieder einladen«, rief er Henshaw nach. »Hoffentlich hörst du beim nächsten Mal etwas«. Lauri sah, wie Henshaw zusammenzuckte, ihre Schultern bebten und sie kurz taumelte. Etwas reagierte in Lauris Kopf und ohne darüber nachzudenken ließ er die Finger seiner linken Hand steif werden wie einen scharfen Keil. Seine Hand schnellte vor wie ein Kolben und traf Andrews in der Magengrube, direkt unterhalb des Brustbeins. Andrews riss erstaunt den Mund auf und krümmte sich zusammen. George sprang auf und stürzte sich von hinten auf Lauri, aber der sah Georges Bewegung als Spiegelung im Fenster und schwang, ohne sich auch nur umzusehen, die rechte Hand im Bogen nach hinten. Seine Handkante traf Robertson am Hals, und dieser stürzte ohne einen Ton zu Boden. »Er bewegt sich wirklich schön, das kann ich nicht leugnen«, dachte Julia, die auf ihrem Stuhl sitzen geblieben war. Sie dachte keinen Augenblick daran, sich einzumischen, bevor Lauri den Kampfgang in seinem Hirn ausgeschaltet haben würde, denn obwohl er gar nicht mit voller Kraft zuschlug, sondern die Kraft seiner Schläge absichtlich dämpfte, kam es zu Unfällen und deren Folgen konnten ernst, ja, fatal sein. »Außerdem hat Kenneth Andrews das wirklich verdient«, dachte Julia. »Schade nur, dass Lauri jetzt wahrscheinlich gefeuert wird. Vielleicht macht ihm das nichts aus, zumindest im Moment nicht. Aber warum hat Lauri so heftig reagiert?« Andrews lag am Boden und schnappte verzweifelt nach Luft. »Glaubst du, er ist okay?«, fragte Julia ruhig. Lauri erschrak und kam zu sich. Julia sah, wie seine Muskeln sich entspannten und sein Atem zur Ruhe kam. Lauri sah Andrews kalt an. »Er wird sich erholen«, sagte Lauri. »Leider.« Julia sah, dass Catherine Henshaw sich umgedreht hatte, um zu sehen, was hinter ihr vor sich ging. Auf ihrem Gesicht lag ein neugieriger, verwirrter Ausdruck. »Lauri, du solltest wieder anfangen, zu trainieren«, sagte Julia missbilligend. »Meinst du?« »Du hast fast zwei Sekunden gebraucht, um Andrews und George umzunieten. Wenn du nun jemand anderen gegen dich gehabt hättest?« »Gegen dich gehabt hättest?« Teil 3 Die Brandlast Dieses neue Phänomen würde jedoch auch zum Bau von Bomben führen, und es ist vorstellbar, wenn auch nicht sicher, dass ungeheuer starke Bomben eines neuen Typs gebaut werden können. Eine einzige Bombe dieser Art, die von einem Boot transportiert und in einem Hafen gezündet würde, könnte sehr wohl den ganzen Hafen und einen Teil des umgebenden Gebiets vernichten. Albert Einstein in einem Brief, der in Wirklichkeit zum größten Teil von Leo Szilard geschrieben wurde, an den Präsidenten der Vereinigten Staaten Franklin Delano Roosevelt vom 2. August 1939. Lauri Normi erwachte in seinem eigenen Traum. »Bin ich wach oder träumig?«, überlegte er. »Wer bin ich doch schon mal gewesen?« Der Ort war ihm bekannt. Es war dasselbe sechzehnstöckige Wohnhaus, auf dessen Dach er einmal mit Alice Donovan und Kenneth Andrews gewesen war, und das später aus einem ihm unbekannten Grund zum Standardschauplatz seiner sich wiederholenden Albträume geworden war. Dies aber war kein gewöhnlicher Traum, denn jetzt war er auf seltsame Weise zugleich im Traum und wach. Ein Wachtraum, dachte Lauri. Lucid Dream. Er träumte, aber er wusste, dass er träumte und konnte selbst über seine Bewegungen entscheiden. Interessant. Lauri richtete den Blick auf den Horizont, um zu sehen, ob New York und New Jersey schon brannten. Und sie brannten tatsächlich. Die Bombe war also schon explodiert. Gleich würde ein Wind aufkommen. Wo war nur Alice? Und Kenneth Andrews? Lauri sah sich um. Da war Alice ja. »Hallo, Alice«, sagte Lauri. »Wieso hallo?«, fragte Alice verwundert. »Ich bin doch die ganze Zeit hier gewesen. Hast du Fieber?« »Und Kenneth?« Alice sah ihn an wie einen Schwachsinnigen. Der Wind zerrte an den Ärmeln ihrer Bluse und ließ ihre langen schwarzen Haare flattern. »Du hast doch selbst gesehen, wie er über den Dachrand geweht wurde. Er hatte keine Chance zu überleben.« »Ach so, das ist wieder diese Version.« »Was redest du da?«, fragte Alice verwundert. Der Wind nahm zu, und ihre Haare flogen frei um ihren Kopf. »Alice ist wirklich eine schöne Frau«, dachte Lauri. »Wann habe ich ihr das zum letzten Mal gesagt?« »Ich muss ihr das irgendwann mal sagen. Vielleicht freut sie das, wo es in letzter Zeit bei uns so schwierig war.« »Ich könnte es ihr natürlich auch jetzt sagen, aber das brächte nichts, weil dies alles nur in meinem Kopf passiert und die richtige Alice nicht hören kann, was ich jetzt zu Alice sage.« »Wir müssen hier weg«, sagte Alice. »Der Wind nimmt zu. Ich glaube nicht, dass dieses Haus stehen bleiben wird.« »Was glaubst du, wie stark der Wind wird?« Alice zuckte die Achseln. »Ganz Manhattan brennt und New Jersey. Das war eine ziemlich große Bombe.« »Gehen wir«, sagte Lauri. »Wir müssen unter die Erde, in einen Metrotunnel oder in einen tiefen Keller.« »Ob die Fahrstühle wohl funktionieren?« »Garantiert nicht. Wir müssen die Treppe nehmen.« »Ist es nicht schön, dass dies nur ein Traum ist,« dachte Lauri, als sie die Treppen hinuntersprangen. »Sonst wären wir ganz schön in der Bredouille.« »Was grinst du denn so?« fragte Alice fast wütend. »Das ist schwer zu erklären.« »Ist an all dem deiner Meinung nach etwas Komisches?« »Nein, eigentlich nicht.« Als sie aus der Haustür traten, hatte der Wind die Sturmstärke schon überschritten. Lauri hatte nicht gewusst, dass es auf der Welt solch einen Wind gab. Sie hörten das hohle Sausen und sahen, wie das Dach des Hauses am Ende der Straße aufriss und vor ihren Augen Dächer wie ein einziger Strom von großen Blechplatten vorbeiglitten. Auf den Straßen waren Autos und Menschen, und dann waren die Menschen plötzlich nicht mehr auf ihrem Platz, sondern erhoben sich laut schreiend in die Luft. Der Wind wirbelte die Autos durcheinander, sodass sie durch die Luft flogen. Eines wurde gegen die Wand des Nachbarhauses geschleudert, explodierte und ging in Flammen auf. Brennender Treibstoff flog in die Fenster, und in den Wohnungen begann es trotz des heftigen Windes sofort zu brennen. Autos und Motorräder flogen vorbei wie Geschosse. Manche krachten gegen das Haus hinter ihnen, und sie flüchteten, indem sie sich mit aller Kraft am Geländer des Bürgersteigs festhielten und sich zur Wand des um einige Stockwerke niedrigeren Lagergebäudes durchkämpften, um nicht in das Inferno aus brennendem Benzin und Eisenschrott zu geraten. Der Wind war so stark, dass sie nicht vorwärtsgekommen wären, wenn sie das Lagerhaus nicht vor dem allerschlimmsten Wüten des Luftstroms bewahrt hätte. Die beiden Gebäude hinter ihnen brannten schon bis zur Höhe von mindestens zwei oder drei Stockwerken. Der Wind schleuderte immer neue Autos gegen die Gebäude, wie große Molotow-Cocktails, und ein Brennstofftank nach dem anderen platzte. Das Benzin spritzte heraus und rann die Häuserwände entlang, und wenn es auf die Flammen traf, breitete sich das Feuer auf ein immer größeres Gebiet aus. Nirgendwo hörte man eine Sprinkleranlage. Bestimmt hatte der gewaltige elektromagnetische Puls der Atomexplosion alle elektronischen Systeme irreparabel verschmort. Lauri hätte nicht geglaubt, dass die Windstärke noch zunehmen könnte, aber der Wind heulte immer höllischer. »Lauri«, schrie Alice. Lauri war klar, dass er in der realen Welt zu diesem Zeitpunkt Alice' Stimme nicht mehr hätte hören können. Aber in einem Wachtraum war alles möglich. »Lauri, gibt es hier Gasleitungen?« überschrie Alice den Wind. Lauri wollte ihr nicht sagen, dass alle Häuser der Umgebung Erdgas verwendeten, das würde sie bestimmt gleich selbst merken. In diesem Moment entstand in dem unteren Teil eines weiter entfernten Wolkenkratzers plötzlich eine schwarze Öffnung, und das ganze hohe Haus stürzte einfach zur Seite, brach in einem erstaunlich kurzen Augenblick zu einem wirren Durcheinander von großen Betonplatten, Treppen, Rohren und Betoniereisen zusammen. Aus diesem Chaos schossen nach allen Seiten lange Explosionsflammen hervor. Rohre brachen und Gas brannte in der Luft. Lauri sah zu, wie der Wind schrott von ihnen fort und in Richtung auf das Zentrum des Bandes schleuderte. Aber nur zweihundert Meter hinter ihnen tobte auch eine Flammenhölle. Alice betrachtete die Wand des Lagerhauses, die sie vor der schlimmsten Wut des Feuers schützte. »Auch dieses Haus ist bald hin!« schrie sie. Lauri wusste, dass Alice recht hatte. Aber er hatte keine Ahnung, was sie tun konnten, denn brennendes Methangas sprühte über hundert Meter weit aus den Ruinen heraus, in niedrigen und ständig ihre Form ändernden Flammen. Aus jeder Ritze der Ruinen züngelten kleinere Flammen hervor, und er und Alice würden keine Chance haben, das Areal zu überqueren, ohne zu verbrennen. Lauri wusste, dass weitere Brände den eigentlichen Feuersturm und den Super-Hurricane, den der Feuersturm gerade aufbaute, noch verstärken würden. Die Flankenbrände würden also die Kraft des Feuersturms nicht unbedingt verringern. Sie waren zu nah am Ground Zero, eine Konkurrenzsituation würde also in diesem Fall nicht entstehen können. Das Lagergebäude erbebte. Jeden Moment konnte der Hurricane die Wände eindrücken und das ganze Haus zum Einsturz bringen, und sie würden darunter geraten. »Jetzt kommt er!« schrie Alice. Das Haus stürzte ein. Ein großer Stein fiel Alice vor die Füße, und sie flohen. »Aber wohin?« Das wusste Lauri nicht. Das Letzte, was er sah, war etwas, das mit dem Wind direkt auf sie zugewirbelt kam. »Oh nein«, dachte Lauri, als er den Gegenstand erkannte. »Nicht das, nicht schon wieder das. Das habe ich schon so oft gesehen, und ich finde es am allerscheußlichsten.« Vor seinen Augen zerfiel der in den Klauen des Windes zappelnde Heuballen in tausende von einzelnen Halmen. Zunächst wurden sie in alle Richtungen verstreut, ordneten sich dann aber in einem Sekundenbruchteil zu einem Hagel unzähliger, parallel ausgerichteter kleiner Speere, die mit dem Wind waagerecht und in irrwitziger Geschwindigkeit auf sie zugerast kamen, und Alice schaute genau in ihre Richtung. Und dann kamen all diese Halme. Dann kamen all diese Halme. Lauri ließ sich eiskaltes Wasser über den Kopf laufen und versuchte, den Albtraum abzuschütteln. Dann ging er mit einem Handtuch um die Hüften ins Wohnzimmer und sah nach, ob inzwischen eine Nachricht von Alice eingetroffen war. Es war nichts gekommen, keine SMS und keine E-Mail. Seit Alice sich zum letzten Mal gemeldet hatte, waren mehr als vierundzwanzig Stunden vergangen. Das war ungewöhnlich, aber nicht unnormal. Es gab dafür eine Milliarde verschiedener, völlig plausible Erklärungen. Die wahrscheinlichste war der Zeitunterschied zwischen Japan und den USA. Lauri sah auf die Uhr. Er hatte noch Zeit. Er würde Alice jetzt anrufen. Lauri holte sein Handy, drückte die Kurzweiltaste und wartete. Er erreichte Alice auch diesmal nicht. Deshalb hinterließ er ihr eine Nachricht auf der Mailbox. Hallo, Darling. Ich bin es nur. Ruf mich doch mal an. Aber bitte nicht um 14 Uhr unserer Zeit. Da habe ich ein wichtiges Treffen in Washington. Zwei Stunden später las Kenneth Andrews Lauri an der vereinbarten Straßenecke auf. Lauri setzte sich auf die Rückbank des langen schwarzen Forts. Wie schön, dass du dich bequemt hast, einen Anzug anzuziehen, sagte Andrews sauer töpfisch. Ja, und das, obwohl du mich nur zwei Dutzend Mal daran erinnert hast. Pro Tag. Aber du hast den zerknautschtesten und billigsten ausgewählt, den du auf dem Flohmarkt der Heilsarmee finden konntest. Ich habe keinen anderen Anzug. Zahlen wir dir keinen Lohn? Ich muss deswegen mal mit Janet sprechen. Ich investiere lieber in andere Dinge. So, so, knurrte Andrews. Wenn du ein Model dabei haben willst und keinen Experten, dann bitte doch, Fahrlehm mitzukommen, antwortete Lauri. Andrews Pedanterie nervte ihn. Die Autobahn näherte sich dem Ufer und die Häuser von Staten Island und die schmale Meerenge, die die Insel vom Festland trennte, tauchten links zwischen Gebäuden und Bäumen in der Ferne auf. Hallo, Staten Island. Ich komme bestimmt irgendwann mal wieder in der Nacht vorbei, dachte Lauri. Eine Stunde später bot sich ihnen ein ganz anderer Anblick. Jetzt beherrschte Sandheide die Landschaft. Unterbrochen wurde sie nur von ebenem, dicht bewachsenem Buschland und einzelnen Laubbäumen. Aus irgendeinem Grund ging Lauri ein seltsamer Kindervers durch den Kopf. Das Kätzchen wiegt sich hoch oben im Baum. Er hatte das Gefühl, dass der Vers mit etwas Wichtigem zusammenhing. Wenn der Wind bläst, wiegt es sich nie im Traum. Aber womit? Vergiss nicht, dass dies eine völlig außergewöhnliche Situation ist, sagte Andrews ungefähr zum dreißigsten Mal. Lauri sah am Wegweiser der Kreuzung, dass sie Philadelphia schon hinter sich gelassen hatten. Gleich würden sie zum Delaware-Fluss kommen. Zu beiden Seiten der Landstraße wuchs ihr dichter Mischwald, überwiegend Laubbäume, und es gab hohe mit Pflanzenwuchs bedeckte Sanddönen. Brecht der Ass dann ab? Es ist durchaus nicht üblich, dass die Präsidentin der Vereinigten Staaten Berater der unteren Klasse in so intimem Rahmen trifft. Stürzt die Wiege herab. Das zeigt, dass sie die Bedeutung der Sache tatsächlich verstanden hat. Und weg sind Kätzchen, Wiege und Baum. Plötzlich fiel Lauri ein, woher er dieses idiotische Geplapper kannte. »Eis neun«, sagte Lauri. »Wie bitte?« fragte Andrews. »Curt Wonnegats Buch Katzenwege. Eis neun.« »Könntest du das erklären?« »Wir sehen oft nur das, was wir sehen wollen.« »Das ist aber ein neuer und origineller Gedanke«, spottete Andrews. »Ich bin völlig aus dem Häuschen.« »Wir neigen dazu, uns an eine besonders angenehme und unseren Zwecken entgegenkommende Einzelheit zu klammern. Die großen Zusammenhänge sind uns egal, sie sind zu kompliziert. Sie in all ihrer Kompliziertheit zu verstehen, würde mehr Zeit und mehr Geduld erfordern.« »So das?« Sie näherten sich offensichtlich dem Ufer des Stellarwehr, denn im dünnen Gelände und in den weitläufigen Heideflächen gab es nun große Feuchtgebiete, deren Rand mit Schilf bewachsen war. Im Schilf standen graue Reihe auf der Jagd, und in der Luft kreisten Möwen und Fischkrähen in kleinen Schwärmen. Lauri sah auch eine keilförmige Flugstaffel Kanadagänse. »Die Figur des Wissenschaftlers bei Wonnegut ärgert sich darüber, dass die Marineinfanterie während des Zweiten Weltkrieges durch den Schlamm stapfen musste,« sagte Lauri. »Deshalb erfindet er einen Stoff namens Eis-9, ein Wasser, das sich schon bei wesentlich höheren Temperaturen als gewöhnliches Wasser zu einem festen Stoff, also zu Eis, verwandelt. Die große Idee des Wissenschaftlers ist es, Eis-9 in einen tropischen Sumpf zu geben, bevor die Marineinfanterie an Land geht, sodass der Sumpf gefriert und die Soldaten nicht im Morast versinken. »Es scheint ein brauchbarer Stoff zu sein,« brummte Andrews. »Eine Idee, die man unbedingt untersuchen sollte. Gibt es so einen Stoff schon, oder ist es reine Fiktion?« Der Wissenschaftler bei Wonnegut denkt nicht weiter. Er hört beim ersten Bindeglied der Kausalkette aufzudenken und tut nicht mehr den nächsten logischen Schritt und auch nicht den nächsten und den darauf folgenden. »So?« »Na sieh mal, die Bäche, die aus dem Sumpf entspringen, gefrieren auch. Auch die Flüsse, in die die Bäche münden, frieren zu. Und wenn der Fluss ins Meer mündet, friert das Meer zu. Und das ist das Ende der Welt.« Andrews sah Lauri verärgert an. »Wenn dies eine Art Witz war, dann verstehe ich nicht, an welcher Stelle ich hätte lachen müssen.« »Vergiss das Ganze«, sagte Lauri. »Es sei denn, hast du vom Orion-Projekt gehört.« »Womit hängt das doch gleich zusammen?« »Mit der Eis-9-Forschung.« »Wie bitte?« »Das Orion-Projekt sollte mit Atombomben funktionierende Raumschiffe entwickeln«, erklärte Lauri. »Ist das Prinzip nicht auch in der Praxis getestet worden«, fing Andrews Feuer. »Haben die Versuche nicht gezeigt, dass das Konzept funktioniert hätte? Dass man mit so einem Raumschiff sogar bis zum Alpha Centauri hätte fliegen können? Oder erinnere ich mich falsch?« »Tja«, dachte Lauri Normi, »gewissermaßen schon. Er hatte dieselben urbanen Legenden gehört wie Andrews. In Wirklichkeit war der Prototyp des Orion nur einen Meter lang gewesen, und er hatte nicht Atombomben, sondern gewöhnlichen C-4-Plastik-Sprengstoff verwendet. Er war nur 50 Meter hochgestiegen. Bewies der Start einer Pulverrakete in den Silvesternachthimmel, dass der Mensch mit der Kraft einer Atombombe zu den Sternen fliegen konnte?« Auf dem Papier waren freilich auch Orion-Versionen für interstellare Raumflüge entwickelt worden. Aber für die Beschleunigung des Super-Orion hätte man viele Millionen Atombomben vom Gewicht einer Megatonne benötigt, einige tausendmal mehr als die gesamten Nuklearwaffenvorräte der Menschheit zusammengenommen. Eine später entwickelte Version auf der Grundlage desselben Gedankens, Daedalus, hätte als Betriebsenergie 30 Milliarden sehr kleine Atombomben gebraucht. Irgendwann hatten die Entwickler von Orion und Daedalus an den von den Atombomben verursachten Fallout gedacht. Aber den hatten sie nicht für ein ernstes Problem gehalten. Der Weltraum war ja sehr groß. Dann war ihnen aufgegangen, dass der von den Atombomben ausgestoßene Teilchenstrom sich direkt gegen die Erde richten würde. Aber vielleicht wäre selbst das letzten Endes nicht so schlimm, hatten sie gedacht, und sich darauf konzentriert, über wesentlichere Dinge nachzudenken, wie zum Beispiel über die Vernichtung von Moskau und Kiew mit Raketen, die Atomsprengköpfe trugen. Noch später war ihnen dann eingefallen, dass der Teilchenstrom, den die Atombomben hinterlassen würden, insgesamt die Form von ionisiertem Plasma haben würde. Mit anderen Worten, das Magnetfeld der Erde hätte einen großen Teil davon mit hoher Effizienz angesaugt, und zwar genau dorthin, woher er gekommen war. In der Atmosphäre hätten sich die Atome zusammengeballt und wären als leiser, federleichter Regen aus winzigen Nanopartikeln herabgeschwebt. Alle Menschen auf der Erde hätten diese Teilchen eingeatmet. Eisneuen, dachte Lauri. Sie kamen zu einer Brücke, die über den Delaware führte. Lauri blickte nach Südost zur Delaware Bay, die als blauer Streifen am Horizont schimmerte. »Denk zum Beispiel mal an die Fusionsforschung«, sagte Lauri zu Andrews. »Ja.« »Wie man allen eingeredet hat, der Fusionsreaktor sei sicherer als ein gewöhnliches Kernkraftwerk«, sagte Lauri, »oder dass er weniger atomaren Müll produzieren würde.« »Warum wollen alle glauben, dass man mit Fusionskraftwerken unbegrenzt saubere Energie allein mit Meerwasser erzeugen kann?« »Wir sehen so oft einzig und allein das, was wir sehen wollen.« »Das ist unsere gefährlichste Eigenschaft«, dachte Lauri. »Wenn wir davon nicht loskommen, werden wir vielleicht vernichtet werden, weil die Technologie sich so schnell entwickelt. Denn in solchen Zeiten können wir es uns eigentlich nicht mehr leisten, herumzualbern und Spielchen zu treiben. Viele unserer Spielzeuge sind einfach schon so gefährlich, dass wir es wagen müssten, sofort und nicht erst mit langer Verzögerung, ihnen und all ihren Eigenschaften unmittelbar ins Auge zu blicken. Direkt in den schwarzen und fürchterlichen Abgrund der Wahrheit zu blicken, unabhängig davon, was wir dort sehen.« »Jeder Mensch glaubt, dass er äußerst rational ist, nur kühl, vernünftig und völlig unemotional und sich einzig und allein auf die kalten Fakten konzentriert«, sinnierte Lauri. »In gewisser Weise ist das auch bestimmt wahr. Nur, dass es eine grenzenlose Menge von Fakten gibt. Die Fakten bilden ein uferloses Meer, und der Mensch neigt dazu, auf sehr gefühlsbestimmter Grundlage aus der Menge der unendlich vielen Wissensbrösel genau diejenigen auszuwählen, die seinen Vorstellungen entsprechen. Er findet das, was er finden und wissen will. Das, was er gleichsam schon beschlossen hat zu wissen. Eine latente A priori-Lösung. Die schlimmste Plage der Wissenschaftler.« »Und nun noch Eis-Neun«, sagte Andrews und klang ein wenig besorgt. »Hoffentlich hast du nicht vor, diese Geschichte der Präsidentin zu erzählen.« Zwei Reiher mit gebogenem Hals flogen in geringer Höhe über die Landstraße. Sie verschwanden kurz darauf hinter dem Ahornwald neben der Straße. »Eigentlich hatte ich gedacht, dass wir der Präsidentin genau diese Eis-Neun-Geschichte erzählen«, dachte Lauri. »Und zwar wir beide gemeinsam. Meiner Ansicht nach haben wir das sogar vereinbart. Nur, dass wir dieselbe Geschichte vielleicht in etwas anderer Form erzählen, als ich es vorhin getan habe.« Aber diesen Gedanken teilte er Kenneth Andrews nicht mit. Kenneth Andrews nicht mit. Der Aufprall schleuderte den Mitsubishi vorwärts, und Alice kleiner Falke Donovan spürte im Macken einen stechenden Schmerz, obwohl sie den Kopf instinktiv nach vorn gezogen und versucht hatte, sein haltloses Herumschleudern mit beiden Händen abzubremsen. Dann kam die Bewegung zum Stillstand. Alice wartete darauf, dass das Heck des Autos herunterkrachte, begriff dann aber, dass der Toyota unter sie gefahren war und den Mitsubishi in einer halb senkrechten Position festgekeilt hatte. Plötzlich war es ganz still. In der Luft lag starker Benzingeruch, und Alice hörte, wie aus dem Auto eine Flüssigkeit tropfte. Tipp, Tipp, Tipp. »Hoffentlich ist das kein Brennstoff«, dachte sie. Alice sah, dass der Hals des Yakuzas, der hinter Akiko gesessen hatte, gegen die Windschutzscheibe abgeknickt war und sich der Mann nicht mehr rührte. Er würde ihnen keine Probleme mehr bereiten. Der andere Yakuzas dagegen bewegte sich und jammerte leise. Das Gesicht des Mannes war fast bis zur Unförmigkeit zerquetscht. Alice bemerkte, dass er immer noch seine Pistole festhielt. Ob er noch genug sah, um schießen zu können? Der Benzingeruch war sehr stark, und das Mündungsfeuer der Pistole könnte die Dämpfe entzünden. Alice schaffte es, den Sicherheitsgurt zu lösen, hob langsam ihren Fuß auf Lenkrad und Armaturenbrett und trat mit voller Kraft dem Yakuzas, der in unangenehmer Weise vor sie hingeschleudert worden war, ins Gesicht. Ein Krachen, und der Mann rührte sich nicht mehr. Seine Finger wurden schlaff, und Alice nahm seine Pistole an sich. »So viel dazu«, dachte sie. »Jetzt nur raus hier, und zwar sofort. Wir haben nicht mehr viel Zeit.« Sie sah nach Akiko. Die betastete sich die Stirn und machte nicht den Eindruck, schlimm verletzt zu sein, war aber ganz benommen. Alice versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie rührte sich nicht. »Akiko, könntest du probieren, ob die Tür auf deiner Seite aufgeht?«, bat sie mit eiskalter Ruhe, zählte aber zugleich die Sekunden. »Ich … mir ist ein bisschen schwindelig«, sagte Akiko. Ihre Stimme klang breiig. Sie tastete mit einer matten Bewegung nach dem Türgriff. Alice wartete nicht länger, sondern trat mit beiden Füßen gegen den oberen Rand der Windschutzscheibe, so stark sie nur konnte. Die Scheibe gab nach und fiel als Teppich von Glasbräuseln heraus. Einige kleine Stücke blieben im Rahmen stecken, und Alice passte auf, dass sie sich nicht an ihnen verletzte, als sie sich über die stark ramponierte Kühlerhaube des Mitsubishis hinausfallen ließ. Trotzdem spürte sie einen schneidenden Schmerz und etwas Warmes, Nasses an einer Hand, verdrängte das aber. Sie spürte, wie ihr Puls raste. Wie lange war der Aufprall her? Fünfzehn Sekunden zwanzig. Wo war der Geländewagen? Hatte er schon bemerkt, was passiert war? Die Männer hatten mindestens zwei Maschinenpistolen, vielleicht auch noch andere Waffen. Wenn sie den Jeep anhielten und zu Fuß zurückkämen, würde es einen sehr ungleichen Kampf geben. Sie würden dann keine andere Alternative haben, als auf die andere Straßenseite zu flüchten. Aber würde die benommen wirkende Akiko dazu imstande sein? Ihre Position hatte sich zwar verbessert, da ein Teil der Gegenseite aus dem Spiel ausgeschieden war, aber sie waren noch nicht Herr der Lage. Alice sah, wie sich vor ihnen auf der Landstraße, etwa sechs oder siebenhundert Meter entfernt, die Geschwindigkeit der im Dunkeln leuchtenden roten Lichtpunkte verlangsamte, und einen Augenblick später standen die Lichter still. Mindestens zwanzig Sekunden, dachte Alice. Also erst die von hinten gekommenen, dann Akiko, und dann ihr kleinen Süßen dort in eurem schicken kleinen Jeep. Schnell ging Alice zu dem zerschmetterten Toyota. Sie sah aus dem Augenwinkel, wie der Jeep versuchte zu wenden, jedoch vor dem Wall aus Betonklötzen halten und zum äußeren Rand des Fahrstreifens zurücksetzen musste. Gut, dachte sie. Noch ein paar Sekunden mehr. Die rückwärtige Ecke des Mitsubishis hatte sich direkt in die Windschutzscheibe des Toyotas hineingedrückt. Das sah schlimm aus. Der Personenwagen ist doch wohl die effizienteste Massenvernichtungswaffe, die der Mensch bisher erfunden hat, ging es alles durch den Kopf. Der eine Yakuza jammerte laut, und Alice schoss ihn dreimal in Kopf und Oberkörper. Vielleicht übertreibe ich, dachte sie, aber wir sind nicht in der Lage, uns Zartgefühl leisten zu können. In diesem Moment wollte sie keinen einzigen handlungsfähigen Yakuza hinter sich wissen. Die Geräusche der Waffen waren angenehm matt. Alice hoffte, dass die Yakuzas im Jeep das Mündungsfeuer nicht bemerkt hatten. Sie ging um den Toyota herum, öffnete die Tür und nahm die Waffen aus dem Futeral unter dem Mantel des toten Yakuzas an sich. Sie sah zum Jeep hinüber. Der hatte so weit zurückgesetzt, wie er es nur wagte, und versuchte wieder zu wenden, hatte aber immer noch nicht genug Platz. Erneut musste der Fahrer zurücksetzen. Akiko hatte die Tür aufbekommen und kam herausgestolpert. Sie schwankte und wäre der Länge nach zu Boden geschlagen, wenn Alice sie nicht festgehalten hätte. Wieder ruckte der Jeep an und schaffte es zu wenden. Man hörte, wie der Motor aufheulte und das Auto sich in Bewegung setzte, genau auf sie zu. »Gut so. Gebt Gas, so viel ihr könnt«, dachte Alice zufrieden. »Ihr kommt nicht dazu, eure Handlungsweise zu ändern, wenn ihr seht, was hier los ist. Das ist mir gerade recht.« Alice legte Akiko auf die Erde. »Bleib einen Augenblick da liegen«, sagte sie und hoffte, dass der Autohaufen sie schützen würde, wenn die Gegenseite das Feuer eröffnete. Der heulende Jeep näherte sich aus etwa dreihundert Metern Entfernung. Alice las ihre Pistole und die von Akiko vom Boden des Mitsubishis auf. In der Hand hielt sie ihre eigene Waffe, die anderen drei Pistolen legte sie neben sich auf den Erdboden. Dann hockte sie sich hin und lehnte sich gegen den Mitsubishi. »Denkt ruhig, ich sei auch benommen oder bewusstlos«, dachte sie. Das Herz trommelte ihr in der Brust, seine schnellen Schläge dröhnten ihr in den Ohren und im Zwerchfell. Das Geräusch des Jeeps spaltete die Luft und Alice hörte, wie er an Tempo verlor. Aber der Fahrer bremste nicht, sondern legte nur einen niedrigeren Gang ein. Alice wandte ihm den Rücken zu und hoffte, der Jeep würde näher kommen, bevor die Männer ausstiegen. Wenn er schon zweihundert oder hundert Meter vorher halten würde, wäre das eine schlechte Konstellation. Bei einer solchen Entfernung würde sie mit einer Pistole nichts gegen zwei Maschinenpistolen ausrichten können. Alice schloss für einen Moment die Augen und lauschte. Der Jeep fuhr noch langsamer, hielt aber nicht an, er kam näher. Jetzt war er schon ziemlich nah. Wie nah? Alice umschloss die Pistole mit beiden Händen. Dann wandte sie sich um. Der Wagen näherte sich durch die Dunkelheit, seine Scheinwerfer leuchteten wie die Augen eines prähistorischen Tieres und er brüllte wie ein lebendes Wesen. Alice wartete noch einen Augenblick, dann begann sie zu feuern. Sie leerte das Magazin der ersten Pistole auf die Windschutzscheibe. Die Waffe donnerte und ihre Hand wurde zurückgestoßen, das Mündungsfeuer blitzte im Dunkeln. Hoffentlich hat der Wagen kein Panzerglas, dachte Alice. Das Monster schlug einen Haken, aber Alice wusste nicht, ob der Fahrer einen Treffer bekommen hatte oder ob er nur dem auf der Straße liegenden Schrott auswich. Sie ließ die leere Pistole fallen und schnappte sich die zweite Waffe. Der Jeep war fast auf ihrer Höhe angelangt. Er beschleunigte und Alice wurde klar, dass der Fahrer beschlossen hatte, vorbeizufahren. Vielleicht war er aber auch verletzt und sein Fuß hatte sich auf dem Gaspedal verkrampft. Alice schoss drei Kugeln durch die vordere und vier durch die hintere Tür, ergriff die dritte Pistole und leerte sie auf das sich entfernende Fahrzeug. Zumindest ein Teil der Schüsse durchschlug das hintere Fenster des Wagens. Der Jeep kam von der Fahrbahn ab und es ertönte ein lautes Krachen. Alice nahm die letzte Waffe und lief über die Straße. Die haben zwei Maschinenpistolen, dachte sie. Ich kann kein Risiko eingehen. Sie riss die Tür auf und feuerte auf Heck- und Vordersitze des Wagens, bis auch das vierte Magazin leer war. War das jetzt übertrieben? fragte sie sich. Ihr Herz hämmerte so laut, dass sie das Gefühl hatte, es komme ihr zu den Ohren heraus. Alice ließ die Waffe fallen. Sie polterte zu Boden. Wir haben überlebt, dachte sie. Ich hab sie tatsächlich erledigt. Verdammt! Alle Mann! Alice sank auf die Knie. Ein unerhörtes Gefühl der Erleichterung durchflutete sie. Alles überschüssige Adrenalin war plötzlich wie fortgeblasen. Die Kraft war ihr aus den Gliedern geflossen wie das Wasser aus der Wanne. Tränen brannten ihr in den Augen und tropften auf ihre Hände herab. Alice hörte hinter sich Akikos Schritte, konnte aber nicht reagieren. Ich hatte schon gedacht, wir würden bald den Fischen zum Fass vorgeworfen, sagte Akiko mit tiefer Stimme. Alice wandte sich um und wischte sich dabei über das Gesicht. Sie bemerkte, dass ihre Hand blutverschmiert war. »Bist du okay?« fragte sie Akiko. Die hielt sich den Kopf. »Der Nacken tut mir weh. Aber sonst kaum etwas.« »Es tut mir leid.« »Das muss es nicht. Es ist besser, leicht verletzt zu sein als tot.« »Ich hab dein Auto wohl ein bisschen ramponiert,« sagte Alice und fühlte sich plötzlich schuldig und elend. »Obwohl ich versprochen hatte, das macht nichts,« versicherte Akiko. »Es hätte sowieso nicht mehr allzu viele Jahre gehalten,« lachte sie und setzte sich neben Alice auf die Straße. Es war nun ganz still. Nur die Bleche der in Schrott gefahrenen Wagen knackten und seufzten in der Dunkelheit. Der aus den Tanks auslaufende Brennstoff stank. Alice spürte einen leichten Windhauch an der Wange. »Es ist schön, noch am Leben zu sein,« dachte sie, »dass man noch den Wind auf der Haut spüren kann.« Sie blickte hinauf und sah über sich einen schwindelerregend hohen Sternenhimmel. Hier, weit außerhalb der Stadt, konnte man die Milchstraße erkennen. »Weißt du was?«, unterbrach Akiko die Stille. Alice konnte nicht antworten. »Ich hab immer geglaubt, dass all die amerikanischen Filme und Fernsehserien Fiktion seien,« sagte Akiko gemächlich. »Aber über euch geht es anscheinend tatsächlich so zu.« Mathematical Background and Programming Aids for the Physical Vulnerability System for Nuclear Weapons. A classification of structures based on vulnerability to blast-formatomic bombs. The Cookie-Cutter Model, Basic Principles, Methods of Analyzes for Structures subjected to dynamic loads. The RAND Study on Redefining the Basic Overpressure Damage Curves und so weiter. Lowry hatte sich im Lauf der Zeit durch hunderte von Forschungsberichten über die Bewertung der Auswirkungen von Atombomben hindurch gearbeitet. Die amerikanischen Forscher hatten in Atomtestgebieten ganze künstliche Kleinstädte erbaut, um die Druckwirkung einer Atombombe zu verstehen und um herauszufinden, wie viel Schaden die Druckwelle einer Kernexplosion von bestimmter Größe bei verschiedenen und auf unterschiedliche Art gebauten Häusern und anderen Gebäuden anrichten würde. Sorgfältig hatten sie gemessen, um wie viel Zoll oder Millimeter jeder Nagel sich unter dem Einfluss der Druckwelle einen, zwei, fünf und zehn Kilometer von der Kernexplosion entfernt in den Balken gedrückt hatte. Die Ergebnisse hatten sie sorgfältig aufgezeichnet und das Wissen um die Auswirkung von Atombomben war nach jedem Test angewachsen. Die Häuser im Testgebiet waren nur aus Stein und Metall gebaut worden. Darin gab es nichts Brennbares, kein Papier, kein Holz, keinen Kunststoff, kein Gas. Sogar die Gardinen waren aus Metall. Denn damit die wissenschaftlichen Forschungen wissenschaftstaugliche und auf wissenschaftliche Art wissenschaftliche Ergebnisse zeitigten, mussten die Modelle einfach genug sein. Sonst könnten die Ergebnisse vage, chaotisch und irreführend sein, und dann wären sie nicht mehr ebenso zuverlässig wie wissenschaftlich. Der Sitzungsraum, in dem sie sich befanden, war klein und sehr spartanisch eingerichtet. Nackte Betonwände und eine große Karte der Vereinigten Staaten, keine Bilder oder andere Kunstwerke. An der Decke eine einfache Lampe, hinter dem Schreibtisch eine weitere. Außer einem Schreibtisch gab es in dem Raum nur noch ein paar Stühle und ein Bücherregal. Über dem Raum befand sich eine 60 Meter dicke Schicht aus spezialgefertigtem Stahlbeton. Der Raum lag unter dem riesigen, fünfeckigen Gebäude des Pentagons. Nur fünf Personen waren anwesend. Hinter dem Schreibtisch saß eine etwa 50 Jahre alte, grauhaarige Frau. Sie strahlte Würde und politisches Charisma aus, was kein Wunder war, denn sie war die Präsidentin, der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Autorität der USA in der Welt war im vergangenen Jahrzehnt zwar so stark wie nie zuvor gesunken, aber dennoch hatte die amerikanische Präsidentin wahrscheinlich weiterhin mehr Macht als sonst irgendein Mensch auf der Welt. Kenneth Andrews und Lauri Normi saßen in einfachen Sesseln der Präsidentin gegenüber. Zu beiden Seiten der Tür stand je ein breitschultriger Sicherheitsmann mit versteinerter Miene. Draußen gab es weitere bewaffnete Wachleute. Die Präsidentin legte das letzte Memorandum aus der Hand. Sie nahm die Brille ab, klappte die Bügel zusammen und legte die Brille auf den Tisch. Ihre Bewegungen waren betont langsam, so als hätten sie den Zweck, der Präsidentin noch ein paar Augenblicke zum Nachdenken zu geben. Dann wandte sie sich Kenneth Andrews zu. »Diesen Memoranden zufolge glauben Sie also, dass die Terroristen eine kleine Menge hoch angereichertes Plutonium und sechs Tonnen Lithium-6 besitzen?« »Ganz recht«, bestätigte Andrews. »Das heißt, Sie wären in der Lage, eine oder mehrere sehr große Atombomben zu bauen?« »So ist es, Frau Präsidentin«, bestätigte Andrews. »Wenn Sie diese Bomben tatsächlich gegen uns einsetzen würden, was wäre dann das schlimmste Szenario?« Lauri sah Andrews an. Sie hatten ausgemacht, dass in erster Linie Andrews derjenige sein sollte, der das Wort führte. Falls er wollte, dass Lauri antwortete, würde er ihm ein Zeichen geben. »Das allerschlimmste Szenario«, begann Andrews, überlegte es sich aber mitten im Satz anders. »Na ja, das ist unwahrscheinlich, das werden wir leicht verhindern können, sodass wir darauf jetzt keine Zeit verschwenden sollten.« Die Präsidentin nickte. »Gut, ich akzeptiere Ihre Einschätzung, Oberst Andrews.« »Und die anderen schlechten Drehbücher?« Andrews zwinkerte Lauri in der vereinbarten Weise zu. »Angenommen, Sie können einen nuklearen Sprengkörper der Kategorie Zarbombe herstellen«, begann Lauri, »und würden ihn in einem Flugzeug hoch genug über dem Atlantik zünden.« Die Präsidentin sah Lauri fest an, dieser schwieg. Die Präsidentin wandte sich an Andrews. »Der elektromagnetische Puls würde alle Flugzeuge und alle sensiblen Elektroanlagen in Nordamerika und Europa verbrennen«, fragte die Präsidentin. »Leider«, bestätigte Andrews. »Alles würde aufhören zu funktionieren. Trinkwasserversorgung, Heizungssysteme, Kühlsysteme, Autos, Züge, Flugzeuge, die elektrischen Anlagen der Krankenhäuser, Telefone, Computer, Internet, Rundfunk und Fernsehen, die Satelliten auf niedrigen Umlaufbahnen. Sensible Elektroanlagen gibt es heute überall.« »Wie hoch müssten Sie kommen?«, fragte die Präsidentin. Sie griff wieder nach einem der Memoranden und blätterte darin. »Es stand hier irgendwo.« »Zwanzig bis dreißig Kilometer.« »Ist das überhaupt möglich?«, fragte die Präsidentin. »Mit einer gewöhnlichen Düsenmaschine? Ohne Raketenmotoren?« »Ja, wenn Sie Schwung holen und direkt nach oben fliegen. Irgendwann sackt die Maschine ab und beginnt zu fallen, aber falls es ein Selbstmordanschlag ist?« »Letztlich ist es nicht so kompliziert, Raketenmotoren an die Tragflächen von Flugzeugen zu montieren. Auch viele Amateure haben das schon gemacht.« Die Präsidentin wirkte nachdenklich. Sie spitzte die Lippen. »Wenn Sie schon eine Atombombe haben, was können wir dann tun, um einen solchen Schlag zu verhindern?« »Nichts«, antwortete Andrews. »Ich meine, wenn wir sie nicht finden.« »Acha«, sagte die Präsidentin leise. Es klopfte an die Tür. Die Sicherheitsleute erwachten aus ihrer Versteinerung, und der eine von ihnen öffnete die Tür. Eine junge Frau schob einen Servierwagen herein und stellte zuerst drei kleine Tabletts, die eine Vertiefung für Kaffeetassen besaßen, auf den Tisch, und dann einen flachen, aus Weide geflochtenen Brotkorb mit Butterbroten. In einem anderen Korb reichte sie Gebäckstücke. »Kaffee oder Tee?«, fragte die Präsidentin. Sie warteten, bis sich die Serviererin wieder entfernt hatte. Lauri sah zu, wie die Präsidentin vier Stück Zucker in ihren Kaffee Tarte und Milch dazug aus. Dann nahm sie den Löffel und rührte um. »Vielmehr fürchten wir freilich, dass sie die Bombe in ein Frachtschiff packen und sie in den Hafen von New York oder Los Angeles bringen,« sagte Lauri dann. »Und es ist natürlich praktisch unmöglich, alle hereinkommenden Container zu überprüfen,« bemerkte die Präsidentin. »Nicht wahr?« Als J. Robert Oppenheimer gefragt wurde, ob böswillige Menschen eine Atombombe nach New York einschmuggeln könnten, antwortete er, das sei ohne Weiteres möglich, und eine kleine Gruppe von Menschen könnte mit einer Atombombe die ganze Stadt vernichten. Als er gefragt wurde, wie sich eine solche Katastrophe verhindern ließe, wies er den Frager zurecht, indem er schlagfertig antwortete, »mit einem Schraubenzieher.« In der Praxis war die Sache natürlich um einiges komplizierter. Täglich erreichten 50.000 Container die Vereinigten Staaten. Das waren durchschnittlich 140 Schiffe, 6.500 Eisenbahnwaggons und 30.000 Lastkraftwagen. Jeden Tag. Die amerikanischen Behörden konnten praktisch nur einen kleinen Teil der Container überprüfen, weniger als 10 Prozent. In vielen Containern befanden sich weitere kleinere Kisten, wenn diese mit den passenden Materialien ausgekleidet waren, dann war es sehr schwierig zu erkennen, was sie enthielten. Um alle Container zu überprüfen, hätte es einer gewaltigen Anzahl von Arbeitskräften bedurft. Darüber hinaus hatten die USA eine lange gemeinsame Grenze mit Kanada und Mexiko und eine noch längere Küstenlinie. Es war unmöglich, jeden Meter Küste in jeder Bucht ständig zu überwachen. Außerdem würde die Überprüfung jedes einzelnen Containers die Häfen der Vereinigten Staaten blockieren und in der Folge würde der Welthandel zusammenbrechen. »Wenn die Bombe sehr groß ist, muss sie in einem Schiff sein, das ist die einzige Möglichkeit, sagte Andrews. Wir haben einige Beweise dafür, dass die Terroristen versuchen könnten, die Bombe im Frachtraum eines Schiffes zu bauen, der noch größer ist als ein Container. Wir bitten um die Genehmigung, verdächtige Schiffe noch relativ weit draußen auf dem Meer überprüfen zu dürfen. »Warum nicht erst im Hafen?«, fragte die Präsidentin. »Das wäre politisch und diplomatisch eine einfachere Lösung.« Die Präsidentin erhob sich kurz, um Lauri das Gebäck zu reichen. Dieser nahm sich einen Kopenhagener und reichte den Korb an Kenneth weiter. »Wenn Sie eine Bombe haben, die groß genug ist, müssen Sie gar nicht erst bis zum Zoll kommen,« sagte Lauri. »Die Defense Nuclear Administration hat sich Atombomben mehr als 50 Jahre lang quasi als gewöhnliche Bomben vorgestellt, die nur größer sind als normale und ihre Zerstörung vor allem durch Druck bewirken. Aber die Druckwirkung ist bei der Atombombe kein so wichtiger Faktor.« Die Präsidentin trank von ihrem Kaffee. Sie schien zu zweifeln. »Ich habe das allerdings etwas anders verstanden,« sagte sie. »Die Druckwelle eine Kernexplosion lässt einen Wolkenkratzer doch einstürzen wie ein Kartenhaus.« »Ja, aber ein Feuersturm zerstört immer ein viel größeres Gebiet,« bestätigte Andrews Laurys Behauptung. »Gebiete, auf die sich mehr als zehn Kalorien Strahlung pro Quadratzentimeter konzentrieren, fangen Feuer. Gardinen brennen, Kunststoffe brennen, Bücher brennen. Eine Atombombe entfacht einen Feuersturm, der 25 Mal größer sein kann als der von der Druckwelle zerstörte Bereich.« Laury und Andrews wussten beide, dass der Unterschied bei sehr großen Bomben noch dramatischer wäre. Der Druck einer Explosion wurde immer im dreidimensionalen Raum freigesetzt. Er nahm schnell ab, im Wesentlichen im Maße der Kubikwurzel der Entfernung. Mehr als die Hälfte der Energie einer Atombombe wurde jedoch in Form von elektromagnetischer Strahlung und von Wärmestrahlung freigesetzt. Die Strahlung wurde erst gestoppt, wenn sie auf eine Fläche traf, die ihr den Weg versperrte. Die Stärke der Strahlung nahm in der Quadratwurzel der Entfernung ab, viel langsamer als die Stärke der Druckwelle. »Moment, Moment«, warf die Präsidentin ein, »habe ich das jetzt richtig verstanden? Wollen Sie mir sagen, dass Sie eine Bombe in zehn Kilometern Entfernung auf dem Meer zünden und Manhattan damit verbrennen können, wenn diese Bombe nur groß genug ist?« Ihre Finger trommelten in schnellem, ungeduldigem Staccato auf die Tischplatte. »Das haben Sie ganz richtig verstanden, Frau Präsidentin«, sagte Andrews. »Wie groß müsste eine Bombe für diesen Zweck sein?« Andrews sah Lauri an. »Erklär du das«, sagte seine Miene. »Behandelst dir doch auch sonst gern Unannehmlichkeiten ein.« »Je größer Ihre Bombe ist, in desto größerer Entfernung können Sie sie zünden«, sagte Lauri. »Wenn Sie die Bombe bis in den Hafen bekommen, genügt es, dass Sie eine Sprengladung von der Größe der Hiroshima-Bombe haben. Auch die zerstört schon ganz Manhattan.« Die Präsidentin rieb sich mit einer raschen Bewegung die Schläfen. Diese Geste war sowohl Lauri als auch Andrews von ihren Fernsehauftritten her vertraut. »Aber das kann doch nicht stimmen«, sagte die Präsidentin. »Bislang hat man mir etwas anderes erzählt. Eine Hiroshima-Bombe würde nur einen kleinen Teil Manhattans vernichten.« »Bei allem Respekt, Frau Präsidentin. Die alten Modelle haben die Auswirkung des Feuersturms außer Acht gelassen. Sie haben sich nur auf die Druckwirkung konzentriert.« »Wir haben 6000 Milliarden Dollar für Kernwaffen und die entsprechende Forschung und Entwicklungsarbeit ausgegeben, mehr als für die Gesundheitsfürsorge und das Unterrichtswesen. Und wir verstehen nicht, wie sie wirken? Das kann ja wohl nicht sein, junger Mann.« Die Präsidentin wirkte empört. »Wenn auf einem bestimmten Gebiet gleichzeitig genügend Brände aufflammen, entsteht eine außergewöhnlich starke, aufsteigende Luftströmung,« mischte Kenneth Andrews sich wieder in das Gespräch ein. »Von den Rändern des brennenden Gebiets her strömt neue Luft nach. Wenn der von den Bränden erzeugte aufsteigende Luftstrom stark genug ist, kann der Wind, der von den Rändern her bläst, die Ausmaße eines Hurrikans erreichen. Dann facht er die Brände noch mehr an, was das Feuer wiederum verstärkt. Die Volke sind viele neue, sich ungehemmt ausbreitende Brände. Das ganze Gebiet verwandelt sich in ein Feuermeer, in dem kein Mensch überleben kann.« »Und das ist in unserem Modell nicht berücksichtigt worden?« »Nein,« versicherte Lauri. »Das konzentrierte sich nur auf die Druckwirkung.« »Warum?« fragte die Präsidentin verwundert. »Das ist eine lange Geschichte,« sagte Andrews. »Aber Organisationen haben die ungute Tendenz, sich auf das zu konzentrieren, was sie schon können und wissen.« Wortlos schenkte sich die Präsidentin Kaffee nach. Lauri und Andrews verstanden, dass sie einen Augenblick brauchte, um das Gehörte zu verdauen. Sie schwiegen und warteten. »In Dresden und Hamburg war ein Feuersturm entstanden,« dachte Lauri. »Hiroshima wurde in einem Feuersturm zerstört, ebenso Nagasaki. Wir aber sehen nur das, was wir sehen wollen.« »Es würde also viel mehr Opfer geben als nur einige Hunderttausend,« konstatierte die Präsidentin nach kurzer Zeit. »Selbst wenn die Explosion nicht größer wäre als die in Hiroshima.« »Die Brandlasten pro Hektar sind in den heutigen Städten entscheidend größer als im Zweiten Weltkrieg,« erklärte Lauri. »Die Häuser sind höher, und überall gibt es gewaltige Mengen Kohlenwasserstoff, in Kunststoff, im Asphalt, im Brennstoff der Verkehrsmittel und im Erdgas. Ein Brand wird extrem heiß, sodass auch die Winde extrem stark werden.« »Wie stark könnten diese Winde sein?«, fragte die Präsidentin. »Die Feuerstürme von Dresden und Hiroshima erzeugten Winde von mindestens 160 Kilometern pro Stunde,« antwortete Lauri. »Wenn in Manhattan eine Nuklearwaffe von der Stärke der Hiroshima-Bombe explodieren würde, dann würde die Windgeschwindigkeit nach den neuen Modellen 600 Stundenkilometer erreichen. Wenn die Bombe noch größer ist...« »Nun, ich weiß es nicht.« »Was bedeuten diese Geschwindigkeiten?«, fragte die Präsidentin. »Ein sehr starker Hurricane-Wind von 270 Stundenkilometern erzeugt einen Druck von 450 Kilo pro Quadratmeter,« erklärte Lauri. »Ein solcher Druck kann schon einen Mann für einen Augenblick in die Luft schleudern. Er kann Dächer abreißen und die Wände von normal gebauten Häusern eindrücken.« »Wieso höre ich das alles erst jetzt?«, wunderte sich die Präsidentin. »Ein Super-Hurrikan, der eine Geschwindigkeit von 600 Stundenkilometern erreicht, würde noch fünfmal stärkere Kräfte erzeugen,« fuhr Lauri fort. »Er würde die für unsere Wolkenkratzer kalkulierten Sicherheitsgrenzen klar überschreiten. Ich glaube, er würde sie tatsächlich zu Fall bringen, sie abbrechen, indem er die Länge des Gebäudes quasi als großen Hebelarm benutzt.« Die Präsidentin zwinkerte mehrmals rasch nacheinander. Im Übrigen blieb ihr Gesicht aber völlig ausdruckslos. »Bei Tornados der Klasse 5 der Fujita-Skala entstehen manchmal Winde von bis zu 500 Stundenkilometern,« fügte Lauri noch hinzu. »Die können einen Strohhalm durch einen Baumstamm hindurchschlagen. Der menschliche Körper zum Beispiel ist viel weicher als ein Baumstamm.« Die Präsidentin schüttelte den Kopf. Lauri sah, dass es ihr immer noch schwer fiel, zu glauben, was sie gehört hatte. Aber sie bewahrte auch jetzt ihre kühle Ruhe, trotz der schlechten Nachrichten, die sie bekommen hatte. »Eine beachtliche Leistung,« dachte Lauri. »Aber vielleicht musste ein Mensch auch erst eine harte Schule durchlaufen, ehe er so weit war, die größte Militärmacht der Welt zu lenken.« »Wie groß wäre das Gebiet, in dem solche Winde auftreten?«, fragte die Präsidentin. »Dazu haben wir keine ordentlichen Modelle,« sagte Andrews. »Aber die Hurricane-Winde würden mit Sicherheit ein Gebiet verwüsten, das mindestens einige Dutzend Mal größer ist, als das von einem Feuersturm zerstörte.« Die Präsidentin schüttelte den Kopf. »Haben Sie für mich noch mehr gute Nachrichten oder war das schon alles?«, fragte sie, und über ihr Gesicht huschte ein sarkastisches Lächeln. Sie klang plötzlich sehr müde, und Lauri fand, dass sie jetzt viel älter aussah als noch vor einer halben Stunde. Lauri und Andrews wechselten einen raschen Blick. Die Präsidentin bemerkte es. »Lassen Sie hören,« forderte sie sie auf. »Was haben Sie mir noch nicht erzählt? Worum geht es?« »Um nichts Besonderes,« antwortete Andrews ausweichend. »Abgesehen davon, dass wir keine Ahnung haben, was als nächstes passiert.« »Nichts ist passiert.« Alice Donovan bibberte in ihrer Decke und betrachtete die in der Nacht rotierenden Lichter der Krankenwagen. Die Stirn tat ihr weh, und als sie hinfasste, war ihre Hand voller Blut. Offenbar hatte sie irgendwann auch an der Stirn eine Wunde bekommen. Die Wunde konnte nicht sehr tief sein, weil ihr das Blut nicht bis in die Augen gelaufen war. Auch ihre Hand schmerzte, aber dieser Schmerz tat ihr nur gut, denn er erinnerte sie daran, dass sie immer noch sehr lebendig war. Die Polizisten trugen einen großen, mit Reißverschluss verschlossenen Plastiksack vorbei. Alice wusste nur zu gut, was darin war. »Bitte,« sagte Akiko und reichte ihr einen großen Becher heißen, wunderbar duftenden Tee. »Trink das. Dann fühlst du dich besser.« »Danke,« sagte Alice. Sie trank aus dem Becher und verbrannte sich die Zunge. »Woher hatten die hier so ein heißes Getränk?« Alice betrachtete die Bündel, die in den Krankenwagen geschleppt worden waren. »Ich hab wohl etwas übertrieben,« sagte sie reumütig. »Vielleicht hattest du auch keine andere Wahl,« stellte Akiko fest. »Was glaubst du? Bekomme ich Schwierigkeiten?« fragte Alice. Akiko schüttelte den Kopf. »Nein, die wollten uns umbringen, da bin ich sicher. Ich verstehe nicht, warum, aber sie wollten uns zur Hinrichtung fahren.« »Das hab ich mir auch gedacht.« »Außerdem bist du die offizielle Vertreterin eines fremden Staates, und schon allein eine gegen deine Person gerichtete bewaffnete Entführung wäre ein sehr schweres Verbrechen.« Akiko schwieg einen Moment und machte einen Schmollmund. »Obwohl du unsere diesjährigen Statistiken damit ja nun wirklich nicht verschönerst,« sagte sie dann. »In Japan werden normalerweise weniger als zwanzig Menschen pro Jahr mit Schusswaffen getötet. Du hast den diesjährigen Saldo um mindestens vierzig Prozent erhöht.« »Kann man angesichts dessen noch davon sprechen, dass ich den Ball flach gehalten hätte?« überlegte Alice in Gedanken. »Wisst ihr, wer die sind?« fragte sie Akiko. »Bez. Waren? Ich meine, hat es einer überlebt?« Akiko wurde ernst. »In drei von ihnen gibt es noch einen Lebensfunken. Aber der eine dürfte keine wirkliche Chance haben. Auch die beiden anderen sind in keinem besonders guten Zustand. Du hast wirklich Häcksel aus ihnen gemacht. Thunfischflocken. Aber sie sind tatsächlich Mitglieder des Roten Drachen. Es ist übrigens auch derjenige dabei, dessen Fingerabdrücke sich an dem Lassauto und an den Monitoren des Yoshikawa-Konzerns befunden haben.« »Wer von ihnen war's?« »Er war in dem Geländewagen. Du hast ihn wohl erschossen.« »Ach, in dem Geländewagen waren vier oder fünf Männer. Ich konnte sie gar nicht voneinander unterscheiden.« Alice drang von ihrem Tee und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. »Weshalb hatte man sie überfallen? Warum hatte man sie aus dem Weg räumen wollen?« »Wir haben in dieser Sache schon seit vielem Wochen ermittelt«, bemerkte Akiko. Alice verstand, dass Akikos Gedanken in dieselbe Richtung gegangen waren wie ihre eigenen. »Sie haben bisher nichts dergleichen getan«, fuhr Akiko in ihren Überlegungen fort. »Deshalb frage ich mich, warum jetzt? Wir müssen etwas Neues herausbekommen haben. Etwas, das sie als besonders bedrohlich empfinden. Als so gefährlich, dass sogar der Mord an einer amerikanischen Agentin für sie ein Risiko ist, das man in Kauf nehmen muss.« »Ja, es muss etwas Neues sein«, überlegte Alice laut. »Etwas, das wir jetzt erst herausgefunden haben.« »Und es muss etwas sein, weswegen sie glauben, die Probleme dadurch lösen zu können, dass sie uns umbringen, also dich und mich.« »Es muss also mit etwas zu tun haben, das sich zwischen uns beiden abgespielt hat. Etwas, das die anderen noch nicht wissen.« Ein Sanitäter kam und sah sich Alice's Stirn an. »Verdammt, die müssen uns abgehört haben. Auf die eine oder andere Weise«, rief Akiko aus. Alice drückte mit der Hand ihr Pflaster fest. »Bestimmt«, sagte sie. »Aber selbst wenn Sie jedes unserer Worte gehört hätten, verstehe ich es trotzdem nicht. Was zum Teufel sollen wir denn herausbekommen haben? Wir sind doch nur im Dunkeln getappt, ohne irgendwelche vernünftigen Hinweise zu haben.« Alice versuchte, sich zu erinnern, worüber sie gesprochen hatten. »Es muss etwas sein, dessen Bedeutung wir selbst noch nicht erkannt haben«, sagte sie. »Wir müssen in der Zeit zurückgehen und überlegen, worüber wir gesprochen haben«, schlug Akiko vor. »Wir müssen unser Gespräch möglichst genau, Wort für Wort, rekonstruieren.« Dann fiel ihr noch etwas anderes ein und sie grinste schämisch. »Verflixt«, sagte sie. »Die Jakuzas müssen doch die Abhörbänder von unseren Gesprächen haben. Ob sie sie uns ausleihen würden, wenn wir sie schön darum bitten?« »Wenn wir sie schön darum bitten?« Julia Norris stand auf dem Balkon und rauchte die, wer weiß wie viel der Zigarette an diesem Tag. »Laurie und Alice haben recht«, dachte sie. »Ich sollte aufhören.« »Oder zumindest weniger rauchen.« »Wie oft habe ich das Rauchen schon aufgegeben«, überlegte sie weiter. »Andererseits hatte das Rauchen auch eine gute Seite, nämlich, dass es nichts mit radioaktiver Strahlung zu tun hatte. Denn es war doch klar, dass ... dass ... denn man konnte ja nur nicht denken, dass ...« Und da rückten plötzlich alle Mosaiksteinchen an ihren Platz. Der ganze Komplex, der an einen zerklüfteten, sperrigen Schrotthaufen erinnert hatte, ordnete sich im Bruchteil einer Sekunde, verblüffend brav und schön, zu einer ebenen, glänzenden, naht- und kantenlosen Kugelfläche. Es schwindelte Julia, und zur Sicherheit hielt sie sich am Balkongeländer fest. »Geht es dir gut?«, fragte Robertsons Stimme von der Balkontür her. Julia winkte ungeduldig ab. »Alles in Ordnung?«, fragte Robertson noch einmal. »Ja, mir fehlt nichts. Ich will nur in Ruhe nachdenken.« »Könnte das stimmen?«, überlegte Julia fieberhaft. »Nein, das kann es nicht, überhaupt nicht.« »Aber andererseits?« Es würde alles erklären. So schöne Formen sind meist kein bloßer Zufall. Im Grunde glaube ich, dass sie niemals Zufall sind. Nicht dann, wenn so viele scheinbar zusammenhanglose Teilchen plötzlich beschließen, sich ineinander zu fügen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Gnadenlos wie der Teufel persönlich. Ohne auch nur im geringsten Mitleid mit den alten Paradigmen zu empfinden. Wie eine Schlafwandlerin ging Julia zurück zu ihrem Schreibtisch. »Julia?«, David Falis Stimme kam von irgendwo weit her. »Die Inder haben jahrhundertelang ihre verdammten Bidis geraucht,« dachte Julia. »Vielleicht noch länger. Wie lange?« »Viele haben wirklich viel geraucht.« »Auch heute noch kosten die Bidis eigentlich nichts im Vergleich zu den modernen Zigaretten.« »Und Ganja, das gerauchte Marihuana und Haschisch.« »Oder Opium. Die von Haschisch oder Opium abhängigen Menschen tun oft nichts anderes als Kiffen. Sie sitzen mit ihrem Stoff viel schlimmer in der Klemmer als ich mit meinem Nikotin,« dachte Julia. »Hab ich zum Beispiel Watson jemals ohne einen Marihuana-Joint gesehen?«, überlegte sie. Und wenn sie ihr Gedächtnis noch so sehr anstrengte, sie konnte sich nicht an einen solchen Anblick erinnern. »Und der Rauch von Brennholz und Fiedung. In den Häusern, in denen das Essen auf Holzfeuer zubereitet wird, wo es jedoch nicht einmal einen Rauchabzug gibt oder während des Monsons nicht einmal eine Lüftungsklappe. In den Häusern, die in den Bergen des Himalaya im Winter mit Brennholz geheizt werden, sodass der gesamte Rauch drinnen bleibt. Die Belastung mit Feinstaubpartikeln muss fantastische Dimensionen haben, tausendmal größere als die Mengen, die der Mensch in den reichen Industrieländern normalerweise einatmet. Wenn all dies war und unbestreitbar dokumentiert ist, wie sollte es dann, wenn auch nur in der Theorie, möglich sein, dass ...« In Gedanken ging Julia noch einmal alle wichtigen Punkte der Schlussfolgerungskette durch. Jedes Kettenglied hatte Bestand. »Großer Gott«, dachte sie. »So muss es sein.«, Bestimmte Gewebe des Menschen, wie zum Beispiel die Haut und in geringerem Maße auch das ganze Verdauungssystem, verkraften kleine Dosen radioaktiver Strahlung ohne Problem. Die auf die Haut treffende Gammastrahlung ist nicht gefährlich, wenn sie nicht sehr stark ist. Die Hautzellen bemerken die Bombardierung mit Alpha-Teilchen gar nicht. Die mit dem Wasser und der Nahrung in den Organismus gelangenden radioaktiven Stoffe sind meist nicht viel gefährlicher als die Strahlung, die auf die Haut trifft. Denn sie werden vom Organismus nicht sonderlich gut absorbiert. Vielmehr wird das, was durch den Mund in den Magen gelangt, meist einige Stunden später oder spätestens nach einigen Tagen wieder ausgeschieden. »Das ist die einzige Möglichkeit, all die widersprüchlichen Beobachtungen zu erklären«, dachte Julia. »Die Krebs-Epidemien im Südirak und die Folgen von Tschernobyl. Der Witz dabei ist, dass die in bestimmten Gebieten gemessenen Becquerel-Mengen gar nicht mit der Morbidität zu korrelieren brauchten. Im Grunde sollte die Korrelation sogar in den meisten Fällen negativ sein.« »Wir haben alles ganz falsch verstanden«, dachte Julia. »Denn wenn wir unsere Hypothese auf den Kopf stellen und uns das Bild andersherum ansehen, dann ist doch...« »Julia«, fragte Farley mindestens zum dritten Mal, jetzt allerdings schon mit lauterer und viel gereizterer Stimme. Julia wandte sich um unser Farley an. »Jablokov hat recht«, platzte Julia heraus. »Wie bitte?«, fragte Farley verwundert. »Jablokov hat recht«, wiederholte Julia. Farley sah sie verständnislos an. »Was ist das jetzt für ein Witz?« »Gar keiner«, wehrte Julia ab. »Ich meine es ganz ernst.« »Na, dann würde ich jedenfalls sagen, dein Timing ist für den Arsch«, sagte David Farley beleidigt. »Wo ist Andrews?« Julia bemerkte erst jetzt, dass Farley irgendwie seltsam war. Er atmete heftiger als sonst und auf seinem Gesicht lag ein eigentümlich ängstlicher, ja fast panischer Ausdruck. Normalerweise war Farley kühl und beherrscht, betont gelassen. Julia hatte ihn noch nie so gereizt und nervös gesehen. Außerdem war dies vermutlich das erste Mal, dass sie Farley einen groben, vulgären Ausdruck benutzen hörte. Er bediente sich sonst einer korrekten, gepflegten Sprache. »Kenneth ist bei der Präsidentin«, sagte Julia, »zusammen mit Lauri.« »Bei der Präsidentin der Vereinigten Staaten?« »Ja.« »Oh, scheiße, was für ein Timing«, heulte Farley auf. »Oha, schon zum zweiten Mal«, dachte Julia. »Es musste wirklich etwas passiert sein.« »Bevor Sie etwas beschließen, müssen Sie unbedingt erfahren, was ich gerade herausbekommen habe«, sagte Farley. »Das hat ja wohl noch Zeit, ich glaube nicht, dass Sie momentan Telefongespräche entgegennehmen.« »Hu, verdammte Kacke. Wir müssen es wenigstens versuchen.« »Was hast du, Dave?« fragte Julia. »Ist du okay?« »Nein, wirklich nicht. Hassan Yosuf hat ausgesagt.« »Lass hören«, forderte Julia ihn auf. »Einnerst du dich an das Foto von dem großen Metallzylinder?« »Ja.« »Wir hatten recht. Sie haben ihre Bombe im Frachtraum eines Schiffs gebaut.« »Das haben wir ja schon vermutet.« »Abgesehen davon, dass ich nicht recht daran geglaubt habe«, dachte Julia. »Jetzt musst du es akzeptieren«, sagte sie sich. »Du musst lernen, zu akzeptieren, dass auch du mal im Irrtum sein kannst.« »Aber das ist noch nicht alles«, fuhr Farley fort. »Yosuf hat gesagt, dass die Bombe im Frachtraum des Schiffs schon fertig ist. Er weiß nicht, in welchem Land es sich befindet, und er kennt den Namen des Schiffs nicht. Er weiß nur, dass es von Westen kommt, weil die Höhenwinde angeblich von West nach Ost wehen.« »Der Jetstream, ja.« »Ja, genau, und seit die Japaner das während des Zweiten Weltkrieges entdeckt haben, was hat er sonst noch gesagt«, unterbrach ihn Julia. »Er hat gesagt, die Bombe sei schon an ihrem Platz.« »Oh, Scheiße.« »Aber das Schlimmste ist, was Yosuf sonst noch erzählt hat. Er hat gesagt, dass auf die Bombe ...« »Dass auf die Bombe ...« Die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika starrte Laurie und Kenneth Andrews irritiert und gereizt an und erwartete eine Antwort. »Der von einem Feuersturm verursachte Hurricane-Wind bläst zwar die Flammen nach innen,« begann Laurie, »aber wenn die Brandlast groß genug ist, kann sich das Feuer auch als Linienbrand nach außen ausbreiten. Wenn also so viel Strahlungswärme vorhanden ist, dass sie die Umgebung in Brand setzt, obwohl der Wind nach innen bläst. Der Wind kann die Infrarotstrahlung nicht aufhalten.« Die Präsidentin schüttelte unglaublich den Kopf. »Was ist Ihre Einschätzung?«, fragte sie Andrews. »Wir können nichts Sicheres sagen, Frau Präsidentin,« antwortete Andrews ausweichend. »Das ist bislang noch nie erforscht worden.« »Das ist noch nie erforscht worden? Ich traue wohl meinen Ohren nicht.« »Bei großen Waldbränden kann es 150.000 Kilowatt Wärmeleistung pro Meter Brandfront geben,« fuhr Laurie fort. »Einen solchen Brand kann nichts außer einem starken Regen aufhalten.« »Und in einer großen Stadt?« »Nun, wie viel könnte das sein? Einige Hunderttausend oder eine Million Kilowatt pro Meter Linie,« schätzte Laurie. »Kaum wesentlich mehr. Aber der Brand kann sich natürlich als Linienfeuer nur so lange nach außen ausbreiten, wie es genügend Brandlast gibt. Wenn die Besiedlung aufhört, wird sich auch der Brand allmählich verlangsamen. Schließlich kommt er zum Stillstand. Er kann sich also nicht unendlich ausbreiten.« Die Präsidentin stand auf, ging zu einer großen Karte der Vereinigten Staaten und betrachtete sie. Sie fuhr mit dem Finger über die Karte, über die großen Siedlungszentren und deren Umgebung. Laurie vermutete, dass sie sich erinnerte, wie die einzelnen Orte aussahen, hatte die Präsidentin doch bei ihren Wahlkampagnen das Land kreuz und quer bereisen müssen. Vermutlich überlegte sie, was für Brandlasten es an den jeweiligen Stellen geben mochte. »Haben Sie den Eindruck, dass wir es im Kalten Krieg ein wenig übertrieben haben?« fragte sie. »Dass wir nicht Zehntausende von Kernwaffen gebraucht hätten?« »So könnte man es sagen, Frau Präsidentin,« antwortete Laurie. Andrews hob die Hand, als wolle er um das Wort bitten, wie in einer Konferenz. »Gibt es da noch etwas?« fragte die Präsidentin. Sie wandte den Blick nicht von der Karte. »Wie ich schon sagte, ist es etwas schwierig, zu diesen großen Bränden ein Modell zu erarbeiten,« begann Andrews. Andrews sah, dass der Zeigefinger der Präsidentin auf der Karte von San Francisco nach Oakland, von dort nach Berkeley und weiter nach Concord und Stockton wanderte. »Ja?« fragte die Präsidentin zerstreut. »Wir können ein Modell von dem sogenannten Firebrand-Effekt auf dem Gebiet des eigentlichen Feuersturms erstellen,« sagte Andrews. »Die verschiedenen brennenden Gegenstände, die durch die Luft geschleudert werden, beschleunigen in dieser Zone die Ausbreitung des Feuers stark. Aber wir können die Ereignisse in der Umgebung des Feuersturms nicht prognostizieren. Die Hurricane-Winde würden über sehr große Gebiete hinwegfegen. Häuser stürzen ein, Gasleitungen bersten. Autos und Motorräder werden durch die Luft geschleudert, prallen gegen harte Gegenstände und ihre Brennstofftanks platzen auf, Benzin strömt aus.« Der Finger der Präsidentin glitt auf die andere Seite des Kontinents. Jetzt startete er in Boston und wanderte von dort nach Worcester und Providence. »Durch die Luft fliegende Metallgegenstände und außerdem viel Sand, Staub und Erde«, fuhr Andrews fort. »Aber es regnet nicht. Der Wind ist trocken und heiß, sodass die statische Elektrizität auch ein Faktor ist, den man berücksichtigen muss, der jedoch, so fürchte ich, bisher nicht berücksichtigt worden ist. Ein mit solcher Geschwindigkeit wehender Wind produziert viel Reibungsenergie. Er lädt alles mit elektrischer Energie auf.« Springfield, Hartford, Waterbury. »Wenn viele Gas- und Benzinleckanlagen entstehen, können im Bereich der Hurricane-Winde viele Sekundärbrände entstehen, fuhr Andrews fort. Tausende, Zehntausende, letztlich Millionen. Auch in der Sahara erzeugen die Sandstürme so viel statische Energie, dass das Benzin explodiert, wenn man versucht, bei starkem Wind zu tanken. Bridgeport, Stamford, New York.« Lowry sah, dass die Präsidentin allmählich ihre Gelassenheit verlor. Auf ihrer Stirn perlten ein paar kleine Schweißtröpfchen, die sie rasch wegwischte. »Der Hurricane-Wind würde natürlich einen großen Teil der Brände ausblasen, aber wenn sie einmal richtig in Gang kommen, wie es bei einem Erdgasbrand oder einem Benzin- oder Wasserstoffbrand leicht der Fall ist, dann würde der vom Wind herangeführte Sauerstoff den Brand vielleicht irgendwann noch anfachen und die Flammen zu noch größerer Wut schwirren. Zumindest dann, wenn der Wind sonst schon ein wenig schwächer geworden ist.« Trenton, Philadelphia, Baltimore, Washington, D.C. »Der Hurricane-Wind könnte auch brennende Autos und alle möglichen anderen brennenden Gegenstände mitreißen, die dann wie riesige Brandsätze wirken würden.« »Mit anderen Worten, wir haben keine Ahnung, wie der Prozess voranschreiten würde, nicht die geringste. Wir müssten damit experimentieren, um etwas aussagen zu können.« »Richmond. Hampton.« Die Präsidentin nahm den Finger von der Karte und wandte sich wieder Andrews zu. »Das, was geschehen würde, hinge sicherlich von den Umständen, den Brandlasten, ihrer Verteilung und Ähnlichem ab,« sagte Andrews. »Entweder entstehen hier und da mehrere Zentren von neuen Großbränden, die allmählich die Kraft des ursprünglichen Feuersturms verringern.« »Aha«, seufzte die Präsidentin. »Oder das Ganze von dem Superhurrikan verhärte Gebiet fängt Feuer, bevor der ursprüngliche Feuersturm ausgebrannt ist. Dann... Nun, es ist sehr schwer zu sagen, was dann passieren würde.« Die Präsidentin wandte sich wieder der Karte der Vereinigten Staaten zu, als sähe sie sie zum ersten Mal. »In Hiroshima und Nagasaki gab es nur sehr kleine Brandlasten pro Hektar,« merkte Andrews noch an. »Die Häuser waren einstöckig und bestanden zum Teil nur aus Papier. Kunststoffe gab es nicht und auch kaum Autos.« Die Präsidentin wirkte noch erschöpfter, und sie tat Lauri fast leid. »Frau Präsidentin?« fragte er trotzdem. »Ja«, seufzte die Präsidentin. »Ähm, möchten Sie trotzdem noch das allerschlimmste Szenario dieser Theorie hören? Obwohl es eigentlich keine reale Chance gibt, dass es dazu kommt.« »Es gibt, dass es dazu kommt.« Julia Norris empfand die Lage als seltsam unwirklich. Es fiel ihr schwer zu glauben, dass das alles tatsächlich geschah. Sie ließ den Blick für einen Moment nach draußen wandern, zu dem samtblauen Streifen Himmel, der durch das Fenster zu sehen war. Über den Himmel glitt eine einsame, weiße Schönwetterwolke. Julia hätte sich gern darauf konzentriert, diese Wolke zu betrachten und ihre gemächtliche, ruhige Wanderung über die von Hektik und Stress pulsierende Stadt zu verfolgen. »David, das kann nicht wahr sein«, wehrte Julia ab. Sie wunderte sich, warum ihr die eigene Stimme so merkwürdig in den Ohren klang, als käme sie von irgendwo weit her. Sie war sich sicher, dass sie Farleys Worte richtig verstanden hatte. Farley hatte sie sehr deutlich und so langsam artikuliert, dass eigentlich nicht die Gefahr eines Missverständnisses bestand. Dennoch bat sie Farley, seinen Satz zu wiederholen, denn sie hoffte wieder besseres Wissen, dass sie ihn in irgendeinem Punkt doch falsch verstanden hatte, dass Farley doch nicht das gesagt hatte, von dem Julia in Wahrheit wusste, dass er es gesagt hatte. Denn wenn etwas Schlimmes geschah, etwas so Schlimmes, dass man es nicht einmal denken konnte, schob man die Sache gern noch auf, zumindest ein kleines Weilchen, ein ganz klein wenig länger. Auch einige Sekunden kamen einem manchmal wie eine so lange Zeit vor, dass es deshalb den Versuch lohnte. Denn mit ein wenig Glück könnte in diesen paar Sekunden alles vielleicht wieder gut werden, mit geringer aber doch sich von null unterscheidender Wahrscheinlichkeit. Yusuf hat gesagt, dass – jetzt kommt es, dachte Julia – dass auf die Bombe zwölftausend Tonnen Uran geladen worden sind. Julia schloss für einen Moment die Augen. Sie wusste, dass es für Lithium-6 viele interessante Verwendungsmöglichkeiten gab, aber diese war sicherlich die allerschlimmste. »Chefin«, wunderte sich Farley, »bist du noch da?« Aus Plutonium-239 oder Uran-235 konnte man keine sehr große Atombombe bauen. Die Physik setzte ihrer Größe Grenzen. Wenn der Haufen zu groß war, fing er von selbst an zu brennen, oder er explodierte. »Er hat auch gesagt, dass das Schiff schon unterwegs hierher sei«, sagte Farley. »Ihr habt also den Namen des Schiffes nicht aus ihm herausbekommen?«, fragte Julia. Wenn aber genügend Lithium-6 zur Verfügung stand, gab es für die Größe der Bombe theoretisch eigentlich keine Obergrenze mehr. Im Prinzip hätte man dann alles Uran der Welt zu einer einzigen unvorstellbar riesigen Nuklearwaffe zusammenbauen können. »Nein«, klagte Farley, »Jusuf kennt ihn wohl nicht. Wie du weißt, sieht er mittlerweile kaum mehr wie ein Mensch aus, sodass ich glaube, dass er im Wesentlichen schon alles erzählt hat, was er weiß.« Wenn einige Dutzend Gramm Plutonium mithilfe von herkömmlichen Sprengstoffen in einem Gemisch aus Lithium-6 und Deuterium zusammengepresst wurden, dann war das Ergebnis zunächst im Verlauf einer guten Mikrosekunde nur eine sehr kleine Atomexplosion. Ein wenig Wärme, aber nicht mehr als tausend Kilo herkömmlicher Sprengstoff erzeugt hätten. Außerdem wurde eine gewisse Menge Neutronen freigesetzt. »Eine wichtige Sache hat Yusuf noch gesagt«, fuhr Farley fort. Aber wenn die Neutronen auf Atome von Lithium-6 trafen, kam es zu vielerlei verschiedenen Kernreaktionen. »Wenn das Schiff angegriffen wird, können Sie die Bombe innerhalb von einer Sekunde sprengen«, sagte Farley. Jede der Reaktionen setzte viel Energie frei. »Yusuf hat gesagt, dass im Frachtraum drei Männer am Auslöser sitzen«, berichtete Farley. Das Lithium-6 zerfiel und durch den Zerfall entstand Tritium. »Also wenn wir etwas tun wollen, müssen wir es sehr geschickt anstellen«. Tritium und Deuterium fusionierten. »Sonst schaffen Sie es, die Bombe zu zünden«. Ein Teil des Deuteriums fusionierte mit Deuterium. »Dann würde sie jedenfalls nicht im Hafen explodieren«, versuchte es Julia. Die Spaltung des Lithium-6 setzte Energie frei. David Farley schüttelte den Kopf und sagte, »Hör doch auf, Julia!« Die Fusion von Deuterium und Tritium setzte Energie frei. »Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das klappt, und du weißt es ebenso gut wie ich, dass es in diesem Fall scheißegal ist«, die Fusion von Deuterium mit Deuterium setzte Energie frei. »Wo die Bombe explodiert«, fauchte Farley. »Vor allem setzte jede der innerhalb von Millionstel Sekunden ablaufenden Reaktionen auch weitere Neutronen frei. Sehr, sehr viele Neutronen.« »Wir sind praktisch schon tot«, schrie Farley. Schrie Farley. Lauri sah die Präsidentin an, die plötzlich um zehn Jahre gealtert schien. Er hatte den Eindruck, als wünschte die Präsidentin, er möge Schluss machen. Aber er wusste auch, dass es besser wäre, wenn er seine Sache jetzt bis zu Ende vortrug. Eine solche Gelegenheit würde sich kaum noch einmal bieten. Niemals wieder. Das schlimmste Szenario wäre, wenn die Terroristen ein Schiff mit Natururan oder abgereichertem Uran kapern und in seinem Laderaum eine Atombombe sprengen würden, die Lithiumdeuterit enthält«, sagte Lauri. »Warum wäre gerade das das schlimmstmöglichste? Schlimmer als alles andere, was sie mir berichtet haben?«, wollte die Präsidentin wissen. »Das wäre deshalb das schlimmste Szenario, weil man mit Lithium-6 oder einer Mischung aus Lithium und Deuterium auch gewöhnliches Uran-238 sprengen kann«, erklärte Lauri. »Wie bitte?« »Mit Hilfe von Lithium-6 kann man eine kolossale Atombombe zum Beispiel aus ganz gewöhnlichem, unangereichertem Natururan bauen«, fuhr Lauri fort. »Oder aus abgereichertem Uran, dass wir heute in Form von Geschossen mit Uransprengköpfen an nahezu alle verkaufen, die es haben wollen, weil es für uns nichts als leicht radioaktiver Problemmüll ist.« »Aber Uran-238 kann doch nicht explodieren«, warf die Präsidentin ein. »Weiß sie es wirklich nicht?«, wunderte sich Lauri. »War es möglich, dass sie es nicht wusste?« »In allen für ein breites Publikum bestimmten Büchern wurde immer gesagt, dass man Uran-238 nicht zur Herstellung von Nuklearwaffen verwenden könne.« Aber hätte die Präsidentin der Vereinigten Staaten es nicht dennoch wissen müssen? »In Uran-238 kann keine wirkliche Kettenreaktion geschehen«, erklärte Andrews. »Wenn ein Uran-238-Atom gespalten wird, können die bei dem Zerfall freigesetzten Neutronen keine weiteren Atomkerne mehr spalten. Aber wenn in einem aus Uran-238 bestehenden Mantel eine große Menge Lithium-6 und Deuterium gesprengt wird, ist der ursprüngliche Neutronenstrom so massiv, dass ein relativ großer Teil der Uran-238-Kerne gespalten wird und Energie freisetzt.« »Wirklich?«, wunderte sich die Präsidentin. »Sind Sie sich da ganz sicher?« »Die größten der im Kalten Krieg gebauten Nuklearwaffen waren dreiphasig«, versetzte Andrews. »Fissions-Fusions-Fissions-Fissions-Bomben«, »Wasserstoff-Uran-Bomben«, so wie Castle Bravo. Ein winziger Plutonium-239 oder Uran-235-Zünder. Dann Lithium-Deuterit und drumherum ein massiver Mantel aus Natur-Uran. Auf dieselbe Weise könnte man zumindest theoretisch eine noch viel größere Nuklearwaffe bauen. Angenommen, im Laderaum eines Frachtschiffs befinden sich 10.000 Tonnen Natur-Uran, sagte Laury. Die Urantransporte umfassen heutzutage ziemlich große Mengen. Das wurde so eingerichtet, damit die Terroristen zahlenmäßig weniger Chancen haben. Falls die Terroristen im Laderaum des Schiffs eine große Wasserstoff-Uran-Bombe zünden, die einige Tonnen Deuterium und Lithium-6 enthält, könnte ein erheblicher Teil der Uran-Kerne der Erzfracht gespalten werden. »Ein wie großer Teil?«, fragte die Präsidentin. »Darüber möchte ich nicht spekulieren«, sagte Laury. »Wir haben dazu keine ordentlichen Modelle, und selbst wenn wir sie hätten, wären sie in diesem Fall nicht sehr verlässlich. Aber es würde sich um eine gewaltige Kernexplosion von nie dagewesenen Ausmaßen handeln. Falls die Explosion in Küstennähe stattfinden würde, würde sie sofort ein riesiges Gebiet in Brand stecken. Vor allem würde sie einen radioaktiven Niederschlag kontinentalen Ausmaßes verursachen.« Die Präsidentin wandte den Blick wieder der Karte der Vereinigten Staaten zu. »Der Fallout würde einen großen Teil der Vereinigten Staaten bedecken, nicht wahr?« »Ja«, bestätigte Laury. »Wie viele Menschen könnten umkommen?« »Wie hoch ist zurzeit unsere Bevölkerungszahl?«, entgegnete Laury. »350 Millionen, plus die illegalen Immigranten, schätze ich. Ein Teil des Fallouts würde bis nach Eurasien gelangen. Und auch dort würden nicht alle überleben. Ich glaube, die Gesamtzahl würde bei über einer halben Milliarde liegen.« »Machen Sie keine Witze«, herrschte die Präsidentin ihn an. »Aber nein, Frau Präsidentin«, versicherte Laury. »Der Fallout einer Wasserstoff-Uran-Bombe ist immer extrem tödlich, weil er viel Uran-237 enthält, besonders wenn ein großer Teil des Niederschlags bis in die tieferen Schichten der Atmosphäre gelangt und nicht so hoch aufsteigt, dass das Uran-237 zerfällt, bevor es von Lebewesen eingeatmet wird. Wir sprechen jetzt von einer außergewöhnlich schmutzigen und außergewöhnlich großen Atombombe. Etwa so, als würde jemand 10.000 Castle Bravos gleichzeitig zünden.« »Diese schlimmste Möglichkeit ist natürlich sehr theoretisch«, mischte Kenneth Andrews sich schnell ein. »Die Terroristen müssten Zugriff auf einen sehr großen Urantransport bekommen, sie müssten ein Frachtschiff aus Australien, Kanada, Namibia oder dem Kongo kapern, ohne dass es jemand merkt. Außerdem müssten sie ihre Bombe in dessen Frachtraum unter das Uran schaffen können. Solche Anschläge können wir verhindern, und zwar leicht.« »Ich hoffe, dass es so ist«, sagte die Präsidentin. »Ich hoffe es wirklich.« Sie ging wieder zu ihrem Tisch und setzte sich. Dann schenkte sie sich die dritte Tasse Kaffee ein. »Ich hatte immer geglaubt, es genüge, wenn wir das 90-prozentige Kernwaffenuran unter Kontrolle haben«, sagte sie dann. Lauri beobachtete, wie die Präsidentin Zucker in ihre Kaffeetasse tat. Wieder vier Stücke und etwas Milch. »Wenn wir wirklich in Sicherheit sein wollen, müssen wir auch die Anreicherung von Uranerz zu Uran verhindern«, sagte Lauri. »Denn dann, wenn das Uranerz zu reinem Uran angereichert ist, ist der Schaden schon eingetreten. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, zu verhindern, dass sich das Verhältnis zwischen den Uranisotopen ändert, machen wir es den Terroristen etwas schwieriger, aber nicht sehr viel.« »Und die Kernkraftwerke?« fragte die Präsidentin. »Mit allem Respekt. Die müssen wir einfach vergessen, Frau Präsidentin«, sagte Lauri. »Die Kernkraftwerke vergessen«. Die Präsidentin öffnete die oberste Schublade ihres Schreibtischs, entnahm ihr die Vortragsnummer der New York Times und breitete die Zeitung auf dem Tisch aus. »Und das hier?« fragte sie aggressiv. »Das Eisfeld Amory droht zu zerfallen«, schrie eine Schlagzeile, die die ganze Seite füllte. »Das Festland-Eis der Prince Bay ist in Gefahr«, meldete der fast ebenso große Untertitel. »Auch das ist schlimm, nicht wahr?« fragte die Präsidentin herausfordernd. Präsidentin herausfordernd. Julian Norris kämpfte gegen die aufsteigende Panik an und versuchte, klar zu denken. Aber die innere Stimme, die ständig »Game over, game over, game over« wiederholte, hämmerte ihr die Gewissheit ein, dass sie »Game over, game over, game over« schon verloren hatten, dass alles schon zu spät war, dass sie diesmal nichts mehr tun konnten. »Game over, game over, game over«, das jetzt alles nur noch unausweichlich dem jammervollen letzten Akt zutrieb. »Tu was«, rief Julia sich selbst tonlos zu, »raff dich auf!« »Also gut, zuerst müssen wir das Schiff finden«, sagte sie. Sie wunderte sich selbst, wie ruhig und kühl sie sich plötzlich anhörte. »Dann können wir überlegen, wie wir darauf zugreifen«, ergänzte sie. »Das wird nicht ganz einfach sein, falls Yusuf die Wahrheit gesagt hat«, bemerkte David Farley, »aber ich glaube nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt noch den Mumm hatte, uns etwas vorzulügen.« »Lass uns später darüber nachdenken«, sagte Julia. »Zuerst müssen wir das Schiff finden und davon ein Satellitenbild bekommen. Das Schiff zu finden sollte eigentlich nicht so schwierig sein.« »Meinst du? Solche Urantransporte sind nicht so zahlreich. Erstens ist es unterwegs zu einem Ort, wo Uranbrennstoff für unsere Kernkraftwerke hergestellt wird. Außerdem kommt es von Westen, sodass Namibia und Kongo außer Betracht bleiben. Auch Kanada scheidet aus. Es kommt also höchstwahrscheinlich aus Australien. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?« »Du könntest recht haben«, bestätigte Farley. »Julia ist manchmal verdammt schnell«, dachte Farley voller Bewunderung wie der Willen. Julia hatte sich schon an ihren Rechner gesetzt und ihre Finger glitten über die Tasten. »Tatsächlich ist es hier«, sagte sie und bedeutete Farley sich anzusehen, was sie entdeckt hatte. »Die australische MS Bristol.« »Das ging aber schnell«, wunderte sich Farley. »Bist du sicher? Außerdem ist Bristol in England.« »Hiernach ist die MS Bristol mit 11.000 Tonnen Uran beladen«, Farley ließ einen Pfiff hören. »Das muss dasselbe Schiff sein.« »Das denke ich auch, aber ich prüfe noch, ob von irgendwo anders vielleicht noch eine zweite große Lieferung Uran zu uns kommt, über eine andere Route, meine ich.« Julia klickte neue Dateien hervor und sah sie rasch durch. »Nein, es ist nichts entsprechendes unterwegs, nirgends. Nicht mal im Osten.« »Die MS Bristol, das muss unser Schiff sein.« »Gute Arbeit«, seufzte Farley. »Bei dir geht das ruckzuck? Das muss ich zugeben.« »Nur war das noch nicht der Aufgabe schwierigster Teil. Als nächstes müssen wir klären, wo dieser Kahn sich gerade befindet. Wir müssen wissen, wie viel Zeit uns noch bleibt.« Julia klickte den Auskunftsdienst für Schiffsbewegungen hervor und gab dort den Namen MS Bristol ein. Der Computer arbeitete einen Moment. Dann erschien ein Satellitenfoto des Schiffs. Es war ein großes, gut hundert Meter langes Frachtschiff. Die gewaltige Kommandobrücke befand sich auf dem hinteren Deck. Auf dem Vorderdeck gab es zwei lange Reihen von Stahlcontainern, die sehr eng beieinander standen. In der Nähe des Bugs war die Reihe der großen, rechteckigen Stahlkisten unterbrochen, offenbar wegen der in den Laderaum führenden Luken. Zwischen Luken und Bug gab es außerdem noch eine kleinere Gruppe von vier Containern. Kurz darauf limmerten auch die von Julia erbetenen Daten über den Bildschirm. Julia sah sie sich an, ohne etwas zu verstehen. Dann wurde ihr klar, welchen Teil der Welt die Karte darstellte. Aber sie wollte es nicht glauben. »Na was?« wunderte sich Farley. »Die MS Bristol hat vorgestern Hawaii passiert. Sie fährt schon auf Los Angeles zu.« Julia und Farley hörten, wie die Tür hinter ihnen aufging. Sie sahen Alice Donovan, deren beide Hände verbunden waren. Ihre Nase war leicht verbrannt und auch um die Stirn trug sie eine breite, weiße Mullbinde. »Fragt mich nichts,« bat Alice. »Ich werde euch alles erzählen, lasst mich nur erst verschnaufen.« »Das war wohl ein heftiger Trip,« konstatierte Julia unnötigerweise. »Das kann man wohl sagen.« »Möchtest du gleich noch so eine Reise unternehmen?« erkundigte sich Farley. »Nicht unbedingt,« versetzte Alice. Versetzte Alice. Alice und Laurie lagen schweißnaß im Halbdunkel der heißen Nacht. Laurie hatte sein Bein um Alice gelegt und drückte sie fest an sich. Es war vier Uhr morgens. Sie waren erst vor einer Stunde nach Hause gekommen, müde und verzweifelt. Denn obwohl sie stundenlang verschiedene Möglichkeiten eines Angriffs gegen die MS Bristol erörtert hatten, war ihnen keine davon tauglich erschienen. In allen von ihnen durchgespielten Szenarien hatten die Terroristen es immer geschafft, die riesige Wasserstoff-Uran-Bombe im Laderaum des Schiffs zu sprengen. Jede Übung hatte auf die gleiche Weise geendet. Jedes Mal war ganz Nordamerika von tödlichem radioaktivem Niederschlag bedeckt worden, und nur einige Stunden später war ein schmalerer Ausläufer der todbringenden, sich nach Osten ausbreitenden Wolke schon über der europäischen Halbinsel angekommen. Schließlich hatten sie beschlossen, es für diesen Tag gut sein zu lassen, oder besser gesagt für diese Nacht, obwohl sie genau wussten, dass sie eigentlich keine Zeit mehr hatten. Sie mussten bald ihren Zug tun, was auch immer das sein würde. Jede Stunde brachte die MS Bristol unausweichlich näher an Los Angeles heran. Sie mussten sich schnell etwas Neues einfallen lassen. Laurie wusste, dass sie wenigstens einige Stunden schlafen mussten, aber er glaubte nicht, dass ihm das gelingen würde. Auch Alice war wach. Es war schwer, sich zu entspannen. Jetzt, wo nur noch wenige Tage übrig waren, im schlimmsten Fall nicht einmal mehr das. Wenn es ihnen nicht gelingen würde, auf irgendeine Weise die Absichten der Terroristen zu vereiteln, würde die MS Bristol bald tausende von Tonnen Uran-237 über Nordamerika verteilen. Laurie sah Alice an. Er stellte fest, dass auf ihrem Gesicht schon wieder dieser ihm so gut bekannte Ausdruck extrem starker Konzentration lag. Deshalb vermutete er, dass Alice schon eine Idee hatte oder dabei war, eine zu entwickeln, und sagte nichts. Alice sah vor ihrem inneren Auge die tausenden von runden Schmelzwasserseen im Dauerfrostgebiet West-Sibiliens unter dem Hubschrauber liegen. Sie dachte an damals, als die russischen Meeresforscher sie auf einem Eisbrecher in die Nähe des Nordpols mitgenommen hatten. Sie wollten messen, wie weit sich der Rand des auf dem Eismeer treibenden Packeises schon von der sibirischen Küste zurückgezogen hatte. Alice erinnerte sich, wie der Eisbrecher plötzlich einen Hilferuf von einem Fischtrawler erhalten hatte, dessen Bordwand von einem fast ganz unter Wasser liegenden, durchsichtigen und schwer wahrnehmbaren Eisblock aufgeschlitzt worden war. Das Schiff war eines jener, für die Umgebung völlig ungeeigneten Fischereifahrzeuge gewesen, die vom Rückzug des Treibeises auf das Eismeer hinausgelockt worden waren. Als sie bei dem Fischtrawler angekommen waren, war der schon halb gesunken gewesen, und die Fischer in ihren Rettungsanzügen hatten ihnen vom hinteren Deck aus zugewinkt. Dieser Vorfall erschien Alice plötzlich wichtig. Warum hatte das Unterbewusstsein ihr dieses Bild gerade jetzt in Erinnerung gerufen? Die Antwort kam ihr so blitzartig wie eine aufflammende Leuchtreklame in derselben Sekunde, da sie sich diese Frage stellte. Aber natürlich, dachte sie, warum sollten wir es nicht genauso machen? Lauri sah, wie Alice Augen vor Eifer zu leuchten begannen. Was ist denn? Dir wird das wohl nicht gefallen, warnte ihn Alice. Sie erklärte Lauri ihre Idee. Das könnte funktionieren, sagte Lauri etwas widerwillig. Auf jeden Fall ist es bisher der beste Vorschlag. Aber die Frage lautet, wen schicken wir dorthin? Alice antwortete nicht. Lauris Miene spiegelte Unglauben. Nein, Alice, das geht nicht, auf keinen Fall. Du bist gerade von einem harten Job aus Japan zurückgekommen. Du wärst dort beinahe getötet worden. Alice sagte nichts. Diesmal brauchst du es erst gar nicht zu versuchen, sagte Lauri. Da fährt jetzt jemand anderes hin. Na gut, willigte Alice ein. Gehen wir mal davon aus. Aber die Art, wie Alice ihr Einverständnis äußerte, gefiel Lauri nicht. Noch immer nichts, schimpfte Lauri ungeduldig. Er glitt von dem auf die Seite gekippten, voll Wasser gelaufenen und halb gesunkenen Segelboot ins Wasser hinab und schwamm auf die andere Seite des Bootes zu Alice. Wir müssen nur abwarten, sagte Alice ruhig. Alice hatte nur einen kleinen, knallroten Bikini an. Lauri trug eine Badehose. Sie sollten möglichst ungefährlich und schlimm verbrannt aussehen, damit sie als glaubwürdige Schiffbrüchige durchgingen. Wenn das so weitergeht, werden wir nur allzu glaubwürdig sein, dachte Lauri. Bald sind wir so rot wie gekochte Krebse. Wenn wir zu schlimm verbrennen, kommen wir bald nicht mehr ohne Morphium aus dem Bett hoch. Obwohl sie zeitweise von dem halb über dem Boot hängenden Spinnaker-Segel vor der sengenden Sonne geschützt gewesen waren, hatten sie doch schon eine ausreichende Menge ultravioletter Strahlung abbekommen. »Was, wenn Sie nicht halten?« fragte Lauri. »Sie werden halten«, antwortete Alice. »Sie wollen nicht verdächtig wirken.« »Aber wenn nicht?« »Na, dann müssen wir uns was anderes ausdenken.« Lauri verspürte plötzlich eine große Zärtlichkeit für Alice. Er betrachtete ihr vertrautes, liebes Gesicht und bereute all die Misshelligkeiten und jeden Streit, den er in den vergangenen Monaten zu Hause angezettelt hatte. Er würde alles wieder gut machen und nicht mehr so egoistisch sein und nicht mehr nur an seine schlechte Laune oder an seine Gereiztheit denken. Oder an das, was Alice seines Erachtens falsch machte. Und an das, was seiner Ansicht nach in ihrer Beziehung vielleicht fehlte. Er würde sein Bestes tun, damit Alice mit ihm glücklich war. Er würde sich darauf konzentrieren, sich auch ihre Wünsche anzuhören, und das, was sie versuchte, ihm zu sagen. Er würde alles so machen, wie er das schon vor Jahren hätte tun sollen. »Was?« fragte Alice verwundert und lächelte als Antwort auf Laurys unerwartet zärtlichen Gesichtsausdruck. Laurys Blick glitt über Alice' Schultern, wanderte über die Seite zum Bogen der Hüfte und verweilte kurz auf ihren Brüsten. Mit den Augen streichelte er ihren Körper, der jetzt seltsam fleckig war durch den absichtlich herbeigeführten Sonnenbrand. Auf der Stirn hatte sie eine lange, halb verheilte rote Schramme. Lauri betrachtete Alice' Kniekehlen und ihre feingliedrigen Hände und staunte, wie schön und feingebaut die Hand des Menschen doch war und auf wie vielfältige Weise und in wie viele verschiedene Richtungen ihre Gelenke sich bewegen konnten. Er wunderte sich, wie besonders schön gerade Alice' Hände geformt waren. Zugleich beschlich ihn Angst, denn er wusste aus Erfahrung nur allzu gut, wie schnell diese körperliche Schönheit vernichtet werden konnte, wie entsetzlich leicht ein junger und lebenskräftiger Frauenkörper sich in nichts als faulendes Fleisch verwandeln konnte. Aber er wusste auch, was Alice' elastischer und erstaunlich starker Körper im Bedarfsfall alles auszurichten vermochte. In Afghanistan, im Irak, im Tschad und an manchen anderen Orten hatte Alice viele Male bewiesen, dass sie ein gefährlicher und tödlich effizienter Gegner war. Lauri hatte auch gehört, was Alice mit den neun Yakuzas gemacht hatte. Jetzt aber wirkte dieselbe Frau in seinen Augen zart und geradezu zerbrechlich. «Wir werden das hier überleben», dachte er. In Wirklichkeit war er sich seiner Sache keineswegs so sicher, wie er es gern gewesen wäre. Denn nach den Satellitenbildern waren an Bord der MS Bristol mindestens neunzehn bewaffnete Männer. Auf den Satellitenbildern hatten sie gesehen, dass viele zumindest eine Maschinenpistole hatten und andere waren im Besitz noch gefährlicherer Waffen. Alice und er hingegen besaßen überhaupt keine Waffen, da sie an dem halbgesunkenen, auf die Seite gekippten Boot hingen und darauf warteten, dass das Frachtschiff näher kommen und sie aus dem Meer fischen würde. Ich wäre lieber nicht hier, dachte Lauri. Vor allem möchte ich nicht, dass Alice hier ist. Ich halte es schon aus, wenn mir was zustößt, aber wenn Alice etwas passiert, werde ich es mir nicht verzeihen, dass ich mich auf das hier eingelassen habe. Alice hatte sich natürlich sofort als Freiwillige gemeldet, als vereinbart worden war, das Projekt zu realisieren. Sie hatte Kenneth Andrews lustlose Einwände in drei Sekunden abgeschmettert. Lauri hatte sich darüber geärgert, dass Alice die Sache nicht mit ihm besprochen hatte und dass sie immer so verdammt verantwortungsbewusst und ehrgeizig war. Lauri's Ärger war verflogen, so wie immer, und er hatte sich freiwillig als Segelgesellschafter für seine Frau gemeldet. Drei Stunden zuvor hatte ein Flugzeug der Küstenwache per Funk Kontakt zur MS Bristol aufgenommen und mitgeteilt, dass man ein ungefähr auf ihrer Route befindliches, halbgesunkenes Segelboot und mindestens zwei Überlebende gesichtet habe. Die Leute von der Küstenwache hatten die MS Bristol gebeten, die Schiffbrüchigen aus dem Meer zu fischen, weil ihr eigener Brennstofftank fast leer war, sodass der Bordcomputer eine Wasserung und einen neuen Start nicht mehr akzeptierte. Der Käpt'n der MS Bristol hatte positiv auf die Bitte reagiert. »Und so segeln wir jetzt hier«, dachte Lauri. Sie waren vor elf Stunden hierher geschleppt worden, nachdem der Routenplan der MS Bristol ausreichend präzise vorhergesagt werden konnte. »Ich glaube, da ist Rauch am Horizont«, sagte Alice. »Vielleicht sollten wir unsere Signalraketen abschießen. Lass uns noch einen Moment warten. Wir sollten vielleicht so lethargisch wirken, als ob wir den Rauch des Schiffs nicht sofort gesehen hätten.« Der aus dem Schornstein der MS Bristol aufwirbelnde Qualmstreifen wurde höher. »Jetzt?«, fragte Alice. »Ja.« »Schieß eine ab«. Alice schoss die Leuchtrakete in den Himmel. Sie explodierte zu einer roten, langsam herabsinkenden Kugel. »Noch eine«, forderte Lauri sie auf. Alice feuerte eine zweite Rakete ab. Sie war noch nicht erloschen, als sie die Antwort sahen, die von der MS Bristol aufstieg. »Hurra, wir sind gerettet«, rief Lauri aus und mimte den Begeisterten. »Sei nicht albern«, sagte Alice. »Mal sehen, was uns dort erwartet.« »Aber zumindest kommen wir aufs Schiff. Versuch bitte möglichst elend zu wirken. Wenn du dir ein paar Tränen abbringen könntest, wäre das von Nutzen. Wir müssen auf geradezu pathetische Weise dankbar erscheinen. Wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben, sie haben uns das Leben gerettet und all sowas.« »Sollen wir uns noch etwas sonnen?« »Nein, wir sind schon ausreichend verbrannt. Lass uns im Schutz des Segels bleiben, bis sie näher kommen.« Kurz darauf sahen sie ein Frachtschiff am Horizont. »Es kommt direkt auf uns zu«, bemerkte Lauri. »Jetzt heißt es Augen zu und durch, kleine Rothaut.« »Heute ist diese Bezeichnung wohl zum ersten Mal ganz zutreffend«, seufzte Alice. »Meine Schultern tun mir nämlich schon ganz schön weh.« Zwanzig Minuten später war das Frachtschiff bei dem Segelboot angelangt. Es war groß, 130 bis 140 Meter lang. Lauri beschirmte mit der Hand seine Augen und versuchte einen Eindruck vom Deck des Schiffs zu gewinnen. Er erkannte auf der Kommandobrücke eine Reihe schwarzer Silhouetten. Ein Teil der Männer schien bewaffnet zu sein. Auf dem Hauptdeck befanden sich weitere Bewaffnete. Dahinter ragten rostbraune, rote und graue Stahlcontainer auf, die mit dicken Metalltrossen befestigt waren. Vom Schiff wurde ein Rettungsstuhl herabgelassen. Damit wurde ein stämmiger Mann in einem Nassanzug ins Wasser gelassen. Mit kräftigen Stößen schwamm er auf das Segelboot zu, er zog ein Tau hinter sich her. »Seid ihr okay?« fragte der Mann mit einem starken australischen Akzent. »Verdammte Verräter«, dachte Lauri, ließ sich aber nicht anmerken, was in ihm vorging. »Wie viel hat man euch wohl dafür bezahlt? Wisst ihr überhaupt, wobei ihr da mitmacht?« »Dem Himmel sei Dank, sie sind gekommen«, atmete Alice auf. Ihre Tränen waren überzeugend. »Gut gespielt«, dachte Lauri. Der Mann in dem Nassanzug suchte für den Haken am Ende des Taus einen geeigneten Befestigungspunkt. »Nehmen Sie sie zuerst«, sagte Lauri ritterlich. »Sie haben bestimmt Durst«, sagte der Australier. »Das kann man wohl sagen«, bestätigte Lauri. Zehn Minuten später waren Lauri und Alice an Bord der Ames Bristol. Der Kapitän des Schiffes begrüßte sie mit einem Handschlag. »Marcus Hamilton«, stellte er sich vor. »Schön, Sie zu Gast zu haben. Ich würde vorschlagen, dass Sie zuerst beim Arzt vorstellig werden. Er kann Ihnen dann Ihre Kabine zeigen. Sie sind bestimmt sehr müde.« »Wir sind Ihnen unendlich dankbar«, sagte Lauri. »Sie haben uns das Leben gerettet. Wir dachten schon, unser letztes Stündlein hätte geschlagen.« »Ganz so schlimm stand es vielleicht doch nicht. Ein Flugzeug der Küstenwache hatte sie schon bemerkt. Das hat sie gerettet.« »Viele Waffen«, sagte Lauri beiläufig und deutete auf zwei Wachleute hinter Käpt'n Hamilton. Beide hielten Maschinenpistolen in den Händen. Hamiltons Miene verfinsterte sich. »Das muss heutzutage sein. Wir haben angereichertes Uranerz geladen. Gelber Kuchen sozusagen, Yellow Cake. Daraus wird Brennstoff für Kernkraftwerke gemacht.« Lauri sah zu, wie der Rettungstaucher, der ihnen heraufgeholfen hatte, eine kleine Funkboje an ihrem Segelboot befestigte. Dann löste er das Tau und ließ das Segelboot treiben. Einen Moment später hörten Lauri und Alice, wie die Maschinen der Ames Bristol vom Leerlauf wieder auf normalen Betrieb umschalteten. Das Schiff bewegte sich wieder vorwärts, auf Los Angeles zu, das nur noch 1600 Kilometer entfernt war. Der Schiffsarzt, Desmond Clark, machte den Eindruck eines kompetenten Profis. Er ließ die Ankömmlinge eine Salz- und Zuckerlösung trinken und gab ihnen große Flaschen davon mit. Er gab ihnen auch Salben und Schmerztabletten für ihren Sonnenbrand, der sie mittlerweile gehörig quälte. »Oh, verdammt, wir haben wohl etwas übertrieben«, dachte Lauri. Gleichzeitig überlegte er, wer von den Leuten an Bord letztlich mit den Terroristen gemeinsame Sache machte. War ein Teil der Besatzung unschuldig oder befanden sich alle auf kriminellen Abwägen? Der Arzt führte die Schiffbrüchigen über eine Treppe in die Gästekabine, die sich im hinteren Teil des Schiffs direkt unter dem Hauptdeck befand. Lauri und Alice hatten sich die Konstruktionszeichnungen der MS Bristol bis in alle Einzelheiten eingeprägt. Danach lagen die Mannschaftsquartiere größtenteils in zwei Etagen auf der Kommandobrücke. Darunter unter dem Hauptdeck gab es noch zwei weitere Reihen von Kabinen. Der Maschinenraum lag ebenfalls im Heck des Schiffs, wesentlich tiefer unterhalb der Kabinen. Das gleichmäßige dumpfe Stampfen der Hauptmaschine des Schiffs dröhnte jetzt irgendwo unter ihren Füßen. Der ganze vordere Teil des Schiffs bis hin zur Kommandobrücke bestand laut Zeichnungen aus einem einzigen großen Laderaum, in den man durch drei verschiedene Luken gelangte. Laut den Zeichnungen gab es auf dem Schiff Funkanlagen, sowohl auf der Kommandobrücke als auch in einer eigenen Funkerkabine in der Basis der Kommandobrücke in Höhe des Hauptdecks. Sie sind doch ein Paar, vergewisserte sich Clark. Der Käpt'n hatte das so verstanden. Das hat er ganz richtig gesehen, sagte Alice und schenkte Clark ihr strahlendstes Lächeln. Na, dann lasse ich sie jetzt allein, damit sie sich ausruhen können. In den Schränken hängen allerlei Kleider, da finden sie beide etwas Passendes. Clark schloss die Tür hinter sich und entfernte sich. Kurz darauf hörten Alice und Lauri, wie jemand anderes an die Tür kamen und sie verriegelte. Lauri wartete ein Weilchen und probierte dann vorsichtig, ob sie sich öffnen ließ. Das Schloss gab nach, aber ein Riegel verhinderte, dass sich die Tür öffnete. Die Kabine war sauber und geräumig und offenbar für zahlende Gäste gedacht. Sie besaß ein Badezimmer und ein WC. Es gab eine Kaffeemaschine und einen kleinen Kühlschrank, in dem sich sogar ein paar Lebensmittel und Bier befanden. Forsters natürlich. Doch keine dieser an sich angenehmen Einzelheiten änderte etwas an der Tatsache, dass sie in ihrer Kabine gefangen waren. Lauri öffnete die Schranktüren und prüfte rasch, was sie enthielten. Unauffällig hielt er auch Ausschau nach möglichen Kameras oder Mikrofonen. Er fand nichts, aber das war natürlich noch kein Beweis dafür, dass es keine Mikrofone gab. In den Schränken fand sich kein Seil, dafür eine ganz ordentliche Auswahl an Damen- und Herrenbekleidung. Ein Teil davon hing auf Kleiderbügeln aus sehr dickem und steifem Metalldraht. Lauri dachte, dass sie ihnen noch gut zu Pass kommen würden. »Wunderbar, dass man auf dem Schiff für derartige Situationen gerüstet ist,« sagte Lauri laut. »Und die Kabine ist schön.« Lauri wählte Hose, Hemd und Schuhe in schwarz. Unter den Damenkleidern waren leider nicht so viele Schwarze, daher musste Alice sich mit einem dunkelroten Rock und einer schwarzen Bluse begnügen. »Na ja, auch dunkelrot ist im Dunkeln nicht gut zu erkennen,« dachte Lauri. Mit den Lippen artikulierte Lauri tonlos den Satz »Hier könnten Mikrofone sein.« Alice nickte, sie nahm einen Notizblock und einen Stift vom Tisch und schrieb »Waffen?« »Tür verriegelt?« »Warum? Verdächtig?« Sie zeigte Lauri den Notizblock und der nickte. Das Verschließen der Kabinentür war zweifellos alles andere als vertrauenerweckend. »Kriegst du das Schloss auf?« fragten Alice Lippen tonlos. »Ja, aber das merken sie,« antwortete Lauri. »Und das Fenster?« »Sehen wir uns das an,« sagte Lauri tonlos. Er schob das Bullauge der Kabine auf und schaute hinaus. Das Fenster lag etwa acht Meter über dem Meer. Es war so groß, dass er gerade eben hindurchkommen würde. Alice würde trotz ihrer Hüften besser hindurchpassen. Lauri spähte nach oben. Bis zur Reling des Decks waren es etwa drei Meter. Zwischen Fenster und Reling gab es nichts, woran man sich hätte festhalten können. »Wir brauchen drei Meter Seil,« flüsterte Lauri, »aber wir können es erst in der Nacht versuchen.« Als Antwort machte Alice mit Daumen und Zeigefinger das Okay-Zeichen. Sie tauschte ihren Bikini gegen Unterwäsche, die sie im Schrank gefunden hatte. »Wem wohl diese Kleider gehören?«, dachte Lauri. »Der Frau des Kapitäns.« »Lass uns schlafen gehen. Ich bin todmüde,« sagte Alice laut. »Ist mir recht.« Er beugte sich über Alice und küsste sie. »Sollten wir nicht ein bisschen rummachen?«, flüsterte Alice ihm ins Ohr. »Für den Fall, dass Sie eine Kamera oder ein Mikrofon haben. Damit Sie sehen, dass wir keine Angst vor Kameras oder Mikrofonen haben.« »Du Exhibitionistin,« sagte Lauri leise. »Aber mir soll's recht sein.« »Aber mir soll's recht sein.« Hinter dem Horizont, 50 Kilometer von der MS Bristol entfernt, dümpelte ein großes Flugboot der US-Army. Darin hielten sich außer der Mannschaft auch 34 Gäste auf, eine 30-köpfige Kommandogruppe, Kenneth Andrews, George Robertson, Julia Norris und David Farley. Andrews, Julia und George betrachteten auf Videomonitoren das Satellitenbild der MS Bristol. »Das Schiff ist jetzt noch zehn Minuten in Reichweite der Kamera dieses Satelliten,« sagte Julia. »Dann dauert es eine Viertelstunde, bevor wir's wieder sehen können.« »Zum jetzigen Zeitpunkt unternehmen Sie noch nichts,« sagte Andrews. »In der Nacht werden die Unterbrechungen der direkten Sicht schon viel unangenehmer sein. Aber die Oregon verfolgt sie unter Wasser nur wenige Kilometer entfernt. Die hören sofort, wenn auf dem Schiff geschossen wird.« »Mir gefällt diese Operation nicht,« mischte sich Farley ein. »Es gibt zu viele Punkte, an denen etwas schiefgehen kann.« »Du hattest keine besseren Vorschläge damals, als wir den Einsatz besprachen,« verteidigte sich Julia. »Die Lage ist schwierig, und die Risiken sind auf jeden Fall außergewöhnlich groß, egal was wir tun.« Aber das schlechte Gewissen drückte auch sie wie Blei. »Wir haben mir gut spekulieren,« dachte Julia. »Wenn überhaupt jemand diesen Einsatz bewältigen kann, dann sind es die beiden,« sagte Andrews. »Beide sind für sich allein schon sehr gefährlich. Alice hat gerade in ziemlich hässlicher Weise neun Yakuzas erledigt. Und wenn sie zusammenarbeiten ... Na, ich möchte jedenfalls nicht unbedingt zur Gegenseite gehören, wenn es auf dem Schiff losgeht.« »Ich gerne rauchen,« sagte Julia. »Dass du nur nicht ins Wasser fällst, wenn wir plötzlich los müssen,« mahnte Andrews. Julia öffnete die Luke und kletterte auf eines der großen Schwimmwerke des Boots. Sie ließ ihr Feuerzeug aufschnappen und atmete gierig den Rauch ein. »Ich bin ein Junkie,« dachte Julia voller Selbsthass. »Inhalieren ist doch immer noch die direkteste und schnellste Methode, einen Stoff ins Gehirn zu bekommen,« überlegte sie. »Deshalb braucht man auch Crack oder Heroin. Aber gerade jetzt brauche ich das wirklich. Jetzt steht viel auf dem Spiel.« Im Grunde hatte Julia den Verdacht, die Risiken könnten noch viel größer sein, als irgendjemand auch nur ahnte. Die größten Strahlenmengen nach dem Unglück von Tschernobyl waren in den Gebieten gemessen worden, in denen es geregnet hatte, als der Fallout darüber hinweggezogen war. Aber bei Regen fielen die heißen Teilchen nicht mehr als Klein- und Nanopartikel, Aerosole, herab, die man leicht in die Lunge einatmen konnte. Die Regentropfen waren im Durchschnitt eine Million Mal größer als die Wolkentröpfchen. Dort, wo es nicht geregnet hatte, waren also weniger Becquerel heruntergekommen, aber wahrscheinlich in gefährlichere Formen. Die Teilchen, die über die Verdauungsorgane in den Körper gelangten, blieben nur Stunden oder Tage im Organismus. Die eingeatmeten Klein- und Nanopartikel dagegen konnten sich für Jahrzehnte in den Lungenbläschen oder anderen inneren Organen festsetzen. Es war falsch, Verbindungen zwischen den von Atomtests am schlimmsten kontaminierten Gebieten und der gestiegenen Zahl der Krebserkrankungen zu suchen, denn es würden sich keine finden lassen. Das russische Akademie-Mitglied Jablokow hatte lange behauptet, ein großer Teil der in der ganzen Welt zunehmenden Krebsmorbidität könnte eine Folge der in der Atmosphäre durchgeführten Atomtests sein. Vielleicht hatte er recht, dachte Julia. Wir haben im Hintergrundrauschen nur die Spitzen gesucht, vielleicht hätten wir uns auch das Hintergrundrauschen selbst ansehen sollen. Und wenn nun die meisten der durch das Rauschen verursachten Krebserkrankungen und Herzkrankheiten eine Folge der radioaktiven Strahlung sind? Vor dem Zweiten Weltkrieg drängten die Studenten und sogar die älteren Ärzte bis hin zu den Professoren in großen Scharen in die Obduktionsräume, wenn ein an Lungenkrebs Verstorbener dorthin gebracht worden war. Die Zunahme der Krebserkrankungen konnte nicht nur an den modernen Zigaretten und an der gestiegenen Lebenserwartung der Bevölkerung liegen. Die Inder hatten doch jahrhundertelang schon ihre Bidis geraucht. Und wenn nun die Tabakpflanzen, die die verschiedenen Spurenelemente besonders gierig aus dem Erdboden aufsaugten, damit zugleich eine größere Menge radioaktiver Teilchen aufnahmen als früher? Teilchen, die bei Atomtests und den Unfällen in Tschernobyl und in Sellafield freigesetzt worden waren? Kleine Uranpartikel, die die Kohlekraftwerke über ihre Umgebung verteilten? Der Granitstaub von Beton- und Straßenbetten und das von ihnen freigesetzte Radon und Polonium? Und wenn nun eine brennende Zigarette diese Teilchen in die Lungenbläschen wie in eine Dauerparkhalle transportierte? Und wenn nun jedes dieser winzigen Teilchen genau dieselben Zellen einem radioaktiven Langzeitbombardement aussetzte, sie immer wieder von Neuem beschädigte? Vielleicht konnten die Zellen den Schaden so und so oft reparieren, schließlich aber versagte irgendetwas. Und wenn nun die radioaktiven Klein- und Nanopartikel permanent neben anderen Mutationen auch neue Krebsgene erzeugten? Krebskrankheiten mit einer neuen genetischen Grundlage, die sich endlos von einer Generation zur nächsten vererbten? Julia hoffte mehr als alles andere, sie möge nicht Recht haben. Aber sie fand es erschreckend, dass sie in Wirklichkeit nicht einmal in groben Zügen wussten, wie viele Menschen sterben würden, wenn es Alice und Laurie nicht gelang, den Terroranschlag zu verhindern. »Wir wissen es tatsächlich nicht«, dachte Julia. »Aber ist es so, dass wir es deshalb nicht wissen, weil es schwierig war, die Wahrheit herauszubekommen? Oder ist es so, dass wir es deshalb nicht wissen, weil wir es nicht wissen wollten?« Später in der Nacht riss Alice den Stoff ihres Bikini-Oberteils auf, geschützt unter der Decke und mit möglichst kleinen und ruhigen Bewegungen. Die Polsterung, eine Sonderanfertigung, zerfiel sofort in zwei acht Meter lange dünne Seilstücke. Alice knüpfte in die Seile Knoten im Abstand von dreißig Zentimetern. Damit die Knoten groß genug wurden, steckte Alice die Streifen eines zerrissenen Lakens hinein, bevor sie sie festzog. Die Knoten verkürzten zwar das Seil, aber es war trotzdem immer noch mehr als lang genug. Ob zwar dünn, würde das Seil doch eine Belastung von mehreren hundert Kilo aushalten. Aber ohne die Knoten wäre es schwierig, daran hochzuklettern, und es würde schmerzhaft in die Hände schneiden. Unterdessen nahm Laurie die Kleiderbügel auseinander und wickelte den Stahldraht zu einer Strähne zusammen. Dann bog er die Strähne zu einem Haken, der schon so stark war, dass er sein Gewicht tragen würde, ohne sich sonderlich zu verbiegen. »Gehen wir?«, flüsterte Alice ihm ins Ohr. Laurie nickte. In der Kabine war es stockdunkel. Laurie trat ans Fenster, öffnete es und steckte den Kopf hinaus. Die Sternenhaufen funkelten im All, aber der Mond würde noch lange nicht aufgehen. In der Dunkelheit waren gerade eben noch die ständig ihre Form verändernden weiß-grauen Schaumkronen zu erkennen. Die Schiffsmotoren stampften dumpf, die Schläge der Wellen gegen den Bug waren als mattes Klatschen und Dräunen zu hören. Das gegen die Schiffsborde der MS Bristol anbrandende Wasser rauschte leise. Vom Deck her aber war nichts zu hören. Gab es da etwa gar keine Wachen? Dann hörte Laurie Schritte. Sie näherten sich in ruhigem, gleichmäßigen Takt. Die Schritte gingen vorüber. Sie warteten. Zehn, fünfzehn Minuten. Wieder gingen die Schritte an ihnen vorbei und entfernten sich dann zum Bug hin. Wenn die Wache diesen Rhythmus beibehielt, hätten sie fünfzehn Minuten Zeit. Das war mehr als genug. Eine geradezu fürstliche Spanne Zeit für eine so einfache Operation, wie sie sie vorhatten. Laurie reckte sich hinaus und warf den aus Kleiderbügeln gefertigten Haken zur Reling hinauf. Der erste Wurf ging haarscharf vorbei. Der Haken flog klirrend gegen die Reling und prallte ab. Mit angehaltenem Atem warteten sie, ob jemand es gehört hatte. Doch es geschah nichts, was darauf hingedeutet hätte, und Laurie warf den Haken noch einmal. Diesmal blieb er fest am Geländer hängen, und Laurie zog ein paar Mal heftig daran, um sich zu vergewissern, dass er wirklich fest saß. Dann ergriff er das Seil und begann, an Deck zu klettern. Die Knoten hielten gut und erleichterten ihm den Aufstieg. Alice folgte ihm. Laurie löste den Haken vom Seil und band dieses an einer unauffälligen Stelle ans Geländer. Im Bedarfsfall würden sie mit seiner Hilfe schnell zurück in die Kabine gelangen. Trotz der Dunkelheit nahm Laurie wahr, dass das seitlich am Schiff herabhängende Seil bis ins Wasser reichte. Es schleifte durch die Wellen und wirbelte kleine Tropfenschauer auf, aber Laurie glaubte nicht, dass jemand das bemerken würde. Jedenfalls nicht, bevor es hell wurde. Und am Morgen würde schon alles vorbei sein. Auf die eine oder andere Art. »Was jetzt?«, flüsterte Alice. »In den Laderaum?« Laurie nickte. Hassan Yusuf hatte gesagt, dass drei Männer im Laderaum den Zünder der Bombe bewachten, bereit ihn zu zünden, falls das Schiff angegriffen werden sollte. Laurie und Alice wussten, dass Kenneth Andrews und die Mitglieder der Einsatztruppe das Schiff über Satellit und über die Periskope der U-Boote beobachteten. Sie sollten jene drei Männer ausschalten, deren Aufgabe es war, die Bombe zu zünden. Dann sollten sie den Kommandoeinheiten, die das Schiff beobachteten, irgendwie signalisieren, dass sie ihre Aufgabe erfüllt hatten. Die würden sofort zur Hilfe kommen, wenn die Gefahr einer unmittelbaren Explosion eliminiert war. Sobald Laurie und Alice diese drei Männer unschädlich gemacht hatten, mussten sie nur noch zusehen, dass sie drei oder vier Minuten am Leben blieben. Dann würden sie in Sicherheit sein. Auch drei Minuten können manchmal eine sehr lange Zeit sein, dachte Laurie. Es kann viel mehr sein als der Abstand zwischen Überleben und Tod. Aber andererseits wusste er auch, dass Alice mindestens ebenso gefährlich war wie er selbst, wenn es darauf ankam. Vielleicht konnte sie nicht in jeder Hinsicht eine ebenso fulminante Schnelligkeit entwickeln, aber das konnte auch kaum jemand anders. Außerdem war Alice als Schützin erheblich geschickter als selbst er. Schusswaffen hatten sie natürlich noch nicht, bis sie sich selbst welche beschaffen würden. Laurie sah auf die Uhr. Die erste Waffe würde bald in fünf Minuten vorbeikommen. »Wir warten auf den Wachposten«, flüsterte Laurie Alice zu. Einige Minuten darauf halten die Schritte des Wachmanns über das Deck. Sie warteten, bis er bei ihnen angelangt war. Dann trat Laurie hinter dem Rettungsboot hervor und versetzte dem Mann einen Schlag hinters Ohr. Der Schlag war hart, der Mann verlor sofort das Bewusstsein und wäre auf das Deck gefallen, wenn Alice ihn nicht aufgefangen hätte. Er hatte keine Maschinenpistole, sondern nur eine einfache Pistole bei sich. »Nimm du sie«, flüsterte Laurie. »Du schießt besser.« Sie versteckten den Wachmann unter der Plane des Rettungsboots. Wie lange es dauern würde, bis man seine Abwesenheit bemerkte, wussten sie nicht, denn sie hatten keine Ahnung, in welchen Abständen die Wachen gewechselt wurden. Aber auf jeden Fall war es das Beste, die eigentliche Arbeit so bald wie möglich zu erledigen. Von der Ecke der Kommandobrücke aus spähten sie in Richtung Bug. Einige Meter entfernt vor ihnen unterbrachen geradlinige Umrisse den freien Blick in Richtung Horizont. Das Deck war leer. Aus den direkt über ihnen liegenden Fenstern der Kommandobrücke fiel Licht. Außerdem gab es an den Funk- und Radarmasten kleine Warnleuchten, und an der Tür, die zur Kommandobrücke führte, leuchtete eine einsame Glühbirne. Im Übrigen lag das ganze Schiffsdeck im Schutz schwarzer, dunkler Schatten. Gebückt schlichen sie zu den nächstgelegenen Containern. Laurie bewunderte wieder Ellis' Fähigkeit, sich schnell und nahezu lautlos zu bewegen. »Die Indianerspiele der Kindheit sind nicht umsonst gewesen«, dachte Laurie, »obwohl ich es nie gelernt habe, mich ebenso leise zu bewegen. Ellis war sicherlich von ihren traditionsbewussten Verwandten unterwiesen worden. Sie tauchten in den Canyon zwischen den Containerreihen ein. Die großen Stahlkisten standen dicht bei dicht, sodass man nach keiner Seite zwischen ihnen hindurchsehen konnte. Das Maschinengeräusch der MS Bristol wurde matter, während sie zum Schiffsbug hinvorrückten. Die Container endeten, und sie blieben stehen, um abzuwarten. Niemand war zu sehen. Die Luke zum Laderaum stand weit offen. Zwischen der Luke und dem Bug standen noch einige Container. Laurie wunderte sich über die offene Luke. »Radon«, flüsterte Ellis. »Uran gibt Radon ab. Es soll durch die Luke entweichen.« »Sicherlich war das der Grund«, dachte Laurie. »Gehen wir«, sagte er. Sie spähten vorsichtig in den Laderaum. Es war stockfinster, nirgends gab es ein Licht. Es hatte den Anschein, als wäre der Frachtraum tatsächlich voller Uranerz. Von der Luke führte eine Treppe abwärts, die kurz oberhalb des Erzhaufens endete. Mit angehaltenem Atem lauschten sie in die Dunkelheit, aber von unten waren keinerlei Geräusche zu hören, die auf die Anwesenheit von Menschen hätten schließen lassen. »Eigenartig«, flüsterte Ellis. »Es ist nicht ganz so, wie Yusuf es beschrieben hat.« »Oder sie sitzen still im Dunkeln für den Fall von Kommandoschlägen.« Sie nahmen die feuchten Tücher aus der Tasche und banden sie sich so ums Gesicht, dass sie Mund und Nase bedeckten. Obwohl das Uranerz nicht sehr radioaktiv war, bedeutete das Einatmen von Uranstaub doch ein gewisses Risiko. Dann stieg Alice so leise sie konnte die Treppe hinab. Zwischendurch hielt sie inne, um zu lauschen, aber aus dem Laderaum waren keinerlei von Menschen verursachte Geräusche zu hören. Alice konnte sich nur schwer vorstellen, dass irgendwo im Laderaum tatsächlich drei Männer versteckt sein könnten, die Tag aus, Tag ein, Woche um Woche, Minute um Minute sich so still verhalten konnten. Ohne zu mucksen, zu atmen, zu husten, zu niesen, ein Wort zu sagen. Die letzte Stufe. Alice ließ sich katzenhaft und völlig geräuschlos auf den Uranhaufen fallen. Die Metallstückchen waren grob und schartig und stachen ihr in die Handflächen. Alice richtete sich ein wenig auf und schlich weiter in den Laderaum hinein. Laurie wartete einen Augenblick und folgte ihr dann. Durch die geöffnete Ladeluke fiel etwas Licht herein, aber je weiter sie vordrangen, desto weniger konnten sie sehen. Alice fand mit der Hand die Seitenwand des Laderaumes. Sie folgte ihr, indem sie bei jedem Schritt den Fuß möglichst langsam und möglichst geräuschlos aufsetzte. Eine halbe Stunde später hatten sie den Laderaum umrundet, ohne etwas anderes als Uranerz in großen welligen Haufen gefunden zu haben. »Hier sind sie nicht«, flüsterte Laurie Alice zu. »Sie sind irgendwo anders, vielleicht in der Funkerkabine. Aber die Bombe muss irgendwo hier sein. Von hier müsste ein Kabel dorthin führen, wo sie sich aufhalten. Wenn wir das durchtrennen.« »Und wenn dadurch die Bombe gezündet wird?« »Das glaube ich nicht. Bist du sicher?«, Laurie seufzte. »Nein. Vielleicht sollten wir das Kabel suchen und nachsehen, wohin es führt.« Aber sie fanden kein Kabel und auch keinen anderen Hinweis auf eine gewaltige Röhre mit einer Atombombe, obwohl sie fast zwei Stunden in dem dunklen Laderaum danach suchten. »Wir kommen nicht weiter«, flüsterte Laurie. »Es ist zu dunkel hier.« »Was schlägst du vor?« »Wir brauchen Licht. Sehen wir mal nach, ob es in den Rettungsbooten eine Taschenlampe gibt.« »Und wenn das Kabel unter dem Uran ist?« »Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen.« »Wie viel Zeit haben wir noch, bis es hell wird?« »Nicht viel. Zweieinhalb Stunden vielleicht. Außerdem geht der Mond bald auf. Das erschwert die Sache.« Sie kletterten zurück an Deck. Am Nachthimmel war schon der erste matte Schimmer des aufgehenden Mondes zu erkennen. »Die Zeit läuft uns davon«, dachte Alice. Sie wollte sich gerade zu Laurie umdrehen und ihm etwas sagen, als im Dunkeln ein helles Licht aufflammte und direkt auf sie gerichtet wurde. »Ich dachte mir doch, dass da etwas war.« Die Stimme von Kapitän Hamilton brach ab, nachdem Alice einen Schuss abgegeben hatte. Alice Kugel hatte mitten in die Lampe getroffen und sie zersplittern lassen. Das Licht erlosch und es wurde wieder dunkel. Alice schoss nicht noch einmal, denn eine aus einer Maschinenpistole abgegebene Salve streckte sie zu Boden. Laurie hörte das Rattern der Maschinenpistole, sah, wie im Dunkeln das Mündungsfeuer aufflammte und wie Alice, die vor ihm gestanden und ihn mit ihrem Körper vor den Kugeln geschützt hatte, sich zusammenkrümmte und den Leib hielt. Katharine Henshaw erwachte schweißnaß von ihrem eigenen Schrein. Es dauerte eine Weile, bis sie erkannte, dass sie in ihrem Bett lag und nicht auf der stillen nächtlichen Landstraße neben einem Mercedes, der gegen einen Baum gefahren war und auf dem Dach lag. Auch heute noch träumte sie davon, wieder und wieder, in allen Einzelheiten und so lebendig, als wäre es gerade erst passiert. Die Bäume am Straßenrand bestechen die Geruch des auslaufenden Benzins. Ringsherum verstreute Sachen, ihre Knie dick mit Schlamm bedeckt und schneidender Schmerz in den Handflächen, an den Knien und an der Stirn. Katharine versuchte, sich zu beruhigen und wartete, dass der Albtraum allmählich die Gewalt über sie verlor, obwohl er das vermutlich niemals tun würde. Es gab Dinge, von denen sie wünschte, dass sie nur ein böser Traum wären. In Wirklichkeit aber waren sie etwas, woraus sie nie erwachen würde. Wie viele Male hatte sie sich schon gewünscht, dass sie nicht zu Michaels Wohnung gefahren wären, sondern sich etwas anderes überlegt hätten. Oder dass Michael gefahren wäre. Michael hätte fahren wollen, aber er war noch schlimmer betrunken gewesen als sie, sodass es nicht falsch gewesen war, dass sie sich Michaels Schlüssel geschnappt hatte. In der Rückschau war ihr natürlich klar, dass sie konsequenter seien und Michael am Weggehen hätte hindern müssen. Auf keinen Fall hätte sie sich ihm als Chauffeurin anbieten dürfen, nur weil sie weniger betrunken war. Ich hätte es besser wissen müssen, dachte Catherine. Aber ich stand schon damals ziemlich stark unter Druck. Wir beide standen unter Druck, und ich wollte mir ordentlich einen antrinken, und das haben wir ja dann auch getan. Doch dann … Alles war so schnell gegangen. Die Lichter, die ohne Vorwarnung auf ihren Fahrstreifen herüberwechselten, die blendende Helligkeit. Sie hatte darauf mehr als halb blind reagiert und versucht, dem entgegenkommenden Auto auszuweichen. In gewisser Weise war es nicht einmal mein Fehler, dachte Catherine. Abgesehen davon, dass ich nicht hätte fahren dürfen. Im Nachhinein waren viele Dinge ganz klar. Kristallklar. Wenn ich nicht gefahren wäre, dachte Catherine, könnte Michael vielleicht noch gehen und laufen und schwimmen, und er hätte Frau und Kinder. Und ich könnte mit mir selbst leben. Würde mich nicht verabscheuen und hassen. Ich würde etwas ganz anderes tun. Andrea würde bestimmt noch bei mir wohnen. Vielleicht auch Richie. Catherine stand auf, zog sich ihren Bademantel an und ging in die Küche. Sie schenkte sich einen ordentlichen Whisky ein und betrachtete das fast volle Glas. Nein, verdammt! Sie nahm das Whiskyglas und goss die Flüssigkeit in den Ausguss. Dann ging sie auf den Balkon. Mit beiden Händen ergriff sie das Geländer und atmete die kühle Nachtluft ein. Sie roch stark nach Smoke und wirkte ebenso sauber und frisch wie Tabaksqualm. Ein bisschen so, als würde man Abgase direkt am Auspuff einatmen, dachte Catherine. Die Luft kratzte in ihren Lungen wie Sandpapier. Eigentlich wäre es schön, ganz woanders zu wohnen, dachte Catherine. In einem Ort, in dem das Leben einfacher und leichter wäre. Mit einem kleinen Garten, einem Hund und vielleicht noch anderen Haustieren, einigen Apfelbäumen und ein Kirschbaum, der im Frühling weiß blühen würde, sodass die Blütenblätter wie Schnee zu Boden fielen. Sie versuchte, sich zu konzentrieren. Immer stärker hatte sie das Gefühl, dass sie heute noch etwas anderes quälte als all das, was sie sonst bedrückte. Catherine ließ ihre Gedanken frei hierhin und dorthin schweifen. Was war nur in letzter Zeit alles passiert? Die Party bei Washburn, die NTU, Lauri Nurmi und Kenneth Washburn. Nein, Kenneth Andrews. Manchmal war es ziemlich schwierig, die beiden auseinanderzuhalten. Der zweite, noch schrecklichere Einsatz in Washburns Haus. Aber im Büro der NTU hatte Lauri Nurmi sich für sie eingesetzt und seinen Chef K.O. geschlagen. Das war ziemlich unerwartet gekommen, Gelinde gesagt. Es kam ihr so vor, als hätte ihr Gefühl heute etwas mit Lauri Nurmi zu tun. So als hätte etwas ihr gesagt, dass Lauri Nurmi in Gefahr war. Dass er vielleicht sterben würde, gerade jetzt, in dieser Nacht. Soll ich ihn anrufen und ihn warnen, überlegte Catherine. Aber was kann ich sagen? Ich kann nichts anderes sagen, als dass ich böse Ahnungen habe. Warum sollte er mir glauben? Und was würde er davon halten? Das ist egal. Das hat jetzt keine Bedeutung, dachte Catherine. Sie nahm ihr Telefon und wählte Lauris Nummer. Kenneth Andrews, meldete sich eine Stimme am anderen Ende. Ach, du bist's, seufzte Catherine. Wer ist da? Das willst du gar nicht wissen. Ich wollte Lauri Nurmi sprechen. Warum meldest du dich an seinem Telefon? Warum hast du ihn angerufen? Tja, ich habe einfach das Gefühl, dass er in großer Gefahr ist. Das ... Ich weiß, wie blöd das klingt, aber ich wollte ihn warnen. Entschuldige, aber ... Was hat er dir eigentlich alles erzählt? Fragte Andrews misstrauisch. Der Andrews misstrauisch. Ich hatte es erwischt, stammelte Alice. Und zwar übel. Ihre Stimme bebte vor Schmerzen. Lauri zog Alice hinter eine Containerecke. Warum schießen Sie nicht mehr? Wunderte er sich. Vielleicht wollen Sie uns lebend. Er löste die Pistole aus Alice's kraftlose Hand und steckte sie sich in den Gürtel. Scheiß Geschichte, keuchte Alice. Ich hätte den Beruf wechseln sollen. Rechtzeitig. Hab keine Angst. Ich schau mal, was passiert ist, flüsterte Lauri und bemühte sich, seine Stimme ruhig klingen zu lassen. Aber er musste ständig gegen die aufsteigende Panik ankämpfen. Nicht dich, schrie eine tonlose Stimme in ihm. Nicht dich, Alice. Nicht dich. Als er Alice vorsichtig auf den Rücken drehte, sah er, dass ihre Wunden gefährlich waren. Sie hatte drei Treffer abbekommen. Mindestens einen davon in den Bauch. Ihr ganzer Unterleib war schon voller Blut, und die Wunde blutete immer stärker. Lauri verstand, dass er nicht viel tun konnte, um das Blut zu stillen, aber dennoch begann er Streifen von seinem Hemd abzureißen. »Es tut weh«, sagte Alice. »Sehr.« »Versuch durchzuhalten«, stieß Lauri hervor. »Wir werden das überleben.« Alice schüttelte den Kopf. Auf ihre Lippen trat ein kleines verkrampftes Lächeln. »Nein, ich hab mir gerade ein Landgut gekauft.« »Gib nicht auf. Du darfst jetzt nicht aufgeben.« Lauri steckte Stoffstücke in Alice' Wunden und versuchte so, die Blutungen zu verlangsamen. Es half nur wenig. »Es ist ein Elend, das... Aber denk immer daran, dass ich... dass ich dich geliebt hab.« »Wir werden noch tolle Sachen zusammen machen. Wir werden auch heiraten, wenn du willst«, sagte Lauri eilig. »Und Kinder haben. So viele, wie du willst.« Alice lächelte müde. Lauri sah, dass ihre Schmerzen schlimmer wurden. Die Kugel, die sie in den Bauch getroffen hatte, musste sie innerlich zerrissen haben. »Es ist so leicht, einer sterbenden Frau alles Mögliche zu versprechen.« »Du irrst dich. Du wirst nicht sterben.« Alice hatte nicht die Kraft zu widersprechen. »Also gut«, seufzte sie. Lauri sah, dass ihre Kräfte schwanden. »Lauri, eine Sache noch. Lass uns später reden. Falls ich nicht... Alice, lass gut sein. Aber falls...« »Versuch, noch einen Augenblick durchzuhalten. Ich erledige sie und komme dann zurück. Also... gut.« Lauri sah, dass ihre Schmerzen so stark geworden waren, dass es ihr schwer fiel, noch ein Wort herauszubringen. »Also...« Er hatte nicht viel Zeit. Alice musste dringend ärztlich behandelt werden. Er musste Hilfe holen und anschließend nachsehen, ob es in der Schiffsapotheke etwas Brauchbares gab. Aber das alles musste sehr schnell geschehen, und er würde nichts tun können, solange er die Terroristen nicht erledigt hatte. Es waren mindestens achtzehn, und er saß zwischen zwei bis an die Zähne bewaffneten Gruppen von Terroristen in der Falle. Das war nicht gut. Manchmal hatte es besser gestanden. Der Weg war versperrt in beide Richtungen. Sowohl rechts als auch links waren Männer mit Maschinenpistolen, wie viele genau, wusste er nicht. Er überlegte, ob es noch eine andere Möglichkeit gab, als sich zu ergeben. Denn das konnte er nicht tun, nicht in diesem Fall, in dem es um Diebstähle von Plutonium und Lithium-6 ging. Es standen einfach zu viele Menschenleben auf dem Spiel. »Kommst du mit erhobenen Händen raus, oder sollen wir eine Handgranate werfen?« rief einer der Terroristen. »Könnte ich noch etwas Bedenkzeit bekommen?« rief Lauri zurück. Wenn die Terroristen eine Handgranate zwischen die Container werfen, würde auch Alice sterben. Er musste handeln, jetzt sofort. Ihre Kabine und das dort angebrachte Seil waren auf der anderen Seite des Schiffs, in Hecknähe, und er war gut zehn Meter vom Bug entfernt. Wie lang war doch das Schiff? 130, 140 Meter hatte er geschätzt, als sie neben dem Schiff auf dem Meer getrieben waren. Die genaue Zahl auf der Zeichnung war 136 gewesen. Wenn er sich recht erinnerte, war das Schiff gut 20 Meter breit, höchstens 25 Meter. Und die Geschwindigkeit des Schiffs? Die war im Moment nicht sehr hoch, die Maschinen liefen mit halber Kraft. Der Kapitän hatte befohlen, das Tempo zu drosseln. Höchstens fünf, sechs Knoten. Auf keinen Fall mehr als 10.000 Meter in der Stunde, drei Meter pro Sekunde also. Vielleicht sogar etwas weniger. Es könnte also möglich sein, zumindest wenn... Aber werde ich etwas sehen, wenn ich auftauche? Lauri blickte zum Nachthimmel hinauf. Gerade stieg die klare Mondsichel aus dem Meer auf. Davor bebte ein zarter Lichtstreifen auf den Wellen. Die Umstände hätten besser sein können, aber vielleicht waren sie ausreichend. Sie mussten reichen. »Na, kommst du jetzt raus?« rief eine Stimme links von ihm. »Okay, ihr habt gewonnen, ich komme«, antwortete Lauri. Er zog sich neben einen Container zurück, nahm einen Anlauf und sprang mit dem Kopf voran über das Geländer, dem elf Meter weiter unten wartenden dunklen Meer entgegen. Lauri war in Richtung Schiffsbug gesprungen. Er hörte wütende Schreie und mehrere Schüsse, aber die Kugeln schlugen nicht in seiner Nähe ein, denn er hörte kein Pfeifen. Er war sicherlich schon im Schutz der Schiffsflanke und damit in Sicherheit, sodass der Beschuss in diesem Augenblick kein Problem war. Zugleich fragte er sich, in einem wie spitzen Winkel er aufzutreffen wagte. Die Fallhöhe war beträchtlich, die Wasseroberfläche würde so hart sein wie ein Brett. Andererseits, je steiler er aufträfe, desto tiefer würde er hinabsinken und desto mehr kostbare Sekunden würden für die Wände draufgehen. Und er hatte nicht viele Sekunden zu verschenken, vielleicht keine einzige. Die tiefschwarze Oberfläche des Wassers kam ihm entgegen. Lauri teilte sie und tauchte elegant ein. Luftblasen stoben in dichten Wolken um ihn herum, aber sie verflüchtigten sich schnell, wirbelten nach oben und entspannten den Blick. Das Wasser wurde schwarz und er sah nichts mehr. Als er nicht mehr weiter nach unten sank, begann er nach oben zu kraulen. Er drehte sich auf die Seite und stieg auf, bemühte sich aber zugleich, möglichst schnell noch weiter unter das Schiff zu gelangen. Von allen Seiten umgab ihn undurchdringliche Schwärze. Die ganze Welt war verschwunden. Hoffentlich bewege ich mich in die richtige Richtung, dachte er. Was, wenn ich Richtung Meeresgrund schwimme? Oder aufs Meer hinaus? Wie kann ich das wissen, wo ich doch nichts sehe? Und wenn ich nun direkt auf die Schiffsschraube zusteuere? Dann traf seine Hand auf den Schiffsboden und er spürte einen Schmerz, als die daran festsitzenden Seepocken ihm die Fingerspitzen aufrissen. Der gewaltige, massive, schwarze Rumpf des Frachtschiffs flitzte über ihn hinweg, und er schwamm tiefer hinab, bemüht den Schiffsboden nicht zu berühren. Immerhin habe ich mir nicht den Rücken verrenkt. Oder aber ich spüre den Schmerz noch nicht, dachte Lauri und kämpfte sich vorwärts. Ein Königreich für ein paar Schwimmflossen, ging es ihm durch den Kopf. Warum habe ich keine Schwimmflossen? Der Mensch ist so fürchterlich langsam und schwerfällig unter Wasser. Ich sollte wenigstens einen Meter pro Sekunde vorwärts kommen, trieb er sich fieberhaft an. Dröhnend glitt das Schiff über ihn hin. Es fährt zu schnell. Gleich bin ich in der Schiffsschraube, dachte Lauri verzweifelt. Dann war er an der tiefsten Stelle des Schiffsrumpfs und schwamm unter dem Kiel hindurch, und die großen Seepocken, die sich trotz des giftigen Farbanstrichs dort festgesetzt hatten, rissen ihm wieder zwei wütende rote Schrammen in die Arme, als er den massiven Kiel streifte. Wie weit war die Schiffsschraube noch entfernt? In dem dunklen Wasser konnte er sie nicht sehen. Ob ich sie sehen würde, wenn sie unmittelbar neben mir wäre, dachte Lauri, oder kann sie mich unvermittelt zerstückeln, ohne Vorwarnung? Das Schiff bewegte sich viele Male schneller, als er schwimmen konnte. Wenn doch Alice hier wäre, sie ist eine viel bessere Schwimmerin als ich, dachte er. Die Schiffsflanke stieg steiler an. Es war, als verblasste die Schwärze des Wassers. Ob er sich das nur einbildete? Aber dann konnte er in der Schwärze den von der Schiffsschraube weißgepeitschten Wasserschaum erkennen und schrie in Gedanken vor Schreck auf. »Das Heck des Schiffs ist so nah. Ich gerate in die Schraube.« Das war nicht das Ende, das er sich gewünscht hatte. Und vor allem Alice. Sein Kopf tauchte neben der Emmes Bristle auf, er schnappte nach Luft und bemerkte im Matten mondlich zugleich, dass das Seil mit den Knoten schon ganz nahe, nur einen Meter entfernt vor ihm hing und eigentlich schon vorüberglitt. »Himmel, ich werd es verpassen!«, dachte er noch und streckte mit dem Furor der Verzweiflung die Hand danach aus und klammerte sich an das Seil. Lauri ergriff das Seil auch mit der anderen Hand und hing ein paar kostbare Sekunden lang daran, um abzuwarten, bis sein Atem sich beruhigt hatte. Das Schiff nahm ihn mit, sodass seine Taille und die Schenkel über die Oberfläche schleiften und das Wasser aufspritzen ließen, so als handelte es sich um eine absonderliche Variante von Wasserski. Die Wassertropfen funkelten matt im durchscheinenden Licht der Mondsichel. Lauri schaute am Schiffsrumpf entlang nach oben. Der ragte hoch über ihm auf wie eine finstere, schwarze Mauer. »Wie viel Zeit bleibt mir noch, bis die Terroristen darauf kommen, auch diese Seite des Schiffs zu inspizieren?«, überlegte er. »Nicht unbedingt sehr viel.« Lauri machte sich ans Hochklettern, elf Meter bis zum Deck. Zum Glück hatte Alice in weiser Voraussicht auf der ganzen Länge des Seils Knoten angebracht, und zum Glück hatten sie das ganze Seil hinabgelassen. Man konnte nie wissen, wozu etwas gut war. Andererseits war der eigentliche Grund natürlich gewesen, dass ein Seil, das vom Deck nur bis zum Fenster ihre Kabine gereicht hätte, viel verdächtiger gewesen wäre, als ein vom Deck bis zur Wasseroberfläche reichendes, falls jemand es zufällig bemerkt hätte. Dann hatte Lauri das Geländer erreicht und sprang an Deck. Er atmete auf vor Erleichterung, aber nur einen Moment. Er hatte immer noch mindestens achtzehn bis an die Zähne bewaffnete Terroristen gegen sich, die ihre Sache anscheinend beklagenswert gut beherrschten. Sie hatten Alice keine Chance gelassen. Die Pistole steckte immer noch in Laudis Gürtel. Er nahm sie heraus und ließ das Wasser aus dem Laufrinnen. Alice hatte nur einmal geschossen, im Magazin mussten also noch sieben Patronen sein. Das war deutlich mehr als nichts. Hinter der Ecke der Kommandobrücke waren Laufschritte zu hören. Wie viele Personen kamen da? Eine? Mehrere? Lauri erstarrte und spitzte die Ohren, hörte aber nur die Schritte einer Person. Bestimmt hatte der Kapitän einen Mann abkommandiert, auch die andere Seite des Schiffs zu kontrollieren. Warum hätte er mehrere Männer schicken sollen? Es wusste ja niemand von dem Seil. Ausgezeichnet, dachte Lauri. Der Mann hatte sicherlich eine Feuerwaffe. Hoffentlich war es eine Maschinenpistole. Lauri presste sich gegen die Wand. Halb im Laufschritt kam der Terrorist hinter der Ecke hervor, und er hatte eine Maschinenpistole. Ausgezeichnet, dachte Lauri. Ein besseres Geschenk könnte ich mir im Moment gar nicht vorstellen. Vielen Dank. Der Mann schaute gerade aus und bemerkte Lauri erst, als er schon halb an ihm vorbei war. Er erstarrte, kam aus dem Tritt, und Lauri schlug ihn zuerst auf den Kehlkopf und dann sehr stark in den Nacken. Ohne einen Laut stürzte der Mann zu Boden. Die Maschinenpistole fiel ihm dabei jedoch aus der Hand und rutschte Richtung Rehling. Lauri wollte sie fassen, schaffte es aber nicht, und so polterte sie gegen die Rehling und fiel ins Wasser. Lauri hielt sich nicht damit auf, sich über diesen Verlust zu ärgern. Er hatte gelernt, dass so etwas sinnlos war. Es würde nur seine Konzentration beeinträchtigen. Er sah nicht mehr nach dem am Boden liegenden Mann, denn er wusste, dass der nie wieder aufstehen würde. Einer, dachte er. Siebzehn sind noch übrig. Das Kräfteverhältnis war nicht günstig, aber er hatte auch zwei Vorteile auf seiner Seite. Die Terroristen rechneten bestimmt nicht mit ihm. Wenn er dieses Überraschungsmoment optimal nutzte, könnte er vielleicht gleich zur Begrüßung einige von ihnen ausschalten. Auch danach galt für ihn immer noch, dass jeder Entgegenkommende ein feindlicher Kämpfer war. Er würde schießen können, ohne zu fragen und ohne zu zögern. Aber die Terroristen mussten aufpassen, dass sie nicht auf ihre eigenen Leute schossen. Je chaotischer die Lage wurde, desto größer waren seine Chancen. Lauri schlich lautlos, aber schnell zur Treppe, die zur Kommandobrücke führte, und stieg hinauf. Zeit gibt es jetzt auf Karten, dachte er. Von unten hörte er Schritte um die Ecke kommen, und plötzlich durchschnitten die Lichtkegel von Taschenlampen, die hin und her geschwenkt wurden, das Dunkel. Ihm kam der Gedanke, dass die Männer das Wasser sehen würden, das von seinen Kleidern auf das Deck gelaufen war, aber dagegen konnte er nichts machen. Alice würde sterben, wenn er nicht schnell handelte. Er musste unverzüglich die Haupttruppe angreifen und sie ausschalten. Als Lauri die Kommandobrücke betrat, hörte er von unten einen überraschten Ruf. Weitere folgten, ebenso Flüche und Laufschritte. Die Terroristen hatten ihren toten Kumpan gefunden. Es würde nur einen Augenblick dauern, und sie würden die Wasserpfützen entdecken, ein paar weitere Sekunden, und sie würden das Seil bemerken und verstehen, dass er zurückgekehrt war. Er würde die Vorteile des Überraschungsmoments verlieren, wenn er nicht schnell agierte, und ohne das waren seine Chancen nahezu gleich null. Er musste sofort zur Sache kommen. Von der Vorderseite der Kommandobrücke her hatte er freie Schusslinie zum Vorderdeck hin, zu der Stelle, wo die Terroristen ihn und Alice überrascht hatten. Lauri trat hinter der Ecke der Kommandobrücke hervor, direkt unter die brennende Lampe. Nur wenige Meter entfernt standen vier mit Maschinenpistolen bewaffnete Männer, denen vor Verwunderung die Kiefer herunterklappten, als sie den wassertrefenden Lauri erblickten. Wassertrefenden Lauri erblickten. Wenn Lauri Nurmi auch nur einen Augenblick innegehalten hätte, um nachzudenken, hätte er sofort begriffen, dass seine Lage aussichtslos war, dass er keine Chance hatte. Er hätte erkannt, dass er es nicht schaffen würde, vier Leute zu töten, bevor diese ihn mit ihren Kugeln durchsiebt hätten, zumal er selbst nur noch sieben Kugeln hatte. Während des Zweiten Weltkriegs war nur einer von sechs Soldaten bereit gewesen, auf Soldaten der Gegenseite zu schießen, um sie zu verwunden oder zu töten. Fünf von sechs hatten absichtlich vorbeigeschossen. In der Schlacht von Gettysburg während des amerikanischen Bürgerkriegs hatten die meisten Soldaten beider Seiten ihre Waffen immer wieder und wieder neu geladen, ohne sie zwischendurch abzufeuern. Nur um das Töten und Verletzen anderer Menschen zu vermeiden. Die Zeit verlangsamte sich. Sie blieb fast stehen. Lauri blickte einem der beiden Terroristen, die zuvorderst standen, fest in die Augen. Der Mann zögerte. Verwirrt. Das sind keine erfahrenen Profis, dachte Lauri. Er sah, wie der Mann sich abwandte, weil er seinen Blick nicht ertrug. Der Lauf seiner Waffe richtete sich nach unten. Der zweite Mann, der ihm gegenüber stand, drückte ab und gab eine Salve von vier oder fünf Schüssen ab. Aber im letzten Moment zog er instinktiv den Lauf der Waffe ein wenig beiseite, sodass die Kugeln über Laurys Kopf hinweg pfiffen und in die Wand einschlugen. Die Querschläger verschwanden mit schrillem Pfeifen irgendwo. Farbteilchen von der Wand und kleine Metallsplitter regneten in einem Schwall auf Lauri herab. Das Mündungsfeuer der Maschinenpistole war so nahe vor Laurys Gesicht und Händen aufgeflammt, dass er dessen Wärme spüren konnte. Laurys Hand bewegte sich, als wäre sie nicht ein Teil von ihm. Das Erste, was ihm als Folge ihrer Bewegung ins Bewusstsein drang, war ein kleiner Stoß gegen den Oberarm sowie die Tatsache, dass in der Stirn des Mannes, der vorbeigeschossen hatte, plötzlich ein kleines, rundes Loch erschien. Dann spürte er gleich ein zweites Rucken in der Schulter und im Arm, und der Schädel des Terroristen, der die Waffe hatte sinken lassen, explodierte, sodass Blut und Knochensplitter durch die Luft spritzten. Die übrigen Terroristen hatten noch nicht einmal angefangen, ordentlich zu reagieren. Wie in Zeitlupe sah Lauri, wie die Augen des ersten Gegners, den er erschossen hatte, trüb und glasig wurden. Wie die Kraft aus seinen Gliedern schwand und er zu Boden sackte, während der Terrorist neben ihm, der mit dem zerschossenen Kopf, mit gewaltiger Wucht direkt auf den hinter ihm stehenden Mann fiel und ihn daran hinderte, die Waffe zu erheben. Lauri sah, wie der vierte Gegner ihn anschaute. Er sah die Angst in den Augen des Mannes, als dieser seine Taschenlampe fallen ließ, die Maschinenpistole packte und den Lauf auf ihn richtete. Aber die Waffe wurde langsam gehoben, so unglaublich langsam, dass Lauri schon fast lachen musste, als er verstand, dass die Lage sich in zwei Sekunden doch zu seinen Gunsten gewendet hatte. Seine Hand bewegte sich wie von selbst, er spürte zwei Stöße in der Hand, und der Terrorist zuckte zweimal, als die Kugeln sein Herz und seine Lunge durchschlugen. Die Maschinenpistole hörte auf, auf ihn zu zeigen, und Lauri verstand, dass seine Hand sich schon auf den letzten Gegner richtete. Der vierte Terrorist versuchte verzweifelt, seinen toten Kameraden von sich abzuwälzen, um seine Waffe zu heben und schießen zu können, aber er hatte keine Chance, das rechtzeitig zu tun. Lauri schoss ihm genau zwischen die Augen. Alle vier lagen am Boden, still und unbeweglich. Aber die Zeit verging weiterhin langsam, so als hätte sie irgendetwas in die Länge gezogen, sodass die Sekunden nur mühsam und angestrengt aneinander vorbeitröpfeln konnten. Von irgendwo hörte man Rufe und Flüche und dann ein dumpfes Stampfen und metallischen Klang. Lauri stieg über die Toten hinweg und ließ die fast leere Pistole fallen. Er spähte durch das Seitenfenster in den Ruderraum der Kommandobrücke. Dort war niemand. Das Schiff war offenbar auf automatische Steuerung geschaltet. Lauri blickte zum Himmel hinauf. Der Mond stand schon deutlich höher und leuchtete heller. Aber die scharfen Schlagschatten, die Lauri hier und dort warf, minderten seine Chancen noch nicht entscheidend. Von den vom Hauptdeck zur Kommandobrücke führenden Stufen, die Lauri einen Augenblick zuvor hinaufgestiegen war, war gepoltert zu hören. Es war unmöglich zu schätzen, wie viele Männer heraufgestürmt kamen. Es waren mindestens drei oder vier, vielleicht noch mehr. Lauri hob eine Maschinenpistole vom Boden auf und stellte sie auf Einzelfeuer. Wie viele Sekunden würde er haben, ehe der erste Angreifer das Oberdeck erreicht haben würde? Fünf? Zehn? Fünfzehn? Knapp zehn Sekunden, meldete ihm die Rechenmaschine in seinem Gehirn. Er richtete die Maschinenpistole auf das obere Ende des Treppenhauses und wartete. Die Zeit verging qualvoll langsam. Das dauert aber, dachte Lauri. Die Treppenstufen erdröhnten weiterhin dann und wann wie in einem Film mit Zeitlupe. Lauri wusste durchaus, dass sich sein eigener Zeitsinn verändert, seine eigene Zeit sich gedehnt hatte, und er selbst auf Hochtouren lief. Dennoch war er ungeduldig, er konnte nicht warten, er hatte es eilig. Nach einer halben Ewigkeit kam der erste Mann auf den Treppenabsatz gestürmt. Lauri sah ihn deutlich als schwarze Silhouette vor dem Mond hellen Himmel. Der Mann schaute nach links, bemerkte Lauri und erstarrte. Idiot, dachte Lauri. Der Terrorist erholte sich von seiner Verblüffung und richtete seine Maschinenpistole auf Lauri, aber ihr Lauf stieß gegen das Geländer, verhackte sich und ließ sich nicht weiter heben. Lauri konnte den Ausdruck von Wut und Verzweiflung auf dem Gesicht des Mannes sehen. »Geh zum Teufel, du Dreckskerl!«, dachte Lauri und betätigte dreimal den Abzug. Die Kugeln trafen den Mann wie ein Vorschlaghammer, und Lauri sah, wie das schwarze Schattenbild über das Geländer geschleudert wurde. Der Radau auf der Treppe verstummte, man hörte einen Krachen und einen dumpfen Aufprall, dann nichts mehr. Das ist doch unglaublich, dachte Lauri. Die Angreifer waren eindeutig an ihren Plätzen erstarrt und wussten nicht, was sie als nächstes tun sollten. Lauri hob eine zweite Maschinenpistole auf und hing sie sich mit dem Riemen über die Schulter. Dann schlich er langsam näher zum oberen Ende der Treppe. »Ihr solltet jetzt entweder angreifen oder euch zurückziehen.« »Und das ziemlich bald«, dachte er. »Aber ich beklage mich auch nicht, wenn ihr da bleibt, um euch auszuruhen. Mir passt das großartig.« Lauri stellte die Maschinenpistole auf Dauerfeuer. »Greifen wir ihn an, bevor er verschwindet«, rief einer der Männer auf der Treppe. »Geh von mir aus alleine, verdammt«, zischt eine andere Stimme. »Ich will kein Blei in die Stirn kriegen.« »Tut mir leid, aber das Leben ist hart«, antwortete Lauri im Stillen und überlegte, dass es sich lohnen würde, nachzudenken, bevor man das Material für eine Superbombe an Terroristen verkaufte. Er schob den Lauf der Maschinenpistole vor und richtete ihn auf das obere Ende der Treppe, blieb aber selbst verborgen. Dann drückte er ab und feuerte blind hinunter, dem Winkel der Treppe folgend. Die Waffe ratterte und die gelb-orangen Flammen des Mündungsfeuers leuchteten im Dunkeln auf. »Das sind keine Profis«, dachte Lauri wieder. »Die können unmöglich Kampferfahrung haben.« Irgendwo weiter weg, dort, wo die von ihm abgeschossenen Kugeln ihr Ziel gefunden hatten, hörte man schrille, protestierende Schmerzensschreie, aber er kümmerte sich nicht darum. Die Maschinenpistole rattete in seinen Händen, der Lärm betäubte ihm die Ohren, die glühend heißen Patronenhülsen wurden vom Magazin ausgespuckt und prallten hier und da klirrend vom Geländer und dem metallenen Schiffsdeck ab. Eine streifte seine Wange und verbrannte sie ein wenig. An der Wange blieb eine Spur zurück, die leicht schmerzte. Lauri vertauschte die leere Waffe gegen die über seiner Schulter hängende und bewegte sich vorsichtig vorwärts, indem er im Schatten Deckung suchte. Dann spähte er aus seiner neuen Deckung wieder auf die Treppe hinunter. Im Mondschein sah er, dass auf der Treppe vier Männer lagen, zwei von ihnen rührten sich nicht mehr und gaben auch keinen Ton von sich. Die beiden anderen wirkten nur leicht verletzt. Am unteren Ende der Treppe befand sich ein fünfter, etwas hysterisch, aber sonst unverletzt wirkender Terrorist. Er schluchzte laut und Tränen rannen ihm die Wangen hinab. Du solltest die Branche wechseln, dachte Lauri und erschoss den weinenden Feind am Fuße der Treppe mit einer kurzen Garbe. Dann stellte er die Maschinenpistole wieder auf Einzelfeuer um und schoss schnell, aber nicht hastig, zwei oder drei Kugeln auf jedes der vier blutigen Bündel, die auf der Treppe und an deren unterem Ende lagen. Danach rührte sich keines mehr. Lauri hörte aus einiger Entfernung wütende Schreie vom Unterdeck her. Mindestens zwei Maschinenpistolen eröffneten das Feuer auf ihn. Die Mündungsfeuer loderten im Dunkeln wie krankes Feuerwerk. Er stand nicht in der Feuerlinie, zog sich aber dennoch zurück, denn er wusste, dass auch Querschläger, die unglücklich auftrafen, viel Schaden anrichten konnten. Er konnte es sich jetzt nicht leisten, verletzt zu werden. Das würde Alice' Ende bedeuten. Einer unten, vier auf der Kommandobrücke, sechs bei der Treppe. Das macht insgesamt elf. Viele können nicht mehr übrig sein, dachte Lauri. Er kehrte zu den vier Gegnern zurück, die er mit der Pistole erschossen hatte. Hinter ihm von der Treppe her fielen Schüsse. Er hörte eine lange MP-Garbe. »Schießt ihr nur. Ich bin da schon lange nicht mehr,« dachte Lauri. »Lockt ruhig auch die anderen dorthin. Mir aus dem Weg.« Er hob eine neue Maschinenpistole auf, warf sich den Riemen über die Schulter und begab sich, ohne Zeit zu verlieren, auf die andere Seite der Kommandobrücke. Auf dem Unterdeck war niemand zu sehen. Der Kampfeslärm hatte offenbar die restlichen Terroristen auf die andere Seite der Ames Bristol gelockt. Lauri schlich Trepp ab. Noch immer sah er niemanden. »Ein dummer Widersacher ist Gold wert,« dachte Lauri und huschte, halb im Laufschritt und ohne anzuhalten um die Ecke. Vor sich erblickte Lauri vier Feinde, die ihm den Rücken zuwandten. Sie eilten auf die Treppe zu, auf der kurz zuvor ihre Kumpane gestorben waren. Das Dröhnen ihrer Schritte, ihrer eigenen Stimmen und die Schüsse von der Treppe her überdeckten die Geräusche von Lauris Schritten, und so hörten und sahen die Terroristen ihn nicht, als er das Feuer eröffnete und die drei hintersten Männer jeweils durch kurze Garben in den Rücken zu Fall brachte. Alle drei stürzten zu Boden. Ihr Kamerad drehte sich um, aber er hatte keine Chance. Lauri legte ihn um, noch ehe er das Feuer erwidern konnte. »Fünfzehn«, sagte ein tonloser Rechner in Lauris Kopf. »Wo waren die drei restlichen?« »Sicherlich hinter der nächsten Ecke. Dort, wo er sechs Mann mit der Maschinenpistole getötet hatte. Von der Treppe her schalten noch immer Schüsse von Maschinenpistolen herüber. Wieder las Lauri eine neue Maschinenpistole auf und ging weiter, wobei er in dem Blut ausrutschte, das in großen Lachen auf dem Deck stand. Ein höllisches Chaos schoss es ihm durch den Kopf. Lauri stürmte um die Ecke, und zwei völlig erschütterte Feinde starben, noch ehe sie überhaupt richtig begriffen hatten, was mit ihnen geschah. Der Dritte kam ihm entgegen, wandte sich aber sofort um zur Flucht, und Lauri schoss ihm von hinten in den Rücken. Dann sah Lauri sich noch einem weiteren gegenüber, den er in den Kopf und weiter unten in den Leib schoss. Dann kam ihm niemand mehr entgegen. Er stürmte in die Funkerkabine und schlug den Funker mit dem Kolben der Maschinenpistole bewusstlos. Aber aus der Funkerkabine führten keine ungewöhnlichen Kabel heraus. Und dort waren auch keine drei Leute, nicht mal einer, der mit dem Finger am Abzug da gesessen hätte, bereit, die große Atombombe im Bauch des Schiffs zu zünden. »Wo sind sie?« überlegte Lauri fieberhaft. »Habe ich sie schon erwischt?« Er hoffte inbrunstig, dass es so war. Aus der Küche spähten drei unbewaffnete Männer, von denen zwei den weißen Kittel und die Mütze eines Kochs trugen, aber sie zogen sich eilig zurück, als Lauri zwei Schüsse auf die Wand direkt neben ihnen abfeuerte, sodass davon Farbe und Rost absprangen. Lauri wusste, dass sich einige Männer im Maschinenraum aufhielten. Sie hatten vielleicht wegen des Maschinenlärms noch nichts gehört, aber sie konnten später Probleme machen. Lauri rannte zum Maschinenraum und verriegelte die Tür von außen. »Da bleiben sie«, dachte er. Nun sah er nur noch tote oder schwer verletzte Männer um sich herum, und niemand schoss auf ihn. Ein Verwundeter jammerte schwach, aber die meisten waren ganz still. Die Maschinen stampften, und das Schiff pflügte vom Autopiloten gesteuert weiter durch das Meer, so als wäre nichts geschehen. Das Deck war rutschig von dem Blut, das in kleinen Rinnsalen ins Meer floss. »Hier ist niemand mehr«, dachte Lauri, und sein Hirn lief noch immer auf Hochtouren. »Hier sind keine drei Leute mehr, die die Bombe zünden könnten. Vielleicht habe ich sie erledigt. Hier ist niemand sonst. Ich muss zu Alice. Ich kann es jetzt wagen, zu Alice zu gehen. Warum sieht keiner von diesen Terroristen wie ein Araber aus? Damit hatte ich gerechnet.« Wo lag Alice noch mal? Lauri rannte zu der Stelle, an der er Alice zurückgelassen hatte. Rasch sei er auf die Uhr. Es waren nur wenige Minuten vergangen, seit er über die Reling ins Meer gesprungen war. Bald würden Andrews und Konsorten zusammen mit der Medizinertruppe eintreffen. Alice könnte noch eine Chance haben. Dann sah er sie. Sie war auf die Knie gefallen, so dass Kopf, Haare und Gesicht im Stahldeck zugewandt waren. Sie war sehr still und ihre Haltung wirkte unnatürlich. »Alice!« Aber Alice antwortete nicht. Und sie bewegte sich auch nicht, als Lauri ihre Hand berührte. Als Lauri ihre Hand berührte. Als Kenneth Andrews, Julian Norrus und die Mitglieder der Kommandotruppe eintrafen, saß Lauri Normi auf dem Deck der Emmes Bristol, hielt Alice kleiner Falke Donovan im Schoß und streichelte ihr übers Haar. »Lauri! Sie ist tot!«, sagte Kenneth Andrews. Lauri bemerkte nicht, dass Andrews ihn ausnahmsweise Lauri nannte und nicht Larry. »Nein, Ken! Ich glaube, dass sie nur schläft.« »Lauri, sie ist gegangen«, sagte Julia. »Du musst sie loslassen.« Lauri schluchzte leise. »Lauri«, appellierte Julia. Lauri nickte. »Warte. Noch einen Moment. Ich halte sie noch einen Augenblick. Nur einen Augenblick. Dann komme ich.« Einige Minuten später war Lauri bereit, loszulassen, und Julia führte ihn zur Strickleiter. »Ich glaube, einige haben überlebt«, erklärte Lauri ausdruckslos. »Mindestens drei. Vielleicht auch vier.« »Sein Gesicht ist wie tot«, dachte Julia. »Im Maschinenraum sind außerdem einige unbewaffnete Männer. Ich weiß nicht, ob sie in irgendeiner Weise schuldig sind. Ich habe ihnen nichts getan.« »Wir haben zwölf Tote gezählt«, sagte Julia. »Die anderen sind am Leben. Gerade noch so. Aber mach dir keine Sorgen, die anderen machen jetzt weiter.« Julia half Lauri an Deck des Patrouillenboots. »Wo ist Kenneth?«, fragte Lauri kurz darauf. Julia schaute auf ihre Uhr. »Das frage ich mich auch.« Es vergingen zehn oder fünfzehn Minuten. Dann kam auch Kenneth Andrews, die Strickleiter, herunter. Ihm folgten zwei Marinesoldaten. Einen Augenblick später waren sie schon unterwegs nach Los Angeles. »Aber wenigstens waren wir erfolgreich«, sagte Lauri. »Zumindest ist die Gefahr vorüber. Was?« Kenneth Andrews Miene war schwer zu deuten. Lauri drehte sich nach der Emmes Bristol um, die immer weiter zurückblieb, als plötzlich ihr Heck explodierte. Hohe Flammen schlugen in die Luft und eine donnernde Druckwelle fegte über sie hinweg. Lauri sah, dass Stücke von Metallplatten ins Meer regneten. Auf der vom Mond erleuchteten Wasseroberfläche sah er größere und kleinere Fontänen aufspritzen, wenn das Metall herunterfiel. Doch kein einziges Stück fiel nahe genug herab, dass es für sie eine wirkliche Gefahr bedeutet hätte. Im Mondlicht sah Lauri, dass vom Heck der Bristol schwarzer Rauch zum Himmel aufstieg. Das Schiff begann mit dem Heck voran zu sinken. »Was ist das denn?« fragte Lauri. »Sie hatten also doch Bomben an Bord.« Andrews schüttelte den Kopf. »Nein, das hatten sie leider nicht. Wir haben das Schiff selbst versenkt.« »Warum?« schrie Lauri. »Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber... na ja. Sie waren keine Terroristen.« Ein Schwindel erfasste Lauri. Ihm wurde schwarz vor Augen, und er musste sich an der Reling des Patrouillenboots festhalten, sonst wäre er über Bord gegangen. Er musste sich verhört haben. »Was hast du gerade gesagt?« Andrews sah ihn an. Seine Miene drückte Mitleid aus. Vielleicht sogar eine Art Zärtlichkeit. Und der Anblick dieses auf Andrews Gesicht völlig außergewöhnlichen Ausdrucks ließ die Welt vor Laurys Augen rotieren. »Das waren keine Terroristen,« bestätigte Andrews. »Was?« brüllte Lauri. »Was meinst du damit, sie waren keine Terroristen?« »Wir haben einen Fehler gemacht. Es tut mir leid.« »Ken, du redest doch jetzt scheiße. Na klar waren das...« »Das war ein ganz gewöhnlicher, völlig legaler Urantransport für unsere eigenen Kernkraftwerke.« »Aber sie hatten Waffen, Maschinenpistolen.« »Das waren Sicherheitsleute der australischen Bergwerksgesellschaft. Ihre Aufgabe war es, das Schiff vor Terroristen zu schützen, damit die Lieferung von Kernbrennstoff in die USA nicht gefährdet würden.« Andrews Miene wurde wieder hart. »Nun, heute waren sie gefährdet. Aber was willst du machen?« »Nein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein.« »Es tut mir leid, aber Fehler kommen vor. Man kann sich bemühen, sie zu minimieren, aber man kann sie nicht ganz vermeiden. Kollateralschäden gehören zum Risiko des Spiels. Das weißt du doch auch selbst. Du wirst nicht dafür zur Verantwortung gezogen. Mach dir keine Sorgen.« »Es ist egal, wie es mehr geht. Aber wenn das Australier waren. Das gibt einen fürchterlichen Skandal. Australien ist neben Britannien unser wichtigster und treuster Verbündeter im Kampf gegen den Terrorismus.« »Wir können nichts dafür, wenn Al-Qaida einen australischen Erzfrachter versenkt. Ich glaube, das steigert nur die Motivation Australiens, uns zu unterstützen.« »Aber Al-Qaida war doch gar nicht. Das kann niemand bezeugen.« »Wir haben schon an Al-Jazeera eine Meldung geschickt, in der eine bisher unbekannte Al-Qaida-Zelle sich des Anschlags bezichtigt.« »Aber die Überlebenden werden berichten, was geschehen ist.« »Welche Überlebenden?« »Wie bitte? Was hast du gesagt?« Kenneth Andrews zuckte die Achseln. »Du hast es doch gehört.« »Kenneth, nein! Nein! Du kannst doch nicht meinen, dass...« »Wir hatten keine Alternative.« »Und dies war kein unmögliches Opfer. Dies ist Krieg, und im Krieg sterben Menschen.« »Würdest du es besser finden, wenn wir die Unterstützung Australiens verloren hätten?« »Australiens verloren hätten?« Teil 4 »Heiße Asche« »Ich habe mich oft über Werners, Werner Heisenbergs, und Karl Friedrichs, Karl Friedrich von Weizsäckers, innere Einstellung gewundert, aber ich glaube, ich verstehe Ihre Psychologie. Viele Menschen, besonders Junge, können sich nicht abfinden mit der großen Irrationalität der Gegenwart, und so bauen sie in ihrer Fantasie Luftschlösser. Sie haben eine ungeheure Anstrengung unternommen, um solchen Dingen gute Seiten abzugewinnen, die sie nicht ändern können.« Der Atomphysiker Max von Laue, in einem Brief vom 26. April 1942 an Lise Meitner, die deutsche Marie Curie, die es als erste verstanden hatte, dass es Otto Hahn und Fritz Strassmann gelungen war, Urankerne zu spalten. Urankerne zu spalten. Lauri Normi saß nackt in seinem hohen, mit Stoff bezogenen Sessel im Hauptgebäude von Sierra Vera und trank Whisky direkt aus einer Literflasche. Er war bei der zweiten Flasche des Tages, eine hatte er schon am frühen Morgen geöffnet und war dann für ein paar Stunden eingeschlafen. Als er wieder ein wenig zu sich gekommen war, ging er Nachschub holen. Zum Glück gibt es im Keller einen ordentlichen Vorrat, dachte er. Das ist mehr als genug. Auf dem Tisch vor ihm lagen eine geladene Pistole und ein Haufen Zeitungsartikel. Die Ausschnitte stammten aus amerikanischen und australischen Zeitschriften und Zeitungen. In allen ging es um den neuesten Terroranschlag von Al-Qaida gegen ein australisches Frachtschiff, das eine Ladung Uran-Erz an Bord gehabt hatte. In den Artikeln wurde zwar erwähnt, dass durch diesen Anschlag Uran in einer Menge in den Tiefen des Ozeans versunken war, die ausgereicht hätte, um die Kernkraftwerke der Vereinigten Staaten sechs Monate lang zu betreiben. Im Vordergrund standen aber ausnahmslos die Opfer und ihre Familien. 29 Menschen waren grausam getötet worden, 18 davon waren bewaffnete Wachleute gewesen, die übrigen elf sonstiges Schiffspersonal. Niemand hatte überlebt. In vielen Medien hatte es Fotos von allen Toten gegeben. Lauri hatte auch die Interviews mit ihren Ehefrauen und Eltern gelesen. Einige hatten erwachsene Kinder, und sie hatten der Presse ausführlich berichtet, wie tief der Vorfall sie getroffen und ihr ganzes Leben verändert hatte. Am schlimmsten waren die Bilder von den kleinen Kindern. Die kleinen Kinder auf den Armen ihrer weinenden Mütter. Die kleinen Kinder, deren Augen Erschütterung und Trauer spiegelten, und in deren Leben nichts jemals wieder so gut sein würde, wie es noch vor kurzem wahrscheinlich gewesen war. Lauri Nurmi hatte noch nicht entschieden, an welchem Tag er sich erschießen würde, aber er wusste, dass es damit keine Eile hatte. Es würde in niemandem das Leben irgendetwas ändern, denn nie würde jemand die ganze Wahrheit erfahren. Es ging nur um ihn selbst und um seine eigene Fähigkeit oder, richtiger gesagt, seine Unfähigkeit, mit sich selbst zu leben und sich dem zu stellen, was er getan hatte. Außerdem wäre es vielleicht nicht einmal gerecht, wenn er allzu bald, allzu rasch abträte. Die Angehörigen der Toten würden Jahre, Jahrzehnte bis an ihr Lebensende mit seinen Taten leben müssen. Vielleicht sollte auch er etwas länger leiden. Aber was wäre ein angemessener Zeitraum? Eine Woche? Zwei Wochen? Wie lange würde er es noch aushalten? Die geladene Glocke auf dem Tisch lächelte ihn verlockend an. Sein liebster und treuester Freund. Vielleicht sein einziger Freund in der ganzen Welt. Auf ihn konnte er sich immer verlassen, selbst wenn alle anderen ihn im Stich ließen. Zum Glück war die Befreiung von allem nahe, sehr nahe. Nur einen zärtlichen und schnellen, gewaltsamen, aber entschiedenen Kuss des lieben Freundes entfernt. Eine Armeslänge. Nur einige wenige Bewegungen entfernt. Aber jetzt noch nicht. Bald, aber jetzt noch nicht. Lauri trank seinen Whisky. Der Alkohol brannte ihm im Mund und wärmte ihm den Magen, aber nicht mehr so wie vor einer Woche. Sein Organismus stumpfte allmählich ab. Bald würde er etwas Härteres brauchen, um Albträume und Dämonen wenigstens etwas fernzuhalten. Die Sonne war hinter den Bergen untergegangen und die Landschaft hüllte sich zunehmend in Dunkelheit. Tiefe Schatten bemächtigten sich auch des Hauptgebäudes von Sierra Vera, denn Lauri hatte nirgendwo Licht eingeschaltet. Aber die Dunkelheit der Außenwelt war nicht zu vergleichen mit den Schatten, die ihn innerlich bedrängten. Plötzlich war ihm, als hörte er etwas. Lauri lauschte angestrengt. Ja, er hatte richtig gehört. Es war das Geräusch eines näherkommenden Autos. Die Straße da draußen führte nach Sierra Vera, offensichtlich wollte jemand hierher. Was war das? Vielleicht. Ja, natürlich, dachte Lauri. Was hatte er noch zu Kenneth gesagt, als der ihn neulich angerufen hatte? Er hatte ziemlich einen in der Krone gehabt und gedroht, alles zu enthüllen und E-Mails an die Medien zu schicken. Vielleicht hatte Kenneth das alles nach kurzer Überlegung ernst genommen. Oder er war zu der Auffassung gelangt, er müsse es weitergeben, und irgendein Vorgesetzter hatte es ernst genommen. Außerdem wussten sie ja, wie verantwortungslos er war. Er hatte sogar Andrews und Robertson geschlagen. Jetzt war er völlig aus der Bahn geraten und konnte also Gott weiß was tun. Das war sicherlich die beste Erklärung. Sie waren gekommen, um ihn in die Mangel zu nehmen. Na, hier würde sie eine große Überraschung erwarten, dachte Lauri und grinste freudlos. Sie würden auf einen schwierigen Job und spürbare Verluste gefasst sein müssen, auf sehr schwere Verluste. Lauri ergriff die Glock und entfernte das Magazin. Er schob es unter das Kissen des Sessels und legte die leere Waffe auf den Tisch, an ihren alten Platz in Reichweite. Verluste wird es nicht geben, dachte Lauri. Nicht mehr. Nicht durch meine Hand. Nicht mehr durch meine Hand. Eigentlich löst ihr damit auf schöne und saubere Weise auch mein Problem, überlegte er. Das Geräusch des Autos kam näher. Gleich würde es in den Hof von Sierra Vera einbiegen. Irgendetwas stimmt hier nicht, dachte Lauri. Es war nur ein einziger Wagen. Also höchstens vier oder fünf Männer. Falls es nicht ein Kleinbus war, aber so hörte es sich nicht an. Kenneth Andrews hätte niemals eine so kleine Gruppe gegen ihn losgeschickt. Nicht auf Lauris eigenes Spielfeld. Nicht nach Sierra Vera, wo er jeden Quadratmillimeter kannte und wo er, naja, alle möglichen Vorkehrungen getroffen hatte. Das hatte keinen Sinn. Selbst wenn Kenneth gewusst hätte, dass er schon seit einer Woche versuchte, sich tot zu saufen, seit dem Tag von Alice' Beerdigung. Der Gedanke daran schnitt ihm ins Herz wie das Skalpell eines Chirurgen. Wieder sah er die von Trauer verzerrten Gesichter von Alice' Eltern und hörte die Stimme von Kleinerbaum Donovan, als sie sagte, er solle versuchen, sich nicht selbst die Schuld zu geben. Sie hatte gesagt, dass das Geschehene nicht seine Schuld und Alice mit ihm glücklich gewesen sei. Lauri verdrängte das Bild von Kleinerbaum Donovan aus seinem Gedächtnis und konzentrierte sich auf das aktuelle Problem. Kenneth wäre in so einer Situation auf Nummer sicher gegangen, davon war Lauri überzeugt. Kenneth ging niemals irgendwelche Risiken ein, wenn es nicht unbedingt nötig war. Vielleicht waren weitere Männer mit Fallschirmen oder übers Feld gekommen. Aber warum sollte er ihn dann so deutlich vorwarnen, indem er auch ein Auto schickte? Handelte es sich um eine Art Intrige? Es fiel Lauri schwer, die Logik des Überfalls zu begreifen. Jetzt fiel das Licht der Scheinwerfer durch das Fenster ins Zimmer. Sie waren so hell, dass sie Lauri blendeten. Dann gingen die Scheinwerfer aus. Auch der Motor wurde abgestellt. »Nun komm schon«, dachte Lauri. Er saß im Dunkeln und wartete. Es klopfte an der Tür. Lauri reagierte nicht. »Nun komm schon rein«, dachte er plötzlich ungeduldig. »Verschwendet nicht meine kostbare Zeit«, »wohl ich ehrlich gesagt keine Eile habe. Vielleicht kann ich noch einen Augenblick warten.« Die Tür knarrte leicht, als die Ankömmlinge sie vorsichtig öffneten und feststellten, dass sie nicht verschlossen war. »Tempo«, dachte Lauri. Die Tür öffnete sich ganz. »Ist hier jemand?«, fragte eine Stimme im Dunkeln. Eine Frauenstimme. Merkwürdig. »Hier ist es ziemlich dunkel«, sagte die Frau. Die Stimme kam Lauri irgendwie bekannt vor. Offenbar war die Frau allein. »Was ist denn das jetzt?«, wunderte sich Lauri. »Soll ich ihr die leere Glock zeigen, sodass sie mich mit Kugeln durchsieben kann, oder soll ich es sein lassen?« Die Schritte näherten sich, und Lauri sah die Gestalt jetzt als vage, schwarze Silhouette in der Finsternis. Für eine Frau war sie sehr groß. »Du bist da, nicht wahr?«, fragte die Stimme. »Ich mach ihr mal ein bisschen Licht.« Die Frau tastete nach der Stehlampe und knipste sie an. Das Licht stach Lauri in die Augen wie ein Messer, und ein paar Sekunden lang sah er gar nichts. Dann passten sich seine Augen an die veränderten Lichtverhältnisse an. Die Frau stand ein paar Meter entfernt und musterte Lauri mit schwer zu deutender Miene. Ihr Blick fiel auf die Glock, und sie zuckte leicht zusammen. Lauri registrierte, dass die Frau ein schwarzes, armloses T-Shirt, das die Schultern frei ließ, und eng anliegende Trikothosen in derselben Farbe trug. »Hallo«, sagte Catherine Henshaw. Lauri sah sie überrascht, aber gleichgültig an. »Wie kommst du denn hierher?« »Das war nicht schwierig. Eigentlich hat deine Freundin Julia mich gebeten, dich zu besuchen. Sie hat mir den Weg genau beschrieben.« »Julia?« »Sie sagte, dass du niemanden an dich heranlassen würdest und dass sie sehr besorgt um dich sei.« »Das ist völlig unnötig.« »Sie meinte, du würdest auf mich vielleicht anders reagieren als auf sie. Angeblich bin ich dir in vielerlei Hinsicht ganz ähnlich.« Lauri rieb sich das Kinn und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Sie waren im Moment nicht besonders klar. »Du hast schöne Pferde«, sagte Catherine. »So viel habe ich im Licht der Hoflatern gesehen.« »Wo hast du das Auto hingestellt?« »Neben den schwarzen Tesla Roadster. Das ist vermutlich deiner.« Lauri griff nach der Whiskyflasche und genehmigte sich einen ordentlichen Schluck. »Möchtest du dich anziehen?« fragte Catherine. »Dein jetziges Outfit stört mich nicht, ich bin daran gewöhnt, aber wenn du selbst...« Lauri stand auf und zog sich die Hose an, die zusammengeknüllt auf dem Boden lag. »Wenn du gekommen bist, um mich zu beschimpfen, dann leg mal los«, sagte er. »Es ist bestimmt alles richtig, was du zu sagen hast, und ich habe es mit Sicherheit verdient.« Catherine Henshaw schüttelte den Kopf. »Ich habe gehört, was passiert ist.« »Dass ihr es nicht geschafft habt, den Anschlag zu verhindern, und dass... deine Frau tot ist.« »Ja, ja, das war schon die ganze Wahrheit«, dachte Lauri. Er wusste, dass er auch ihr nicht mehr erzählen konnte, falls Catherine alles wusste. Im schlimmsten Fall konnte er auch ihr Leben gefährden, wenn er ihr die ganze Geschichte erzählte. Catherine sah zu, wie Lauri hastig ein paar Schlucke Whisky aus der Flasche nahm. »Würdest du mir auch etwas anbieten?«, fragte sie. »Es ist unhöflich, allein zu trinken.« Lauri stand auf. Er holte eine neue Flasche und ein Glas aus dem Schrank. Zwei Gläser fielen zu Boden und gingen in Scherben, aber Lauri kümmerte sich nicht herum. Er schenkte das Glas randvoll und reichte es Catherine. Sie sah, dass der Whisky nicht überschwappte, obwohl Lauri stark betrunken war. »Das ist ja eine ordentliche Portion«, bemerkte sie. »Etwas weniger hätte auch genügt.« »Es ist noch mehr da«. Catherine kostete und zog eine Grimasse. »Nachdem, was Julia mir erzählt hat, dachte ich, du könntest ein bisschen Gesellschaft brauchen«, sagte Catherine. »Jemanden, mit dem du reden kannst.« Lauri nahm einen Schluck aus seiner Flasche. »Du wirst bald schwer betrunken sein, wenn du so weitermachst«, bemerkte Catherine. »Ich bin schon ziemlich betrunken. Ganz verdammt betrunken. Aber nicht so sehr, wie ich es gerne wäre.« »Glaubst du, dass es hilft?« »Ja, es hilft. Zumindest für einige Zeit.« »Als ich ein kleiner Junge war, hatten wir in der Schule eine Aufklärungsstunde zum Thema Abstinenz.« »Es gab Werbung, in der es hieß, warum solltest du vor deinem Problem in die Abstinenz flüchten? Bei klarem Kopf erscheinen sie dir doch nur doppelt schwer.« »Oder wie war das noch?« »Auf jeden Fall war das für meinen Geschmack sehr scharfsinnig ausgedrückt. Wenn du einen klaren Kopf hast, erscheinen dir deine Probleme doppelt so schwer.« »Habe ich gedacht, dass die Probleme nicht so groß werden, wenn ich permanent betrunken bin.« »Vielleicht erinnerst du dich doch nicht ganz richtig«, sagte Catherine trocken und nippte an ihrem Glas. Lauri sah Catherine nachdenklich an. Catherine sah, dass er leicht schwankte. »Deine Tochter, Rhea«, stieß er ohne Vorwarnung hervor. Catherine krümmte sich gleichsam zusammen, als Lauri Rheas Namen nannte. »Ja?« »Aus unseren Akten habe ich entnommen, dass ihr vollständiger Name Rhea Bergman ist und dass sie bei ihrem Vater Richie Bergman lebt.« »Richtig«, sagte Catherine. Ihre Stimme war monoton, ohne Nuancen. »Das ist schmerzlich für dich.« Lange schwieg Catherine. Sie blickte zur Tür hinüber und einen Augenblick lang glaubte Lauri schon, sie würde ebenso plötzlich und überraschend gehen, wie sie gekommen war. Aber Catherine ging nicht. »Ich bin schließlich selbst hierhergekommen«, sagte sie dann. »Ja. Das ist für mich ein äußerst wunder Punkt.« »Möchtest du darüber sprechen?« »Eigentlich nicht«, sagte Catherine und wandte Lauri den Rücken zu, damit er ihr Gesicht nicht sah. »Na dann lassen wir das. Aber vielleicht interessiert es dich, dass...« »Na ja. Lassen wir das.« Catherine wandte sich ihm wieder zu. »Wer bist du selbst?«, sagte sie plötzlich herausfordernd. »Wie meinst du das?«, fragte Lauri verwundert. »Du bist selbst so ein schräger Vogel. Du hast einen seltsamen Familiennamen. Du lächelst nur, wenn du einen wirklichen Anlass dafür hast, was nicht sehr oft der Fall zu sein scheint. Und du kannst lange Zeit schweigen. Eigenartig. Sehr unamerikanisch. Du bist ein bisschen wie ein Waldbewohner aus dem Grenzgebiet, der per Zeitmaschine aus dem 18. Jahrhundert in die Gegenwart geschneit kommt.« Lauri stand auf. »Gehen wir raus?«, schlug er vor. »Wir könnten uns am Lagerfeuer etwas zu essen machen.« »Bist du überhaupt imstande, ein Feuer anzuzünden?«, zweifelte Catherine. »Also, ich kann ein Feuer anzünden, selbst wenn ich so blau bin, dass ich auf allen Vieren krieche. Als kleiner Junge habe ich die Hälfte meiner Zeit im Wald verbracht.« »Na gut«, will ich die Catherine ein. »Aber warte mal, ich ziehe mir was Wärmeres an.« Sie holte aus ihrem Auto einen kleinen Koffer. »Ich kann doch bei dir übernachten?«, fragte sie Lauri. »Du kannst das Gästezimmer im Erdgeschoss nehmen. Die erste Tür da links im Gang.« »Danke.« Kurz darauf kam Catherine zurück. Jetzt trug sie einen weißen Pullover mit Rollkragen und ausgeblichenen Blue Jeans, deren Hosenbeine zerschlissen waren. An den Füßen hatte sie einfache schwarze Mokassins, die so aussahen, als hätte sie sie schon oft getragen. Lauri fand, dass Catherine sehr häuslich aussah. Einen Augenblick lang überlegte er, ob es irgendwelche Kleider gäbe, die an Catherine Henshaw nicht gut aussehen. Er kam zu dem Ergebnis, dass es wahrscheinlich nicht der Fall war. Als sie am Platz für das Lagerfeuer angekommen waren, sah Catherine, dass Lauri nicht übertrieben hatte. Es dauerte keine Minute, da hatte er das Feuer schon angezündet, und die ersten Flammen leckten an den Holzscheiten und kletterten an ihnen hoch. Eine halbe Stunde später fand Lauri, dass es am Grund des Feuers genug heiße Glut gab. »Warte mal kurz«, sagte er. »Wo gehst du hin?«, fragte Catherine. »Ich habe versprochen, uns was zu essen zu machen. Du hast doch hoffentlich keine Angst, ein Weichen im Dunkeln allein zu sein. Keine Sorge, das Feuer hält die Wölfe fern, meistens, wenn sie nicht sehr hungrig sind.« »Wenn du nur nicht irgendwo einschläfst und an deinem eigenen Erbrochenen erstickst.« Lauri torkelte ins Haus. Wenig später kam er mit einer Tüte voller großer Zwiebeln und zwei Gabeln zurück. »Ich kann mich heute nicht mit einem dieser komplizierten Gourmet-Rezepte abgeben,« murmelte er und schüttete die Zwiebeln so aus der Tüte, dass sie in die heiße Glut kullerten. »Hey, sollte man die nicht in Folie wickeln?« »Na ja, wenn man unbedingt Strom und andere natürliche Ressourcen verschwenden will.« »Aber die Zwiebeln verbrennen doch.« »Nur ein bisschen von außen. Die bestehen aus vielen Schichten, so wie auch alle anderen Dinge. Oder so wie die Wahrheit.« Catherine sah Lauri gelangweilt an. »Weißt du, die Wahrheit ist dasselbe wie all die verschiedenen Schichten der Wahrheit, die man leicht abschält, wenn man nur eine einzige Wahrheit sucht,« predigte Lauri. »Wenn du nur einen einzigen Kern suchst, bleibst du mit leeren Händen sitzen. Ein bisschen so wie bei der Zwiebel. Oder wie bei jeder anderen Sache.« Sie warteten etwa eine halbe Stunde. Dann spießte Lauri eine große Zwiebel auf seine Gabel und reichte sie Catherine. »Die ist ja ganz schwarz,« sagte Catherine, »völlig verkohlt.« »Schäl den verkohlten Teil ab.« Catherine befolgte den Rat und kostete dann den übrig gebliebenen Teil der Zwiebel. »Delikat,« sagte Catherine überrascht, »wirklich saftig. Sie zergeht einem auf der Zunge. Wow. Besser als in Folie gebacken.« »Was habe ich gesagt? Allerdings macht dieses Rezept leider viel Arbeit. Man muss Zwiebeln holen und sie ins Feuer kippen.« »Bist du eigentlich eine gute Köchin?« Catherine lachte laut heraus. »Eine jämmerliche. Ich habe keine Lust für mich allein zu kochen. Wenn ich nicht essen gehe, mache ich mir meistens in der Mikrowelle ein Fertiggericht warm oder bestelle per Telefon eine Pizza oder etwas beim Chinesen an der Ecke. Dein Zwiebelrezept hier werde ich mir merken. Hat es einen Namen?« »In New York kannst du keine Lagerfeuerzwiebeln machen. Selbst wenn du einen Balkon hättest.« »Ich kann es versuchen, wenn ich irgendwann mal eine Dachwohnung habe.« »Da kriegst du eine Geldstrafe.« »Wenn ich mir irgendwann eine Dachwohnung leisten kann, dann kann ich auch eine Geldstrafe bezahlen,« sagte Catherine vernünftig. Sie legte die Gabel aus der Hand und wischte sich die Hände an den Jeans ab. Träumerisch schaute sie in die Flammen. »Besser als ein Fernseher, nicht wahr?«, bemerkte Laurie. Catherine lachte. Laurie dachte, dass Catherine zumindest in diesem Moment zufrieden klang, wenn nicht sogar glücklich. Das Feuer brannte herunter. Die Glut zeigte sich in grandioser Weise lebendig, mattes Glühen und Schatten wanderten über ihre Oberfläche hin. Laurie holte zwei neue Scheite. Wieder begann das Feuer lebhafter zu brennen, und Funken wurden gen Himmel geschleudert. Sie zeichneten dünne rote Striche in die Dunkelheit, die fast sofort erloschen, aber vorher auf der Netzhaut eine Spur der Erinnerung zurückließen, die sich einen Augenblick hielt. Catherine betrachtete die Glut mit ihren lautlosen Flammen und den Schatten dazwischen, die einander auf jeden brennenden Holzscheit jagten. »Vielen Dank übrigens noch dafür, dass du mich verteidigt hast. Damals in eurem Büro«, sagte Catherine. »Keine Ursache.« »Hattest du deshalb Unannehmlichkeiten?« Laurie zuckte die Achseln. »Meine Fingerspitzen waren zwei Tage lang etwas empfindlich, und das äußerste Gelenk des Mittelfingers schmerzte. Ich habe deswegen zwei Tage lang Schmerzmittel genommen, aber es war nichts gebrochen.« »Ich meinte eigentlich etwas anderes.« »Ich habe noch am selben Tag bei Andrews meine Entlassung beantragt. Er ist nicht darauf eingegangen.« »Aber er wird dir nicht mehr zusetzen, das verspreche ich dir. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn ordentlich verprügeln werde, wenn er dich nicht in Ruhe lässt.« »Du lügst«, Laurie lächelte. »Ich lüge nicht. Er dachte natürlich, dass ich blöffe, aber er war sich nicht ganz so sicher, sodass ich glaube, er geht kein Risiko ein.« »Hast du geblöfft?« »Ehrlich gesagt weiß ich es nicht.« Ich hatte in letzter Zeit leicht selbstzerstörerische Neigungen. »Du bist zu aggressiv. Wenn du dich so verhältst, bist du nicht besser als Washburn oder Andrews. Oder jedenfalls nicht viel besser.« Laurie antwortete nicht. »Du möchtest sicherlich, dass ich Danke sage«, fuhr Catherine fort. »Aber eigentlich mag ich es überhaupt nicht, wenn man mich auf diese Weise verteidigt, mit Gewalt. Wenn mir das gefallen würde, hätte ich schon einen breitschuldrigen Gangster als Zuhälter engagiert. Ich mag keine Gewalt. Ich verabscheue gewalttätige Männer.« »Ich verstehe, was du meinst.« »Was soll ich dazu sagen?« »Du hast sicherlich vollkommen recht.« »Aber trotzdem Danke«, sagte Catherine. Sagte Catherine. Am nächsten Morgen erwachte Laurie Normi neben Catherine Henshaw in Kleidern. In seinem Hinterkopf und in seinen Schläfen hämmerte und pochte es, und er hatte einen scheußlichen Geschmack im Mund. »Sei unbesorgt, es ist nichts passiert«, versicherte ihm Catherine. »Du hast deine Jungfernschaft bewahrt.« »Ich brauche jetzt etwas, bevor mir der Kopf platzt«, sagte Laurie. Taumeln stand da auf, ging ins Badezimmer und schluckte drei Tabletten Ibuprofen. Das Wasser erzeugte in ihm eine schnelle Welle von Übelkeit, und einen Augenblick lang fürchtete er, sein Magen könnte sich umdrehen. Dann ließ die Übelkeit nach. »Möchtest du?«, fragte er Catherine und zeigte ihr die Tablettenpackung. Catherine schüttelte den Kopf. »Ich brauche keine. Ich habe nicht so viel getrunken wie du.« Catherines Blick richtete sich auf die Glock, die auf dem Tisch lag. »Was hattest du eigentlich damit vor? Wolltest du mich erschießen? Oder dich selbst? Oder jemand anders?« »In erster Linie mich selbst«, antwortete Laurie wahrheitsgemäß. »So, so. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Gedenkst du übrigens immer noch so etwas zu tun, quasi um meinen Tag etwas aufzumuntern? Einfach nur als kleines Dankeschön dafür, dass ich hergekommen bin, um nachzusehen, wie es dir geht?« Catherines Worte waren schneidend wie eine Peitsche. Laurie rieb sich das Kinn, plötzlich sehr verlegen, und sagte nichts. »Gut. Dann können wir uns von der hier trennen.« Catherine fasste die Glock mit zwei Fingern. Ihre Miene verriet ihren Abscheu. Laurie fand, dass sie die Glock hielt, als wäre es eine verweste Ratte. Catherine ging in die Küche zum Komposteimer und warf die Pistole hinein, zu altem Kaffeesatz Eierschalen und Fischabfällen. Laurie stürzte ihr nach. »Hey, das kannst du nicht tun!«, protestierte er. »Schusswaffen kann man nicht einfach so!« Catherine ließen Laurys Proteste völlig kalt. Sie öffnete den Schrank, nahm Kaffee heraus und tat davon nach Laurys Geschmack viel zu viel in die Filtertüte der Kaffeemaschine. »Von so einem Kaffee kriegt man Magenschmerzen,« beschwerte sich Laurie. »Ich denke, die kommen bei dir von etwas ganz anderem als Kaffee. Aber Kaffee ist dann stark, wenn der Löffel drin steht. Wenn du Blümchenkaffee willst, dann koch zwei Eimer Modderwasser und verdünn ihn damit. Ich will anständiges Gift, sonst komme ich morgens nicht auf Touren.« »Und wenn ich Herzrhythmusstörung kriege?« »Wäre das so schlimm? Wenn du so weitermachst, wirst du sowieso nicht sehr alt.« »Die Empathie der Frauen wird wahrlich überbewertet,« dachte Laurie säuerlich, sagte es aber nicht laut. Nach dem Frühstück ging sie zu Orinoco auf die Weide. Catherine zog ihre Schuhe aus. »Auf dem Boden könnten Stacheln von Dornbüschen liegen,« warnte Laurie. »Das werden meine Füße schon aushalten,« versetzte Catherine. »Wie du willst, aber das kann üble Entzündungen verursachen.« »Ich gehe barfuß, wann immer ich kann,« erklärte Catherine. »Ich genieße wohl dieses Gefühl von Freiheit. Mein Leben ist sonst eher von Klaustrophobie geprägt.« »Genau wie Alice,« dachte Laurie, und er hatte das Gefühl, als sei in seinem Leib eine kleine Kreissäge angesprungen. Catherine sah ihn mit gerunzelter Stirn an. »Ich bin ganz okay,« versicherte Laurie. Als sie sich dem Zaun näherten, kam Orinoco ihnen entgegengetrappt. Misstrauisch sah er Catherine an. Laurie nahm ein paar Zuckerstücke aus der Tasche und gab sie Catherine. »Das ist wirklich eine Unsitte und nicht gut für die Zähne, aber diesmal machen wir eine Ausnahme. Gib ihm die.« Catherine hielt Orinoco die Zuckerstücke hin. Der zögerte nur einen Moment, dann streckte er das Maul vor und klaubte die Zuckerwürfel von Catherines Hand. »Na bitte. Vielleicht hast du einen neuen Freund gewonnen,« bemerkte Laurie. Catherine ließ den Blick über das Anwesen Sierra Vera, das große Hauptgebäude, die Ställe und sonstigen Nebengebäudeschweifen, die in einem Halbkreis darum herumstanden. »Anscheinend bist du vermögend,« sagte Catherine. »Und diesen Tesla Roadster hat es vermutlich auch nicht umsonst gegeben.« »Weniger als ein Drittel von dem, was ein Lamborghini kostet,« verteidigte sich Laurie, »obwohl er in vier Sekunden auf hundert beschleunigt, drei Sekunden schneller als ein Lamborghini.« »Du hast es offenbar sehr eilig, irgendwo hinzukommen.« »Eigentlich gehört der Wagen Alice. Oder gehörte ihr. Eigentlich weiß ich nicht, wem er im Augenblick gehört.« Catherine streichelte Orinoco den Hals, und der große Hengst wierte erfreut. »Er mag dich,« sagte Laurie. »Na ja. Ich hab wohl auch etwas Vermögen angesammelt, Zulagen für gefährliche Arbeit. Ich wäre froh, wenn ich sagen könnte, dass es durch ehrliche Arbeit verdient ist, so wie dein Geld. Meines hier dürfte ziemlich blutiges Geld sein. Ich bin meiner Herkunft nach nicht Amerikaner, so dass ich als Söldner zu definieren wäre. Ein Murk, ein Kriegshund, eine Kriegshure, wie manche sagen.« »Aber du bist doch immer auf der Seite der Guten und gegen die Böse wichtig gewesen, nicht wahr?« »Das habe ich früher auch gedacht. Aber heute? Ich weiß es nicht mehr. Heute ist alles ziemlich unübersichtlich, irgendwie chaotisch.« Catherine sah Laurie nachdenklich an. »Wir sind Kämpfer einer zusammenbrechenden Weltmacht,« sagte Laurie. »Jemand könnte denken, daran sei etwas Romantisches. Aber das ist nicht der Fall. Die Macht eines großen Imperiums ist wie ein ins Wasser gezeichnetes Bild. Aber sein Zusammenbruch hat keinen Glamour. Das ist nur Scheiße, nichts anderes.« »Wenn doch alle Entscheidungen leicht und einfach wären,« sagte Catherine. »Aber die Lithiumdiebstähle und Washburn? Habt ihr das Lithium schon zurückbekommen?« Laurie schüttelte den Kopf. »Ein Terrorist, den wir verhört haben, sagte, sie hätten sowohl Lithium- als auch Plutoniumzünder. Und wir haben das Foto von einer sehr großen Wasserstoff-Uranbombe gefunden, die in einen Schiffsrumpf eingebaut ist. Aber das ist alles. Wir sind weder dem Lithium noch der Bombe und auch nicht dem Plutonium auf die Spur gekommen.« »Seid ihr wenigstens vorangekommen?« »Wir drehen uns im Kreis. Wir sind zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Im Grunde sind alle schon ein wenig verzweifelt.« »Und was habt ihr vor?« »Es gibt wenig Wahlmöglichkeiten. Und ich weiß nicht, wie lange wir es noch wagen werden, abzuwarten. Sicherlich müssen wir auch bald Washburn und all seine Kumpane festnehmen und verhören. Vielleicht wissen Sie, wo das Lithium ist.« »Und wenn Sie es nicht wissen?« »Dann haben wir nichts mehr.« »Und was passiert dann?« »Eine gute Frage,« überlegte Lauri laut. »Wie reagieren die Menschen, wenn eine Atombombe zum ersten Mal eine ganze Großstadt zu Asche verbrennt?« »Ich meine die Einwohner der anderen großen Städte.« »Auch wenn so etwas niemals passiert, was tun die Menschen, wenn jemand die Information über eine Gefahr an die Medien weitergibt?« »Im Grunde könnte es sein, dass wir gerade die Todesstunde der modernen urbanen Kultur erleben,« dachte Lauri. »Ihre letzten Wochen. Im schlimmsten Fall die letzten Tage.« »Ich würde jetzt vielleicht nicht alle meine Ersparnisse in Wohnungsaktien investieren,« erklärte Lauri. »Na, dann kaufe ich die Dachwohnung erst im nächsten Jahr,« sagte Catherine. »Ja,« sagte Catherine. Am Nachmittag kam Wind auf, und über den Himmel von Sierra Vera wanderten graue Wolkenfetzen wie traurige, dichter werdende Geschwader. Die Luft wurde kühl, und es roch nach näher kommendem Regen. Catherine und Lauri hatten den Hang des nächsten Berges erklommen. Vor ihnen öffnete sich ein weiter Blick über Sierra Vera und die Ebenen ringsum. Sie sahen Orinoco als kleinen schwarzen Fleck im entferntesten Winkel der Weide. Neben ihm war ein anderer, etwas kleinerer, brauner Fleck zu sehen, Ayanwada. Der Hang war von einem dünnen, aber weichen Teppich aus frischem grünen und goldgelbem vertrockneten Gras bedeckt. In dem niedrigen Gras gab es hier und da Stellen, die von Salbeistauden mit glänzenden Blättern bewachsen waren, dornigen Meskitebäumen und Kakteen. Hinter ihnen lag eine Kette grauer und roter Sandsteinhänge, niedrige Berge, die einige hundert Meter hoch aufragten. An vielen Stellen waren die Hänge völlig kahl, nichts als Stein und Sand. »Du hast letztlich überhaupt nichts von dir erzählt, als ich dich danach gefragt habe,« kritisierte Catherine. »Wann denn? Was möchtest du wissen?« »Nur das, was du mir erzählen willst.« Sie ließen sich am Hang nieder. Lauri ließ den Blick über die Landschaft schweifen. »Ich stamme ursprünglich aus Finnland,« sagte er schließlich. »Es ist ein Land zwischen Schweden und Russland.« »Ich weiß, wo Finnland liegt,« protestierte Catherine. »Das Land von Lordi, dem Weihnachtsmann und den Moments.« »Ich wusste nur nicht, dass dort auch Menschen leben.« »Sehr witzig,« sagte Lauri aufgebracht. »Wie bist du hierher gekommen?« »Das ist eine lange Geschichte,« sagte Lauri. »Das ist das letzte Mal, dass sie mich hetzt und verprügelt,« erinnerte sich Lauri an den Klang seiner eigenen Stimme, an seine eigene Entschlossenheit. »Jetzt ist Schluss damit, so oder so.« »Okay, dann eben nicht,« sagte Catherine. Lauri betrachtete die Wolken, die jetzt schon ziemlich schnell über den Himmel eilten. »Vielleicht habe ich eine ganz ähnliche Vergangenheit wie du,« sagte Lauri plötzlich. »Wie meinst du das?« »Ich habe in unseren Akten gelesen, dass deine Großmutter aus der Ukraine stammte. Ich weiß, was mit ihr passiert ist.« »Ihr seid aber gut informiert.« »Mein Großvater stammte aus Ostpreußen. Es war möglicherweise das einzige Gebiet, das im Krieg noch schlimmer gelitten hat als die Ukraine.« »So, so,« sagte Catherine trocken, aber Lauri spürte hinter ihrer Stimme auch neues Interesse, das Catherine nur halbherzig zu bemänteln versuchte. »Der Krieg ist niemals dann zu Ende, wenn die Kämpfe aufhören,« dachte Lauri. »Jeder Krieg hinterlässt eine große Menge Treibgut, das mit den Wellen hierhin und dorthin getrieben wird und sich da und dort zu Haufen auftürmt. Menschen, deren Körper weiterleben, die aber dennoch nie mehr richtig lebendig werden.« »Gefähr wusste, worum es ging.« Catherine wartete darauf, dass Lauri fortfuhr. Sie spürte, dass er ihr etwas Wichtiges erzählen wollte. »Als meine Mutter noch jung war«, Lauri brach den Satz ab. »Das hier wirst du nicht überleben,« wieder erinnerte sich Lauri an die Stimme des größten Jungen, wieder sah er alles vor sich, den hohen, strahlend blauen, wolkenlosen Himmel. Ein Junge, der viel größer und viele Jahre älter war als er selbst und wie ein hoher Berg wirkte, kam direkt auf ihn zu. »Jetzt musst du sterben. Das hättest du nicht tun dürfen.« Die vier anderen Jungen, ebenfalls seine Peiniger, sahen erschüttert dem Ersten zu, dessen Nase Lauri mit seinem ersten Stein gebrochen hatte und der sich nun auf ihn stürzte. Über sein schmerzverzerrtes Gesicht lief das Blut. Der Berg näherte sich und Lauris Hände handelten wie von selbst, so als wären sie gar kein Teil von ihm. Irgendwo in der Ferne hörte er einen dumpfen Schlag, als der Stein den Burschen direkt an der Stirn traf, und plötzlich blieb der Berg stehen und fiel schwer auf die Knie. Und dann, etwas später, der allerschrecklichste Moment, als er begriff, dass... Lauri erwachte aus seinen Erinnerungen. »Lass mich raten«, sagte Catherine leise. »Deine Mutter hat auf ähnlichem Gebiet gearbeitet wie ich jetzt.« Lauri nickte wortlos. »Hast du mich deshalb verteidigt?« »Ich weiß es nicht«, Lauri überlegte. Catherine wartete. »Vielleicht. Kann sein, möglicherweise.« Es kamen immer mehr Wolken. Sie trieben in dichten und großen, einander in kurzen Abständen folgenden Geschwadern über sie hin. »Lebt deine Mutter noch?«, fragte Catherine. »Ja, aber ich hab sie lange nicht gesehen.« »Warum nicht?«, fragte Catherine. Ihre Stimme war leise, aber die Intensität der Frage war mit den Händen greifbar. »Ich weiß es nicht.« »Ja, sicherlich nicht«, sagte Catherine trocken. »Es ist nicht so leicht.« »Aber ach, du hast recht.« »Ich sollte...« »Bevor es zu spät ist...« »Hast du Geschwister?«, fragte Catherine. »Nein.« Sie saßen eine Weile schweigend da. Fast der ganze Himmel war jetzt mit Wolken bedeckt, und sie waren nicht mehr weiß, sondern von einem schweren Grau. Dicke, berghohe, zusammenhängende Wolkenmassen wälzten sich hinter dem Horizont hervor. Sie waren auf bedrohliche Weise finster, und als Lauri sie eine Weile genauer betrachtete, meinte er in der Ferne schwaches Wetterleuchten zu sehen. Die Front war jedoch noch so weit weg, dass das Donnern des Gewitters nicht bis zu ihnen drang. In schwindelnder Höhe über ihren Köpfen kreisten zwei Truthahngeier vor der sich nähernden Wolkenmauer. »Anscheinend kommt ein Sturm auf«, bemerkte Lauri. »Wir werden nass, wenn wir hier noch lange sitzen bleiben.« Catherine nickte zerstreut. »Eines wollte ich dich noch fragen«, sagte sie. »Lass hören.« »Du hast gesagt, man müsse die Dinge bis zum Schluss denken. Man dürfe die Gedankenkette nicht beim ersten Glied unterbrechen. Nicht einmal beim zweiten. Man müsse vielmehr die Kette der logischen Schlussfolgerungen immer bis zu ihrem Ende führen.« »Ja, das ist meine Meinung.« »Sollten wir dann die eine Sache nicht auch zu Ende denken? Also ganz bis zum Schluss?« Lauri sah Catherine erstaunt an. »Worauf wollte sie hinaus?« Lauri spürte, wie ihm ein einzelner vom Himmel gefallener Regentropfen auf die Stirn platschte. Gleich würde es anfangen zu regnen. Lauri stand auf und Catherine folgte seinem Beispiel. Sie machten sich den Hang hinunter auf den Weg in Richtung des Haupthauses von Sierra Vera. »Mein Bruder hat mich gebeten, dich zu fragen, was geschehen würde, wenn die Terroristen das Lithium zum Sprengen von Kernkraftwerken nutzen würden,« sagte Catherine. »Wenn jemand zum Beispiel eine Granate mit Lithium-Deuterit in einen Kernreaktor schießen würde.« »Ich glaube nicht, dass die Explosion besonders heftig wäre,« antwortete Lauri ausweichend. Aber eine kleine Stimme im Grenzland seines Bewusstseins versuchte ihm etwas zu sagen. Catherine nickte. Ein stärkerer Windhauch ließ ihre Haare flattern und brachte einige dünne, dunkle Haarsträhnen auf ihrem Gesicht und ihren Lippen zum Tanzen. »Das hat auch Michael vermutet,« sagte Catherine und strich sich die Haare aus dem Gesicht. »Aber hast du nicht mal gesagt, dass es praktisch schnelle Brüter oder Fusionsreaktoren bedeutet, wenn man den Klimaveränderungen mit Energie aus Kernkraft begegnet?« Lauri nickte. »Ja. Allerdings reicht der Brennstoff für die Kernkraftwerke nur noch für einige Jahre.« Sie blieben einen Augenblick stehen, als Catherine ihre vom Wind zerzausten Haare zu einem üppigen Pferdeschwanz band. Lauri wusste, dass man die gesamte Energie, die die Menschheit in hundert Jahren brauchen würde, theoretisch mit 30.000 großen Kernkraftwerken erzeugen könnte. Denn man könnte die Brennstoffvorräte des Erdballs mit Hilfe von schnellen Brütern, die mit hoher Effizienz neues Plutonium produzierten, vertausendfachen. Aber fünf von sechs Reaktoren müssten als schnelle Brüter gebaut werden. Erfahrungsgemäß konnten nämlich nur fünf schnelle Brüter zusätzlich zu dem Plutonium, das sie selbst verbrauchten, noch Brennstoff für ein gewöhnliches Kernkraftwerk produzieren. Catherine hatte ihre Haare unter Kontrolle bekommen, und sie liefen weiter den Hang hinab. Die Kanten der Steine schienen Catherines Fußsohlen nichts anzuhaben. »Sie ist offenbar wirklich viel barfuß gelaufen,« dachte Lauri. »Die schnellen Brüter verwenden als Kühlmittel entweder flüssiges Natrium oder Lithium,« stellte Catherine fest. »Richtig,« bestätigte Lauri. »Wasser eignet sich nicht, es verlangsamt die Neutronen zu sehr. Langsame Neutronen spalten zwar leicht die Atome, aber wenn man viel Uran in Plutonium umwandeln will, braucht man schnelle Neutronen. Die müssen wirklich mit hoher Geschwindigkeit daherkommen, sodass sie tief in den Atomkern eindringen und darin gefangen bleiben.« Wieder fielen einige Wassertropfen vom Himmel. Einer fiel Lauri auf die Lippen, ein anderer auf die Nase. Er sah, dass auch in Catherines dunklen Haaren kleine Tropfen schimmerten. Nils Bohr hatte die Atomkerne mit Wassertropfen verglichen, und die Kräfte, die den Kern zusammenhielten, mit der Oberflächenspannung von Tropfen, erinnerte sich Lauri. Jetzt war der ganze Himmel von einer dunklen, schnell dahin jagenden Wolkenmasse bedeckt, am Horizont zuckten Blitze. Der Wind nahm rasch zu. »Michael hat gesagt, dass der Brennstoff eines schnellen Brüters stärker sein muss als in gewöhnlichen Kernkraftwerken. Mindestens 15, aber am besten 30, prozentiges Plutonium-239 oder Uran-235.« »Das stimmt«, bestätigte Lauri. »Die schnellen Brüter der Rapid-Serie, aus denen zum Beispiel die leichteren Rapid-L entwickelt wurden, brauchen in den Randgebieten des Reaktors sogar 60-prozentiges Uran-235. In den inneren Teilen des Reaktors befindet sich 52-prozentiges Material.« »Nähert sich das nicht schon allzu sehr den Stärken von Nuklearwaffen-Uran?« »Allerdings«, bestätigte Lauri. »Übrigens weiß ich, was du als nächstes fragen wirst, und die Antwort ist ja. Aus dem Brennstoff eines schnellen Brüters kann man auch die erste Phase einer Uranbombe herstellen. Aber nur, wenn die Bombe sehr groß sein darf.« »Michael hat gesagt, ich solle fragen, was geschieht, wenn jemand Lithium-Deuterit in einen mit Natrium gekühlten schnellen Brüter füllt«, sagte Catherine. »Direkt zur Sache«, dachte Lauri. »Gott bewahre«, entfuhr es ihm. Er war von dem Gedanken, den Catherine vorgebracht hatte, aufrichtig erschüttert. »Was genau bedeutet Gott bewahre in diesem Fall?«, fragte Catherine. »Das weiß niemand. Ich glaube nicht, dass jemand je eine solche Möglichkeit untersucht hat. Niemand hat an sowas denken wollen.« »Eis 9«, dachte Lauri. Ein noch stärkerer Wind schlug ihnen entgegen. Vom Himmel regnete es große Wassertropfen. Sie verschwanden in dem knochentrockenen Staub des Bodens, ohne ihn auch nur befeuchten zu können. »Ungefähr«, beharrte Catherine. »Ich kann es nicht sagen ohne Computeranfrage.« »Versuch es wenigstens, schätz mal.« »Der Reaktor würde explodieren, wie eine große Atombombe«, sagte Lauri langsam und nachdenklich. »Zehn Bomben vom Typ Zarbombe. Mindestens. Vielleicht hundert. Selbst wenn es ein gewöhnlicher, schneller Brüter wäre und keiner aus der Serie Rapid L. Die Kraft der Explosion würde von der Menge des Lithiumdeuterits abhängen. Aber die Explosion würde auf jeden Fall sehr stark sein. Je mehr spaltbares Material vorhanden ist, umso mehr wird im Allgemeinen gespalten. Das ist die Faustregel. Die größeren Atombomben sind im Verhältnis immer effizienter als die kleineren. Je größer eine Atombombe, desto einfacher ist es, sie zu bauen. Bei sehr kleinen Nuklearwaffen muss man sehr genau sein, damit die Bombe kein Rohrkrepierer wird. Aber bei wirklich massiven Bomben ist es ziemlich egal, was man macht. Das Material explodiert auf jeden Fall. »Würde die Explosion den Reaktor nicht so zerstören, dass keine Kettenreaktion entstehen kann?« fragte Catherine verwundert. Lauri schüttelte den Kopf. »Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Ein großer Teil der Neutronen kommt mit relativistischen Geschwindigkeiten mit Millionen Stundenkilometern, mindestens einige tausendmal schneller als die Druckwelle. Die Druckwelle hat nur dann eine Bedeutung, wenn die Bombe sehr klein ist, so groß wie eine Erbse oder wie die Faust eines Menschen. Wenn sie größer ist, erzeugt auch der Druck der Strahlung nur so etwas wie Verdichtung in der Explosionswolke, auf die dann die Neutronen stoßen. Es ist also ein bisschen so wie bei einer Supernova-Explosion. »Was würde dabei für ein Fallout entstehen?« Lauri machte sich nicht die Mühe, zu antworten. »Aha«, sagte Catherine. »So ist das also.« Der ständig zunehmende Wind heulte immer lauter, und sie hörten das ferne Donnergrollen. Der Abhang war mit losem Sand bedeckt und stellenweise so steil, dass sie den Sandwall hinabrutschten und damit kleine Erdrutsche von Kies und Geräube wirkten. »Und wenn nun der schnelle Brüder mit Lithium gekühlt wird?« fragte Catherine unschuldig. »Eis neun«, dachte Lauri. Zugleich hatte er ein seltsam absurdes und unwirkliches Gefühl, weil er und Catherine plötzlich auf merkwürdige und überraschende Weise die Rollen getauscht hatten, im Vergleich zum ersten Mal, als sie über dieselben Dinge sprachen. »Ich nehme an, dein Bruder hat vorgeschlagen, dass du danach fragst,« knurrte Lauri. »Er hat Zeit, über vieles nachzudenken,« gab Catherine zu. »Aber du hast noch nicht geantwortet.« Lauri seufzte. »Wenn der Reaktor von einigen tausend Tonnen Lithium-6 umgeben wäre.« Lauri beendete den Satz nicht. »Ich wage hier nicht einmal eine Mutmaßung anzustellen, so ohne Computer.« Ein heftiger Windstoß fegte über sie hinweg und hätte sie beinahe umgeworfen. Das Brausen des Windes schien für einen Moment die ganze Welt zu erfüllen. Zugleich begann es heftig zu gießen. Auf Catherines Gesicht lag ein harter Ausdruck, in dem sich Hass und Verachtung mischten. »Michael hat gesagt, dass im französischen Laac zum Beispiel rund 7500 Tonnen abgenutzter Brennstäbe in vier nahe beieinander gelegenen Abklingbecken liegen,« fuhr sie unbarmherzig fort. »Praktisch unter freiem Himmel.« »Das stimmt. Aber ich habe sie dort nicht zusammengetragen.« »Das habe ich auch nicht behauptet.« Die Regentropfen prasselten ihnen auf den Rücken und die Kleider klebten ihnen am Körper. Vom Boden stieg kein Staub mehr auf, denn die obere Schicht war schon nass. Ihre Schritte ließen darunter hellen, trockenen Sand sichtbar werden, aber auch der wurde dunkel und schnell nass. »Wenn wir den Klimawandel mit schnellen Brütern verhindern wollen, dann wird es in deren Nachbarschaft sicherlich ähnliche Abklingbecken geben.« »Das ist unvermeidlich.« »Eis 9«, dachte Laudy. »All diese schnellen Brüter und Abklingbecken würden sicherlich hier und da konzentriert und in großen, dichten Ansammlungen gebaut werden.« »Das nehme ich an. Ich glaube nicht, dass den Menschen die Variante gefallen würde, bei der es überall Kraftwerke gäbe im Abstand von nur wenigen Kilometern.« Der Regen lief ihnen in Strömen über den Rücken, Kopf und Haare. »Das heißt, in einem solchen Komplex könnten gleichzeitig noch viel mehr abgebrannte Brennstäbe abkühlen als gegenwärtig in Laag?« fuhr Catherine fort. »Auf jeden Fall.« »Eis 9«, sie waren jetzt völlig durchnässt. Die gewaltigen Regentropfen trommelten auf den Boden wie winzige Granaten und wirbelten kleine Schlammpartikel auf. Ihre Hosenbeine waren bis zu den Waden mit Schlamm bedeckt. Das Donnergrollen wurde stärker und kleine braune Bäche flossen den Abhang hinab. »Wie viel mehr als in Laag? Zehn? Zwanzigmal mehr?« »Eis 9«. »Vielleicht. Das klingt glaubhaft. So viele wären es in etwa. Mindestens so viele, wenn zum Beispiel in der Zukunft ein Fünftel aller Energie mit Kernkraft erzeugt werden sollte.« »Michael bat mich, dich zu fragen, was mit all diesen Brennstäben passieren würde.« »Eis 9«. »Wenn ein mit Lithium gekühlter schneller Brüter dazwischen explodieren würde,« vervollständigte Catherine ihren Satz. Laurys Miene genügte ihr als Antwort. »Die abgebrannten Brennstäbe in den Abklingenbecken würden also explodieren, so wie die dritte Phase einer Wasserstoff-Uranbombe.« »Ja, wenn sehr viele Neutronen kommen,« bestätigte Lauri widerstrebend. »Und wenn es sich nun um einen Fusionsreaktor handelte?« »Eis 9«. »Oder um einen Hybridreaktor, ein Fusionskraftwerk, das zugleich als schneller Brüter fungiert?« »Eis 9«, »Eis 9«, »Eis 9«. Michael hat gesagt, dass es wirtschaftlich am rentabelsten wäre, solche Reaktoren zu bauen.« Lauri antwortete nicht. »Eine Explosion würde sicherlich ein riesiges Gebiet in Brand stecken.« »Ja«, bestätigte Lauri. »Das würde sie.« »Ein wie großes?« Ein greller Blitz zuckte über den Himmel, fast genau über ihrem Kopf, und einen Augenblick darauf erfüllte ein ohrenbetäubendes Krachen die Welt, sodass sie sich instinktiv zusammenkauerten. »Das war ganz in der Nähe«, schnaufte Lauri. »Du hast mir nicht geantwortet«, sagte Catherine streng, ohne sich aus dem Konzept bringen zu lassen. »Bitte schätzt das mal, so gut du kannst.« »Das kann ich nicht. Aber es sind bestimmt ziemlich viele Faktoren, die das Endergebnis beeinflussen würden, wie zum Beispiel, ob Wolken am Himmel sind oder nicht. Wolken könnten die Strahlung reflektieren, sodass auch weit jenseits des Horizonts gelegene Gebiete anfangen würden zu brennen.« Catherine blieb stehen. Der Regen lief in Strömen an ihr herab. Sie war so nass wie eine durchweichte Zeitung. Aber sie sah Lauri herausfordernd an. Ein neuer Blitz spaltete den Himmel. »Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass...« Ein krachender Donner übertönte Lauris Worte. Die Blitze flammten jetzt in so kurzen Abständen auf, und der Donner krachte pausenlos und so laut, dass Lauri schreien musste, damit Catherine seine Worte verstehen konnte. »Dass die Explosion eines schnellen Brüters ähnlich wie eine riesige Cabasa-Haubitze funktionieren würde,« ergänzte Lauri. Das Gewitter donnern und die hämmernde Stimme in seinem Kopf »Eis, neun, Eis, neun, Eis, neun, Eis, neun« vermischten sich in seinen Ohren zu einem fürchterlichen, albtraumhaften Trommeln. »Wie bitte?« fragte Catherine. »Eine Plasma-Kanone, eine gelenkte Kernexplosion.« »Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das noch hören will.« Catherines Gesicht verzog sich vor Abscheu. »Vielleicht hast du recht, und ich will es nun nicht mehr wissen.« Unglaublich schüttelte sie den Kopf. »Wenn ich dir noch ein paar Tage zuhöre, fühle ich mich bald wie der Primus der Sonntagsschule oder wie Mutter Teresa,« sagte Catherine. Der ganze Abhang war jetzt ein einziger Strom aus Schlamm und Wasser, und sie rutschten damit den Hang hinab. Beide waren von oben bis unten mit Morast bedeckt, als sie im Hof von Sierra Vera ankamen. Grelle, vielfach verzweigte Blitze spalteten pausenlos den von blau-schwarzen Wolken bedeckten Himmel, und die Bäume im Garten beugten sich im Wind zu einem straffen Bogen. Es war fast finster. Es war fast finster. Laurie öffnete Catherine die Tür und hielt sie gegen den Wind offen, sodass sie hineinschlüpfen konnte. Der Wind ließ die Tür hinter ihnen zuknallen. Die Geräusche des Sturms wurden matter, aber das Krachen des Donners ließ das Haus erbeben, und die aufflammenden Blitze brannten scharfe Linien in die Netzhaut. Im Licht der Blitze sah Laurie, dass Catherine vor Kälte zitterte. Er holte aus dem Badezimmer einen dicken, türkisfarbenen Bademantel und ein großes Handtuch. »Nimm das für den Anfang, damit du dich nicht erkältest.« »Danke«, Catherine zögerte und sah Laurie fragend an. »Stört es dich, wenn ich mich hier umziehe?«, fragte sie. »Nein. Ich gehe und mache uns einen Grog.« »Bestimmt ist der Strom weg.« Laurie ging in die Küche. Er schaltete die Induktionsplatte ein, und das rote Signallicht des Herdes leuchtete sofort auf. Catherine zerrte sich die nassen Kleider vom Leib, ließ sie zu Boden fallen und wickelte sich in den Bademantel. Dann ging sie zu Laurie in die Küche und betrachtete erstaunt den Herd. Die Platte wurde schon heiß, und die Feuchtigkeit unter dem Wassertopf zischte und knallte, wenn sie als Dampf unter dem Topf hervorentwich. Laurie betätigte den Schalter an der Wand, und zu Catherines Erstaunen ging auch das Licht an. »Ich hätte gedacht, dass ein solcher Sturm den Strom unterbricht,« sagte sie. »Ich verwende keinen Netzstrom. Stromleitungen sind hässlich.« »Woher kommt denn dann dein Strom? Ich meine gerade jetzt. Gibt es hier große Akkus?« »Das Kühlsystem der photoelektrischen Zellen speichert die überschüssige Wärme tief im Felsen,« erklärte Laurie. »Wenn die Sonne nicht scheint, wandeln thermoelektrische Zellen die im Stein gespeicherte Wärme in Strom um.« »Das klingt vernünftig,« fand Catherine. »Aber sind thermoelektrische Zellen nicht sehr teuer?« »Nicht mehr. Aus den Zellen vom neuesten Typ gewinnt man die zehnfache Wattmenge.« »Aha, interessant.« »Aber solltest du dich nicht auch umziehen, damit du dich nicht erkältest?« »Das wird sicherlich das Klügste sein.« »Ich kann den Kochtopf bewachen,« sagte Catherine. Laurie hängte seine Sachen zum Trocknen auf, zog sich einen Bademantel an und kam zurück. Als das Wasser kochte, gab er Zucker, Rum und heißes Wasser in zwei Becher. »Danke,« sagte Catherine, als Laurie ihr den Rumgrock reichte. Catherine setzte sich aufs Sofa, entspannte sich und kostete den Grock. Dann erstarrte ihr Körper plötzlich. »Nein, lass uns das jetzt doch noch bis zu Ende durchgehen,« sagte sie entschlossen. »So haben wir es abgemacht, und davon wollen wir nicht abgehen.« Sie sah Laurie herausfordernd an. »Na?« sagte sie. »Was, na?« erwiderte Laurie ausweichend. »Du hast gesagt, man dürfe die Kette von Schlussfolgerungen, die sich auf die neuen Technologien beziehen, nicht abbrechen.« »Hier also der nächste Punkt. Sag mir doch, was diese verdammte ... Wie hast du doch gesagt? Kabassa-Haubitze? Was bedeutet Kabassa-Haubitze? Eine zielgerichtete Kernexplosion? Was ist das? Davon habe ich noch nie etwas gelesen.« Laurie rieb sich das Kinn und wirkte leidend. Er dachte daran, dass Freeman Dyson und die anderen Wissenschaftler des Orion-Projektes zur gleichen Zeit, als sie Trigas und andere zivile Forschungsreaktoren sowie Raumschiffe, die sich mithilfe von Atombomben bewegten, planten, auch eine Nuklearwaffe ganz neuen Typs erfanden. Die Kabassa-Haubitze hätte Millionen Grad heißes Plasma, das durch eine Kernexplosion entstanden war, auf den Feind geschossen. Nach der von Dyson entworfenen Hauptregel würde sich die anfangs zigarrenförmige Kernexplosion in Form eines Pfannkuchens ausbreiten. Die pfannkuchenförmige Kernexplosion jedoch würde wiederum einen an eine Zigarre erinnernden schmalen Plasmastrahl erzeugen. »Diese Erfindung gehört vielleicht nicht zu den vernünftigsten Momenten der Menschheit,« sagte Laurie. »Aber was hat das mit den schnellen Brüdern zu tun?« fragte Catherine verwundert. »Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt etwas damit zu tun hat. Das ist nie untersucht worden.« »Ich finde, du sagst ziemlich oft, dass etwas nicht untersucht worden ist.« »Das ist nicht nur mein Fehler.« Wieder flammte draußen ein neuer, greller Blitz auf. Das Haus erbebte von der Kraft des Donners, und im Geschirrschrank klirrten die Gläser. »Wenn das mal wieder niemand untersucht hat, dann musst du es wohl einfach nach gut dünken schätzen,« forderte Catherine. »Die Explosion eines lithiumgekühlten schnellen Brüters oder eines Hybridreaktors wäre wohl eher mit Dysons Pfannkuchen als mit seiner Zigarre zu vergleichen,« überlegte Laurie laut. Das Licht der Blitze flackerte draußen wie ein eingeschalteter Fernseher in einem dunklen Zimmer. »Wie weit könnten die Plasmabögen reichen?« fragte Catherine. »Bei den Atomtests sind nur kugelförmige Explosionen erzeugt worden. Symmetrische Plasmakugeln. Aber die könnten in ihrer Wirkung ziemlich weit reichen. Alles, womit sie in Berührung kommen, würde in Flammen aufgehen. Es würden gewaltige Feuerstürme entstehen.« »Und wenn nun andere Kernkraftwerke in diese Feuerstürme gerieten? Oder wenn ein Plasmabogen auf einen anderen schnellen Brüter träfe?« Laurie machte sich nicht die Mühe, zu antworten. »Aha«, konstatierte Catherine, »du willst mir also praktisch sagen, dass eine Art Kettenreaktion eine ganz realistische Möglichkeit wäre, wenn unsere Regierung das ganze Land mit Komplexen von schnellen Brütern vollbauen ließe.« »Ich versuche nichts derartiges zu sagen«, protestierte Laurie. »Genau das sagst du, wenn man die Dinge bis zum Ende durchdenkt.« Laurie schaute aus dem Fenster. Die Blitze flackerten nicht mehr ununterbrochen, das Zentrum des Sturms war vorübergezogen. »Und wenn wir nun in der Zukunft große Reaktorkomplexe haben, in denen es Hybridreaktoren und parallel dazu schnelle Brüter und deren Abklingbecken sowie Fusionskraftwerke samt den dazugehörigen Brennstofftanks gibt?« vor Catherine Ford. »Und wenn nun ein Tsunami auf einen schnellen Brüter trifft, der an der Küste liegt. Oder wenn eine Geschützbatterie, die ein Kernkraftwerk gegen Terroristen verteidigen soll, versehentlich losgeht. Soldaten machen doch immer Fehler, jeden Tag. Das ist ihre Arbeit. Sie werden dafür bezahlt, dass sie nach Kräften Mist bauen.« »Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber Catherines Gesicht glühte vor unterdrücktem Widerwillen.« »Wenn wir also schnelle Brüter haben, brauchen wir die Terroristen eigentlich zu nichts mehr«, fragte Catherine herausfordernd. »Na super, echt klasse!« Lauri beobachtete Catherines lebhaften Gesichtsausdruck, der gemischte Gefühle widerspiegelte. Catherine stellte ihren leeren Grockbecher auf den Tisch und trat ans Fenster. Minutenlang stand sie dort, wortlos und fast unbeweglich, und betrachtete die sturmgezausten Bäume, das Zucken der Blitze am Himmel und den vom Regen gepeitschten Hof. Ihr Körper war gespannt wie die Sehne eines Bogens. Dann seufzte sie tief auf und ihre Muskeln entspannten sich wieder. Sie drehte sich um. Lauri fürchtete sich vor dem, was sie gleich sagen würde. »Dyson, der Assistent von Washburn hat mich wieder angerufen«, sagte Catherine. »Ich war nicht bereit hinzugehen, aber ich weiß nicht. Vielleicht könnte ich diesmal etwas mehr herausbekommen. Letztes Mal habe ich es ehrlich gesagt gar nicht versucht, ich war nicht recht motiviert.« »Ich weiß nicht, ob das wirklich eine so gute Idee wäre,« sagte Lauri abwehrend. Catherine runzelte die Stirn. »Jetzt machst du aber auf Softie.« »Ich kann mir einfach nichts Zusätzliches mehr aufs Gewissen laden«, sagte Lauri und atmete tief durch. Catherine sah ihn vorwurfsvoll an. »Du kannst in Selbstmitleid schwelgen, wenn du willst. Aber du bist sicherlich nicht der Einzige, der solche Probleme hat.« Lauri wirkte unglücklich und alles andere als zufrieden. »Ich kann auch mit Andrews sprechen«, sagte Catherine. Lauri sah Catherine an und begriff, dass sie ihren Entschluss schon gefasst hatte. Resigniert schüttelte er den Kopf. »Du bist ebenso eigensinnig wie Alice«, tadelte Lauri. »Also gut. Aber dann gehe ich auch dahin. Wir haben die Kreise sozusagen unterwandert, zumindest ein klein wenig. Washburn hat einen unserer Agenten zu seiner nächsten Party eingeladen, und der darf auch ein paar Kumpels mitbringen. Das sollten David Farley und Gus Taylor sein, aber anstelle von Gus könnte auch ich mitkommen.« Catherines Stirn legte sich in tiefe Falten. Der Gedanke missfiel ihr offensichtlich. »Ich will dabei sein für den Fall, dass die Sache zu gefährlich wird«, erklärte Lauri. »Aber du brauchst es nicht zu tun, wir kommen auch so klar.« »Ich finde, ihr kommt überhaupt nicht klar. Entschuldige bitte.« »Na dann, lass mich dir wenigstens ein paar Dinge beibringen.« »Ein paar Dinge? Wie zum Beispiel was?« Catherine wirkte plötzlich sehr misstrauisch. Catherine und Lauri standen am Schießstand im Keller des Hauptgebäudes von Sierra Vera. Lauri zeigte Catherine, wie die aus dem Kompostbehälter gerettete 9-Millimeter-Glock funktionierte, wie sie geladen wurde und wo die Sicherung war. Dann reichte er Catherine die Waffe mit dem Kolben voran. »Bitte«, sagte er. Catherine sah die Waffe mit Abscheu an. »Nimm, nimm«, forderte Lauri sie auf. Wieder willig griff Catherine nach der Pistole. »Dies soll das einzige und letzte Mal sein. Wenn diese Geschichte vorbei ist, werde ich so ein Ding nie wieder anrühren.« »Wir haben einen Vertrag.« »Ich weiß. Aber ich bereue es schon.« »Na nun, schieß auf die Scheibe und versuch, irgendwas zu treffen. Aber setz erst die Gehörschütze auf. Der Knall ist ziemlich laut hier im Keller, obwohl diese Platten da einen Teil davon schlucken.« »Jawohl, Vater!« »Denk daran, dass der Rückstoß ziemlich stark ist.« Catherine setzte die Gehörschütze auf, richtete die Glock auf die Schießscheibe und drückte ab. Nichts geschah. Die Pistole war gesichert. Catherine seufzte und entfernte die Sicherung. Dann zielte sie erneut und schoss so lange auf die Scheibe, bis das Magazin leer war. Die Schüsse krachten in dem geschlossenen Kellerraum wie Donner und dennoch korditriechende Rauchstache in die Nase. Catherine nahm die Gehörschütze ab, klickte die Sicherung an ihren Platz und reichte die Pistole Laurie. »Okay, kann ich jetzt gehen?« fragte sie. »Du musst noch ein bisschen mehr üben,« protestierte Laurie. »So schlecht habe ich ja wohl nicht geschossen.« Laurie ging sich die Zielscheibe ansehen. Die Einschusslöcher lagen sehr nahe am innersten Ring. Alle waren Achter oder Neuner. Vor allem bildeten die Treffer eine kleine, dichte Anhäufung sehr nah beieinander. »Du hast noch nie geschossen?« fragte Laurie verwundert. »Nein, das habe ich doch schon gesagt. Bist du taub? Ich mag keine Waffen.« »Aber du schießt unvergleichlich gut. Für einen Anfänger, meine ich. Du bist ein Naturtalent.« »Was habe ich gesagt, also? Wir können Schluss machen.« »Nun sei doch nicht so ungeduldig. Das kann Zufall gewesen sein. Machen wir es noch einmal.« Catherine seufzte noch tiefer als vor der ersten Runde, fügte sich aber. Unter Lauris Anleitung entnahm sie einer Schachtel neue Patronen und steckte sie ins Magazin. Dann schob sie das Magazin an seinen Platz, wandte sich der Schießscheibe zu und begann sofort zu schießen. Wieder lagen alle Löcher ganz eng beieinander, aber jetzt noch näher im Zentrum der Scheibe. Es waren noch zwei volle Zehner darunter. »Na sowas. Du bist also keine heimliche KGB-Agentin oder sowas ähnliches?« fragte Laurie. »Lass uns gehen. Ich will hier weg.« Lauri schüttelte den Kopf. »Noch nicht. Du musst noch ein paar andere Sachen lernen.« »Na was denn noch?« »Ich hoffe wirklich, dass du sie nicht einsetzen musst. Aber wenn die Sache außer Kontrolle gerät, dann ist es gut, wenn...« »Na ja. Du weißt schon, was ich meine.« Lauri nahm ein kleines, durchsichtiges Plastikröhrchen aus der Tasche. Darin befand sich etwa ein Dutzend weißer Pillen. »Nimm mal eine.« »Das werde ich garantiert nicht tun. Jedenfalls nicht, bevor du mir erzählt hast, was die enthalten.« »Das ist eine Art Kampfdroge. Battledrugs. Diese Tabletten sind heute streng verboten. Klingt toll, und damit willst du mich füttern?« »Die wurden früher häufig eingesetzt, unter anderem in Vietnam. In gewisser Weise funktionieren sie ganz gut, aber sie wurden verboten, weil... na ja, es gab zu viele zivile Opfer. Offiziell verwenden wir sie also nicht mehr, aber in der Praxis...« »Nein, verdammt! Ich denke gar nicht daran, so etwas einzunehmen. Entschuldige bitte.« »Wie wirken die?« Das Zeitgefühl verändert sich. Die Zeit verlangsamt sich quasi. Außerdem wirken sie so, dass du dein Unterbewusstsein und deine Körperreflexe stärker nutzt und weniger dein Bewusstsein. Das ist schneller. Dasselbe kann man auch ohne Drogen nur durch Training erreichen. Aber das ist schwieriger und erfordert viel Arbeit. Ich habe das Reitbogenschießen benutzt, um es zu erlernen. »Ich könnte ja zum Beispiel Yoga machen. Drogen? Nein, danke.« »Die bauen auch Hemmungen ab, sodass du bei Bedarf fähig bist, einem anderen Menschen Schaden zuzufügen.« »Und mit sowas willst du mich füttern?« »Schönsten Dank.« »Die wirken nicht lange, vielleicht einen Tag.« »Einen Tag zu lange?« »Ohne die kannst du überhaupt nichts machen, egal, wie schlimm die Lage wird.« »Mit klarem Kopf kann der Mensch keinen anderen Menschen umbringen, wenn er nicht ernstlich emotional gestört ist. Es sei denn aus Versehen.« Laudy wusste, dass die meisten amerikanischen Soldaten, die in Vietnam Menschen getötet hatten, später am posttraumatischen Stresssyndrom erkrankt waren. Ihre durch Herzkrankheiten verursachte Sterblichkeitsrate hatte sich verdoppelt, und viele waren an Drogen und Alkoholismus gestorben oder hatten Selbstmord begangen. Der Widerwille des Menschen, andere zu töten oder zu verletzen, war immer das größte Problem der Armeen gewesen. Die beste Lösung für dieses Problem waren die Kampfdrogen. Früher verabreichte man den Kriegstruppen vor dem Kampf viel Alkohol, eines teils um den Männern ihre Angst zu nehmen, andererseits aber mindestens ebenso sehr, um sie in die Lage zu versetzen, dem Feind in den Kopf zu schießen oder ihm das Bayonett in den Leib zu rammen. Laudy hoffte, dass Catherine sich weigern würde, sodass er den ganzen Plan abblasen konnte. »Nimm doch mal eine, dann siehst du, wie sie wirkt«, sagte er dennoch zu Catherine. »Und wenn du das nächste Mal zu Washburn gehst, nimmst du vorher eine. Ein, zwei Stunden vorher.« »Ich will nicht«, Laudy deutete auf die Modellpuppen im hinteren Teil des Raumes. »Außerdem will ich dir noch einen Stich zeigen, mit dem du im Bedarfsfall einen Menschen sehr schnell und leicht töten kannst, egal mit welcher Stichwaffe, ob Messer oder Schere oder Stricknadel oder sonst was. Ich meine, wenn du es unbedingt tun musst.« »Einen Stich? Nein, nein, nichts dergleichen. Das Schießen ist schon schlimm genug.« »Du kannst dort nicht mit einer Waffe herumlaufen. Wenn also etwas passiert, musst du dir eine Waffe beschaffen, und die bekommst du nur, wenn du sie einem von Washburns Männern abnimmst. Da sie dir die Waffe vermutlich nicht freiwillig geben werden, du bist schon ein Witzbold.« »Musst du einem von ihnen etwas tun? Es gibt dort in der Küche bestimmt verschiedene Messer, die du benutzen kannst. Ich meine, wenn du musst.« »Laudy, nein, nein!« »Na dann nicht. Dann vergessen wir das Ganze. Wir kommen auch ohne dich klar.« Catherine sah, dass Laudy erleichtert war und in ihren Augen funkelte Ärger. Sie entriss Laudy das Pillenröhrchen und nahm eine Pille in die Hand. Laudy spürte, wie seine Stimmung wieder sank, als Catherine die Pille zwischen den Fingern drehte und sie angewidert betrachtete. Sie steckte sie in den Mund und schluckte hörbar. »Okay, bist du jetzt zufrieden?« fuhr sie ihn an. »Was hattest du doch als nächstes in deiner schmutzigen kleinen Fantasie Schönes geplant?« »Fantasie Schönes geplant?« »Drei Tage später erschrak Julia Norris, als sie Laudy Norris ins Büro der NTU kommen sah. Das Herz schlug ihr bis zum Halse und ihr Puls beschleunigte sich.« »Hallo, Julia«, sagte Laudy leise. Julia sah ihn an, er hatte zehn bis fünfzehn Kilo abgenommen. Sein Gesicht wirkte welk, unter den Augen hatte er schwarze Ränder und an den Schläfen die ersten grauen Haare. Zehn Jahre zu früh. Aber immerhin lebt er, dachte Julia erleichtert. »Ich hab mir schon ein bisschen Sorgen gemacht«, sagte Julia. »Ganz unnötigerweise«, versicherte Laudy. »Ich komm nicht in den Himmel, wenn ich so viel löge«, dachte er. »War sie bei dir? »Catherine?«, fragte Julia plötzlich. Laudy nickte. »Ja, ich danke dir.« Julia schluckte. Sie wirkte traurig. »Ich hab mir gedacht, sie könnte dein Typ sein. Trotzdem, was sie in der letzten Zeit beruflich gemacht hat. Ich dachte, du würdest sie vielleicht an dich heranlassen.« Laudy erwiderte nichts. »Seid jetzt...« »Ich meine...« Julia verschluckte ihre Frage. Laudy bemerkte, dass sie feuchte Augen hatte. »Nein«, bestritt Laudy schnell und schüttelte den Kopf. »Wirklich nicht. Nichts dergleichen. Ich empfinde nichts. Überhaupt nichts. Für niemanden.« »Wie sollte ich das jetzt auch?« Julia schluckte ein paar Mal. Laudy hatte selbst einen Kloß im Hals. »Oh Gott«, dachte er. »Die arme Julia.« »Oh Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen?« »Es tut mir leid«, sagte Laudy. »Das ist nicht nötig«, seufzte Julia. »Es ist nicht deine Schuld.« »Ich weiß nicht. In gewisser Weise doch. Du kannst es nicht ändern«, sagte Julia und trocknete sich die Augen. »Reden wir von etwas anderem.« »Seid ihr vorangekommen?« fragte Laudy hoffnungsvoll. »Habt ihr das Lithium gefunden?« Julia schüttelte den Kopf. »Wir suchen eine Nadel im Heuerhaufen«, sagte sie. Laudy betrachtete die Weltkarte an der Wand. »Die Bombe kann überall sein«, sagte Julia. »Jedes große Kernkraftwerk produziert jährlich 500 Tonnen angereichertes Uran. Wir haben unsere Geschosse mit Uransprengköpfen fast überall hinverkauft, in zig Länder.« »Ja, das ist zweifellos ärgerlich«, dachte Laudy. »Die Regierung möchte alle Schiffe, die in unsere Häfen kommen, schon dann durchsuchen, wenn sie noch tausend Kilometer vom Ufer entfernt sind«, erzählte Julia. Laudy pfiff durch die Zähne. »Es wird eine gewaltige Operation.« »Wir werden alle gegen uns aufbringen. Europa und Russland und China und alle. Das wird ein Fest für alle, die uns hassen.« »Wann wollen Sie damit anfangen?«, fragte Laudy. Julia zuckte die Achseln. »Das weiß ich nicht. Das ist kein leichter Beschluss, aber bestimmt ziemlich bald. Die Präsidentin ist angeblich sehr besorgt.« »Eine Schutzzone von tausend Kilometern genügt nicht, wenn Sie sechs Tonnen Lithium-6 haben«, sagte Laudy. »Wir müssen etwas anderes versuchen. Wir können nicht abwarten, bis Sie Ihren Schachzug tun und uns alle töten.« »Zug tun und uns alle töten.« Laudy Nourmi schaute auf die Uhr. Es war zwanzig nach vier. »Sollten wir losgehen?« fragte David Farley. »Das können wir machen«, bestätigte Laudy. »Na dann«, sagte Farley und stand auf. Andrews und Julia begleiteten sie zur Tür. »Wir sind innerhalb einer halben Minute drin«, versicherte Andrews. »Sobald ihr uns das Zeichen gebt.« Es war Laudy bekannt, dass für die Operation mehr als zweihundert Soldaten eine Spezialeinheit zusammengezogen worden waren. Etwas ganz anderes war es, ob diese Tatsache auch wirklich von Nutzen war. Julia sah Laudy traurig an. »Seid vorsichtig«, sagte sie. »Ich habe bei dieser Aktion ein ungutes Gefühl.« »Das hast du doch immer«, lachte Laudy munter. Als das Taxi in Richtung von Timothy Washburns Wohnung fuhr, fiel Laudy wieder das Manhattan-Projekt ein, mit dem seinerzeit alles begonnen hatte. Welch schreckliche Ironie dieser harmlos klingende Name doch heute gewonnen hatte. Denn jetzt fürchten wir doch nicht so sehr wie die Möglichkeit, dass das Manhattan-Projekt eines Tages nach Hause zurückkehren könnte. All diese Monster, die ihn in seinen Träumen plagten, waren ja ursprünglich der Asche des Zweiten Weltkriegs entsprungen. Schon mindestens zehntausend Jahre lang waren die Menschen daran gewöhnt, am meisten fürchten zu müssen, dass ihr Kamerad ihnen das Messer in den Rücken rammte oder ihnen mit der Steinaxt den Hinterkopf zertrümmerte. »Rührt unsere tiefe Neigung zum Misstrauen und Verfolgungswahn gerade von dieser Steinaxt her, die dem Höhlenmenschen den Schädel gespalten hat,« überlegte Laudy. »Die Neigung, bösen Willen und Verschwörung auch da zu sehen, wo nichts als Angst ist? Der Wunsch, die Menschen in solche einzuteilen, die zu uns gehören, und in die anderen, die anders, etwas anderes sind, fast eine andere Spezies. Vielleicht Wesen, deren Vorväter zig Millionen Jahre in kleinen Jagd- und Sammlergemeinschaften gelebt hatten und zu nichts Besserem imstande waren. Da aber die Menschen angstbestimmt handelten und so die Ängste der Menschen, die eine andere Sprache Sprachen begründet erscheinen ließen, gaben sie damit auch ihren eigenen Ängsten einen realen Hintergrund. Das Taxi bog in den Riverside Drive ein. Hier war Oppenheimer groß geworden, am Riverside Drive in New York, erinnerte sich Laudy. Er betrachtete die stahlgraue Oberfläche des Hatzen. Oppi war in seinen letzten Lebensjahren blass gewesen, ein fast durchsichtiges Gespenst. Seine Seele war zerbrochen. In demselben Maße, wie ihm klar geworden war, was sie tatsächlich getan hatten, war er zu einem bloßen, blassen Schemen seines früheren grenzenloses Selbstvertrauen ausstrahlenden Selbst geworden. Ihn hatten wohl nicht einmal die berühmten Bhagavad-Gita-Zitate trösten können, dachte Laudy. Vor sich sah er in Gedanken das berühmteste Foto von Oppenheimer. Das leidende Gesicht. In den Augen ein angstvoller, verzweifelter Blick. Szilard, Teller und Wigner hatten Einstein überredet, an Roosevelt zu schreiben, weil sie Angst hatten, dachte Laudy. Einstein hasste die Idee der Atombombe, und Szilard fürchtete sie mehr als irgendetwas sonst. Dennoch hatten sie den entscheidenden Schritt getan und das Manhattan-Projekt auf den Weg gebracht. Weil sie Angst hatten. Und in gewisser Weise hatten sie auch Grund zur Sorge, überlegte Laudy. Walter Bothe hatte als erste Neutronen erzeugt. Otto Hahn und Fritz Strassmann hatten als erste damit Urankerne gespalten. Ida Nodak und Lise Meitner hatten als erste verstanden, worum es eigentlich ging. Klaus Clusius hatte herausgefunden, wie man Uran-Isotope voneinander trennen konnte, und Karl Friedrich von Weizsäcker hatte als erster erkannt, dass Plutonium der leichteste Weg zur Bombe war, weil man es chemisch von Uran trennen konnte. Sie waren alle Deutsche oder Österreicher. Lise Meitner zum Beispiel war damals natürlich schon in Schweden in der Emigration, deprimiert und arbeitsunfähig, und sie wollte ohnehin nichts mit der Planung irgendeiner Bombe zu tun haben. Auch Einstein war wegen Hitlers Verfolgungen schon aus seiner Heimat geflohen. Aber die Deutschen hatten noch ein anderes Supergenie, den glänzenden Werner Heisenberg. Und gerade Heisenberg war aus seinem Versteck in den Bayerischen Bergen herbeigeholt worden, um Hitlers Kernwaffenprogramm zu leiten. Nun wollte Heisenberg für Hitler keine Atombombe bauen. Er hatte für das Kernwaffenprogramm von Großdeutschland ein Budget in Höhe von 350.000 Reichsmark, das sind 82.000 Dollar, aufgestellt. So als hätte er nicht verstanden, dass die Herstellung einer Atombombe eine große industrielle Anstrengung erforderte. Für das Manhattan-Projekt arbeiteten wenig später insgesamt 600.000 Menschen, und die Jahresgehälter der einzelnen Forscher waren, auf über 10.000 Dollar gestiegen. So hat Heisenberg vielleicht allein das Endergebnis des ganzen verdammten Weltkriegs entschieden, dachte Lauri. Heisenberg hatte versucht, Nils Bohr die Sache zu erklären, als sie sich in Kopenhagen trafen. Aber Bohr hatte niemals als guter Zuhörer gegolten. Er war aufgebraust, lief auf Hochtouren und hatte aus Heisenbergs Worten selektiv nur die Information herausgefiltert, dass Deutschland ein Kernwaffenprogramm hatte. Die Straßen wurden voller, und der Verkehr staute sich. Das Taxi kroch nur noch langsam dahin. Der Bürgersteig war voller Menschen, Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche, Kreise, darunter Weiße und solche, die wie Afrikaner oder Asiaten aussahen, in Wirklichkeit aber keine waren. Hier gibt es Menschen aus der ganzen Welt, dachte Lauri. Am Flussufer hielten einige hoffnungsvolle ihre Angelschnur ins Wasser. Warum muss die Weltgeschichte immer so verworren, unklar und chaotisch voranschreiten, sinnierte Lauri? Warum kann es darin keine großen und klaren Bögen und leuchtend rote Richtschnüre geben? Ein bisschen so wie in der altmodischen, schamlos-nationalistischen Geschichtsschreibung bei Grimberg oder Herodot. Es wäre schön, wieder zu wissen, wer die wirklich Guten und wer die wirklich Bösen sind. Was haben wir nur damals gemacht, als wir Hiroshima und Nagasaki zerstörten? Das könnte das Einzige sein, wegen dem man sich auch in 2000 Jahren noch an uns erinnert. So wie man sich in alle Ewigkeit an die Mongolen erinnern wird, wegen dem, was sie seinerzeit in Bagdad getan haben. Natürlich ging es darum, den Russen einen Schreck einzujagen, und sie haben ja auch einen Schreck bekommen. Sie sind nur etwas zu sehr erschrocken, und wir wissen, was alles darauf folgte. Es kann sein, dass wir alle einige Male kurz davor waren zu sterben, weil sie zu sehr erschrocken waren. Und Perimeter existiert immer noch, dachte Lauri, bis auf den heutigen Tag. Der Todmann-Schalter von Dr. Seltsam. Wie habe ich aufgehört zu trauern und gelernt, die Bombe zu lieben? sagte Lauri laut. Wie bitte? fragte Farley verwundert. Hast du Dr. Seltsam gesehen? Den Film? Wer hätte das nicht? Was ist damit? Na, darin haben die Russen doch so eine Bombe, die die ganze Welt vernichten kann und die automatisch explodieren würde, wenn auf die Sowjetunion Atomraketen abgeschossen würden. Die erinnerte ja durchaus ein bisschen an das richtige Perimeter. Also das System, das die Russen in Betrieb nahmen, als die NATO Anfang der 1980er Jahre taktisch-atomare Sprengköpfe in Europa stationierte, trotz der Proteste der Friedensbewegung. Wenn die Sowjetunion danach mit Nuklearwaffen angegriffen worden wäre, hätten die Computer des Perimeter automatisch die eigenen Raketen abgeschossen, selbst wenn alle Kommandozentralen zerstört gewesen wären. Na und? Ich habe nur gedacht, dass das ganze Perimeter vielleicht überflüssig war, überlegte Lauri. Dass die Russen es umsonst gebaut haben. Denn etwas Entsprechendes gab es in gewisser Weise schon. Das hat nur niemand begriffen. Denk nur an den Bericht von Stafford, Madeleine und Nicholson. »Und bist du bei philosophischer Laune«, schnaubte Farley verächtlich. »Es ist so vieles passiert, weil wir zu große Angst hatten«, dachte Lauri. »Teilweise sogar ganz unnötigerweise. Aber diesmal dürften unsere Ängste nicht unbegründet sein. Diesmal ist es ernst. Noch realer als diesmal. »Kann eine Bedrohung nicht mehr werden«, kann eine Bedrohung nicht mehr werden. Vor Akiko Nobura, Kenzaburo Niori und ihren Kollegen stand ein großer Tisch, der von Satellitenbildern übersät war. Es waren Tausende, und sie alle stellten dasselbe Objekt dar. Auf allen war dasselbe gedeckte Motorboot zu sehen. Auch die Wände des Direktionsraumes waren mit diesen Bildern bedeckt. »Die von Donovan getöteten und verletzten Yakuzas sind identifiziert«, sagte Niori. »Die Überlebenden sind verhört worden, desgleichen alle Mitglieder derselben Organisation, die wir gefasst haben. Die Verhöre haben, zumindest bisher, nichts Weiterführendes ergeben.« Akiko hatte gehört, dass Alice Donovan tot war. Das betrübte sie sehr, denn sie hatte Alice aufrichtig gern gehabt. »Dann haben wir den Lithiumtransport aus Osaka«, fuhr Niori fort. Akiko warf einen Blick auf die Satellitenbilder an der Wand und auf dem Tisch. Das Problem bestand darin, dass auf keinem einzigen der Fotos, außer dem Motorboot, ein anderes, größeres Schiff zu sehen war. »Meines Erachtens können wir es als erwiesen ansehen, dass die Module genau mit diesem Boot transportiert worden sind«, sagte Niori. »Alle Fachleute sind der Ansicht, dass die Strahlenspuren das unbestreitbar bestätigen.« Sie waren auch alle anderen nur irgend in Frage kommenden größeren und kleineren Schiffe durchgegangen, die zu der entsprechenden Zeit den Hafen von Osaka verlassen hatten. In ihren Laderäumen hatte sich keine geeignete Menge radioaktiver Strahlung gefunden. Es war also praktisch klar, dass die Module nicht darin transportiert worden waren. Selbst wenn die Module im Hafen in Container verpackt worden wären, die mit einer dicken Bleischicht ausgekleidet waren, hätten die Spuren von Strahlung doch stärker sein müssen. »Nachdem das Motorboot den Hafen von Osaka verlassen hat, steuert es direkt aufs offene Meer hinaus«, fasste Niori zusammen. Ungefähr bei der tiefsten Stelle des japanischen Grabens biegt es nach Nordosten ab. Es fährt weiter über dem japanischen Graben bis auf die Höhe von Tokio und dann nach Norden. Sein Weg verläuft im Wesentlichen in derselben Richtung wie die Senke. Bei der Südspitze von Hokkaido ändert es wieder seinen Kurs nach Nordost. Schließlich macht es eine Kehrtwende auf die Nordostspitze von Hokkaido zu und landet in einem kleinen Fischerdorf. Akiko Nobura hatte ihren Chef noch niemals so müde gesehen. Niori tat ihr Leid. Der Erwartungsdruck, der in den letzten Wochen auf ihm gelastet hatte, musste immens gewesen sein. »Wiederholen wir jetzt alles noch einmal«, sagte Niori erschöpft, in der Hoffnung, dass es uns weiterbringt. Alle sahen, dass er seinen eigenen Worten nicht glaubte. Niori trat zu der an der Wand hängenden Karte und fuhr mit dem Finger darüber. »Mithilfe der Satellitenbilder, die uns verschiedene Länder überlassen haben, konnten wir die Fahrt des Motorboots rekonstruieren. Von hier von Osaka, hierher zur Nordostspitze von Hokkaido.« Akiko betrachtete die Bildcollage an der Wand. Es gab keine Lücken. Keine einzige Unterbrechung. Das Motorboot hatte keine Begegnung mit anderen Schiffen gehabt. »Auf den Satellitenfotos ist die von uns gesuchte Begegnung nicht zu sehen«, resümierte Niori. Er klopfte mit dem Finger auf das schwarze Kreuz, das mit Filzstift auf die Nordostspitze von Hokkaido gemalt worden war. »Als das Motorboot in diesem Fischerdorf auf Hokkaido ankommt, hat es die Module nicht mehr an Bord.« Sie hatten in dem Dorf hunderte von Interviews gemacht. Mindestens zwanzig Augenzeugen hatten denselben Bericht bestätigt. Nach der Landung des Boots waren vier Männer von Bord gegangen. Sie hatten das große Motorboot am Kai verteut, dann waren sie einfach losgegangen und rasch zu den Autos gelaufen, die in einiger Entfernung standen. »Sie gingen mit leeren Händen«, setzte Niori seine Zusammenfassung fort. »Zumindest hatten sie keine sechs Tonnen Lithium bei sich«, dachte Akiko. »Was bleibt also übrig?«, fragte Niori. »Sie müssen die Module im Meer versenkt haben«, dachte Akiko. »Höchst wahrscheinlich durch irgendwelche Bodenlupen. Das wäre nicht sehr schwierig.« »Es könnte sich um ein U-Boot handeln«, sagte Niori. »Die andere und vielleicht wahrscheinlichste Alternative ist, dass man die Module mit der Meeresströmung in eine Richtung hat treiben lassen, wo ein Schiff sie letztlich aufgelesen hat. In einer bestimmten Weise konstruierte Schwimmkörper hätten dann die Module am Untergehen gehindert, jedoch unter der Oberfläche gehalten.« »Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit«, dachte Akiko. »Und ich glaube daran, weil ich, wäre ich an der Stelle der Terroristen gewesen, es genauso gemacht hätte. Das würde auch erklären, warum sie mich und Alice töten wollten, wofür sonst übrigens niemand eine vernünftige Erklärung gefunden hat.« »Ich glaube, dass ich recht habe. Aber ich weiß nicht, ob mir jemand glaubt«, dachte Akiko. »Hier in Japan glaubt mir vermutlich niemand. Außer vielleicht Niori.« Was wiederum die Amerikaner betraf, war die Situation viel klarer. Akiko war sich hundertprozentig sicher, dass in den Vereinigten Staaten niemand auf ihre Theorie hören würde. Auf ihre Theorie hören würde. Lauri schrak aus seinen Gedanken hoch, als David Farley ihn an der Schulter rüttelte. »Wir sind gleich da?« »Gut«, sagte Lauri. Ich war einen Augenblick in meinen Gedanken woanders. »So kam es mir auch vor«, bestätigte Farley. »Aber wir haben wohl auch nichts weiter zu besprechen im Moment.« Als sie kurz darauf auf den Haupteingang von Timothy Washburns riesigem Haus zugingen, regten sich in Laurys Kopf böse Ahnungen. »Bist du okay?«, fragte Farley. »Sieht man mir meine Besorgnis tatsächlich an?«, fragte sich Lauri. »Alles im grünen Bereich«, versicherte er. »Gehen wir.« Abgesehen davon, dass Alice starb, als ich das letzte Mal dieses Gefühl hatte, dachte Lauri finster. »Vielleicht sollte ich nicht hier sein.« »Und vor allem sollte Catherine nicht hier sein. Sie hat mir geholfen, mir vielleicht sogar das Leben gerettet. Ich hätte sie nicht mehr hierher lassen dürfen.« Washburn stand an der Tür und begrüßte seine Gäste mit Handschlag. Lauri erkannte ihn sofort nach den Fotos, die er gesehen hatte. Ein dunkelhaariger, fast satanisch gutaussehender Mann, in dessen Augen und Mundwinkeln jedoch eine feine, bittere Nuance lag, die er nicht verhehlen konnte oder die er trotz seines schmeichlerischen Lächelns gar nicht verbergen wollte. »Jedenfalls wirkte Mr. Washburn nicht wie ein sehr glücklicher Mensch«, dachte Lauri. »Andererseits, warum sollte er einer sein? Wir haben mit einem einzigen Schlag alle Menschen getötet, die er geliebt hat.« »Tim, dies ist John Mitchell«, sagte einer der bei der Tür stehenden Männer zu Washburn. »Du weißt doch noch, was ich dir von ihm erzählt habe.« »Ja, natürlich. Net sie kennenzulernen, Mr. Mitchell«, sagte Washburn und reichte Farley die Hand. »Treten Sie näher und genießen Sie, was das Haus zu beten hat. Bitte, fühlen Sie sich wie daheim.« »Danke, Mr. Washburn«, sagte Farley. »Ich freue mich sehr über die Einladung. Dies hier ist mein Geschäftspartner Arthur Hall.« Farley deutete auf Lauri. Der nickte Washburn zu. »Er sieht aus wie ein sehr kompetenter Mensch«, sagte Washburn sofort. »Das ist er«, bestätigte Farley. David Farley alias John Mitchell und Lauri Normi alias Arthur Hall gingen ins Haus, vorbei an den beiden von Washburn an die Tür beorderten Wachleuten. Drinnen erklang laute Rockmusik. Lauri stellte fest, dass sie aus großen Lautsprechern kam, die unter der Decke hingen. Die Trommeln und die Bässe der Gitarren konnte er im Unterleib spüren. Sie holten sich von dem üppig bestückten Buffet etwas zu trinken und zu essen. Auf dem Tisch gab es alles nur Erdenkliche, angefangen bei verschiedenem Aufschnitt über Schrimps bis hin zu Austern und Kaviar. Der Nachbartisch bog sich unter alkoholischen Getränken. Lauri schaute sich um und versuchte zu zählen, wie viele Männer von Timothy Washburn anwesend waren. Eine Viertelstunde später war er überzeugt, dass mindestens zwanzig, höchstwahrscheinlich bewaffnete Typen im Haus waren. Sie waren vermutlich Sicherheitsleute, die auf Washburns Lohnlisten standen oder obskure Geschäftspartner von ihm. Bei vielen war es sehr schwer zu sagen, zu welcher Kategorie sie gehörten, denn ein Teil der Sicherheitsleute hatte sicherlich die Anweisung bekommen, sich unter die Gäste zu mischen. Gäste, die unbewaffnet wirkten, gab es weit über hundert, und es war unmöglich zu sagen, was für Leute das waren. Alle waren Männer. Die einzigen Frauen waren Prostituierte, die von Washburns Männern angeheuert worden waren. Es mussten etwa dreißig sein, einige davon nur sehr leicht bekleidet. Von Zeit zu Zeit verschwand eine von ihnen mit einem von Washburns Gästen über die Treppe im Obergeschoss. Lowry bemühte sich, unter ihnen nicht nach Catherine Ausschau zu halten. Er hatte sie zuletzt am Abend vorher gesehen, und da hatte sie versprochen, zwei von Lowrys Kampfdrogen zu schlucken. Zur Sicherheit. Lowry trank seinen Weißwein aus und ging sich ein weiteres Glas holen. Er dachte, es würde Aufmerksamkeit erregen, wenn er nicht so wie die anderen trank. Farley sah nirgendwo. Wo war David geblieben? »Möchtest du mit mir nach oben gehen, Honey?« fragte Catherines Stimme neben ihm. Lowry erschrak und wand sich Catherine zu. Zuerst sah er nur ihre Augen, die durch die Schminke gewaltig vergrößert wirkten. Dann sah er, dass Catherine nur sehr spärlich bekleidet war, aber dafür umso mehr schnorkelige, rote und schwarze Henna-Tattoos hatte, die ihren Körper von den Zehen bis zum Hals bedeckten. »Oh Himmel, Catherine!« sagte Lowry atemlos. »Keine Überreaktion,« sagte Catherine. »Wir erregen nur Aufmerksamkeit, wenn du zu stark auf mich reagierst.« »Ich soll die Gäste ansprechen und sie nach oben bitten.« »Aber dein Outfit? Oder besser, dessen Fehlen?« »So wollten sie mich hier haben,« sagte Catherine, und in ihrer Stimme schwang plötzlich eine Prise Bitterkeit. »Tu nur nicht scheinheilig, das ertrage ich jetzt nicht. Ihr habt mich doch selbst hierher geschickt.« »Ich habe versucht, dich nicht zu bemerken,« murmelte Lowry. »Das habe ich gesehen. Deshalb habe ich gedacht, ich spreche dich selbst an. Wenn du mich überraschenderweise am falschen Ort erblickt hättest, dann wärst du vielleicht so erschrocken, dass Washburn und seine Männer sich gewundert hätten.« »Ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt in diesem Outfit sehen will. Das heißt, hier in diesem Outfit.« »Das war jetzt wohl ein freudscher Versprecher,« bemerkte Catherine trocken und vielleicht ein bisschen enttäuscht. »Darauf können wir später zurückkommen. Aber denk daran, dass ich ziemlich teuer bin.« »Nun überinterpretiere meine Versprecher mal nicht.« »Bedenke, das Schlimmste ist immer das, was du dir nur vorstellen musst,« sagte Catherine. »Und kümmere dich nicht so viel um mich. Ich mache das seit vielen Jahren. Ich bin so gefragt, dass ich morgen ganz krank sein werde, aber ich werde nicht daran sterben. Darum musst du dir keine Sorgen machen. Ich habe vermutlich auch deine Pillen ganz umsonst eingenommen.« Lauri wirkte nicht besonders glücklich, trotz Catherines Worten. »Okay, jetzt glaube ich dir allmählich, dass du nicht mit mir hinaufkommen willst, weil du zu tun hast, und so lasse ich dich hier. Moment, nur noch ein kleiner Kuss auf die Wange.« Catherine drückte Lauri einen leichten Kuss auf die Wange und ging weiter. Lauri bemerkte, dass seine Handflächen schwitzten und dass sich auch seine Stirn nass anfühlte. »Teufel nur eins! Das hätte Catherine sich sparen sollen,« dachte er. »Ein unnötiges Risiko. Davon abgesehen, alles, was sie gesagt hatte, war natürlich wahr gewesen.« Lauri bemerkte, dass Washburn ihn von der Tür aus beobachtete. Lauri hob die Hand mit dem Weinglas zum Gruß, und Washburn kam auf ihn zu. »Mr. Hall!«, begrüßte ihn Washburn. »Eine schöne Party,« kommentierte Lauri. »Prachtvolle Mädels und gutes Essen.« Washburn nickte leicht zerstreut. »Wir beide dürften ja wohl ziemlich viel gemeinsam haben,« sagte Washburn überraschend. »Ich meine, im Licht ihrer jüngsten Errungenschaften.« »Entschuldigung? Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Was meinen Sie?« Washburn setzte ein wissendes Lächeln auf. »Oh, verdammt!« »Weiß er, wer ich bin?«, überlegte Lauri. »Spricht er von Arthur Hall oder von mir selbst?« »Das, was er gerade gesagt hat, könnte irgendwie auf mich selbst zutreffen.« »Aber wie passt es zu der Legende von Arthur Hall?« »Sehen Sie, Mr. Hall, wenn Sie Ihre Kinder und Ihre Frau und Ihre Mutter schreien hören, weil Sie gerade verbrennen, dann brennen Sie auch selbst,« fuhr Washburn fort. »Dann bleibt von Ihnen nur Asche übrig. Aber das ist seltsame Asche, denn sie erkaltet nie. Sie schwelt ewig. Ein bisschen so wie radioaktive Asche.« »Warum erzählt Washburn mir das alles?«, fragte sich Lauri verwundert. Gleichzeitig musste er sich eingestehen, dass Washburn in gewisser Weise ganz recht hatte, wenn er sagte, dass er und Lauri viel Gemeinsames hatten. Sie hatten beide alles verloren, was ihnen einmal etwas bedeutet hatte. Sie beide hatten nichts mehr, keine geliebten Menschen, kein Vaterland, keine Ideale, von Zielen oder Träumen ganz zu schweigen. Sie waren beide, mit Washburns Worten, nichts als heiße, ewig schwelende Asche. Asche, aus der sicherlich die in der Hölle schneidenden Flocken bestanden. Sie beide waren wandelnde Leichname, lebende Tote, die gleichsam nur pro forma beschlossen hatten, sich noch eine Weile zu bewegen und zu atmen, um etwas Wichtiges zum Abschluss zu bringen. »Wissen Sie, was das ureigenste Spezialgebiet dieses unseres großen und feinen Landes ist?«, fragte Washburn. »Ja, da gibt es so einiges,« antwortete Lauri unbestimmt. »Richtig. Aber eines übertrifft doch alles.« »Wir sind besonders gut darin, Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen,« sagte Washburn, und seine Stimme klang eisig. »Sogar die Nazis haben sich die Mühe gemacht, die Juden zu vergasen, bevor sie sie verbrannten. Die Inquisition erwürgte ihre Brandopfer, bevor der Scheiterhaufen angezündet wurde. Aber für uns ist es Ehrensache, die Menschen Leben zu verbrennen. Darauf verstehen wir uns wirklich. Denken Sie mal an die Termitbrandbomben des Zweiten Weltkrieges, den weißen Phosphor, an Napalm, an Nuklearwaffen, Hiroshima und Nagasaki. Die Benzin-Luftgemisch-Sprengkörper, die thermobarischen Bomben, die Urangeschosse. Großartig. Eine super Pyrotechnik. Kein unnötiges Geheule oder Gewimmer, keine unnötigen Fragen. Selbst die Inquisition hat die Frauen pro forma immer gefragt, ob sie sich mit dem Teufel vereinigt hatten, bevor sie verbrannt wurden. Aber wir brauchen unsere Zeit nicht mehr mit Formalien zu verschwenden. Da wir die Demokratie verteidigen, können unsere Bomben keinen Schaden anrichten. Es sind immer per Definitionem demokratische und gerechte Bomben. Mit uns ist alles einfacher. Einen Augenblick nur. Und du bist Asche. Falls du zufällig im Weg stehst, bist du automatisch ein Kämpfer der Gegenseite oder zumindest eine Art Terrorist. Du bist also selbst daran schuld. Lauri lachte ziemlich hart, denn Washburns Worte zeugten von einer Weltsicht, die so schwarz war wie die Hölle. Man könnte ihre Sichtweise durchaus als leicht zynisch bezeichnen, sagte er. Wie auch immer, sagte Washburn. Aber ist es nicht trotzdem wahr? Lauri sah, dass einer von Washburns Männern diesem, von der nach oben führenden Treppe, ein Zeichen gab. Entschuldigen Sie mich, ich muss mich jetzt um das Wohl der anderen Gäste kümmern, bedauerte Washburn. Aber es war sehr angenehm und interessant, Sie kennenzulernen, Mr. Hall. Ich hoffe, dass wir Ihre Gesellschaft bald wieder genießen können. Washburn stieg die Treppe zum ersten Stock des Hauses hinauf. Lauri sah ihm verwundert nach. Hatte er durch dieses Gespräch etwas Neues erfahren? Eigentlich nicht. Außer, dass es ihm so vorkam, als wüsste Washburn sehr genau über alles Bescheid, was sie geplant hatten. Aber wie hatte er ihre Pläne herausbekommen können, wenn nicht ein Mitarbeiter der NTU ein Verräter war? Lauri glaubte nicht an diese Möglichkeit. Vielleicht hatte er Washburns Äußerungen überinterpretiert. Oder vielleicht standen in Arthur Hortz Legende Details, die er selbst nicht kannte. Vielleicht hatte er aus Versehen irgendein Memorandum übersehen. Er musste in Zukunft sorgfältiger sein. Lauri wollte Farley danach fragen, aber er sah ihn nirgends. Seltsam, dachte er. Er wanderte durch das ganze Erdgeschoss und schaute auch in den Garten, sah Farley aber nicht. Sollte er Gefallen an den von Washburn engagierten Prostituierten gefunden haben und ins Obergeschoss hinaufgegangen sein? Das konnte Lauri kaum glauben. Aber wo war er dann? In diesem Moment hörte er hinter sich ein leichtes Hüsteln. Lauri drehte sich um und begegnete dem Blick eines von Washburns Sicherheitsleuten. Der Mann hatte auf der Brust ein kleines, mit einer Sicherheitsnadel befestigtes Plastikschildchen, auf dem nur ein Familienname stand. Collins. »Sie suchen wohl Ihren Freund?«, fragte Collins. »Er möchte mit Ihnen etwas besprechen. Er sagt, es sei sehr wichtig.« »John?«, fragte Lauri verwundert. In seinem Kopf ging eine rote Alarmleuchte an. »Ja, genau«, bestätigte Collins. »Mr. Mitchell.« »Wo ist er?« »Oben. Ich kann Ihnen den Weg zeigen.« »Was zum Teufel hat Farley gemacht?«, fragte sich Lauri. »Hier stimmt jetzt etwas nicht.« Lauri folgte Collins die Treppe hinauf. Sein Puls klopfte heftig. Oben öffnete Collins die erste Tür im Gang und bedeutete Lauri einzutreten. Lauri folgte Collins' Aufforderung und betrat einen drei- oder vier Meter langen Korridor. Der Korridor endete in einem großen Wohnzimmer. Und dort angekommen, bemerkte Lauri sofort zwei Einzelheiten. David Farley lag auf dem Fußboden mit gespreizten Beinen. Er rührte sich nicht, und seine Augen hatten einen glasigen Blick. Er lag in einer großen Blutlache, und seine Kehle war durchschnitten. Neben seiner Leiche lag ein Messer, das wie ein Fischfiletiermesser aussah. Die dünne, lange Klinge war dick mit geronnenem Blut bedeckt. Der zweite, Lauries Aufmerksamkeit fesselnde Umstand, waren Tim Washburn und zwei seiner Männer. Alle drei hatten eine Pistole in der Hand, und alle drei waren auf Lauri gerichtet. Oh Scheiße, fuhr es ihm durch den Kopf. Er hörte auch hinter sich ein schwaches Klicken, als Collins seine Waffe entsicherte. »Tritt näher, bitte«, sagte Washburn und lächelte liebenswürdig. Lauri wandte den Kopf ein paar Grad nach links, sodass er genau sah, wo Collins stand. Keine Chance, dachte er. Collins stand in der Tür, zu weit weg, mindestens drei Meter entfernt. Lauri war unbewaffnet, und er hätte es nicht geschafft, seine Waffe zu ziehen, selbst wenn er eine gehabt hätte. Sie waren direkt in die Falle getappt. Aber er und Farley hatten nicht im Traum damit gerechnet, dass Washburns Männer sie in dessen Haus angreifen könnten. Das war vollkommener Wahnsinn. Hatten sie keine Angst, gefasst zu werden? Wussten sie nicht, dass ihr Haus beobachtet wurde? »Setzt sich dort auf den Stuhl«, forderte Washburn ihn auf. »Wenn ihr mit John irgendeinen Streit hattet, geht mich das nichts an«, versuchte es Lauri, obwohl er wirklich nicht glaubte, dass Trickserei ihm irgendetwas bringen würde. »Ich habe mit ihm Geschäfte gemacht, aber ich werde nicht ausflippen, auch wenn ihr ihn umgelegt habt. Nur zu, ihr hattet bestimmt einen Grund dafür.« »Wir sollten uns unnützes Gelaber jetzt vielleicht doch sparen, Mr. Nurmi«, sagte Washburn. »Ich weiß, wer Sie sind und wer der unglücklicherweise gerade verschiedene Mr. Farley war.« »Wenn du also jetzt das tun würdest, was ich vorgeschlagen habe, dann würden wir in der Sache vorankommen.« Lauri öffnete den Mund, um zu protestieren, aber Washburn schüttelte den Kopf. »Du könntest mir einen langweiligen Auftritt ersparen und mir glauben, dass ich alles weiß, was ihr in der letzten Zeit getrieben habt.« Lauries Miene ließ seine Ungläubigkeit offen erkennen. Washburn lachte. »Rat mal, wem die Firma gehört, die eure besten Abhöranlagen produziert,« lächelte Washburn. »Aber könntest du dich setzen, damit ich dir kein Loch in den Bauch schießen muss.« Lauri setzte sich auf den Platz, den man ihm angewiesen hatte. Washburn und seine Männer hielten ihre Waffen die ganze Zeit fest auf ihn gerichtet. Immer noch keine Chance, dachte Lauri. Washburn besaß also ein Unternehmen, das moderne Abhöranlagen herstellte. Verfluchte Scheiße, wieso hatten sie das nicht gewusst? Vielleicht waren die tatsächlichen Besitzverhältnisse einfach zu gut hinter allzu vielen nachrangigen Tochterunternehmen und Portfolioverwaltungsfirmen versteckt. Und Catherine? War sie in Gefahr? Lauri versuchte zu überlegen, was Washburn über Catherine wusste, wenn er Mikrofone in ihrem Büro installiert hatte. Was hatten sie im Büro gesprochen und was nur in Sierra Vera und bei Catherine zu Hause? »Und dann könntest du langsam anfangen, dich auszuziehen,« sagte Washburn. »Was?« fragte Lauri verwundert. »Ich will kein Risiko eingehen. Du könntest Mikrofone oder etwas anderes bei dir haben, zieh alles aus.« »Aber würde es helfen, wenn ich dir eine Kugel in den Fuß schieße?« Lauri verstand, dass er besser gehorchen sollte. Er zog sein Jackett, die Schuhe und Strümpfe aus. Dann knöpfte er sein Hemd auf und ließ es zu Boden fallen. »Steh auf und zieh die Hose aus,« kommandierte Washburn, »aber keine jähen Bewegungen.« Lauri stand auf und zog die Hose aus. »Auch die Unterhose,« forderte Washburn ihn auf. Lauri gehorchte. »Und jetzt?« fragte Lauri, der so nackt vor den Männern stand, wie Gott ihn erschaffen hatte. »Jetzt bringst du das Kleiderbündel hierher und kehrst zu deinem Stuhl zurück,« kommandierte Washburn. »Versuch nur, mir die Kleider ins Gesicht zu werfen, wenn du willst. Aber wir zählen jetzt auf dein Bäuchlein, sodass das dann ziemlich weh tut.« Lauri brachte seine Kleider an die Stelle, die Washburn ihm bezeichnet hatte. »Stopp, nicht weiter,« kommandierte Washburn. Lauri kehrte zurück und setzte sich wieder auf den Stuhl. Collins, der in der Tür gestanden hatte, untersuchte Lauris Kleider mit einem Metalldetektor oder mit einem anderen Gerät, das Lauri nicht erkennen konnte. Dann warf er den Kleiderhaufen Lauri zu Füßen. »Du kannst dich wieder anziehen, wenn du willst,« sagte Washburn. Lauri zog sich wieder an. Zwei Männer holten Farlis Leiche, während Collins das Filetiermesser, das neben Farlis gelegen hatte, vom Fußboden aufhob. Er ging damit hinaus und schloss die Tür hinter sich. »Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass ihr gar nicht aufgetaucht seid,« schmunzelte Washburn. »Ich bin eigentlich nicht überrascht darüber, dass keiner unserer Gäste, die alle Geschäftsleute sind, euch etwas erzählt hat. Ich bin anscheinend so vermögend, dass sie wohl beschlossen haben, mit ihren Taschenrechnern und nicht mit ihrem Gehirn zu denken und alles Verdächtige mit irgendeiner Ausrede wegzuerklären. Aber ich habe mich gefragt, ob euer berühmtes Ekelon tatsächlich nichts findet und ob nicht eine von den Nutten, die wir hierher gekarrt haben, irgendwann zur Polizei geht und singt. Wir haben noch einige davon ziemlich hart angefasst. »Weiß der Teufel, wir waren mit unseren Reden so nachlässig, wie wir es nur sein konnten, ohne dass das Ganze wie eine Inszenierung gewirkt hätte.« Lauri hatte das schreckliche, schwindelerregende Gefühl, dass die Dinge wieder einmal nicht so waren, wie sie sein sollten, dass sie wieder einmal auf dem Holzweg waren, und diesmal vielleicht schlimmer als damals, als sie die Emmels Bristol attackiert hatten. So als hätte er Schach gespielt gegen einen Weltmeister, der seine Sache beherrschte, und wäre sich immer deutlicher der Tatsache bewusst geworden, dass sein Gegner ihm bei seinen Berechnungen viele Züge voraus war und ihm jeden seine eigenen Züge diktierte. Auf Timothy Washburns Gesicht spielte ein spöttisches Lächeln. »Du hast also immer noch nichts verstanden?«, fragte er. Das Ganze erschien Lauri immer unwirklicher. »Wohin führt das alles?«, dachte er. Washburn zögerte. »Vielleicht hast du's verdient, es zu erfahren«, sagte er zu Lauri. »Zunächst einmal nur zu deiner Information, für den Fall, dass es dich interessiert, was als nächstes passiert. Ich werde dich in einigen Augenblicken erschießen. Und dann schaffen wir die Leichen von dir und deinem Freund hinaus. Ich nehme an, dass eure Leute das sehen und dann das Haus stürmen werden. Dann werden einige von uns in dem nachfolgenden Feuergefecht sterben, wie zum Beispiel ich und alle anderen, die zu viel wissen. Die übrigen werden festgenommen. Im Grunde genommen ist dies also auch eine Art Selbstmordanschlag, obwohl es vielleicht nicht so aussieht.« Lauri sah Washburn aufrichtig verblüfft an, ohne noch zu begreifen, wovon dieser sprach. »Sehen Sie, Mr. Nurmi, wenn man die Mittel der Inquisition benutzt, trifft man unausweichlich auf ähnliche Probleme wie die Inquisition.« »Ich verstehe nicht, was Sie meinen.« Anfangs gab es in Europa nur wenige Hexen, aber als man anfing, den Menschen durch Foltergeständnisse abzupressen, fanden sich erheblich mehr. Millionen. So viele, dass Europa ein paar Jahrhunderte lang der einzige Erteil war, wo man keine effizienten Schmerzmittel kannte. Weil alle Kräuterfrauen als Hexen verbrannt worden waren. Katholiken und Protestanten konzentrierten sich einige Jahrhunderte lang mit lobenswertem Eifer darauf einander umzubringen, was natürlich vom Standpunkt der übrigen Welt das Klügste war, was die Europäer jemals ersonnen hatten. Schade nur, dass diese schönen und wertvollen Traditionen in letzter Zeit erloschen sind. Hoffentlich kann man sie wiederbeleben.« Und da begriff Lauri plötzlich, wovon Washburn redete. Dieser sah Lauri blusdicht an. Er hatte offenbar Lauris verbitterte Miene registriert. »Ja«, lächelte Washburn. »Genau so. Früher ist eure Regierung gegen die Folter eingetreten, zumindest in einem gewissen Maße. Jetzt seid ihr der größte Fürsprecher der Folter in der Welt, eine richtige PR-Maschine der Folterer. Auch Hollywood wurde dafür eingespannt, den Menschen zu erklären, warum die Folter eigentlich wieder eine ganz akzeptable Sache ist. Alle unsere Männer, die in Haft kommen, wissen, was man mit ihnen machen wird. Sie sind darauf vorbereitet. Sie können doch nicht im Ernst meinen, dass...« »Doch, das meine ich, genau das. Sie haben gelernt, sehr starken, lange andauernden Schmerz zu ertragen. Training wirkt Wunder, zumal die Stärke der Schmerzempfindung größtenteils eine psychologische Sache ist. Lange Zeit sagen sie nichts. Aber wenn sie anfangen zu reden, verraten sie teils dieselben und teils anderen Namen. Ein Teil davon ist erfunden. Es sind Namen von Menschen, die es nicht gibt.« Washburn lachte, hohl und freudlos. »Ich hoffe, deine Kumpels haben Spaß, wenn sie diese von uns aus dem Nichts hervorgezauberten Schemen suchen,« sagte er zu Lauri. »Ein Teil der echten Namen sind Brüder, die ihr schon gefasst habt. Ein anderer Teil sind Brüder, deren Namen ihr kennt, die sich aber momentan auf keinen Fall in den Vereinigten Staaten aufhalten. Und dann als Bonbon. Ein kleiner Teil sind eure stärksten Verbündeten. Leute, die gegen uns arbeiten. Sorgfältig ausgewählte amerikanische Moslemführer, die besonders umfangreiche und für uns ärgerliche Netzwerke haben. Jetzt dürft ihr dieses Problem für uns aus der Welt schaffen.« Lauri schloss die Augen. »Das kann nicht wahr sein,« dachte er. »Niemand könnte jemals einen so wahnsinnigen teuflischen Plan ersinnen und ausführen.« »Ich gehe mal davon aus, dass das, was ihr euren wichtigsten Verbündeten antut, einen großen Teil ihrer Anhänger gegen euch aufbringen wird,« sagte Washburn. Washburn sah Lauri an, angespannt und mit bitterem Lächeln. »Aber sie wohnen nicht im Irak oder in Afghanistan oder in Vietnam,« fuhr Washburn fort. »Sie sind Bürger der Vereinigten Staaten. Eure Nachbarn. Bald werdet ihr gezwungen sein, alle Muslime im Land grausam zu verfolgen. Aber wir wollen doch allmählich mal zur Sache kommen.« Ohne jede Vorwarnung und ohne eine Miene zu verziehen, schoss Washburn Lauri in den rechten Schenkel. Lauri spürte erst einen dumpfen, mit der Kraft eines Vorschlaghammers ausgeführten Schlag und ein Gefühl der Taubheit, das sich in seinem Bein ausbreitete. Dann kam der Schmerz, der sich schlagartig vom Schenkel in seinem ganzen Körper bis in den Hinterkopf ausbreitete. Lauri vermutete, dass die Kugel seinen Schenkelknochen durchschlagen hatte. Er blickte hinab und sah, dass Blut aus seinem Bein hervorsprudelte. Die Kugel musste eine der Beinarterien verletzt haben. Ihm war sofort klar, dass die Wunde lebensgefährlich war. Er hatte viele Menschen an einer solchen Wunde sterben sehen. Washburn betrachtete Lauri abschätzend. »Was meinst du selbst? Genügt das schon, um die Sache zu erledigen?« fragte er Lauri. »Was mich betrifft, ich würde das schon so sehen,« keuchte Lauri. »Na, setzen wir zur Sicherheit noch einen weiteren.« Wieder gab Washburn auf Lauri einen Schuss ab, diesmal in die Schulter. Lauris Arm flog heftig zur Seite, und Lauri fiel vom Stuhl. Als er auf dem Boden aufschlug, traf ihn der Schmerz im Gehirn wie ein Stromschlag, und er war nahe daran, das Bewusstsein zu verlieren. »Dieser Job ist dir nicht recht gelungen,« lachte Washburn. »Oder wie siehst du das?« Lauri versuchte, seinen linken Arm zu bewegen, er gehorchte nicht, und seine Schulter wurde von einem schneidenden Schmerz zerrissen. Auch die Schulter blutete, aber nicht so stark wie der Schenkel. »Wenn du Zeit hast, frag doch mal jemanden bei euch im Büro, warum bei bestimmten Atomversuchen den Bomben kleine Mengen Quecksilber beigegeben wurden. Ich glaube nicht, dass sie es dir erzählen werden, aber falls doch, nehme ich an, dass es dich ein bisschen amüsieren könnte. Ach so, sorry, ich habe ganz vergessen, dass du von hier nirgendwo mehr hingehen wirst.« »Einfach mal aus Interesse. Wie viel Plutonium habt ihr denn stehlen können?« stammelte der auf dem Fußboden liegende Lauri keuchend vor Schmerz. Er spürte, wie sich unter ihm eine rasch wachsende Lache von etwas Warmem, Nassem und Klebrigem ausbreitete, und er wusste nur allzu gut, dass es sein eigenes Blut war. Der Schmerz war schneidend und zugleich pochend, nahezu unerträglich. Washburn sah Lauri seltsam an. »Plutonium?« fragte er verwundert. »Überhaupt keins. Was sollten wir denn damit anfangen?« Catherine Henshaw hielt einen etwa sechzigjährigen Geschäftspartner von Washburn an der Hand und führte ihn die Treppe hinauf in den ersten Stock. Eine der Türen im Gang ging auf. Catherine sah, wie zwei von Washburns Männern David Farleys Leiche hinaustrugen und die Tür hinter sich schlossen. Catherine erstarrte. Vor zehn Minuten hatte sie gesehen, dass Lauri Normie in dasselbe Zimmer ging. »Irgendetwas stimmt hier nicht«, dachte Catherine. Die Gangster schleppten Farleys Leiche ans Ende des Ganges. Am Boden blieb eine dicke Blutspur zurück. »Das hier sollten Sie eigentlich nicht sehen«, sagte ein dritter Mann zu Catherine, der aus demselben Zimmer gekommen war. »Verschwinden Sie!«, »Collins«, las Catherine auf dem Namensschild, das der Mann an der Brust trug. Es kam ihr so vor, als hätte der Mann sein Kommando nur pro forma gegeben, so als hätte die Sache keine wirkliche Bedeutung. Wie war das möglich? Washburns Männer hatten gerade einen Mord begangen, hatten einen Agenten des Bundesstaats umgebracht. Catherine und ihr Begleiter waren Zeugen des Mordes. Sie hatten gesehen, wie Washburns Männer Farleys Leiche aus dem Zimmer schleiften. Aller Vernunft nach hätte das Collins interessieren müssen. Catherines Begleiter flüchtete schon in Panik halb rennend die Treppe hinunter. Aber niemand versuchte, ihn aufzuhalten. »Warum nicht?« Aus dem Zimmer war ein Schuss zu hören. Catherine erschrak. Der Raum war offenbar gut schallisoliert, denn das Geräusch klang matt, wie erstickt. Aber an der Art des Geräusches gab es keinen Zweifel, es war eindeutig ein Schuss gewesen. Catherine sah, dass einige von Washburns Leibwächtern das Geräusch registrierten. Auf ihren Gesichtern lag plötzlich ein gespannter Ausdruck. Sie waren voller Erwartung. »Es gibt nur eine Erklärung«, dachte Catherine. »Bald würde etwas geschehen, das die Ordnung der Dinge durcheinanderbringen würde und solche Kleinigkeiten wie Anklage wegen Mordes bedeutungslos machte.« »Sollte ich etwas tun?«, dachte sie fieberhaft. »Was könnte ich denn tun?« Im Zimmer krachte ein weiterer Schuss. Catherine fuhr zusammen, als hätte die Kugel sie selbst getroffen. »Was ging in dem Zimmer vor sich? Auf wen war geschossen worden? Doch nicht etwa.« Collins sah Catherine amüsiert an. Catherine sah, dass er in der linken Hand ein Messer mit einer sehr langen und schmalen Klinge hielt. Die Klinge war blutig. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden, Puppe«, sagte Collins noch einmal. »Geh schon!« »Es ist peinlich, das zu gestehen, aber so was erregt mich«, sagte Catherine mit betont heiserer Stimme. Catherine bemerkte, dass Laudys Pillen tatsächlich zu wirken begannen. Sie fühlte sich seltsam leicht, als sie auf Collins zutrat. Es war, als schwebte sie in der Luft, als berührten ihre Füße gar nicht in Boden. Die Zeit verging langsamer als sonst, und es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis sie bei Collins ankam. Sie trat ganz nah an ihn heran und berührte seine Wange mit dem Finger. »Ich mag Männer wie dich«, flüsterte Catherine. »Richtige Männer.« Catherine atmete absichtlich langsam und schwer, sodass ihre Brüste sich bei jedem Atemzug hoben und senkten. »Richtige Männer, die schwächere Männer töten können«, raunte Catherine Collins ins Ohr. »Die jämmerliche, lebensuntaugliche Weicheier erledigen.« Catherine sah, wie Collins' Blick abwärts und über ihre nur knapp verhüllten Brüste glitt. »Ein andermal, Baby«, sagte Collins abweisend. »Es dauert nur einen Augenblick«, schlug Catherine vor. Catherine strich mit der Hand leicht über Collins' Unterbauch und dann über den oberen Teil seines Schenkels. »Nun hör doch mal auf mich«, sagte Collins. Aber sein Widerstand war noch nicht so entschieden, dass Catherine hätte aufhören müssen. Sie legte ihre Hand auf seine und versuchte, das lange Messer aus seiner Hand zu lösen. Catherine stellte fest, dass sie in den Fingern kein normales Empfinden mehr hatte. Sie fühlte sich immer unwirklicher. So als träumte sie. »Vielleicht ist dies nur ein Traum«, dachte Catherine. »Vielleicht erwache ich gleich. Vielleicht geschieht nichts von all dem hier. Vielleicht kommt niemand wirklich zu Schaden. Unabhängig davon, was ich vielleicht gleich tue.« Collins' Griff lockerte sich etwas. »Ich glaube nicht, dass dies wirklich geschieht«, dachte Catherine entrückt. »Ich glaube nicht, dass ich das wirklich tue.« »Dass ich das wirklich tue.« Laurie sah Washburn verblüfft an. Die warme, nasse Blutpfütze unter ihm wurde immer größer. »Wie meinst du das? Dass ihr kein Plutonium?« Washburn lachte selbstgefällig. »Warum hätten wir das stehlen sollen?« Aber Plutonium ist verdammt radioaktiv. Der Umgang damit ist schwierig. Man bekommt Blasen an den Händen, die Eier fallen einem ab. Und? Nun, wir haben einen französischen Wissenschaftler eine Million Dollar dafür gezahlt, dass er in den Statistiken seines Instituts insgesamt 180 Gramm Plutonium mehr verbuchte. In vielen, sehr kleinen Mengen. Ein Stoff also, den es nie gegeben hat. Als er die Sache dann bemerkte, seinen Chefs darüber Bericht erstattete und sich das verschwundene Plutonium nirgendwo fand, gab es eine kleine Panik. Im Grunde war das sehr komisch. Außerdem haben wir die Yakuzas dafür bezahlt, dass sie eine kleine Tonne mit Lithium stahlen und sie im Ozean versenkten. In elf Kilometer Tiefe. Wir haben ihnen befohlen, bei dem Raub etwas Blut zu verspritzen, etwas zu tun, das ein bisschen mehr hermacht als ein gewöhnlicher Überfall. Damit die Gedanken aller Beteiligten bestimmte Bahnen einschlugen. Unbestreitbar haben sie ihr Ziel erreicht, dachte Lauri gebrochen. Sieh mal, wenn die Menschen einmal beschließen, eine Sache in bestimmter Weise zu betrachten, dann können sie später ihre diesbezügliche Meinung nicht mehr ändern, dozierte Washburn. Abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen. Das menschliche Verhalten ist sozusagen vorhersagbar. Ich halte es nicht aus, noch mehr zu hören, dachte Lauri erschöpft. Wir haben uns gedacht, dass bei euch etwas Leben in die Bude käme, kicherte Washburn. Die Yakuzas hatten an der Sache genauso viel Spaß wie wir. Du irrst, wenn du annimmst, die Japsen hätten vergessen, was ihr mit Hiroshima und Nagasaki gemacht habt. Dass ihr einfach so zum Vergnügen noch ein paar hunderttausend Zivilisten mehr in Asche verwandelt habt, obwohl Japan damals nichts mehr wollte, als sich ergeben. Mit solchen Geschichten wird man immer konfrontiert, weißt du, früher oder später. Denen entkommt man nicht. Sie verblassen, aber nur ein wenig. Sie verschwinden nicht wirklich. Ich meine, ihr hättet euch irgendwann entschuldigen oder wenigstens sagen sollen, sorry, wir hätten das nicht tun sollen. Aber ihr habt einfach weitergemacht, in eurer alten, selbstgefälligen Art.« »Ihr habt also keine Plutoniumzünder?« Lauri bemühte sich, den sowohl schneidenden als auch pochenden Schmerz irgendwie zu verdrängen, um klar denken zu können. Washburn lachte. »Nein! Es ist viel leichter, den Anschein zu erwecken, jemand habe Plutonium gestohlen, als tatsächlich welches zu stehlen. Es ist auch billiger. Weißt du, was es kostet, eine Nuklearwaffe zu kaufen oder zu bauen? Pakistan hat die Saudis um eine Milliarde Dollar jährlich geschröpft, jahrzehntelang. Und die Saudis haben, ohne mit der Wimper zu zucken, geblecht, was die Pakis verlangten, denn sie wollten, dass sich unser Sozialisierungseifer auch künftig nur auf das Öl von Irak und Iran, nicht aber auf ihre eigenen Ölquellen richtet. Unsere virtuelle Kernwaffe hat sechs Millionen Dollar gekostet, ein Millionstel von dem, was das Kernwaffenprogramm der USA kostet. Fünf Millionen für die Yacuzas und eine für den geldgierigen Scheiß Franzosen, der übrigens demnächst sozusagen als Fischfutter enden wird. Zur Sicherheit. Und die Fotos aus dem Schiffsbauch. Der Schmerz war jetzt weiter weg. Er war immer noch spürbar, aber er war jetzt wie ein feurig pulsierender Klumpen, eine Armlänge entfernt. Etwas, das nur noch zur Hälfte ein Teil von ihm war. Getürkte Bilder, lächelte Washburn. Man kann heute mit dem Computer alles Mögliche machen. Julia hat genau das gesagt. Ihr hättet ihr glauben sollen. Eine Atombombe, die nur in der Fantasie deines Gegners existiert, ist immer viel nützlicher und effizienter als eine Bombe, die es wirklich gibt. Wie das? Möchtest du wirklich noch mit mir plaudern? Ich meine, möchtest du jetzt gleich gehen oder lieber noch einen Augenblick warten? Meinetwegen kannst du es dir aussuchen. Lauri lächelte müde. Der Schmerz war nicht mehr unerträglich, aber die Kräfte verließen ihn. Die Umgebung verschwamm allmählich vor seinen Augen. Lauri war klar, dass er nichts tun konnte. Bald würde er wegen des Blutverlusts das Bewusstsein verlieren und einen Schock erleiden. Er würde sterben, auch wenn Washburn nichts weiter tat.« »Du bist ein sehr edler Mensch«, sagte Lauri müde. »Wenn ich also wählen darf, würde ich gerne erfahren, worum es ging, also warum ich sterbe.« Washburn sah Lauri zweifelnd an. »Wird dich das nicht noch mehr verbittern?« »Vielleicht spiele ich ja auf Zeit und versuche, mich zu überraschen.« Washburn schüttelte den Kopf. »Mumm hast du ja, das muss man hier lassen. Zwei ordentliche Stück Blei im Leib und der Mann prahlt noch. Aber mit diesem Blutverlust kannst du nicht mehr lange bei Bewusstsein bleiben.« »Du hast sicherlich vollkommen recht«, räumte Lauri ein. »Vielleicht hast du eine Erklärung verdient«, sagte Washburn, und in seiner Stimme war ungewollte Respekt zu hören. »Sieh mal, eine Bombe, die nur in der Fantasie deiner Gegner existiert, ist ein perfektes Einschüchterungsmittel, denn sie ist überall gleichzeitig vorhanden. Sie steht gleichzeitig jeder bekannten und unbekannten Terrororganisation und jedem feindlichen Staat zur Verfügung. Sie befindet sich in jedem Container, der per Lkw, Zug oder Schiff ankommt, und auch im Frachtraum jedes Flugzeugs, das sich den Vereinigten Staaten nähert. Man kann sie nicht finden und man kann sie nicht vernichten, aus dem einfachen Grund, dass es sie ja nicht gibt. Und wenn wir selbst tausendmal versichern würden, dass die ganze Geschichte reiner Blöff war, deine Regierung würde uns nicht glauben. Niemals. Wir brauchen jetzt, wo wir euch davon überzeugt haben, dass wir über sechs Tonnen Lithium-6 verfügen, eigentlich nichts anderes mehr zu tun, als abzuwarten und zuzusehen, wie sich die Vereinigten Staaten von Amerikas erfetzen. Wie sie ihre Verbündeten bedrängen und bestürmen und deren Bürger und die eigenen Bürger foltern und ein Land nach dem anderen verprellen, bis alle ihre Allianzen, die sie mit viel Mühe während des Kalten Krieges aufgebaut haben, unwiederbringlich zerstört sind und sie in der Welt keinen einzigen wirklichen Freund mehr haben, außer vielleicht Israel. Ein perfekter Plan. Er musste zugeben, dass Washburns Denken in seiner satanischen Einfachheit schon an Genialität grenzte. »Martin Luther King hat gesagt, dass alle auf Vietnam abgeworfenen Bomben in Wirklichkeit mitten unter den amerikanischen Frauenmännern, Kindern und Greisen explodiert sind,« sagte Washburn. »Die heutigen Waffensysteme sind noch viel teurer. Nur ein kleiner Teil der über dem Irak und Afghanistan abgeworfenen Bomben und der abgefeuerten Marschflugkörper richtet dort einen wirklichen Schaden an. Aber jeder einzelne Sprengsatz reißt wieder ein neues Loch in die öffentliche Gesundheitsfürsorge und die soziale Sicherheit der Vereinigten Staaten.« »Könntest du aufhören, Martin Luther King zu zitieren?«, bat Lauri. »Einfach nur mir zulieber.« »In den Vereinigten Staaten sterben jedes Jahr etwa fünf bis sechshunderttausend Menschen vor der Zeit. Sie wären noch am Leben, wenn sie zum Beispiel in Europa geboren worden wären,« leierte Washburn herunter. »Irgendwann hat mich das sehr bewegt. Jetzt finde ich das vor allem amüsant. Im Grunde ganz höllisch amüsant. So ändert sich die Perspektive, wenn der Mensch an Lebenserfahrung gewinnt.« Washburn streckte eine Hand nach dem auf dem Tisch stehenden Cognac-Glas aus, richtete aber weiterhin die Waffe auf Lauri. Auch seine Männer taten das. Lauri wusste, dass er keine Chance hatte, auch wenn die Männer die Waffen gesenkt oder sie in den Schrank eingeschlossen hätten. Er hatte nicht die Kraft, auch nur eine Fliege zu töten. Washburn kostete den Cognac. »Na, was sagst du dazu?« »Zweifellos ein ganz witziger Plan,« räumte Lauri ein. Die Welt kippte zur Seite, stellte sich auf den Kopf und begann vor seinen Augen zu kreisen, so als wäre er stürzt betrunken. Aber er hatte kaum noch Schmerzen. Allerdings wurden ihm Finger und Zehen kalt, und die stellte Koch langsam höher hinauf in seine Hand- und Fußgelenke. »Eine virtuelle Atombombe hat natürlich den Nachteil, dass man sie nicht zünden kann, selbst wenn man wollte,« theoretisierte Washburn. »Aber man kann ja auch keine anderen Atombomben einsetzen. Und warum sollten wir Atombomben gegen die Vereinigten Staaten einsetzen wollen? Danach würden doch alle uns hassen, noch nach Tausenden von Jahren. Und die Vereinigten Staaten würden alle ihre alten Verbündeten zurückbekommen. Wir wollen nicht marginalisiert werden. Wir wollen unsere eigenen Leute im Irak, im Iran, in Saudi-Arabien und in Pakistan an die Macht bringen.« Die Drehbewegung endete. Aber das kalte, eisige Gefühl stieg die Arme und Beine hinauf, und Lauri spürte seine Finger und Zehen nicht mehr. Er versuchte, seinen Daumen zu bewegen, aber er gehorchte ihm nicht. Auch der Zeigefinger reagierte nicht auf den Befehl des Gehirns. Lauri wollte die Hand bewegen, aber es war hoffnungslos. Die Hand wog mindestens eine Tonne. »Das war's dann«, dachte er. »Meine Zeit hier geht allmählich zu Ende.« Washburn blickte auf die Uhr. »Es wäre nett, noch länger mit dir zu plaudern, aber mir scheint, du bist schon im Aufbruch. Also, wie wär's? Ich hab da unten noch zu tun.« Lauri nickte leicht, soweit er das noch konnte. »Okay«, lallte er müde. »Wir haben mir eigentlich auch genug geplaudert.« Seine Stimme klang heiser, stockend. »Aber so unter uns«, stammelte Lauri. »Hast du jemals das Wort »Empathie« gehört?« »Ich betreibe gegenwärtig nur amerikanische Empathie«, versetzte Washburn kurz angebunden. »Dies ist Krieg, und im Krieg sterben Menschen. Und das hier sind noch keine sehr großen Opfer.« »Wie seltsam«, dachte Lauri. »Mir ist, als hätte ich diese Worte schon mal gehört, aber aus dem Mund von jemand anderem.« Washburns Zeigefinger begann sich, um den Abzug zu krümmen. »Schade, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen«, sagte Washburn widerwillig. »Ich hätte gern gesehen, wie du die Aussies umgenietet hast. Achtzehn harte Burschen. Das war ein Ding. Leider wird es nicht mehr lange geheim bleiben, dein Chef wird nicht gerade entzückt sein, wenn bestimmte Abhörbänder bei den australischen Medien landen.« »Los, mach hin«, zischte Lauri. »Tu's!« »Ich will jetzt sterben, wo ich noch bei Bewusstsein bin«, dachte Lauri. Washburn hob die Waffe ein wenig, sodass der Lauf direkt auf Lauris Stirn zielte. »Jetzt sterbe ich«, dachte Lauri. Das war's. Aber Washburn drückte nicht ab. Auf seinem Gesicht lag ein nachdenklicher Zug, so als wäre ihm etwas eingefallen oder als wollte er noch etwas fragen oder sagen. Die Tür zum Gang öffnete sich, so langsam und leise, dass Washburn und seine Männer es nicht bemerkten. Zunächst dachte Lauri, dass er sich das nur einbildete. Aber dann sah er Katharine Henshaw. Sie hatte etwas Glänzendes, Schwarzes in der Hand, das direkt auf Washburns Hinterkopf zielte. Hinter Katharine lag der Wachmann, der vor der Tür gestanden hatte. Collins. Aus seinem Hals ragte etwas Stumpfes heraus. Katharines Gesicht und auch andere Stellen ihres Körpers waren mit roter Farbe bespritzt. »Rote Farbe? Oder war das?« Washburn öffnete den Mund, um etwas zu sagen, als in Katharines Hand etwas aufblitzte und Washburns Kopf explodierte. »Blut und noch etwas spritzte umher.« Den Knall selbst hörte er nur aus weiter Ferne. Washburn fiel ohne einen Laut auf Lauri zu, und Lauri sah, dass die Hälfte seines Hinterkopfes fehlte und dass da, wo einen Augenblick zuvor noch seine Stirn gewesen war, jetzt ein großes, unregelmäßiges Loch klaffte. »Oho, der Bursche hat sich wohl etwas gewundert«, dachte Lauri. Er sah wie Washburns Männer in Katharines Richtung herumfuhren, aber ihre Bewegungen waren ungeheuer langsam, so wie in einem sehr langsam abgespielten Film, und Lauri kam nicht dazu, sich Sorgen zu machen, denn er sah, dass die Männer keine Chance hatten. Ein erwachsener Mensch dreht sich überraschend langsam um. Eine Kehrtwendung um hundertachtzig Grad ist viel langsamer als die Bewegung, die es braucht, um eine Pistole um ein paar Grad zu drehen. Irgendwo weit weg knallte es wieder. Einmal und dann noch einmal. Einer von Washburns Männern zuckte zweimal, und seine Kleider und Haare flatterten gleichsam, als die von Katharine abgeschossenen Kugeln ihn durchbohrten. »Auf nimmer wiedersehen«, werte Lauri. »Braves Mädchen, gut gemacht.« Gleichzeitig spürte er einen schnellen Schmerz im Herzen, und ihm tat Katharine leid, denn er wusste nur zu genau, wie sie sich fühlen würde, wenn die Wirkung der Kampfdroge nachlassen und sie verstehen würde, dass sie richtige Menschen umgebracht hatte. Vorausgesetzt natürlich, sie würde so lange leben, dass sich die Droge wieder aus ihrem Blut verflüchtigen konnte. Bei genauerer Überlegung war das allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Der Mann, der noch übrig war, hatte seine Waffe schon in der Hand, sich aber noch nicht umgedreht, als Katharine zum vierten Mal schoss, und der Mann zu Boden ging. »Die sind ja umgefallen wie die Kegel auf der Bowlingbahn«, dachte Lauri voller Bewunderung. Er sah, wie Katharine die Pistole mit beiden Händen hielt und wie sie sie abwechselnd auf die beiden Männer richtete. Der eine lag still am Boden und sah sehr tot aus, aber der andere bewegte sich noch und zog langsam die Waffe hervor. »Ich bin Geschichte«, dachte Lauri. Irgendwo in der Ferne knallte es noch zweimal, und die beiden Männer rührten sich nicht mehr. »Halt noch einen Moment durch«, summte ihm Katharines Stimme im Ohr. Merkwürdig. Katharines Mund stand sperrangelweit offen, so als hätte sie geschrien. Aber warum war ihre Stimme dann ein so leises Flüstern? Hatte sie Angina? Oder eine virale Stimmbandentzündung? Katharine hob eine Waffe auf, die einer von Washburns Männern hatte fallen lassen und eilte zur Tür. Lauri sah, dass sie ins Treppenhaus feuerte, bis die Waffe leer war. Die Schüsse klangen sehr matt und blass. Lauri meinte, gereizte Rufe und Schmerzensschreie zu hören, aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein. Er sah, wie Katharine die Tür zudrückte, und sie verschloss. Klick. Katharine nahm Washburns Waffe in die Hand und trat zu ihm. »Bleib bei Bewusstsein«, rief sie ihm zu. »Nur noch einen Augenblick!« »Du hast gut reden«, dachte Lauri. Er spürte, wie Katharine seine Wunden untersuchte. Sie löste schnell den Gürtel des halbkopflosen Timothy Washburn, schlang ihn um Laurys Schenkel und zog ihn fest. In Gedanken nickte Lauri beifällig. Der starke Blutstrom kam aus dem unteren Teil des Schenkels, die Aderpresse saß also genau an der richtigen Stelle. Der Blutstrom der Schulter versiegte allmählich unter schwarzem, geronnenem Blut. Aber einen Verband hätte man schon früher anbringen müssen, damit er wirklich noch etwas genützt hätte. Er hatte zu viel Blut verloren. Jeden Moment konnte bei ihm der Schockzustand eintreten. Lauri spürte, wie Katharine ihn auf die Seite drehte, und auch das war eine richtige Maßnahme. Jetzt würde der Schock etwas langsamer kommen. Katharine hatte offensichtlich irgendwann mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ob er wohl sein Bein etwas höher lagern konnte, sodass der Kopf zum Funktionieren genug Blut bekam? Nein, das klappte nicht. Seine Beine gehorchten ihm nicht mehr. Zu spät, dachte er. Es klopfte an der Tür, und eine ferne Stimme forderte etwas. Katharine ergriff die Waffe, die sie auf den Boden gelegt hatte, und schoss ohne zu zögern zweimal durch die Tür. Lauri hörte das Knirschen, als die Kugeln die Tür zerfetzten und wie jenseits der Tür etwas schwer zu Boden schlug. »Katharine bietet Ihnen ja diesmal reichlich Spaß für Ihr Geld,« dachte Lauri, und der Gedanke erschien ihm plötzlich urkomisch. Dann fiel ihm ein, dass er unbedingt noch jemandem berichten musste, was Washburn gesagt hatte. Das war sehr wichtig, damit keine unschuldigen Menschen zu Schaden kamen. Aber würde Katharine zuhören können? Sie wirkte im Moment ziemlich ungeduldig und sehr beschäftigt. »Und wie sollte er es erzählen, wo er doch kein Wort mehr herausbringen konnte?« »Jetzt habe ich ein echtes Problem,« dachte Lauri verschwommen. Lauri spürte, dass Katharine ihn beiseite zog. »Warum konnte sie ihn nicht in Ruhe lassen?«, wunderte er sich beiläufig, als Katharine ihn hinter eine Ecke aus der Feuerlinie zog, unmittelbar bevor mindestens zweiehalbautomatische Waffen anfingen, die Tür zu zerschießen. Die Kugeln schlugen in die Wände ein und ließen Bilderrahmen und Glas zersplittern. Putz löste sich in großen Placken von den Wänden und fiel zu Boden. »Die Jungs hauen ordentlich auf die Pauke.« »Das ganze Lokal wird auf einmal renoviert,« dachte Lauri. Erstmal kamen die Treppe dran und dann auch noch die Mauern. »Im Erdgeschoss wimmelt es von Washburns Männern. Gegen die kommt Katharine nicht an.« »Es sind mindestens zwanzig,« dachte Lauri. »Und auch die meisten von Washburns Gästen sind sicherlich irgendwelche Gangster.« »Geh«, brachte Lauri mühsam heraus. »Quatsch«, entgegnete Katharine. »Es ist ja ein hochgeistiges Gespräch«, ärgerte sich Lauri. Katharine wartete darauf, dass die Männer durch die Tür kämen. Die Schüsse ließen die Tür zersplittern und das Schloss hing nur noch an einigen mürben Holzfasern. Die Männer brauchten nur die Tür einzutreten. Jeden Augenblick. Katharine war ein seltenes Naturtalent, und wenn sie so gut schoss wie am Schießstand im Keller von Sierra Vera, dann würde sie mindestens noch einen der bald hereinstürmenden Männer erwischen, mit Glück zwei oder drei. Aber auf mehr konnte man nicht hoffen, weil Katharine das Überraschungsmoment nicht mehr auf ihrer Seite hatte. Wenn Katharine nicht floh, würden sie beide sterben, nur wenige Sekunden nachdem die Tür nachgab. Die Gewehrschüsse waren verstummt. Katharine erwartete den Sturmangriff. Sie hielt ihre Waffe fest auf die Tür gerichtet und stützte ihr Handgelenk mit der anderen Hand. Mit der anderen Hand. Epilog New York, 28. Oktober Lauri Nurmi humpelte, schwer hinkend und auf seinen Spazierstock gestützt, zu einem Tisch in einem New Yorker Restaurant, an dem Katharine Henshaw ihn schon erwartete. »Das sieht doch schon ganz gut aus, wie du gehst«, begrüßte sie ihn. »Danke, das wird auch wieder werden. Aber der Arzt meinte, ich müsse dieses Jahr die Weltmeisterschaften im Reitbogen schießen auslassen«, sagte Lauri sarkastisch. »Vielleicht ist das nicht das Wichtigste von der Welt.« »Was möchtest du?« fragte Lauri. »Ich lade dich ein.« Katharine schüttelte den Kopf. »Nein, jetzt bin ich dran. Ich stehe auf und gehe, wenn du mich nicht bezahlen lässt.« Lauri seufzte schwer. »Du lässt mir keine große Wahl. Aber ich verstehe nichts von dieser Speisekarte. Ob man hier feuergegarte Zwiebeln bekommt?« »Ich kann dir bei der Bestellung helfen«, grinste Katharine. Beide bestellten den Fisch des Tages und dazu eine Flasche französischen Weißwein. Als der Kellner gegangen war, sah Katharine Lauri nachdenklich an. »Sie haben mich also von Anfang an aufs Glatteis geführt«, sagte sie. »Und durch mich auch euch.« »Ganz so war es nun nicht. Sie haben es auch geschafft, uns noch in vielerlei anderer Weise hereinzulegen. Wir waren jedenfalls schon in Panik, weil wir die Plutoniumgeschichte geschluckt hatten und von den Lithiumdiebstählen wussten. Du denkst ja sicherlich daran, dass du von diesen Dingen nichts weißt.« »Ja, ja«, sagte Katharine ungeduldig, »in meinem Beruf lernt man, Geheimnisse zu bewahren.« »Wenn du mich nicht gerettet hättest, hätte niemand die Wahrheit erfahren. Washburn und seine nächsten Gehilfen hätten ihr Geheimnis mit ins Grab genommen, und die anderen wussten nur das, was man ihnen erzählt hatte. Wir hätten Gespenster gejagt und uns mit der Zeit immer verzweifelterer Mittel bedient, bis sich alle gegen uns gewandt hätten.« Lauri verstummte für einen Augenblick. »Es tut mir leid, dass du einen so hohen Preis zahlen musstest, um mir das Leben zu retten«, sagte er dann. »Sprechen wir von etwas anderem«, bat Katharine. »Außerdem ist ja jetzt alles gut. Die Gefahr ist vorbei.« Lauri rang sich ein Lächeln ab. »Jetzt ist alles gut«, dachte er ironisch. »Jetzt ist die Gefahr vorbei.« »Ja«, in Gedanken schnitt er eine Grimasse, sagte aber nichts zu Katharine. Der Kellner brachte den Wein und wollte Lauri einen Probeschluck einschenken. Der schüttelte den Kopf und wies auf Katharine. Der Kellner schenkte Katharine ein. Sie kostete und nickte billigend, worauf der Kellner ihre Gläser zur Hälfte füllte. Lauri erhob seins. »Na, worauf stoßen wir an?« »Warum nicht auf den Frühling?« schlug Katharine vor. »Und darauf, dass es die uns bekannte Welt noch gibt.« Sie stießen an und tranken. »Gut«, konstatierte Lauri. »Sehr gut sogar.« »Ach ja, ich hab was für dich.« Lauri nahm aus deiner Jackentasche einen kleinen braunen Umschlag und reichte ihn Katharine. »Ich hab dir schon am Telefon gesagt, dass ich für deine Zeit bezahle.« »Und ich habe dir ebenso klar gesagt, dass dies jetzt auf keinen Fall meine Arbeitszeit ist,« wehrte Katharine ab. »Ich hab ja nicht diesen Abend gemeint, sondern die Arbeit, die du bisher geleistet hast,« sagte Lauri. Lauri nunmit drückte Katharine den Umschlag in die Hand. Die ergriff ihn zunächst, sah Lauri dann aber nachdenklich an und gab ihm den Umschlag kopfschüttelnd zurück. »Ich will von dir kein Geld.« »Das ist nicht mein Geld,« erklärte Lauri. »Wessen Geld ist es dann?« »Na, eigentlich gehört es niemandem. Das ist etwas schwierig zu erklären, es ist eine Art virtuelles Geld. Aus dem Nichts erschaffen, so wie eigentlich auch alles übrige Geld, sodass es gewissermaßen ebenso richtiges Geld ist wie alles andere Geld auf dieser Welt. Dieses hier hat sich nur nicht in der Bank aus dem Nichts realisiert, als Folge dessen, dass jemand einen Wohnungsbaukredit aufnimmt, sondern, na ja, es ist einfach irgendwo hergekommen. Das war aber eine verworrene Erklärung. Nun, das ist nicht so wichtig.« Katharine schüttelte den Kopf, sie schob den Umschlag noch weiter von sich fort auf Laurys Seite des Tisches. »Danke, aber danke nein.« Lauri wirkte nicht zufrieden, er rührte den Umschlag nicht an. »Wärst du so nett, ihn wenigstens zu öffnen?« »Warum?« »Weil ich mir schon gedacht habe, dass du nicht einwilligen würdest.« »Sodass?« »Sodass in dem Umschlag kein Geld ist, sondern nur ein Kontoauszug. Das Geld ist schon auf dein Konto eingegangen.« Katharine runzelte die Stirn. »Wie bist du an einen meiner Kontoauszüge gelangt?« Lauri seufzte. »Sei doch nicht böse.« In Katharines Augen sprühten kleine Funken. »Ich bin nicht sonderlich begeistert davon, dass...« Nun, sieh doch wenigstens mal nach, was drin ist. Katharine sah Lauri finster an. Dann öffnete sie den Umschlag und zog den Kontoauszug heraus. Ihre Augen wurden rund vor Staunen. »Das muss ein Witz sein!« Lauri schüttelte den Kopf. »Nein, das ist deine Freiheit.« Jetzt schüttelte Katharine den Kopf. »Das kann ich nicht annehmen.« »Wie du willst. Verwende das Geld für wohltätige Zwecke. Meinetwegen richte ein Heim für verwaiste Rauffußkauzjunge ein. Oder verbrenne es und mach weiter mit deinem Job. Es ist mir recht, wenn es das ist, was du aus deinem Leben machen willst. Aber wenn du deine Meinung änderst, dann werde ich dadurch nicht ärmer.« »Aber drei Millionen Dollar?« Das war meiner Erinnerung nach der Betrag, um den du gebeten hattest. Jetzt kannst du dir deine Dachwohnung in Manhattan kaufen und den Rest vernünftig anlegen. »Aber nimm es.« »Ich hätte nach alldem ein etwas besseres Gewissen, wenn du's tätest. Oder, genauer gesagt, ich würde mich dann zumindest nicht wie ein so gewaltiges Arschloch fühlen, wie ich es tatsächlich bin.« »Ich komm in den Knast, wenn das Finanzamt das mitkriegt.« Laurie grinste. »Soweit ich mich erinnere, hast du für diese Einkünfte bereits alle erdenklichen Steuern gezahlt. Ich würde wetten, dass du irgendwann sogar eine kleine Rückerstattung bekommst.« Jetzt musste auch Catherine lachen. »Na gut«, sagte sie schließlich. »Vielen Dank.« Eine Stunde später erschien Julia Norris im Restaurant. Laurie spürte im Inneren eine kleine warme Wallung, als er seine alte, mollige Freundin sah. Julia kaute Nikotinkaugummi, und ihr roter Mantel war ihr viel zu klein geworden. »Hoffentlich komme ich nicht zu früh,« sagte Julia. »Nein, du bist genau zur verabredeten Zeit erschienen,« stellte Laurie fest. Julia nickte Catherine zu. »Hallo,« sagte sie. »Du bist als Anstands-Mauwau gekommen,« sagte Catherine. Laurie hat mich gebeten, ihn zu fahren, weil er das nicht selbst kann, weil er einen in der Krone hat. Aber, ja?« »Ich hab dich wohl ein wenig falsch eingeschätzt damals im Büro,« sagte Julia. »Entschuldige bitte. Ich war dumm.« »Das macht nichts.« »Außerdem hat Andrews dich schlecht behandelt.« »Das Endergebnis war gut,« sagte Catherine ruhig. »Du solltest zumindest für deine Arbeit eine etwas höhere Entschädigung bekommen,« murmelte Julia. »Was denn? Habe ich was Komisches gesagt?« Unterwegs hielten Laurie und Julia an, um Blumen zu kaufen. Dann fuhren sie auf den Parkplatz in der Nähe des Friedhofstores und ließen Julias Auto dort stehen. Laurie legte die Blumen auf Alice's Grab, und sie standen beide lange Zeit still da, ohne ein Wort zu sprechen. Laurie erinnerte sich an die Zeit, die er mit Alice verbracht hatte. Die Zeit ihrer Verliebtheit, ihre erste gemeinsame Wohnung und an all das, was sie zusammen in Sierra Vera gemacht hatten. Ihre große Wanderung durch die Wildnis am Tschadsee, die Tafelberge, die im Verlauf von Millionen Jahren aus Muschelkalk entstanden und dann trockengefallen waren. Die aus dem Sand der Sahara aufragenden Knochen von Tieren, die vor Ewigkeiten gestorben waren. Ihr Besuch in der Serengeti und am Nakuru-See, ihre späteren gemeinsamen Arbeitsaufgaben in Afghanistan, Pakistan und Irak. Er dachte an all das, was hätte sein können, was nun aber niemals sein würde. Julia berührte rasch Laudis Hand, leicht aber tröstend. »Es war nicht deine Schuld,« sagte Julia. Julia wusste, dass Laurie nicht glaubte, was sie sagte. Es würde ihr nie gelingen, ihn davon zu überzeugen, dass er für das Geschehene nicht verantwortlich war. »Und was jetzt?« fragte sie, als sie wieder im Auto saßen. »Du hast gesagt, du möchtest noch woanders hin.« »Wenn du Zeit hast,« sagte Laurie. »Ich habe mit dem ganzen Nachmittag für dich freigehalten.« Lauri hatte eine kleine Stofftasche dabei, aus der eine zusammengefaltete Karte zog. Dabei fiel auch ein an einer Ecke zusammengetackerter Stapel von Papieren heraus, die auf einem gewöhnlichen Drucker ausgedruckt worden waren. Julia hob den Stapel auf. »Nicholson, Madeline, Stafford, Lassie. Radiological Weapons of Terror.« »Ein echter Klassiker,« bemerkte Julia und reichte Laurie den Bericht. »Das kann man sicherlich so sagen.« »Sind nicht heute alle drei Generäle der Luftstreitkräfte?« »Curie«, dachte Laurie. »Marie Curie, eine Wissenschaftlerin, die zu ihrer Zeit als Schwester Prometheus gepriesen wurde. Und dann Curie, die Maßeinheit für die Radioaktivität. 37 Milliarden Mal aktiver Zerfall pro Sekunde. Ein Gramm Radium.« Laurie öffnete die Karte und breitete sie auf dem Lenkrad aus. In Julias Auto gab es zwar auch moderne Ortungstechnik, aber Laurie mochte Karten. Er zeigte Julia die Stelle, wo er mit dem Kugelschreiber ein kleines Kreuz gemacht hatte. »Indien Point ist hier, 30 Kilometer nördlich vom Zentrum,« sagte Laurie. »Das Kreuz markiert eine Anhöhe, von der aus man gut zur Stadt hinübersehen kann. Da möchte ich hin. Auf diese Anhöhe.« »Jetzt ist ja alles gut,« hörte Laurie in Gedanken Catherines Worte. Julia fragte Laurie nicht nach seinen Gründen, sondern schaute auf die Karte und überlegte sich die beste Route. »Ich denke schon, dass ich da hinfinde, aber lass die Karte mal offen. Zur Sicherheit.« »Jetzt ist die Gefahr ja vorüber,« dachte Laurie. »Indien Point. Was für ein schrecklicher Name,« sagte er heftig. »Ellis Mutter heißt eine Horde Nassoni, und nichts könnte ihren traditionellen Werten oder ihre Art, die Umwelt zu gestalten, ferner liegen.« Julia fuhr an der nächsten Anschlussstelle auf die Autobahnen, und bald schon schlängelten sie sich durch die lebhaften Verkehrsströme auf den Magistralen nördlich von New York. »Da musst du abbiegen,« rief Laurie. »Schön Dank,« fauchte Julia, »das hättest du auch etwas früher sagen können.« Julia bog je über zwei Fahrstreifen hinweg in die Ausfahrt ein und wurde dafür mit dem wütenden Hupen der nachfolgenden Autos belohnt. Eine halbe Stunde später kamen sie zum äußersten Ring der Sicherheitszone von Indian Point. Quer über die Landstraße waren große Betonblöcke aufgestellt, und daneben hielt sich etwa ein Dutzend Soldaten auf, die mit Sturmgewehren bewaffnet waren. Von der Straßensperre zog sich nach beiden Seiten ein hoher, oben mit einer Stacheldrahtspirale versehener Zaun in den Wald hinein. Laurie sah, dass in einiger Entfernung auch einige Luftabwehrkanonen standen. Einer der Soldaten bedeutete, ihnen anzuhalten, und kam zu ihrem Auto. Julia öffnete das Fenster. »Ihre Papiere, bitte,« sagte der Soldat. »Ihre Autonummer ist uns unbekannt.« Julia zeigte dem Soldaten ihren Ausweis. Laurie hielt den Bericht von Madeleine Nicholson und Stafford in den Händen. Den drei Generälen zufolge hätte die Explosion einer schmutzigen Bombe mit radioaktivem Material in der Menge von zwei Curie in Manhattan die Behörden gezwungen, die Menschen aus einem anderthalb Kilometer breiten Gebiet zu evakuieren. Für immer. Der Soldat gab Julia ihren Ausweis zurück. »Sie können weiterfahren.« Julia passierte die Straßensperre. In kleinen Gruppen kamen ihnen weitere Soldaten entgegen. Neben der Straße standen auch zwei Panzer sowie einige mit Luftabwehrmaschinengewehren bestückte Panzerkraftwagen. »Ganz schön viel Gerät,« bemerkte Julia. »Besser so,« brummte Laurie. Nach zehn Minuten Fahrt kamen sie zur zweiten Sicherheitszone. Der Zaun hier war noch massiver als der erste. Sie erkannten dahinter die fließenden Umrisse der ersten Batterie größerer Luftabwehrkanonen. Die Stahlschranke, die den Weg versperrte, war so dick und robust, dass auch kein mit voller Geschwindigkeit dagegenfahrender schwerer Panzer sie hätte zerbrechen können. Diesmal kamen vier Soldaten auf sie zu, und sie hielten alle ihr Sturmgewehr direkt auf sie gerichtet. Julia öffnete das vordere Fenster. »Dies ist eine verbotene Zone. Sie kehren am besten um.« Julia reichte dem Mann ihren Ausweis. Der Mann prüfte ihn aufmerksam. »Haben Sie auch etwas Entsprechendes?«, fragte er Laurie. »Wenn nicht, müssen Sie hierbleiben.« Laurie reichte dem Mann seinen Ausweis. Der ging in das Wachhäuschen, legte die beiden Ausweise auf den Scanner und wartete ab, was der Computer melden würde. »Nickerson Madeline Stafford«, dachte Laurie. »Die Explosion einer schmutzigen Bombe von 300 Curie Radioaktivität in Manhattan würde 200.000 Fälle von Krebs verursachen, wenn nicht die ganze Insel evakuiert würde.« Der Soldat brachte die Ausweise zurück. »Alles in Ordnung«, sagte er. Der schwere Schlagbaum hob sich, langsam und ruhig. Julia wartete, bis er sich in zwei Metern Höhe befand und fuhr dann darunter hindurch. Sie passierten weitere Militärabteilungen, Geschützbatterien, Panzer und Luftabwehrkanonen. »Hier sind ja Truppen in Divisionsstärke«, bemerkte Julia. »Na, nicht ganz so viele. Aber es sind hier ziemlich viele Kräfte konzentriert. Indian Point befindet sich, na ja, an einem strategischen Ort.« »So kann man das sicherlich sagen«, dachte Julia. »Dreißig Kilometer entfernt von Manhattan.« »Bald kommen wir zum dritten Zaun«, sagte Laurie. »Kurz davor gibt es einen Parkplatz am Fuß der Anhöhe. Da kannst du parken. Von dort gehen wir zu Fuß weiter.« »Wie viele Zäune gibt es insgesamt?« »Vier oder fünf. Ich weiß es nicht mehr genau.« Julia parkte den Wagen an der von Laurie genannten Stelle und verriegelte die Türen. Vom dritten Zaun her kamen einige Soldaten, um zu überprüfen, ob ihre Papiere in Ordnung waren. Hinter dem Parkplatz lag die Anhöhe, deren Hänge mit niedrigem, aber umso dichterem Buschberg bewachsen waren. Zwischen den Büschen gab es große Baumstümpfe. Offenbar hatten auf der Anhöhe auch höhere Bäume gestanden, aber sie waren gefällt worden, wahrscheinlich erst kürzlich, weil die Baumstümpfe noch nicht vermodert waren. Auf die Anhöhe führte ein schmaler, serpentinenartig gewundener Pfad. Sie folgten ihm. Obwohl Laurie immer noch schwer hinkte, kam er schneller voran als Julia, die gleich anfing zu keuchen und zu schwitzen. »Mir geht es wohl nicht ganz so gut.« »Du solltest aufhören zu rauchen.« »Ich erinnere «, waren sie oben angelangt. Dort und in der unmittelbaren Nähe befanden sich zwölf Luftabwehrraketen und sechs vierläufige Luftabwehrkanonen sowie etwa vierzig Soldaten. Der sie kommandierende Käpt'n wirkte sehr jung. Vor ihnen öffnete sich ein prachtvoller Blick auf den Kraftwerkkomplex Indian Point. Vier große Kernreaktoren mit Schutzkuppeln und Kühltürmen, daneben die Gebäude mit den Abklingenbecken für die gebrauchten Brennstäbe. Ganz in der Nähe des Kraftwerks gab es zwei Zäune, Soldaten und Batterien von Luftabwehrkanonen. In größerer Entfernung sah man weitere Kanonen und Raketen. Hinter dem vierten Zaun waren kleine, nur von den ortsansässigen benutzte Wege zu erkennen, und hinter dem fünften Zaun eine Autobahn, über die in beiden Richtungen auf vier Fahrstreifen ein ununterbrochener Strom von Autos floss. »Mickelson-Madlin-Stafford«, dachte Laurie. »Den drei Generälen zufolge könnten zehn Kilo eines soeben aus dem Reaktor entfernten Brennstoffes, bei geeigneten Winden, einen großen Teil der Bevölkerung an der Ostküste der Vereinigten Staaten einer tödlichen Strahlendosis aussetzen, wenn man sie mit einem herkömmlichen Sprengsatz zu fein verteiltem Staub pulverisieren würde.« »Aber jetzt ist ja alles gut«, hörte Laurie im Kopf wieder Catherines Worte. »Jetzt ist die Gefahr vorbei.« Jeder einzelne Reaktor von Indian Point enthielt mehr als hundert Tonnen Uran, das einem Langzeitbeschuss mit Neutronen ausgesetzt war. In dem Komplex gab es verschiedene radioaktive Stoffe mit einem Strahlungswert von mindestens zweihundert Milliarden Curie. Viertausendmal der Fallout von Tschernobyl. Hundert Milliarden schmutzige Bomben von zwei Curie. »Hat unsere Arbeit letztlich überhaupt einen Sinn?«, überlegte Laurie. »Wir bemühen uns zu verhindern, dass die Terroristen Uran anreichern und Atombomben herstellen. Aber eigentlich brauchen sie nichts anderes zu tun, als einige Kernkraftwerke zu sprengen, und das war's dann. Danach zucken wir nur ein wenig, und dann sind wir hin.« Weiter im Süden zeichneten sich die Wolkenkratzer von Manhattan ab. Aus dieser Entfernung betrachtet wirkten sie sehr klein, aber Laurie wusste, dass jeder Einzelne zu dieser Tageszeit von Leben wimmelte. Tausende, Jahrzehntausende lebender, atmender, fühlender und denkender menschlicher Wesen. Jedes davon hat Freunde und Verwandte, Eltern und Geschwister. Viele auch Geliebte und Kinder. Alle haben Wünsche, Träume und Ziele, sowie eigene Vorstellungen davon, wie die Welt ist oder wie sie sein sollte. Zwanzig Millionen parallele Wirklichkeiten, jedes das Zentrum eines eigenen Universums im Miniformat. Jedes aus seiner Sicht der Mittelpunkt eines ganzen Universums. Und sie alle waren gleich verwundbar, furchtbar zerbrechlich, und konnten nur in einer beängstigend schmalen Temperaturzone leben und überleben. Aus der Perspektive des Weltalls betrachtet war sie schmaler als ein Haar. »Steigt die Temperatur um hundert Grad, werden wir gebraten. Sinkt sie um hundert Grad, erfrieren wir«, dachte Laurie. »Dieses Gebiet ist die extrem schmale und empfindliche Zone, für die wir geschaffen sind. Niemand sollte die Temperaturen der Sterne oder genauer gesagt einer Supernova-Explosion unter die Menschen bringen, dorthin, wo Menschen wohnen. Für so etwas sind wir nicht geschaffen.« »Ich habe von diesem Ort gehört, aber ich war noch nie hier«, sagte Laurie. Er betrachtete die vor ihm liegende Landschaft. »Ich wollte ihn sehen, weil, na ja, ich glaube, dass ich künftig ziemlich oft hier sein werde. In meinen Träumen.« »Wie bitte?«, fragte Julia verwundert. »In meinen Albträumen. Früher war ich meist mit Alice auf Staten Island oder in New Jersey, wenn auf Manhattan eine Atombombe explodierte. Aber ich hatte in Sierra Vera mit Catherine ein Gespräch, das meine Perspektive ein wenig geändert hat.« »Aha, so.« Julia fragte nicht weiter nach. Laurie würde erzählen, was er erzählen wollte. Laurie dachte wieder an Dr. Seltsam und das wirkliche Perimetersystem. In der Realität existierte Dr. Seltsams sich automatisch rechende Superbombe gewissermaßen, seit der Mensch seine ersten Kernkraftwerke gebaut hatte. Das hatte nur niemand verstanden. Der Abschuss von Nuklearwaffen auf den Gegner hätte sehr weitreichende Feuerstürme erzeugt. Sie hätten so viele Kernkraftwerke zerstört, dass der radioaktive Niederschlag niemanden verschont hätte. Auf keiner der beiden Seiten. In der Realität spielte es keine Rolle, ob die andere Seite es schaffen würde, ihre eigenen Raketen abzuschießen oder ob sie in ihren Silos zerstört würden. Das Endergebnis wäre auf jeden Fall immer dasselbe. Für alle. Nachdenklich betrachtete Julia die Kuppeln der Reaktoren von Indian Point. »Der Komplex liegt zweifellos allzu nah am Zentrum von New York, sagte sie. Zumindest sollte man die Abklingbecken etwas besser schützen.« »Wie können wir so sicher sein, dass gerade die Abschreckung anderer Menschen die beste Methode ist, unsere eigene Sicherheit zu steigern?«, überlegte Laury. Ihm fielen wieder die in Flammen stehenden Doppeltürme von New York und die Rauchwolke ein, die ganz Manhattan bedeckt hatte. Er betrachtete die Schutzkuppeln der Reaktorgebäude von Indian Point und überlegte, ob er wohl irgendwann sehen würde, wie von ihnen schwarzer, radioaktiver Rauch aufstieg. »Ursprünglich sollten die Idioten von Al-Qaida das hier angreifen«, erinnerte Laury Julia. »Das haben sie nicht getan, weil sie fürchteten, zu viel Schaden anzurichten. Weil sie gemäß ihrer bizarren und abartigen Logik meinten, das Recht auf die Tötung von nur sechs Millionen Amerikanern zu haben, also von ebenso vielen Menschen, wie wir ihrer Ansicht nach umgebracht haben. Das heißt, sie handelten so ähnlich wie Hitler, der noch den Holocaust und die Operation Barbarossa billigte, aber nicht die von den Alliierten gefürchteten chemischen Waffen und schmutzigen Bomben einsetzen wollte.« »So?«, wunderte sich Julia. »Und dann?« »Irgendwie haben wir es geschafft, die Reden dieser schwachsinnigen Al-Qaida-Leute auf recht wunderliche Art und Weise zu bedeuten. Sie haben die Kernkraftwerke nicht angegriffen, als sie es hätten tun können. Aber wir sehen darin nur einen Beweis dafür, dass sie die Kernkraftwerke angreifen würden, sobald sie nur könnten. Aber so ist es ja nicht. Man kann die Kernkraftwerke nicht wirklich verteidigen. Sollten wir uns also nicht darauf konzentrieren, sicherheitshalber allen zu erklären, dass auch Mekka und Medina kontaminiert werden, wenn irgendein fanatischer Schwachkopf unsere Kernkraftwerke attackiert? Sollten wir nicht über Al-Jazeera allen erklären, dass dann fünfmal mehr Muslime sterben würden als Einwohner der USA, aus dem einfachen Grunde, dass es davon auf der Erde fünfmal mehr gibt als von uns?« »Wir können uns ja wohl nicht nur darauf konzentrieren.« »Natürlich nicht. Aber sollten wir nicht auch das tun?« »Es wäre mehr als ein wenig frustrierend, nur deshalb sterben zu müssen, weil irgendein blöder Terrorist nicht versteht, was ein Kernkraftwerk ist und warum es sich eigentlich nicht lohnt, es anzugreifen.« »In dieser Sache können wir nicht mehr weiter vorankommen, indem wir immer neue und noch schrecklichere Waffen benutzen«, dachte Lauri. »So haben wir es bisher immer gemacht, aber dieser Weg ist jetzt versperrt. Etwas noch fürchterlicheres gibt es nicht und kann es nicht geben. Und falls doch, was würden diese neuen und noch schrecklicheren Waffen ändern?« »Wir haben nichts anderes als diesen einen bewohnbaren Planeten. Selbst wenn wir noch effizientere Waffen entwickeln. Was könnten wir damit noch vernichten?« Lauri warf wieder einen Blick auf die sie umgebenden Luftabwehrkanonen. Wie viele Raketen und Luftabwehrkanonen mochten um Indian Point herum konzentriert sein? Ihre Anzahl war allmählich vergrößert worden, parallel zur wachsenden Gespanntheit der Lage. Ein Offizier der Luftabwehr, ein Bekannter von Lauri, hatte ihm einmal erzählt, dass das Abschießen eines Passagierflugzeugs, das gerade auf ein Kernkraftwerk stürzt, gleichbedeutend sei mit dem Versuch, eine Bombe mit einer Luftabwehrkanone zu treffen. Aber er hatte auch gesagt, dass, wenn man an Ort und Stelle eine ausreichende Menge von Feuerkraft konzentrierte, sie im Ernstfall vielleicht sogar eine ganz realistische Chance hätten, Erfolg zu haben. Lauri trat an den jungen Käpt'n heran. »Verzeihung, darf ich Sie etwas fragen?« fragte er. »Natürlich, Sir«, antwortete der Käpt'n. »Wissen Sie, ob ... Nun, wenn ein Sturmwind, der mit einer Geschwindigkeit von sechshundert oder tausendzweihundert Stundenkilometern bläst, diese Raketen mitreißt und sie gegen das Kernkraftwerk schleudert, würden sie dann explodieren?« »Sir«, fragte der Käpt'n erstaunt. »Ach, lassen wir das«, sagte Lauri und kehrte zu Julia zurück. »Ich glaube nicht, dass er über solche Dinge Bescheid weiß«, kommentierte Julia. »Ich hätte es einfach nur gern gewusst.« »Setzen mir das auf die Liste der zu klärenden Fragen«, schlug die praktisch denkende Julia vor. »Als Punkt 21.418.« »Ich gebe euch eine Zukunft«, dachte Lauri. »Warum eine Kuh kaufen, wenn das Milchpulver so billig ist? Sieben Dollar pro Hiroshima. Wir müssen jetzt selbst beschließen, was für Sterne wir uns zum Vorbild nehmen wollen, wenn wir die Verhältnisse auf der Erde gestalten wollen. Die Eigenschaften der existierenden Sterne binden uns nicht mehr.« Lauri hatte wieder vor Augen, wie Ted Taylor sorgfältig einen kleinen Parabolspiegel aufstellte. Wie Taylor auf die Uhr sah und eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche zog, sie öffnete und eine Zigarette herausklopfte. Wie er das Ende der Zigarette an die Stelle hielt, wo er den Brennpunkt des Spiegels vermutete, und wartete. Als der künstliche, von der Technologie des Menschen für einen Moment auf der Erde angezündete Stern die Welt erst in blendend hellem weißem Licht und dann, als die Atmosphäre brannte, in orange-rot-gelb-bunten Flammen lodern ließ, wartete Taylor, bis das Ende der Zigarette zu glühen begann. Dann hob er die Zigarette an die Lippen und sog den nikotinhaltigen Rauch mit einem triumphierenden Lächeln in seine Lungen ein. In seine Lungen ein. Nachwort Nach Abschluss des Manuskripts für Ascheregen habe ich in den darauf folgenden Jahren mit den finnischen Behörden, die unter anderem für Atomsicherheit zuständig sind, sowie mit Vertretern der Streitkräfte mehrerer Länder einen zeitweilig äußerst intensiven Dialog geführt. Obwohl heute manche Fragen zur Sicherheit von Kernkraftwerken ernster genommen werden als früher, haben diese Gespräche doch auch mich selbst noch kritischer werden lassen. Der Kern des Problems, also das, woran wir heute vorrangig denken sollten, ist Folgendes. Gegenwärtig gibt es 30 Länder, die Energie mithilfe von Kernkraft produzieren. Weitere 80 Länder haben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA mitgeteilt, dass sie dasselbe planen. Die meisten dieser Pläne werden nicht in allernächster Zeit verwirklicht werden, aber wenn dieser Prozess nicht gestoppt wird, kann es in 50 oder 100 Jahren im schlimmsten Fall 110 Länder geben, die alle übereigene Kernreaktoren verfügen. Das würde bedeuten, dass es dann 110 de facto Kernwaffenstaaten gibt, weil die Kernreaktoren der Zukunft notwendigerweise Brutreaktoren sein müssten. Brutreaktoren verwenden so hoch angereicherten Brennstoff, dass man daraus ohne weitere zusätzliche Anreicherung Kernwaffen herstellen könnte. Wenn es sich um Gemische aus verschiedenen Plutonium und Uranoxiden handelt, muss die Kernwaffe auf einer symmetrischen, nach innen gerichteten Explosion, also einer Implosion, basieren. Aber auch dann hätten wir es mit einer Technik zu tun, die bereits in den 1940er Jahren entwickelt wurde. Die Thoriumreaktoren, von denen in der letzten Zeit viel die Rede war, wären die allergefährlichste Variante. Sie enthalten nämlich sehr reines Uran-233, aus dem man auch einfache Röhrenbomben, die denkbar einfachsten Kernwaffen, fertigen kann. Ich habe erst in den letzten Jahren verstanden, dass der gesamte kerntechnologische Komplex, also die Gesellschaften, die Kernkraft produzieren und Kernreaktoren bauen, die Kernforschungsinstitute, die Behörden, die die Kernkraftwerke überwachen und die Internationale Atomenergieorganisation, den Übergang zu Brutreaktoren bereits für eine Selbstverständlichkeit hält. Das scheint heute eine Art automatischer Ausgangspunkt, eine Grundhypothese zu sein, die von den Akteuren der Branche keinen Augenblick lang mehr infrage gestellt wird. Mit anderen Worten, wir driften zurzeit in unsichtbarer und heimtückischer Art und Weise auf eine Welt zu, in der es in 100 Jahren anstatt 10 dann 110 de facto Kernwaffenstaaten gibt. Wenn wir eine solche Welt nicht wollen, müssen wir rasch etwas dafür tun. Wir müssen relativ bald einen internationalen Vertrag zustande bringen, der die Herstellung von Kernenergie mit solchen Reaktoren verbietet, die Uran-233 mit einem höheren Anreicherungsgrad als 15 Prozent, Uran-235 oder Plutonium-239 verwenden. Tausende von Dokumenten und Forschungsberichten zur Kerntechnologie sind erst kürzlich, nach dem Ende des Kalten Krieges, allgemein zugänglich gemacht worden. Auf den vorangegangenen Seiten habe ich über vieles gesprochen, was noch vor gar nicht langer Zeit streng geheim war. Außerdem habe ich alle nur irgend erhältlichen Texte derjenigen Wissenschaftler gelesen, die die Entwicklung von Kernreaktoren und Atombomben ursprünglich geleitet haben. Diese Wissenschaftler, von denen etliche den Nobelpreis für Physik oder Chemie bekommen haben, verstanden von der Kerntechnologie mehr als die späteren Generationen von Forschern, weil sie die Möglichkeit hatten, deren Grenzen in Atomversuchen auszutesten. Die späteren Forscher haben oft nur das wiederholt, was die Lehrer ihrer Lehrer seinerzeit von den wahren Gurus des Fachs gehört hatten. Ich habe mich bemüht, Ascheregen so zu schreiben, dass die Fakten und die darauf beruhenden Spekulationen möglichst klar voneinander getrennt sind. In diesem Zusammenhang ist es jedoch wichtig festzustellen, dass ich in Wirklichkeit keine genauen Angaben erhalten habe zu der Menge von Lithium-6, das in den Rapid-L-Reaktoren enthalten ist, und auch nicht zu der Mindestmenge Plutonium, die für die Zündung einer zwei- oder dreiphasigen Nuklearwaffe erforderlich ist. Besonders die letztgenannte Information wird weiterhin streng geheim gehalten. Die in dem Buch geäußerte Angabe einige Dutzend Gramm ist also nur geschätzt, müsste aber der Wahrheit nahe kommen. Die Schilderung der Folgen einer Atomexplosion in einer großen Stadt ist ebenfalls weitgehend spekulativ, aber nach neueren Modellen würde eine Explosion, die der von Hiroshima anspricht, in Manhattan tatsächlich einen Feuersturm entfachen, der sich mit einer Geschwindigkeit von 600 Stundenkilometern ausbreiten würde. Die Szenen, in denen mögliche Arten von Terroranschlägen mittels Kerntechnologie entworfen werden, enthalten einige absichtliche Desinformationen. Es gibt mehrere, eindeutig leichtere Arten, derartige Anschläge auszuführen, aber aus verständlichen Gründen wollte ich die Aufmerksamkeit nicht auf diese Möglichkeiten lenken. Wenn wir weiterhin mit Kernkraft Strom produzieren wollen, gilt es sicherzustellen, dass ein Unfall oder ein terroristischer Anschlag unter keinen Umständen die Emission bedeutender Mengen von radioaktiven Aerosolen in die Atmosphäre verursacht. Obwohl überall auf der Erde kleine Mengen radioaktiver Stoffe vorkommen, enthalten die Kernkraftwerke doch außergewöhnlich große Mengen davon. Ein Kubikmeter, soeben aus dem Reaktor entfernter Kernbrennstoff, enthält ebenso viel Radioaktivität wie das Uran der obersten meterdicken Kruste des gesamten Erdballs. Oder, um es mit den Worten von Linus Pauling auszudrücken, der zwei Nobelpreise erhalten hat, ein einziger Kernreaktor enthielt im Jahr 1956 30 Millionen mal mehr Radioaktivität als das gesamte von der Menschheit für verschiedene Zwecke bis dahin isolierte Radium. Deshalb wäre es wichtig, dass alle in der Zukunft möglicherweise zu errichtenden Kernkraftwerke tief im Inneren des Felsgrundes gebaut werden. Diese Lösung erfordert um einiges höhere Anfangsinvestitionen, spart aber Kapital ein, wenn man bei den Berechnungen das gesamte Lebensalter des Kraftwerks berücksichtigt. Ein Kernkraftwerk, das sich tief im Inneren des Grundgesteins befindet, braucht nämlich niemals abgerissen zu werden. Außerdem wäre die Bewachung solcher Kernkraftwerke erheblich billiger und leichter als die von oberirdischen. Der Bau von Kernkraftwerken tief unter der Erde könnte ein praktikabler Kompromiss zwischen den Ansichten der Gegner und denen der Befürworter der Kernkraft sein. Kernkraftwerke an der Erdoberfläche können niemals vollkommen sicher sein. Nach den bisherigen Erfahrungen dürfte das Risiko eines schweren Unfalls relativ gering sein, aber eine erschreckende Anzahl verschiedener Terrororganisationen hat in den vergangenen Jahren mitgeteilt, dass sie auch Anschläge gegen Kernkraftwerke erweckt. Kuppeln, Ventile, Rohre und andere Teile der Kernkraftwerke können nicht so gebaut werden, dass sie einer Explosion im Inneren des Kernreaktors standhalten. Der alte Vergleich mit einer Feuerwerksrakete ist auch in diesem Zusammenhang erhellend. Wenn ein Feuerwerkskörper auf der offenen Handfläche explodiert, wird die Haut verbrannt. Aber wenn er in der zur Faust geballten Hand explodiert, werden die Finger abgerissen. Wir sollten auf jeden Fall, und zwar schnell, die Träume von Brut-, Fusions- und Hybridreaktoren mit Lithium-6 als Brennstoff oder Kühlmittel sowie von Kernkraftwerken vom Typ Rapid L begraben. Diese Reaktortypen wären nicht einmal tief im Felsgrund sicher. Kernreaktionen ereignen sich sehr schnell. In einer Sekunde finden 100 Millionen Kettenglieder Platz. Deshalb versetzt schon eine sehr geringe Abweichung vom Zustand des Gleichgewichts den Reaktor vom kritischen Punkt auf die überkritische Seite. Laut Ted Taylor und Freeman Dyson ist ein außer Kontrolle geratener Reaktor in gewisser Weise dasselbe wie eine nur halb explodierende Atombombe. Das zerstörte Kernkraftwerk von Tschernobyl verwendete als Brennstoff nur 1,8 prozentiges Uran-235, aber die erste der dort erfolgten Explosionen war doch eine ganz kleine Atomexplosion. Abgebrannten Kernbrennstoff kann man natürlich auch an sich als effizientes Massenvernichtungsmittel benutzen. Man braucht es also nicht einmal unbedingt zu einer Atombombe zu veredeln. Während des Zweiten Weltkrieges entwickelten die Wissenschaftler des Manhattan-Projekts, unter anderem J. Robert Oppenheimer, Pläne zur Verseuchung der deutschen Felder mit strahlenden Waffen, sodass der Mangel an Nahrungsmitteln Deutschland gezwungen hätte, sich zu ergeben. Die Alliierten fürchteten auch, Hitler würde die Invasion in der Normandie mit einer unpassierbaren, von radioaktiver Strahlung vergifteten Zone aufhalten. Wenn ein bedeutender oder sogar der größte Teil der vom Rauchen verursachten Sterblichkeit tatsächlich auf das Plutonium und andere radioaktive Stoffe zurückzuführen ist, so wie eine wachsende Anzahl von Wissenschaftlern glaubt, könnte diese durch das Rauchen verursachte Sterblichkeit bedeutend verringert werden, indem man die Tabakanbaugebiete durch Pilze oder Pflanzen, die gierig Jagd auf die betreffenden Element machen, von radioaktiven Isotopen reinigt. Es lohnt sich der Sache, die gebührende Beachtung zu schenken, denn laut Weltgesundheitsorganisation WHO drohen im Verlauf dieses Jahrhunderts etwa eine Milliarde Menschen an Krankheiten zu sterben, die durch den Konsum von Tabak verursacht wurden. Risto Isomeki Sie hörten? Risto Isomeki Ascheregen Aus dem Finnischen von Angela Plöger Gesprochen von Uwe Teschner Auf Wiederhören bei Audible Auf Wiederhören bei Audible